Musik Rente mit 68, Berater der Bundesregierung haben rund drei Monate vor der Bundestagswahl eine Reform der Altersvorsorge vorgeschlagen. Vorwürfe gegen den Gesundheitsminister im Streit um die Verteilung von angeblich weniger geprüften Corona-Masken fordert die FDP jetzt den Einsatz eines Sonderermittlers, um die Vorgänge schnell aufzuklären. Razzia in Berlin. 300 Einsatzkräfte gehen in der Nacht gegen illegales Glücksspiel in einem Hotel vor. Guten Morgen, ganz herzlich willkommen hier bei Welt an diesem Dienstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Drei Monate vor der Bundestagswahl sorgt ein brisanter Vorstoß für Schlagzeilen. Berater der Bundesregierung haben eine Rentenreform vorgeschlagen. Länger arbeiten, und zwar bis 68. Denn die Einzahlungen in die Rentenkasse decken die laufenden Ausgaben nicht mehr. Und im Wirtschaftsministerium arbeiten Experten deshalb an einer Lösung. Und die soll nun die Koppelung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit sein. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sehe es bei der Rente eigentlich ganz gut aus. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das liegt daran, dass wir jetzt 83 Millionen sind. 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also eine völlig andere Welt, als die viele uns vorhergesagt haben. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Im Moment gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl. Und auch der DGB kündigt Widerstand an. Vorstandsmitglied Anja Piel zu den Vorschlägen. Ziel sei Renten drastisch kürzen, Sozialstadt abbauen und Alterssicherung privatisieren. All das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Das Kanzleramt zu Lena Mosel. Lena, also ich denke bei diesem brisanten Vorstoß, da hat es nicht lange gedauert, bis gleich die ersten Reaktionen aus den verschiedenen Parteien kamen. Das ist in der Tat so. Und die fallen teils äußerst heftig aus. Von den Linken kommt die extremste Reaktion aktuell, Parteichefin Susanne Hennig-Welzo. Die hat gesagt, das sei der asoziale Oberhammer und die Linken würden die Rechte der Rentnerinnen und der Rentner verteidigen mit Zähnen und mit Klauen. Also wirklich schon sehr kämpferische, sehr, sehr deutliche Worte. Es war zu erwarten, dass aus der Linkspartei die härteste Kritik kommt, auch von Gewerkschaften. Was vielleicht so ein bisschen verwundern kann, das ist das aus der Union, da auch zurückhaltende Worte kommen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der hat gesagt, wir brauchen jetzt keine Debatte über ein höheres Renteneintrittsalter. Das, was wir brauchen, das ist eine Stabilisierung des Rentenniveaus und eine Stärkung der privaten Vorsorge. Das sieht eher als den richtigen und wichtigen Weg an, damit die Renten eben auch künftig noch sicher sind. Diese Debatte um das Renteneintrittsalter, die ist ja alles andere als neu. Und dieser Vorschlag, Rente mit 68, auch nicht, oder? Das stimmt, wenn man es auch genau nimmt, dann ist der Vorschlag ja nicht per se Rente mit 68, sondern das Renteneintrittsalter dynamisch zu koppeln an die Lebenserwartung. Das ist das Verhältnis von Arbeitszeit und Rentenzeit. Das soll dabei immer gleich bleiben. Aber hier das wissenschaftliche Gremium, das Expertengremium möchte eben, dass die beiden aneinander gekoppelt werden. Und diesen Vorschlag, den gab es schon von der Bundesbank, den gab es schon von Arbeitgebervertretern, den gab es aber auch schon von Rentenpolitikern aus der Union, weil man eben sagt, wir können die Finanzierung nicht langfristig gewährleisten. Auch der Wissenschaftliche Beirat hat das jetzt nochmal so gesagt, sonst müsste man eben Gelder aus dem Staatshaushalt nehmen. Und das wiederum würde bedeuten, dass man an anderer Stelle kürzen müsse bei Investitionen, beispielsweise in die Bildung, in den Klimaschutz. Und das, so die Experten, sei eben nicht der richtige Weg. Lena, danke für den Moment. Wir werden gleich noch über ein weiteres Thema sprechen, und zwar über die Grünen. Denn der Aufwärtstrend der Partei, der ist vorerst gestoppt, so scheint es jedenfalls. Nicht nur wegen des Wahlergebnisses. In Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen stand vor allem die Kanzlerkandidatin im Mittelpunkt. Annalena Baerbock musste vor allem für ihren offenbar etwas geschönten Lebenslauf herbe Kritik einstecken. Die Partei, die ist bereits zurückgerudert und hat Änderungen vorgenommen. Aber auch der Vorwurf der Verbotspartei, der will einfach nicht weggehen. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kippen kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Dramatisch sind die Unstimmigkeiten sicherlich nicht. Am Image der Kanzlerkandidatin könnte sie aber trotzdem nagen. Und noch was nochmal fürs Kanzleramt zu Lena Mosel. Lena, wie stark beschädigen denn diese Vorwürfe Annalena Baerbock? Wie gefährlich könnten sie der Grünen Kanzlerkandidatin werden? Ja, man merkt das schon an den Umfragen der Grünen, aber auch ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock an der Entwicklung in den vergangenen Wochen, dass das nicht gut angekommen ist. Je stärker man nach außen auf Werte wie Gerechtigkeit und Fairness pocht, desto stärker wird man eben auch daran gemessen. Die Grünen, als sie Annalena Baerbock nominiert haben, haben ja massiv Aufschwung auch bekommen. Ihre Zustimmungswerte äußerst hoch. Jetzt hat sich das Platz so ein bisschen gewendet. Je nach Umfrage lagen die Grünen ja zeitweise sogar schon vor der Union. Das ist nicht mehr der Fall. In anderen Umfragen, da hat die Union den Vorsprung auf die Grünen um einige Prozentpunkte oder auf einige Prozentpunkte ausbauen können. Und Annalena Baerbock, die sieht man zwar in einer Vorsau-Umfrage beispielsweise nach wie vor noch als die sympathischste Kanzlerkandidatin, die mit den höchsten Zustimmungswerten, aber sie hat auch hier massiv eingebüßt. Acht Prozentpunkte auf nur noch 24. Also das macht sich schon bemerkbar. Sind die Grünen jetzt in der politischen Realität angekommen? Ja, ich glaube, in der politischen Realität leben sie schon lange. Das ist ja nicht die erste Bundestagswahlkampf, aber man muss sich schon sehr wundern. Das wirkt schon fast ein bisschen naiv, die Herangehensweise. Und Robert Habeck, der hat ja auch zugegeben, dass da zu viele kleine Fehler in den letzten drei Wochen passiert seien. Das hätte auch jetzt so kurz vor der Landtagswahl vergangenes Wochenende dann kein Rückenwind bedeutet. Wenn man in diesen Kampf eintritt um das politisch mächtigste Amt in Deutschland, dann muss einem natürlich auch klar sein, dass da mit harten Bandagen gekämpft wird. Also kann man schon erwarten, dass das Wahlkampfteam rund um Annalena Baerbock genau das prüft. Jeder einzelne Fakt, denn das ist zu erwarten, das wird der politische Gegner tun. Jeden einzelnen Fakt gegenchecken, alles, was gesagt wird, alles, was da offengelegt wird. Das heißt, das Wahlkampfteam muss da natürlich auch ganz genau drauf schauen, denn der Gegner, der wird es auf jeden Fall tun. Also da wird uns noch einiges erwarten in diesem Wahlkampf. Dankeschön, Lena. Dankeschön, Lena. So, und da haben wir ein paar technische Probleme. Sie sehen es, liebe Zuschauer. Sie sehen immer noch Lena Mosel. Wir machen aber jetzt weiter mit unserem nächsten Thema und blicken erst mal auf den Sport. Denn die deutsche Nationalmannschaft, der ist die Generalprobe vor dem Start der EM am Dienstag gegen Frankreich gelungen. Ein 7 zu 1 gab es gegen Lettland gestern in Düsseldorf. Also ein Torschützenfest und so würde ich sagen, kann man in das Turnier starten. So, und wir blicken auf unser nächstes Thema, blicken in die USA. Dort wird derzeit die Frage diskutiert, ob es Außerirdische gibt oder nicht. Ein neuer Bericht, der soll veröffentlicht werden, allerdings erst in zweieinhalb Wochen. Allerdings, jetzt wurden schon die ersten Details dazu bekannt. Und mein Kollege Steffen Schwarzkopf aus den USA, der kennt schon ein paar von Ihnen. Diese Aufnahmen bereiten den US-Militärs seit Jahren Kopfzerbrechen. Unidentifizierte fliegende Objekte. Oh mein Gott, es ruftiert, ruft der Air Force Pilot. Erst im letzten Jahr veröffentlichte das Pentagon bis dahin geheim gehaltene Aufnahmen. 120 solcher Sichtungen durch das Militär gab es seit 2001. Und die, die es live erlebt haben, bleiben bis heute dabei. Das war außerirdisch. Wir waren zu viert in der Luft und haben das Ding fünf Minuten lang beobachtet, erzählt der Ex-Pilot Dave Fravor. 2014 war er mit seiner F-18 westlich von Kalifornien unterwegs, als er das sah. Ich bin drauf zu und es stieg immer höher. Als es direkt vor mir war, verschwand es schlagartig. Waren es also UFOs? Der US-Bericht schließt das nicht aus, hält es aber auch für möglich, dass China oder Russland dahinter stecken, die seit Jahren an Überschalltechnologie arbeiten. Doch könnten solche Flieger auch Haken schlagen, die Richtung ändern? Zweifel bleiben. Die Sicherheit unseres Luftraums, unseres Personals sind für den Präsidenten extrem wichtig und das gilt für identifizierte und unidentifizierte Objekte. Zwei Drittel aller Amerikaner sind übrigens überzeugt, es gibt Leben auf anderen Planeten. Und 45 Prozent sind der Meinung, es gibt UFOs. Und sie haben uns auch schon besucht. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landesschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos' Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard down wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Das ist ein weiterer Begleiter. Herzlich willkommen zurück hier bei Welt am Dienstagmorgen. Polizeieinsatz am Berliner Kudamm. Mehrere Hundertschaften haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glückspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Die Bilanz, die ist allerdings noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten. Schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht weiter zurück. Das Robert-Koch-Institut hat seit gestern 1204 positive Ergebnisse gemeldet. Das sind 581 weniger als noch vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist gesunken auf 22,6. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Mio. Impfdosen sind mittlerweile verabreicht. Und bei mir im Studio ist jetzt Paul Sonntag. Paul, also die Zahlen, die gehen weiter zurück. Dieser ganz rasante Fall, der ist gestoppt. Aber trotzdem das Wichtigste, die Inzidenz geht zurück. Wie dynamisch ist denn das Infektionsgeschehen noch im Moment? Ich kann mich erinnern, vor einer Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass wir vielleicht an einem Wendepunkt seien. Da gab es so eine Art Plateau ein paar Tage lang. Das ist jetzt wirklich durchbrochen. Da ist man jetzt auf dem Weg wirklich rasant wieder nach unten. Nicht ganz so rasant wie noch vor einigen Wochen, aber es geht immer noch weiter stetig bergab. Und das geht jetzt sogar so weit, dass man am Ende inzwischen einzelne Landkreise hat, in denen Corona kaum mehr messbar ist, wenn man so möchte. Das bedeutet, dass einfach sieben Tage lang hier auch keine Fälle mehr waren, wenn man es eben hochrechnet, auch auf die 7-Tage-Inzidenz. Trotzdem sieht man hier beispielsweise in Friesland und in Goslar, das sind die zwei Landkreise, von denen ich gerade gesprochen habe, eine Inzidenz von null. Man hofft natürlich, dass da noch einige dazukommen. Aber zum Gesamtbild gehören eben auch beispielsweise die Landkreise Zwei Brücken und auch Kronach in Bayern. Dort sieht man eben, da ist man doch noch relativ knapp unter der 100er Marke. Aber das ist vielleicht die zweite gute Nachricht heute. Wir sehen eben, dass inzwischen alle Landkreise unter der Inzidenz von 100 sind. Dass fast alle unter der Inzidenz von 50 sind, die ja auch so wichtig ist, für entscheidende Lockerungen beispielsweise. Und 70 Landkreise sind schon unter 10. Das bedeutet, man verschafft sich hier doch etwas mehr Freiraummöglichkeiten, dann vielleicht noch weiter runterzukommen und dann das Ganze in so eine Phase überzuleiten, wie wir sie im letzten Sommer gesehen haben, mit wirklich sehr niedrigen Zahlen. Schauen wir mal auf einen Indikator, der auch immer ganz wichtig war in der politischen Diskussion, vor allem natürlich, als die Zahlen sehr hoch waren, und zwar die intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten. Ich sprach gerade vom Sommer. Das ist der Sommer letztes Jahr. Da sehen wir eben kaum Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Und inzwischen sind wir hier auch in einem Bereich gelandet, der deutlich niedriger ist als das, was wir eben in dem letzten halben Jahr hatten. Es ist sogar inzwischen mit 1.796 niedriger als eben in der ersten Welle. Also da sehen wir schon, dass die Indikatoren eigentlich allumfänglich weiter nach unten gehen. Und die Hoffnung bleibt natürlich, dass man eben mit dieser circa dreiwöchigen Verzögerung am Ende diese Zahl auch noch so weit runter bekommt, wie das eben im letzten Sommer war. Und das würde dann doch noch deutliche Entspannung bedeuten. Natürlich auch verbunden mit der Hoffnung, dass es nie mehr so hoch geht, weil eben die Impfungen auch so langsam durchschlagen. Das hätte zumindest dann den Effekt, den man natürlich ursprünglich auch angestrebt hat. Also insofern kann man es vielleicht zusammenfassen. Es wird immer sukzessive besser, aber der freie Fall der Zahlen ist es jetzt aktuell auch nicht. Dankeschön, Paul. Also es gibt gute Nachrichten, was die Corona-Lage hier in Deutschland angeht. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob es genauso gut aussieht beim DAX, zugeschaltet aus Frankfurt, mit Julia Grewe von der Aktionär TV. Was ist drin an diesem Dienstag? Nicht so wahnsinnig viel, muss man leider sagen. Aber hey, immerhin hat der DAX gestern ein neues Rekordhoch hingelegt. Da kann man auch mal durchatmen. Das ist ein Muster, was wir zuletzt immer wieder gesehen hatten. In Trippelschritten immer weiter aufwärts. Und dann nimmt der eine oder andere vielleicht doch lieber Gewinne mit, weil wir auch abwarten, wie geht es weiter mit dem Thema Inflation und was machen die Notenbanken daraus. Halten die wirklich die Füße still? Der eine oder andere Marktteilnehmer hat da vielleicht Zweifel dran. Also viel los dürfte nicht sein für den Start heute. Wenn wir auf die Vorgabenseite schauen, dann sehen wir eben auch, da ist jetzt nicht so viel dabei, was uns anschubsen könnte. Denn an den asiatischen Börsen heute Morgen viel Rot, was wir da sehen beim Nikkei, beim Hang Seng und beim Shanghai Composite. Und auch an der Wall Street ist den Standardwerten gestern die Puste ausgegangen. Es ging um 0,4 Prozent runter für den Dow Jones. Immerhin bei den Tech-Werten, da sah es etwas besser aus. Aber das Thema Inflation beschäftigt uns weiter. Deswegen werden wir zum einen ganz genau auf die entsprechenden Preisdaten schauen, die Verbraucherpreise aus den USA am Donnerstag. Und am Donnerstag auch EZB-Ratssitzung. Also Stichwort Geldpolitik, auch da werden wir genau hinschauen. Aber bis dahin hält der DAX die Füße vermutlich erstmal etwas still. Dankeschön, Viola nach Frankfurt. So, jetzt habe ich auch meine Kamera gefunden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand sogar das Audi-Werk in Neckarsulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen. Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen und mehrere Ortschaften standen bis zu anderthalb Meter hoch unter Wasser. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken und im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses war er von den Wassermassen überrascht worden. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen behalten. Also wirklich eine dramatische Wetterlage in einigen Teilen in Deutschland und Hochwasser. Wenn man allerdings zum Beispiel wie ich in Berlin ist oder wie Miri in Schleswig-Holstein, dann bekommt man von diesem Hochwasser gar nichts mit, sondern dann hat man eigentlich nur Sonne. Ja, ähnlich ich auch. Gestern war es ja noch nicht so, aber tatsächlich ist es so, warum diese Unwetter zum Teil jetzt entstehen. Ich habe ja gerade erzählt, dass die Luftmassengrenze, das ist gestern der Grund gewesen. Heute ist es so, dass es vor allem, es ist sehr warme Luft quasi unten und sehr kalte Luft in der Höhe. Und dadurch, dass die Sonne noch einstrahlt, steigt die warme Luft schnell nach oben und deswegen knallt es auch heute wieder. Ich zeige Ihnen das mal. Aber erst mal gucken wir uns jetzt diesen entspannten Vormittag an, denn der läuft für die meisten tatsächlich noch entspannt. Aber es regnet zwar auch schon, es gibt schon ein paar Schauer Richtung Hessen, sind ein paar unterwegs. Auch in Baden-Württemberg ist heute Richtung Freiburg. Freiburg ist relativ nass, aber im Laufe des Tages, und das sehen Sie hier auf dieser Vorschau sehr schön, und da brodelt es wieder ordentlich und da kommen ordentlich Gewitter wieder zustande mit Starkregen, mit Platzregen und zum Teil auch mit Hagel. In der Mitte und auch im Süden, wie im Norden, wir bekommen durch unsere kühlere Luft noch nicht so viel ab davon, muss man sagen. Aber am Nachmittag deswegen diese ganzen Ausrufezeichen. Und die Sonne, die scheint hier bei mir heute um die 14 Stunden, in Berlin sind es 12 Sonnenstunden, also wirklich nett bei Ihnen. Aber auch Richtung Duisburg gerade im Westen und Richtung Passau aktuell scheint die Sonne. Und auch in der Mitte und auch sonst lösen sich ab und an die Wolken auch noch auf, die Sie da noch haben. Die Temperaturen dazu, sommerlich, 25 Grad heute in München, 24 Grad in Köln, 24 Grad auch in Hamburg und 28 Grad in Berlin. Also bei euch in Berlin wirklich richtig warm. Und bei mir hier oben auch ein wirklich schöner Sommertag verglichen mit gestern. Und die weiteren Aussichten sind so, dass ja auch morgen nochmal eine ähnliche Wetterlage wie heute besteht. Und deswegen ist auch morgen nochmal knallt und es auch morgen noch Gewitter gibt. Am Donnerstag zieht sich das Ganze dann aber eher an die Alpen und eher Richtung Süden zurück, Richtung Südosten. Und dann am Freitag, Samstag für alle deutlich schöner, deutlich sommerlicher und ruhiger bei Temperaturen bis 30 Grad. Also da entspannt sich die Lage wieder. Ich nehme meine Hand wieder runter. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann zurück mit den Themen des Tages. Bleiben Sie dran. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landesschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Rente mit 68. Berater der Bundesregierung haben rund drei Monate vor der Bundestagswahl eine Reform der Altersvorsorge vorgeschlagen. Vorwürfe gegen den Gesundheitsminister im Streit um die Verteilung von angeblich weniger geprüften Corona-Schutzmasken fordert die FDP jetzt den Einsatz eines Sonderermittlers, um diese Vorgänge schnell aufzuklären. Kanter Sieg für die DFB. Elf Jogis Jungs schießen sich für die EM warm. Mit 7 zu 1 gewinnt die deutsche Nationalmannschaft im letzten Spiel vor der EM gegen Lettland. Guten Morgen, ganz herzlich willkommen hier bei Welt an diesem Dienstag. Drei Monate vor der Bundestagswahl sorgt ein brisanter Vorstoß für Schlagzeilen. Berater der Bundesregierung haben eine Rentenreform vorgeschlagen. Länger arbeiten und zwar bis 68. Denn die Einzahlungen in die Rentenkasse, die decken die laufenden Ausgaben nicht mehr. Im Wirtschaftsministerium arbeiten Experten jetzt an einer Lösung, um die Finanzierungslücke zu schließen. Und die soll nun die Koppelung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit sein. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sieht es bei der Rente eigentlich ganz gut aus. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das liegt daran, dass wir jetzt 83 Millionen sind. 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also eine völlig andere Welt, als die viele uns vorhergesagt haben. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Im Moment gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl. Und auch der DGB kündigt Widerstand an. Vorstandsmitglied Anja Piel zu den Vorschlägen. Ziel sei Renten drastisch kürzen, Sozialstaat abbauen und Alterssicherung privatisieren. All das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Lena Mosel zugeschaltet vom Kanzleramt in Berlin. Lena, also ein brisanter Vorstoß. Wie sind denn die ersten Reaktionen von den verschiedenen Parteien? Die sind teilweise ziemlich heftig. Susanne Hennig-Welzow, die linken Parteichefin, die hat gesagt, dass das Ganze asozial sei. Und man würde in der Partei für die Rechte der Rentnerinnen und der Rentner mit Zähnen und mit Klauen jetzt kämpfen. Also wirklich schon eine sehr harte Wort, weil das verwundert nicht unbedingt, dass die Linken sich gegen diesen Vorstoß stemmen, auch Gewerkschaften. Wo man sich vielleicht ein bisschen eher wundert, ist, dass auch aus der Union Kritik kommt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der hat gesagt, er hält jetzt nichts davon, eine Debatte über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters zu führen, sondern man müsste stattdessen schauen, dass man das Rentenniveau stabilisiert und die private Vorsorge stärkt. Darüber möchte er dann eben sicherstellen, dass die Rente auch im Alter noch sicher ist. Diese Debatte um das Renteneintrittsalter, die ist ja alles andere als neu. Ist dieser Vorschlag etwas komplett bahnbrechend Neues? Nein, bahnbrechend neu ist es in der Tat nicht. Und man muss ihn auch mal genauer auseinandernehmen. Es ist ja nicht so, als würde der wissenschaftliche Beirat hier sagen, wir fordern die Rente ab 68 Punkt, sondern man fordert ein dynamisches Entwickeln, eine dynamische Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Also je älter wir werden, desto länger sollen wir arbeiten. Aber das Verhältnis soll eben gleich bleiben von Arbeitszeit und Rentenzeit. Und diese dynamische Entwicklung der Rente, diesen Vorschlag, den gab es schon von der Bundesbank, von Arbeitgebervertretern, den gab es auch schon von Rentenpolitikern der Union. Also es ist wirklich kein neuer Vorschlag. Das Argument ist eben, ja, wir sind zu alt als Gesellschaft. Es kommen zu wenige Einzahler nach. Und sonst müsste man, das sagt auch jetzt das Expertengremium, eben Mittel aus dem Staatshaushalt nehmen. Die würden an anderer Stelle fehlen. Könnten beispielsweise bei der Bildung, beim Klimaschutz fehlen als Investition. Und das sei nicht der richtige Weg. Dankeschön, Lena. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Rainer Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben jetzt auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, sagt die Partei. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Koalition die Arbeit nicht vorsetzen kann. Hintergrund ist, dass CDU und SPD nach der Wahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen würden. Auch die FDP, die will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnt die CDU ab. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagt FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Im Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen diese Vorwürfe, betont die Masken hätten keine EU-Zertifizierung, seien aber sicher. Und der Blick auf die Corona-Lage hier in Deutschland, die Zahl der Neuinfektionen, die ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut meldet seit gestern 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken auf 22,6. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht. Diese Generalprobe ist geglückt. Mit einem Kantersieg gegen Lettland fährt das DFB-Team zur Europameisterschaft. Im letzten Test vor diesem Turnier gelang dem Team sogar ein 7 zu 1 gegen den Außenseiter Lettland. Genau heute in einer Woche wird es dann ernst. Dann wartet im ersten Gruppenspiel allerdings ein etwas anspruchsvollerer Gegner. Und zwar der Weltmeister Frankreich. Wie die Chancen für die Nationalelf nach diesem Tor-Festival jetzt stehen, das weiß Andreas Büttner. Es geht doch. Generalprobe aber sowas von geglückt. Im letzten Test vor der Europameisterschaft gewinnt Deutschland mit 7 zu 1 gegen Lettland. Und das hochverdient. Spieler glücklich, Trainer glücklich und ja, auch die Fans glücklich. 1000 Zuschauer durften den Kantersieg im Düsseldorfer Stadion miterleben. Die Nationalelf zündete von Anfang an den Turbo und ging in der 19. Minute durch Robin Gosens in Führung. Der Dosenöffner, denn von da an spielte sich das Team in einem kleinen Rausch. Vor allem Champions-League-Sieger Kai Havertz punktete im Duell um einen Startplatz gegen Leroy Sané. Trainer Joachim Löw scheint also eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich seine Aufstellung gefunden zu haben. Und auch was von der Bankcom trifft, die Joker Timo Werner und Leroy Sané sorgten für den 7 zu 1 Endstand. Sollte die Turniermannschaft Deutschland also auch bei der EM so agieren, könnte sie mal wieder die Herzen der Fans gewinnen. Nicht nur die von der eigenen Familie. Und damit gleich weiter zu Jens Räupert erst vor dem Düsseldorfer Mannschaftshotel der Nationalmannschaft. Jens, also das war eine geglückte Generalprobe und man fährt jetzt mit viel Selbstbewusstsein zur Europameisterschaft, oder? So ist es, da nimmt man einiges mit an Schwung, wenn es heute von Düsseldorf weitergeht nach Herzogenaurach, wo dann die deutsche Mannschaft ihr EM-Quartier beziehen wird. Natürlich ist Lettland sportlich, fußballerisch nicht die Crème de la Crème. Im europäischen Fußball 138, das ist der Rang, auf den man rangiert in der Weltrangliste. Nichtsdestotrotz ist es nicht das Ergebnis, was so entscheidend ist, sondern die Art und Weise, wie die deutsche Mannschaft gestern gespielt hat. Da hat sehr, sehr viel sehr gut funktioniert, insbesondere in der Offensive. Klar, bei sieben Toren. Die Kombination war sehr, sehr gut aus dem Mittelfeld heraus. Auch Mats Hummels hat mächtig Dampf gemacht. Aus der Abwehrreihe hat er Spielmacher-Qualitäten bewiesen. Und nicht zuletzt ist es vor allem auch Kai Havertz, der als frischgebackener Champions-League-Sieger es geschafft hat, die Motivation, das Selbstvertrauen mitzunehmen. Das hat sich sehr gut übertragen auf das deutsche Spiel. Der Einzige, der sicherlich nicht ganz so viel leisten konnte, war Manuel Neuer. Er war nahezu beschäftigungslos. Die Letten hatten zu nahezu keine einzige Torchance. Ein Traumtor dann doch. Da konnte er nichts machen. Es hat ihn sicherlich etwas gewurmt mit seinem Ehrgeiz in seinem 100. Länderspiel. Aber alles in allem war das ein sehr guter Auftritt, der Mut macht und der die Vorfreude weckt auf die anstehende Europameisterschaft. Und wer konnte besonders glänzen in dieser Generalprobe? Kai Havertz, ich habe ihn gerade schon genannt. Der hat mächtig Eigenwerbung betrieben. Natürlich jeder Torschütze für sich selbst. Und das waren immerhin sieben Spieler in den Reihen der deutschen Mannschaft. Auch Mats Hummels hat, wie gesagt, überzeugt als Spielmacher eine Traumvorlage per Außenriss auf Serge Gnabry. Das dann zum 5 zu 0 geführt hat. Und natürlich Thomas Müller. Viele sagen Radio Müller, weil er nahezu die ganze Zeit auf dem Platz Anweisungen gibt. Das hat man gestern auch gehört hier in Düsseldorf im Stadion. Wo ja auch 1000 Zuschauer nach langer Zeit mal wieder mit dabei sein durften. Also die beiden Rückkehrer haben Werbung gemacht. Die Offensivspieler auch. Kai Havertz ist wohl auch gesetzt. Und hat Leroy Sané eventuell verdrängt aus der Startelf. Auch wenn Sané in der zweiten Hälfte getroffen hat. Hat er eine Großchance vergeben. Auch in den Spielen zuvor. Nicht zuletzt gegen Nordmazedonien. Hat er sehr viel Kritik bekommen. Also durchaus vorstellbar, dass Sané gegen Frankreich zunächst auf der Bank sitzt. Aber der Bundestrainer hat es mal wieder gesehen. So wie Fußball Deutschland insgesamt. Da ist sehr viel Qualität im deutschen Team. Die will man nutzen. Die muss man nutzen. Es sind ja harte Brocken, die auf Deutschland warten. Schon in der Vorrunde zunächst der Weltmeister Frankreich, wie gesagt. Und direkt danach dann der Europameister Portugal. Und auch die Ungarn sollte man sicherlich als Gruppengegner nicht unterschätzen. Ja, und ich glaube, so langsam steigt auch das EM-Fieber hier in Deutschland. Wir mussten ja alle ein Jahr länger warten, bis dann endlich losgeht. Und nächste Woche ist es dann endlich soweit. Auf jeden Fall mit der deutschen Mannschaft. Danke, Jens. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu verschiedenen Tageszeiten vor. Damit wird es abends zum Beispiel günstiger, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt will Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast, hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf dem Bürgersteig gelenkt. Direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Und ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten, rassistisch motivierten Anschlag. Es ist ein Schlag gegen die internationale Drogenszene. Weltweit durchsuchten Einsatzkräfte in einer groß angelegten Razzia insgesamt über 100 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume. Und das in mehreren Ländern. Mit Erfolg, es kam zu zahlreichen Festnahmen. Im Mittelpunkt des Einsatzes der Kampf gegen den weltweiten Drogenhandel. Großrazzien in Deutschland, wie hier in der Ruhrgebietsmetropole Essen, durchkämmen schwer bewaffnete SEK-Kräfte Privathäuser und Lagerhallen von Verdächtigen. Stellen Beweise sicher, darunter auch eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen. Wir haben geschlafen um sechs Uhr morgens und dann sind wir vom riesenlauten Knall wach geworden. Erstmal sehr befremdlich natürlich, sehr komisch. Derjenige, der da vorher gewohnt hat, der wurde auch von der Polizei abgeführt. Neben Nordrhein-Westfalen gab es weitere Razzien auch in Hessen. Dabei soll es ebenfalls zu Festnahmen gekommen sein. Einzelheiten wollte die Polizei noch nicht herausgeben. Im Fokus der Ermittlungen die mutmaßlichen Drahtzieher internationaler Drogengeschäfte. Ihnen waren die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem sie zuvor monatelang Nachrichten eines eigentlich verschlüsselten Kryptochats ausgewertet hatten. Eine Art WhatsApp der Unterwelt, in der sich tausende Kriminelle austauschen und zu illegalen Geschäften verabreden. Doch dem amerikanischen FBI war es gelungen, das System zu knacken und die Nachrichten live mitzulesen. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mit zu protokollieren. Das ganze Ausmaß der Aktion wird wohl erst im Laufe des Dienstags sichtbar, wenn die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag Einzelheiten zur Aktion bekannt geben will. Gemeinsam mit Vertretern des amerikanischen FBI sowie Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden und Australien. Und in Essen ist für uns Christian Schmidt. Christian, wie ist dieser Einsatz genau abgelaufen? Ja, Spezialeinsatzkräfte haben hier in Essen dieses Bürogebäude gestürmt gestern. Man hat Glasscheiben hier aufgesprengt, ist dann hier rein und hat eine ganze Cannabis-Plantage gefunden. 1.000 Cannabis-Pflanzen wurden sichergestellt, dazu spezielle Lüftungssysteme, Lichtanlagen, alles was man für so eine Cannabis-Plantage braucht. Ein ganzer Lieferwagen voll wurde an Beweismitteln sichergestellt und das in Essen war, wir haben es eben gehört, nur eine Razzia von insgesamt 100, die gestern weltweit stattgefunden haben. Klingt alles ziemlich spektakulär. Was war denn das Besondere an dieser Aktion? Das Besondere ist eben dieser Krypto-Chat. Ja, dieser Messenger-Dienst der Unterwelt, der geknackt wurde vom FBI. Spezialisten haben da sich in diesen Chat praktisch reingehackt und konnten ihn mitlesen, mitverfolgen, so an die Informationen kommen. Und dann gab es gestern diesen Schlag. In 16 Ländern insgesamt wurden 100 Objekte durchsucht. Das war in Amerika, in Australien, in den Niederlanden, aber auch eben in Deutschland zum Großteil. Im Raum Frankfurt, wir hörten es eben in dem Beitrag. Und hier im Raum Essen wurden Menschen auch festgenommen. Es gab Durchsuchungen und es geht um Drogenhandel im großen Stil. Das Ganze ist eine der größten Aktionen gegen das organisierte Verbrechen weltweit, die es jemals überhaupt gab. Und es geht eben nicht nur um Drogen, sondern wohl auch um Menschenhandel, um Waffenhandel. Und heute soll im Laufe des Tages auf einer Pressekonferenz dann weitere Details genannt werden. Wir werden natürlich berichten hier auf Welt fortlaufend. Das werden wir auf jeden Fall. Dankeschön für den Moment. Christian, nach Essen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was die Börse heute Morgen macht. Einen wunderschönen guten Morgen nach Frankfurt zu Viola Grebe von der Aktionär TV. Was können wir denn erwarten von diesem Dienstag? Es tut mir ja fast ein bisschen leid, wo du mich so freundlich begrüßt. Aber es ist wirklich nicht viel, was wir da heute erwarten können. Also sprich, wir rechnen mit einem ziemlich trägen Auftakt beim DAX heute Morgen. Denn tatsächlich ist die Vorgabenseite auch nicht so prickend heute unterwegs. Und wir hatten gestern ein neues Rekordhoch beim DAX. Und danach sich mal so ein bisschen auszuruhen, mal so durchzuatmen, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Also ein kleines Minus, aber die ganz große Bewegung, damit rechnen wir jetzt nicht. Wenn wir auf die Vorgabenseite schauen, dann sehen wir auch, ja, wo soll es denn herkommen? Also quasi die Impulsfreude. Wir sehen an den asiatischen Börsen heute Morgen einiges an roten Vorzeichen nach Daten, die wir da unter anderem auch aus Japan schon gesehen hatten. Also beim Nikkei geht es ein bisschen runter. Deutlicher beim Shanghai Composite, aber auch im Minus der Hang Seng. Ja, und die Standardwerte in den USA, also beispielsweise der Dow Jones, auch Minus von 0,4 Prozent gestern. Immerhin die Tech-Werte. Da sah es besser aus. Und das übergeordnete Thema nach wie vor, die Inflationssorgen und somit eben auch Zinsängste. Und das heißt, man wird sehr genau gucken, einmal auf die Inflationsdaten, die es am Donnerstag gibt aus den USA. Und am selben Tag ist EZB-Ratssitzung. Also spannend auch, was die Europäische Zentralbank vielleicht so verlauten lässt zu ihrer weiteren Geldpolitik. Also da wird man sehr genau hingucken, aber man hat den Eindruck, bis dahin könnte der Dachs die Füße zumindest zum Start heute erst nochmal ganz schön still halten. Dankeschön, Viola. Musst dir aber nicht leid tun. Wenn der Dachs nicht so fröhlich ist, bin ich es wenigstens. Er hört ja nicht auf mich. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand sogar das Werk des Autoherstellers Audi in Neckarsulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich, in Richtung Bodensee, fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen und mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot, an der Rot im Kreis Biberach, ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Massermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Wassermassen in vielen Teilen in Deutschland. Bei mir in Berlin eher das Gegenteil. Da gibt es Sonnenmassen. Gibt es das Wort? Ich glaube nicht. Ich bin in See, das ist der einzige Ort, der durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals geteilt worden ist. Tatsächlich bin ich auf der nördlichen Hälfte. Die Fähre fährt hier übrigens immer kostenlos, falls Sie mal durch Schleswig-Holstein kommen. Alle Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal sind kostenlos. Sie müssen gar nicht immer über die Radar-Hochbrücke fahren. Sie können auch mal eine Fähre nutzen, zum Beispiel in Schacht-Audorf. Oder hier eben in See steht und sich das Idyll hier einmal angucken. Und Sonnenmassen, nee, ich glaube nicht. Aber ist auch völlig wurscht. Du hast ja recht. Die Sonne scheint und scheint und scheint heute. Sonnenstrahlen, sag ich einfach. Die Sonne ist so stark, dass, obwohl sie eigentlich schräg hinter mir ist, sie mich trotzdem blendet. Ich würde am liebsten meine Sonnenbrille aufsetzen. Aber ich zeige Ihnen nochmal, das sehen Sie auf dieser Vorschau auch ganz schön, wie sich eigentlich das Gewitter oder die Gewitter im Laufe des Tages bei uns entwickeln. Sie sehen ja über ganz Europa gibt es immer mal wieder so ein paar Niederschläge. Ein Gros halt bei uns. Und das sind tatsächlich dann wieder Gewitter mit Starkregen, mit unwetterartigen Platzregen und auch mit Hagel heute. Und das vor allem wieder im Süden und in der Mitte. Das liegt an der doch etwas feuchteren Luft bei Ihnen. Denn bei Ihnen ist Tiefpeter noch mit am Start. Während hier oben im Norden und auch Richtung Berlin halt Hochxen ja schon rumwerkelt. Die trocknere Luft, wenn die nach oben steigt, ja, da quält das dann nicht so. Und deswegen gibt es auch nicht diese Gewitter und die Hagel und so weiter. Da den ganzen, das ganze Kladderadatschos da so bei Ihnen runterkommt. Aber bei uns ansonsten echt viel Sonnenschein. 14 Stunden im Norden, 12 Stunden im Süden. Und die Temperaturen dazu bis zu 28 Grad heute wieder in Berlin. Aber auch ansonsten sommerlich mit 25 Grad. Zum Beispiel in München 24 immerhin in Köln. Und 24 Grad sind es tatsächlich auch in Hamburg. Ich habe aktuell 17, in Berlin sind es jetzt schon 22. Morgen dann nochmal eine ähnliche Wetterlage wie heute. Und am Donnerstag ziehen sich die Gewitter dann eher in den Süden zurück, Richtung Alpen. Und Freitag, Samstag, ja das kommt dann, Freitag Sonnabend. Da wird es insgesamt ruhiger, Temperaturen bis 30 Grad. Und für alle doch ruhige, entspannte Sommertage. Dankeschön, Miri. Also es geht weiter mit Sonnenmassen. Beste Sicht aufs Wetter mit Jolly City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Ich hoffe jedenfalls, Sie starten in einen sonnigen Dienstag, wo auch immer. Sie sind kurze Unterbrechung und um neun natürlich wieder die aktuellen Nachrichten hier bei Welt. Durch diese Stunde führt Sie dann mein Kollege Thomas Klug. Also bleiben Sie unbedingt dran. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot, 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon-Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre. Das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten. Die SPD-Politikerin Schulze Sie haben massive Finanzierungsprobleme bei der Rente ausgemacht. Ihr Vorschlag Rente mit 68. Gewerkschaften Grüne und Linke laufen Sturm. So, ich glaube, wir haben ein kleines Bildproblem, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber ich denke, wir lassen mal das Vorspiel. Nee, das können wir schon nochmal. Nee, das machen wir dann doch nicht. Wir versuchen, dem Fehler auf den Grund zu gehen und hoffen dann irgendwann richtig in die Spur zu kommen. Willkommen und guten Morgen hier bei Welt. Die Rente. 100 Milliarden Euro in diesem Jahr und Jahr für Jahr wird die Summe größer. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier gefunden haben. Die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit heißt faktisch länger arbeiten bis 68. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sehe es bei der Rente eigentlich ganz gut aus. Denn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das liegt daran, dass wir jetzt 83 Millionen sind, 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also eine völlig andere Welt, als die viele uns vorhergesagt haben. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Im Moment gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl. Und auch der DGB kündigt Widerstand an. Vorstandsmitglied Anja Piel zu den Vorschlägen. Ziel sei Renten drastisch kürzen, Sozialstadt abbauen und Alterssicherung privatisieren. All das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten. Sink die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Womit der Kollege recht hat. Vor dem Kanzleramt stehend Lena Mosel. Also ich meine, zu einer unpassenderen Zeit hätte ja so einen Vorschlag kurz vor der Wahl nicht kommen können, oder Lena? Ja, in der Tat. Er wird wahrscheinlich der Großteil der Wählerinnen und Wähler erst mal sagen, oh Gott, das klingt ja furchtbar. Die lautstärkste Kritik, die kommt erwartungsgemäß aus der Linksfraktion von den Linken. Die Parteichefin Susanne Hennig-Welzo, die nennt diesen Vorstoß asozial und sagt, man werde mit Zähnen und mit Klauen die Rechte der Rentnerinnen und Rentner hier verteidigen. Also schon sehr, sehr harte Worte. Das ist nicht überraschend, dass sich die Linken dagegen stellen, auch die Gewerkschaften. Aber auch in der Union gibt es Kritik an diesem Vorstoß. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der hat gesagt, eine Debatte jetzt über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Das sei der falsche Weg. Man müsse eher darüber reden, wie stabilisieren wir das Rentenniveau und wie stärken wir die private Förderung. Also das ist seine Vorstellung davon, wie man eben dazu beitragen kann, dass am Ende die Rente doch sicher ist. Wirtschaftswissenschaftler Prof. Axel Börsch einer der Protagonisten dieser Studie, die jetzt die Öffentlichkeit erreicht hat. Und ich habe es gerade zu meiner Kollegin gesagt, also noch ungünstiger hätte das ja gar nicht kommen können. Ich meine, das Thema ist ja eigentlich schon tot, bevor der Wahlkampf so richtig heiß geworden ist, weil sich keiner, höchstwahrscheinlich auch nicht die Regierungsparteien dazu bekennen werden und sagen, klar, Rente mit 68, da müssen wir hin. Also da sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen hier. Also wir reden über 68 in jetzt 21 Jahren. Das ist ein Vierteljahrhundert noch bis dahin. Und es ist doch völlig selbstverständlich, wenn wir immer länger und länger und länger leben, dann wird man auch ein wenig länger arbeiten müssen. Wir gehen ja gar nicht davon aus, dass man all die zusätzliche Lebenszeit, die wir gewinnen, arbeiten müssen, sondern dass man das vernünftig aufteilt, in etwas länger arbeiten und etwas länger Rente beziehen. Aber Sie haben ja die ersten Reaktionen letztendlich schon gehört. Mit Händen und Klauen wird verteidigt, was momentan rentenpolitisch bereits beschlossen ist. Das wird ein schwerer Gang. Naja, also ich würde mit Zähnen und Klauen verteidigen, was die jungen Leute zahlen müssen. Das muss ja irgendjemand zahlen. Die Rente fällt ja nicht vom Himmel. Und es geht ja darum, gerecht aufzuteilen zwischen den Älteren und den Jüngeren. Mehr Ausgaben können doch nicht nur auf Kosten der Jüngeren gehen. Die muss man doch auch mal im Blick haben. Ja, einerseits, da haben Sie natürlich recht. Reden wir mal über das, was passieren würde, wenn man Ihrem Vorschlag nicht folgt. Wo kommen wir denn da hin, Herr Börsch-Zupan? Ja, da müssen entweder die Beiträge zu steigen, zur Rentenversicherung. Das müssen die jungen Leute bezahlen. Oder man muss mehr Steuern reintun. Und im Augenblick bezahlen wir schon ungefähr ein Drittel. Ein Drittel des Bundeshaushaltes geht schon in die Rente. Wenn wir so weitermachen würden, dann wäre das in diesen 21 Jahren bis 2042 mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts. Da ist kein Geld mehr übrig für Klimaschutz, für Investitionen, für Ausbildung, für Schulen. Das geht doch einfach nicht. Da muss man die Realität schon anerkennen. Jetzt sagt aber, der Herr Scholz von der SPD ist alles Quatsch, was Sie da erzählen. Weil durch die Migration, durch die Zuwanderung sind wir über 43.000 Arbeitnehmer, die letztendlich in die Rentenkasse einzahlen. Also er zweifelt an, was Sie in Ihrem Gutachten als realistisch dargelegt haben. Dann möge er das bitte mal lesen. Denn wir gehen davon aus, dass auch weiterhin genauso viele Zuwanderer kommen wie in den letzten zehn Jahren. Schauen wir nochmal auf den bevorstehenden Wahlkampf. Was glauben Sie denn selbst die Regierungsparteien, wie die in Stellung gehen? Hätte man nicht tatsächlich mit diesem Gutachten warten sollen, warten können bis nach der Wahl? Selbst dann hätte es aus bestimmten Kreisen eh einen Aufschrei der Entrüstung gegeben. Also wir sind Wissenschaftler und keine Wahlkämpfer. Das ist ja nichts Neues, dass wenn man länger lebt, länger arbeiten müssen. Das wurde vor einem Jahr schon gesagt. Das wurde vor zehn Jahren schon gesagt. Und wir werden das auch nach der Wahl wieder sagen. Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, die Aufgeregtheit, die da im Augenblick ist, die spricht eher über die Nervosität der Wahlkämpfer als die tatsächliche demografische Realität an. Die ist ja nichts Neues. Herr Bösch-Stupan, ist nicht das eigentliche Problem, dass Politik immer versucht, auch gerade im Vorfeld von Wahlen Geschenke zu machen? Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Und gerade was das Thema Rente betrifft, dass letztendlich man unehrlich umgeht mit den Menschen, die letztendlich diese Rente auch erwirtschaften. Und noch unredlicher umgeht mit denen, und Sie haben es schon angesprochen, die in den Arbeitsprozess erst eintreten, um dann irgendwann für die, die in Rente sind, genau das zu erwirtschaften. Ja, da kann ich Ihnen nur recht geben. Also dazu gehört natürlich auch die Idee, dass man eine Haltelinie einbauen kann und dann kurzerhand der demografische Wandel verschwindet. Dass da reagiert die Politik ähnlich, wie sie auf den Klimawandel reagiert hat. Einfach mal die Augen zu und hoffen, dass bis zur Wahl niemand was merkt. Das funktioniert im Klimawandel nicht. Das merken wir immer mehr. Es funktioniert aber auch nicht bei der Demografie. Zugeschaltet war das aus München, der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Axel Börsch-Supan. Recht vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Erneut ist der Lebenslauf von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verändert worden. Es geht um ihre Tätigkeit als Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter zwischen 2005 und 2008. Sorgt also wieder einmal die grünen Kanzlerkandidatin für Diskussionsstoff. Denn es ist ja nicht die erste Richtigstellung, beziehungsweise Veränderung und Präzisierung. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kicken kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der grünen Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Die Liberalen halten die Maskenaffäre um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiter am Köcheln. Angesichts der Bundestagswahl sei es für einen Untersuchungsausschuss leider zu spät, aber ein Sonderermittler müsse die Affäre aufarbeiten. Die FDP vermutet nämlich noch mehr Fehler. Gestern hatte die SPD-Vorsitzende Esken Spahn den Rücktritt nahegelegt. Jens Spahn im Feuer der Kritik. In der Maskendiskussion verlangt die FDP einen Sonderermittler. Wir haben den Eindruck, bei den jetzt bekannt gewordenen Vorgängen um die Bestellung der Masken handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs, sagt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Auch die SPD zieht im Wahljahr die rote Karte. Spahn hätte Masken ohne Prüfsiegel an Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose verteilen wollen. Nur weil das SPD-Arbeitsministerium protestiert habe, sei dies nicht passiert. Wer Menschen in dieser Gesellschaft in zwei Klassen einteilt, diejenigen, die ein Anrecht haben auf korrekte Masken und welche, die eben auch mit nicht ganz hundertprozentig wirksamen Masken abgespeist werden, der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese Regierung. Es sollen wohl Masken gewesen sein, die zu Anfang der Pandemie in einer Hauruck-Aktion aus China kamen und nicht zertifiziert waren. Das Ministerium habe die Masken selber geprüft und für sicher befunden. Alles Wahlkampfgetöse der SPD, sagt Spahn. Manchmal hat man den Eindruck, das ist so wie manchmal beim Fußball. Wenn man beim Auswärtsspiel schon nicht gewinnen kann, dann tritt man der heimischen Mannschaft auch noch den Platz zumindest kaputt. Und das scheint mir im Moment so ein bisschen die Politik der SPD zu sein. Das SPD-Arbeitsministerium forderte eine TÜV-Prüfung. Und letztlich war das aber zu teuer. Verteilt wurden dann aber geprüfte Masken aus deutscher Produktion. Laut Kanzlerin versuche die SPD nur Schaden anzurichten. Die Vorwürfe hätten keinerlei Grundlage. Die Masken werden nun bis zum Verfallsdatum für einen Katastrophenfall eingelagert. Nach Verfall sollen sie vernichtet werden. Darauf haben sich Union und SPD einvernehmlich geeinigt. Ich wusste gar nicht, dass so ein Stück Fließstoff verfallen kann. Egal. Wir sind bei den Neuinfektionen für Deutschland, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Weiter rückläufig. Das RKI meldet. 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz 22,6. Außerdem verzeichnet das RKI aber. 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind in Deutschland verabreicht worden. Rückläufige Infektionszahlen, eine rückläufige Inzidenz, steigende Impfungen. Ich glaube, das ist dein Thema, Paul. Richtig getroffen. Und das ist sogar mal ein gutes Thema. Absolut. Die letzten Monate eigentlich immer nur schlechte Nachrichten von dieser Stelle. Aber inzwischen werden die Nachrichten immer besser. Und heute haben wir richtig gute auch im Gepäck. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal ganz allgemein. Natürlich schauen wir immer noch auf die Inzidenzen. Jeden Tag später dann auch auf den fortschreitenden Impfprozess. Aber jetzt ganz entscheidend eben die Meldung des heutigen Tages, dass jetzt auch erstmals zwei Landkreise eine Inzidenz von Null tatsächlich haben. Wir schauen mal drauf. Friesland. Wir haben oft über Friesland gesprochen in den letzten Wochen und Monaten, weil dort immer die niedrigsten Zahlen eigentlich zu finden waren. Das hängt natürlich auch eben mit der Bevölkerungsdichte zusammen. Generell mit der Bevölkerung insgesamt. Und Goslar auch inzwischen eine Inzidenz von Null. Das bedeutet in den letzten sieben Tagen eben keine Fälle. Man hofft, dass das so bleibt. Wir haben trotzdem auch nochmal die zwei am stärksten betroffenen Landkreise nochmal mit eingefügt. Und zwar zwei Brücken beispielsweise und eben auch Kronach in Bayern. Dort hat man eben so um die 80 oder eben um die 70. Das sind die höchsten Inzidenzen, die wir in Deutschland im Moment haben. Das ist ein Status, den man sich natürlich vor allem durch teilweise eben die starken Restriktionen dann über lange Zeit auch erarbeitet hat. Aber viele andere Faktoren spielen auch eine Rolle. Was wir jetzt noch sagen wollen, ist eben, alle Landkreise sind inzwischen unter 100er Inzidenzen. Fast alle unter der 50. Das ist auch unheimlich wichtig. Natürlich, weil daran viele Lockerungen beispielsweise geknüpft sind und 70 sogar tatsächlich unter der 10. Ein entscheidender Faktor neben den Inzidenzen war immer auch die Frage der Intensivbetten. Schauen wir da auch nochmal ganz kurz drauf. Dort sehen wir auch ein starkes Absinken inzwischen. Wir sind bei 1800 ungefähr. Also jetzt auch unter dieser Talsohle, die wir schon mal hatten vor einigen Wochen. Man hofft natürlich, dass es weiterhin dahin geht, dass wir am Ende vielleicht in diesen Sommereffekt, so wie wir es letztes Jahr eben auch hatten, dann reinkommen und da auch am besten bleiben. Und da müssen wir auf die Impfungen auch nochmal schauen. Das ist die entscheidende Frage, ob es danach vielleicht möglicherweise doch wieder hochgehen könnte oder nicht. Das ist die Karte des Dashboards des RKI. Da geht es um das Thema Impfen. Je dunkler, desto mehr Menschen sind geimpft. Das sind die Erstimpfungen und da sehen wir eben im Mittel fast 700.000 Impfungen pro Tag. Da hat man den Mittelwert der letzten sieben Tage genommen. Das bedeutet runtergerechnet acht Geimpfte pro Sekunde. Das ist natürlich nur ein hypothetisches Rechenbeispiel. 46 Prozent der Erstimpfungen sind im Moment schon gemacht. Man geht also auf diese 50 Prozent Marke zu. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum sind hier einige Bundesländer ziemlich dunkel? Also haben schon mehr geimpft als andere. Eigentlich müsste man doch eigentlich relativ gleichmäßig da die Impflieferungen bekommen. Das liegt wirklich an der jeweiligen Entscheidung auch der Gesundheitsbehörden, die Erstimpfungen zu priorisieren oder die Zweitimpfung, da was zurückzustellen oder eben nicht. Und deswegen sehen wir, wenn wir diese beiden Karten vergleichen, bei den vollständig Geimpften eben, dass dort beispielsweise eben auch Sachsen sehr weit schon ist, weil man einfach auf die Zweitimpfungen eher gesetzt hat. Also da klare Unterschiede, was die Erstimpfungen, was die Zweitimpfungen angeht, auch wenn sie nominell, prozentual gesehen eigentlich die gleiche Impfmenge zur Verfügung haben. Insofern schreitet das weiter voran. Dann ist natürlich die Frage, wann ist da der Engpunkt erreicht? Sind wir da bei 70? Sind wir da bei 80? Kommen wir vielleicht auch in einen Status, in dem Anreize geschaffen werden, so wie in den USA oder woanders auf der Welt? Manchmal hat man den Eindruck, man braucht diese Anreize, habe mich vorhin mit dem Taxifahrer unterhalten, ah, der war sich nicht so sicher, ob er oder ob er nicht. Wo ich gesagt habe, was willst du, dein normales Leben zurück oder darüber hadern, dass man nicht weiß, was drin ist? Paul? Ob man es für einen Kinogutschein da macht? Das weiß ich nicht. Ob das dann das Zünglein an der Waage ist? Dankeschön. So, ganz anderes Thema, vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Audi-Werk in Neckarsulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften standen bis zu anderthalb Meter hoch unter Wasser. In Rot, an der Rot im Kreis Biberach, ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses war er von den Wassermassen überrascht worden. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten die Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In mehreren Städten an Rhein und Ruhr rückten am Morgen Spezialkräfte der Polizei an. Wie hier in Leverkusen sind Häuser und Geschäftsräume in Zusammenhang mit Klärnkriminalität das Ziel. Spezialkräfte der Polizei durchsuchen rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Es werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt, sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei geht es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. So, die Generalprobe am Abend konnte sich durchaus sehen lassen. Die Nationalmannschaft nutzte den letzten Test vor Beginn der EM, um sich in Form zu spielen. 7 zu 1 gegen das, naja, eher zweitklassige Lettland. Aber im Spiel stimmte fast alles, was zuletzt eben noch nicht so ganz da war und das war auch dringend notwendig. Es geht doch. Generalprobe aber sowas von geglückt. Im letzten Test vor der Europameisterschaft gewinnt Deutschland mit 7 zu 1 gegen Lettland. Und das hochverdient. Spieler glücklich, Trainer glücklich und ja, auch die Fans glücklich. 1000 Zuschauer durften den Kantersieg im Düsseldorfer Stadion miterleben. Die Nationalelf zündete von Anfang an den Turbo und ging in der 19. Minute durch Robin Gosens in Führung. Der Dosenöffner, denn von da an spielte sich das Team in einen kleinen Rausch. Vor allem Champions-League-Sieger Kai Havertz punktete im Duell um einen Startplatz gegen Leroy Sané. Trainer Joachim Löw scheint also eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich seine Aufstellung gefunden zu haben. Und auch was von der Bankcom trifft, die Joker Timo Werner und Leroy Sané sorgten für den 7 zu 1 Endstand. Sollte die Turniermannschaft Deutschland also auch bei der EM so agieren, könnte sie mal wieder die Herzen der Fans gewinnen. Nicht nur die von der eigenen Familie. Auf jeden Fall war es mal wichtig, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ich denke, Jens Reupert in Düsseldorf pflichtet mir bei, dass man dieses Spiel eben so gewonnen hat, wie man es gewonnen hat, um mal zu zeigen, man kann es ja noch Fußball spielen. So ist es. Das war ein Ausrufezeichen zur richtigen Zeit. Das 7 zu 1. Der Kantersieg gegen Lettland. Man kann natürlich sehr viel diskutieren über Bedeutung und Nutzen von Testspielen. Unstrittig ist aber wohl das letzte Testspiel vor einem Turnier. Ganz egal, ob EM oder WM sehr wichtig ist für einen Bundestrainer. Er bekommt Einblicke, was gut funktioniert, wo man noch nachbessern muss. Das kann in einem Training nicht gelingen. Deshalb muss man spielen, auch wenn es mal die Nummer 138 der Fußball-Weltrangliste ist. Es war vorne eine ganze Menge möglich. Kombinationsspiel war gut, sehr aktiv. Die Offensivspieler im deutschen Team, es haben ja auch nahezu alle ganz vorne getroffen gegen Lettland. Und man hat vor allem auch gemerkt, dass die Rückkehrer sehr wichtig sind. Mats Hummels hat aus der Abwehr aus einiges gemacht, was das Spielsystem angeht der deutschen Mannschaft. Spielmacherqualitäten hat er aufgewiesen mit einer Außenrissvorlage. Es herrscht Gnabry perfekt bedient zum 5 zu 0. Und dann natürlich auch Thomas Müller enorm wichtig für die deutsche Mannschaft. Er hat sich sehr gut wieder eingeführt nach seiner Rückkehr. Also da lief vieles sehr, sehr gut, vor allem vorne. Die Frage ist nur, ob die Abwehr auch stabil ist, insbesondere dann, wenn es gegen die starken, die offensiven, die aktiven Franzosen geht. Pogba Mbappé, die werden natürlich die Deutschen hinter rein ziemlich unter Druck setzen. Die Dreierkette, die stand gestern recht gut. Und so soll es natürlich auch zum Auftakt der EM gegen Frankreich sein. Jens, danke schön nach Düsseldorf. Wir schauen zur Börse kurz nach 9 in Deutschland, 9,21 genau. Viola, wie sieht der Start aus heute? Ja, Verhalten, Thomas. Das hatte sich angedeutet angesichts der Vorgaben. Denn wir hatten ja gestern ein neues Rekordhoch beim DAX. Das hatten wir zuletzt schon ein paar Mal. Nach dem Rekordhoch wird dann erst mal durchgeatmet. Der eine oder andere nimmt dann vielleicht erst mal sein Geld vom Tisch. Und wir warten ab, wie sich das Inflationsgeschehen weiterentwickelt. Das ist ja eines der großen Themen, die uns im Moment hier so umtreiben. Und da werden wir am Donnerstag sehr genau schauen auf die entsprechenden Daten aus den USA und auf die EZB-Ratssitzung. Stichwort Geldpolitik, weil das ist ja letztlich das, was hinter den Inflationsängsten steckt. Nämlich die Frage, wie lange bleibt die Geldpolitik, sowohl der FED als auch der EZB, noch so ultra locker. Jetzt im Moment geht es gerade um zwei Pünktchen aufwärts für den DAX. Damit stehen wir bei 15.678. Zählern gestern, das Rekordhoch lag bei 15.732. Schauen wir mal, was heute dann so drin ist. Jetzt schauen wir erst mal auf die Gewinnerseite. Und da sehen wir einige Aktien, die gestern nicht so gefragt waren, die können heute dann ein Stück Boden wieder gut machen. Also wir sehen zum Beispiel Delivery Hero hier mit dabei, aber auch Energieversorger wie RWE. Die Merk-Aktie sehen wir auf einem Rekordhoch heute. Ansonsten haben wir noch Fresenius und den anderen Energieversorger im DAX, also E.ON auch im grünen Bereich. Jetzt schauen wir ans andere DAX-Ende und da sehen wir eben einige Aktien, die zuletzt sehr gut gelaufen waren. Die Autobauer zum Beispiel, die waren europaweit ganz schön gefragt gewesen zeitweise. Und gerade auch im DAX ging es da bei einigen Aktien ziemlich ab. Jetzt geben sie mal so ein bisschen ab, zum Beispiel bei Volkswagen und Daimler. Aber auch Covestro im Moment, Heidelberg, Zement und Adidas gerade mit Abschlägen unterwegs. Viola, danke schön nach Frankfurt. Ja, Mirjam, bist du schon da? Ja, ist das lauschig. Was hast du denn für die Übergabe? Ja, ich habe nur einfach mal so in Zeit und Raum gerufen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich meine, zum Glück Licht hier, aber da möchte man tauschen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, oder? Guck mal, warte mal, ich gehe mal kurz weg. Schön, oder? Auch schön. Ich bin in See, das ist das einzige, das ist das einzige, das ist das Einzige. Ja, fast schöner, fast schöner. Also irgendwie war da was Störendes im Bild. Ja, auch schön. Ich komme mal wieder ins Bild. Jetzt, halt, halt. Das hast du nicht ehrlich gesagt. Du musst doch ein bisschen... Nein, habe ich nicht gesagt. Wenn man flirten kann, haben Sie gemerkt, ne? Absolut. Das Wetter, bitte. Beste Sicht aufs Wetter mit Jolly City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Pass auf, Thomas, dass ich das mal sagen würde. Wo ist denn der Hedler, wenn man ihn braucht? So, jetzt zeige ich Ihnen die Wetter. Vormittag, jetzt eigentlich den Vormittag. Und da sehen Sie schon, für die meisten geht es ganz entspannt und ruhig in den Tag. Aber es gibt auch jetzt schon ein bisschen Schauer und ein paar Regentropfen, die da runterkommen, Richtung Freiburg zum Beispiel ist ein bisschen was unterwegs, Richtung Fulda, beziehungsweise östlich von Fulda, ist auch ein bisschen was am Start. Und ansonsten kommt die Sonne immer mehr zum Zuge, heute Vormittag. Dann aber im Laufe des Tages, und das sehen Sie auf der Vorschau ganz schön, da brodelt sich schon wieder was zusammen. Unwetter vor allem in der Mitte, aber auch im Süden, genau wie in den vergangenen Tagen. Es hat sich zwar etwas an der insgesamten Wetterlage verändert, es hat sich aber nichts daran geändert, dass es heute nochmal richtig brodelt und kocht. Richtung Nordosten, auch Richtung Schleswig-Holstein, der meiste Sonnenschein mit bis zu 14 Stunden bei uns übrigens. Der Nachmittag dann, wie Sie sehen, mit vielen Ausrufezeichen gekennzeichnet, da Sie da nochmal auf sich aufpassen müssen. Ansonsten machen die Wolken sich meistens dünne und die Sonne kommt zum Vorschein und zeigt sich eigentlich ausgiebig. Bei 28 Grad zum Beispiel in Leberlin, 25 Grad heute in München, 24 in Köln, 24 auch in Hamburg. Aktuell habe ich schon 18 in Schleswig-Holstein, in Berlin sind es aktuell 23 Grad, die Sie da schon haben. Die weiteren Aussichten, morgen nochmal so ähnlich wie heute, das heißt in der Mitte und auch im Süden nochmal Gewitter. Am Donnerstag zieht sich das Ganze Richtung Süden zurück. Immer mehr kommt die Sonne zum Zuge und am Wochenende ruhiges, entspanntes Sommerwetter. Bis zu 30 Grad. Beste Sicht aufs Wetter mit Johnny Settin. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Immer wieder schön mit Frau Pede. Das, was jetzt kommt, überhaupt nicht schön. Berater der Bundesregierung haben massive Finanzierungsprobleme bei der Rente ausgemacht. Jetzt gibt es einen Vorschlag. Rente mit 68. Gewerkschaften Grüne und Linke laufen natürlich Sturm. Zum Thema gleich mehr. Bleiben Sie dran. Es ist ein erneuter Schlag gegen die internationale Kriminalitätsszene. Weltweit durchsuchten Einsatzkräfte in einer groß angelegten Razzia Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern. Mehr als 100 Standorte wurden durchsucht. Und dabei kam es auch zu zahlreichen Festnahmen. Schwerpunkt des Einsatzes waren illegale Drogengeschäfte. Großrazzien in Deutschland, wie hier in der Ruhrgebietsmetropole Essen, durchkämmen schwer bewaffnete SEK-Kräfte Privathäuser und Lagerhallen von Verdächtigen. Stellen Beweise sicher, darunter auch eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen. Wir haben geschlafen um sechs Uhr morgens und dann sind wir vom riesenlauten Knall wach geworden. Erstmal sehr befremdlich natürlich, sehr komisch. Derjenige, der da vorher gewohnt hat, der wurde auch von der Polizei abgeführt. Neben Nordrhein-Westfalen gab es weitere Razzien auch in Hessen. Dabei soll es ebenfalls zu Festnahmen gekommen sein. Einzelheiten wollte die Polizei noch nicht herausgeben. Im Fokus der Ermittlungen die mutmaßlichen Drahtzieher internationaler Drogengeschäfte. Ihnen waren die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem sie zuvor monatelang Nachrichten eines eigentlich verschlüsselten Kryptochats ausgewertet hatten. Eine Art WhatsApp der Unterwelt, in der sich tausende Kriminelle austauschen und zu illegalen Geschäften verabreden. Doch dem amerikanischen FBI war es gelungen, das System zu knacken und die Nachrichten live mitzulesen. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mit zu protokollieren. Das ganze Ausmaß der Aktion wird wohl erst im Laufe des Dienstags sichtbar, wenn die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag Einzelheiten zur Aktion bekannt geben will. Gemeinsam mit Vertretern des amerikanischen FBI's sowie Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden und Australien. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Berater der Bundesregierung haben massive Finanzierungsprobleme bei der Rente ausgemacht. Ihr Vorschlag Rente mit 68 Gewerkschaften und Grüne laufen Sturm. Die Linke natürlich auch. Die neue Maskenaffäre ist für Gesundheitsminister Jens Spahn noch nicht ausgestanden. Die FDP fordert jetzt einen Sonderermittler. Sie lassen sich nicht aufhalten. Eine Herde Wildelefanten marschiert auf chinesische Millionenmetropole Kunming zu. Willkommen und guten Morgen. 100 Milliarden Euro in diesem Jahr und Jahr für Jahr wird diese Summe größer. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier gefunden haben. Die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit. Und das heißt länger arbeiten bis 68. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sehe es bei der Rente eigentlich ganz gut aus. Denn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das liegt daran, dass wir jetzt 83 Millionen sind, 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also eine völlig andere Welt, als die viele uns vorhergesagt haben. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Im Moment gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl. Und auch der DGB kündigt Widerstand an. Vorstandsmitglied Anja Piel zu den Vorschlägen. Ziel sei Renten drastisch kürzen, Sozialstadt abbauen und Alterssicherung privatisieren. All das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. In Sachsen-Anhalt brechen Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten jedoch ab. Tja, da dachte man, es wird ganz einfach für Rainer Haseloff. Ist jetzt aber nicht, weil, wie gesagt, die potenziellen Kandidaten abspringen Lena Mosel vor dem Kanzleramt. Und jetzt? Naja, sie springen nicht ganz ab. Sie sagen nur relativ selbstbewusst Nein zu einer jeweiligen Koalition, nämlich zu der, bei der die SPD beteiligt wäre. Da wäre man nämlich nicht gebraucht. Weder die Grünen noch die FDP, du hast es gerade ja selbst gesagt, SPD und CDU kommen auf eine ganz knappe Mehrheit. Einen Sitz hätte man insgesamt mehr. Und da hört man so ein bisschen den Tenor von beiden Seiten. Die FDP sagt, man will eben nicht das Reserverat sein. Nein, das ist sicherlich auch ganz leicht nachzuvollziehen. Denn in Koalitionsverhandlungen, da wäre das natürlich keine starke Verhandlungsposition. Wenn man weiß, man ist eigentlich rein rechnerisch gar nicht gebraucht. Man bietet quasi den Puffer, damit einfach eine größere Mehrheit geschaffen wird. Da hat man nicht die größte Verhandlungsmöglichkeit. Und dem widersetzen sich dann quasi die Grünen und die FDP. Aber ein Jamaika-Bündnis beispielsweise. Das halten beide ja noch offen. Und eben ansonsten bliebe noch die Möglichkeit von CDU und SPD gemeinsam, ohne die beiden anderen dann zu regieren. Lena, in normalen Zeiten, unter normalen Umständen wäre es vielleicht eine Randnotiz. Ja, man kann sich schon mal vermahlen, verschreiben im eigenen Lebenslauf. Es sind aber keine normalen Zeiten. Und sie ist auch noch Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock. Und jetzt musste sie schon mehrfach die Feder an den Lebenslauf legen lassen. Ja, das sind keine normalen Zeiten für sie. Vor allen Dingen ist es eben auch kein normales Amt, um das sie sich bewirbt. Da muss man schon davon ausgehen, dass das getestet wird, geprüft wird. Jeder einzelne Fakt auf die Goldwaage gelegt wird und überprüft wird von den Gegnern, den politischen aus den anderen Parteien. Man muss sich wirklich schwer wundern, wie viele Fehler sich da nach und nach auftun im Lebenslauf von Annalena Baerbock. Du hast es angesprochen. Jetzt gab es schon wieder Änderungen. Dagmar Böning, fass dann mal zusammen. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man ein Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kitten kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Ja, und wer nach außen hin besonders viel Wert auf Werte legt, wie Gerechtigkeit und Fairness, der wird natürlich auch besonders darauf, ja, danach dahingehend geprüft. Und so merkt man auch in den Umfragen, dass die Grünen und vor allen Dingen eben auch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock das schon zu spüren bekommen, dass es da die ein oder andere Ungereimtheit in ihrem Lebenslauf gab in den vergangenen Wochen. Lena, Dankeschön vor das Kanzleramt. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Spahn hin, sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung sein, aber trotzdem sicher. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit ist zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt will Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Eine wandernde Elefantenherde sorgt in China weiterhin für Aufsehen und entsprechende Bilder, denn die Tiere haben in dieser Woche eine Metropole erreicht und bereits jetzt einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Eine Mauer aus Lastwagen soll die Häuser und Menschen nun vor den Tieren schützen. Andreas Büttner Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. Die in der Wildnis lebenden Elefanten haben bereits am 16. April ihre Heimat verlassen und sind seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Doch die Herde hat bereits jetzt einen Schaden von mehr als einer Million Euro angerichtet und 56 Hektar Land zerstört. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den Konflikt zwischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlau. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an, doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. So, gleich in der Sendung. Die Operation gegen die Drogenszene bezeichnet Europol als einzigartig. Allein in Deutschland durchsuchten die Ermittler über 100 Objekte. Nun werden Details bekannt gegeben und die gibt es auch gleich hier bei uns. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Der Fokus der Ermittlungen, die mutmaßlichen Drahtzieher internationaler Drogengeschäfte. Ihnen waren die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem sie zuvor monatelang Nachrichten eines eigentlich verschlüsselten Kryptochats ausgewertet hatten. Eine Art WhatsApp der Unterwelt, in der sich tausende Kriminelle austauschen und zu illegalen Geschäften verabreden. Doch dem amerikanischen FBI war es gelungen, das System zu knacken und die Nachrichten live mitzulesen. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mit zu protokollieren. Das ganze Ausmaß der Aktion wird wohl erst im Laufe des Dienstags sichtbar, wenn die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag Einzelheiten zur Aktion bekannt geben will. Gemeinsam mit Vertretern des amerikanischen FBI sowie Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden und Australien. Christian Schmidt, der ist in Essen. Wir haben es gerade gehört, einer der Hotspots, dieser Razzien-Hotspots war Essen. Was hieß denn das gestern für die Stadt und möglicherweise auch heute noch? Ja, hier in Essen, wo ich stehe, vor diesem Bürogebäude stürmten gestern Spezialeinheiten der Polizei hier in die Tür rein. Man sieht das, die haben diese Fenster aufgesprengt und haben dann eine Cannabis-Plantage gefunden mit wirklich großem Ausmaß. 1.000 Cannabis-Pflanzen wurden sichergestellt, ein ganzes Belüftungssystem dazu, spezielle Beleuchtung, solche Lampen, die man braucht, um diese Pflanzen hochzuziehen. Ein ganzer Lkw voll wurde mit Beweismitteln sichergestellt. Und ihr habt es eben angesprochen, hier in Essen, diese Razzia war nur eine von insgesamt 100 Razzien, die weltweit gestern stattgefunden haben. Herr Christian, jetzt hat man Beweismittel, aber hat man denn auch die Personen, die letztendlich verantwortlich dafür sind? Ja, das wird sich gleich zeigen. Europol will um 10 Uhr weitere Details rausgeben. Man hat hier in Essen gestern zwei Menschen festgenommen. Es gab in Frankfurt eine spektakuläre Festnahme. Da sind wir selber ganz gespannt, was gleich rauskommt. Und klar ist, es geht um diese Krypto-Chats, diese Krypto-Handys. Ja, man sagt salopp, das ist sozusagen das Kommunikationssystem der Unterwelt. Und dieses hat man ja geknackt in den USA. Dem FBI ist es gelungen, konnte dann über Monate die Kommunikation verfolgen, wusste genau, was man vorhatte. Und dann gab es eben gestern diesen Schlag in über 16 Ländern, in den USA, in Australien, in den Niederlanden und eben hier in Deutschland. Im Raum Frankfurt war das und hier im Essener Raum. Und ja, da sind wir gespannt, was ans Licht kommt. Also es geht wohl nicht nur um Drogengeschäfte, sondern wohl auch um Waffenhandel. Auch von Kriegswaffen war mal die Rede und Menschenhandel. Weiteres dann ab 10 Uhr bei Europol. Christian, Dankeschön nach Essen. Tja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann sein, muss jetzt aber auch nicht. Mit anderen Worten, vielleicht ja, vielleicht auch nein. Also offiziell wird der UFO-Bericht der US-Regierung in zweieinhalb Wochen veröffentlicht. Teile davon sind ja schon im Netz zu sehen gewesen. Beweise für Außerirdische gibt es nicht. Aber ausgeschlossen werden können sie jetzt auch nicht. Was gefällt ihnen besser? Diese Aufnahmen bereiten den US-Militär seit Jahren Kopfzerbrechen. Unidentifizierte fliegende Objekte. Oh mein Gott, es rotiert ruft der Air Force-Pilot. Erst im letzten Jahr veröffentlichte das Pentagon bis dahin geheim gehaltene Aufnahmen. 120 solcher Sichtungen durch das Militär gab es seit 2001. Und die, die es live erlebt haben, bleiben bis heute dabei. Das war außerirdisch. Wir waren zu viert in der Luft und haben das Ding fünf Minuten lang beobachtet, erzählt der Ex-Pilot Dave Fravor. 2014 war er mit seiner F-18 westlich von Kalifornien unterwegs, als er das sah. Ich bin drauf zu und es stieg immer höher. Als es direkt vor mir war, verschwand es schlagartig. Waren es also UFOs? Der US-Bericht schließt das nicht aus, hält es aber auch für möglich, dass China oder Russland dahinter stecken, die seit Jahren an Überschalltechnologie arbeiten. Doch könnten solche Flieger auch Hakenschlagen die Richtung ändern? Zweifel bleiben. Die Sicherheit unseres Luftraums, unseres Personals sind für den Präsidenten extrem wichtig. Und das gilt für identifizierte und unidentifizierte Objekte. Zwei Drittel aller Amerikaner sind übrigens überzeugt, es gibt Leben auf anderen Planeten. Und 45 Prozent sind der Meinung, es gibt UFOs. Und sie haben uns auch schon besucht. Aber die haben keinen Bock auf die Menschen, bestimmt nicht. Sonst wären sie ja schon mal anklopfen gekommen, oder? Aber dass es Außerirdische gibt, das wissen wir spätestens seit ET. Ist doch so, Mirjam, oder? Absolut, absolut. Das siehst du. Wussten wir davor auch schon, du und ich. Ich habe gerade darüber nachgedacht, da war ganz was anderes, ob ich so richtig krass drauf bin und meine Ärmel hochkriegt. Hast du mir jetzt aber ein bisschen zu freizügig, wenn du die Ärmel hochkrempelst. Also mag ja jetzt warm sein, aber ich meine, wir sind im Fernsehen. Oder? Oder? Ja, das ist mir auch zu krass. Ich habe noch keine 30 Grad, ich bleibe noch langärmlich. Mach mal das Wetter, komm. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, dass wir quasi die gleiche Wetterlage haben wie gestern. Das sehen Sie auch auf der Vorschau, auf dem Vorschaufilm für Europa. Da sehen Sie überall so ein paar Niederschläge, wenige, aber da kommt noch ein bisschen was bei uns an. Und Sie sehen auch sehr gut, dass die Intensität im Laufe des Tages immer mehr zunimmt. Und das bedeutet für uns, dass wir erstmal lockerflockig in den Tag reingekommen sind mit so ein paar Schauer Richtung Freiburg. Aber ansonsten war es eigentlich nur hier und da mal bedeckt oder einfach sonnig gleich von Anfang an. Aber im Laufe des Tages brodelt es wieder ordentlich, gerade in der Mitte, aber auch im Süden kommen wieder ordentliche Gewitter zustande. Mit Starkregen, mit Sturmböen, mit Platzregen und mit Hage zum Teil. Also das, was Sie aus den vergangenen Tagen kennen, das haben wir auch heute nochmal, übrigens morgen auch nochmal. Aber erstmal zu den Temperaturen. 28 Grad heute in Berlin, bei Ihnen einfach ein feiner Sommertag, 10, 12 Stunden Sonnenschein. Hier oben bis zu 24 Grad bei 14 Stunden Sonnenschein. Ansonsten gerne auch mal 25 Grad wie in München und 24 Grad in Köln. Und dann die weiteren Aussichten. Morgen nochmal so ähnlich wie heute und auch nochmal im Osten mit am schönsten und im Norden. Am Donnerstag ziehen sich die Gewitter Richtung Süden zurück und dann am Freitag Sonnabend und Sonntag und sowieso auch in der nächsten Woche. Schöne, herrliche, entspannte Sommertage für uns alle. Schön so. Danke. Beste Sicht aufs Wetter mit Johnny City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. So, wir haben es gerade gehört. Weltweite Razzien hat es gegeben gegen das organisierte Verbrechen. Europol will dazu gleich weitere Einzelheiten bekannt geben. Diese Pressekonferenz, die gibt es dann auch live hier bei Welt. Bleiben Sie dran. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet. Jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon-Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landesschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er... ... ... ... ... ... ... Hallo, ganz herzlich willkommen hier bei Welt am Dienstagvormittag. Weltweit gab es gestern Razzien gegen die Drogenszene. Durchsuchungen gab es sowohl in Europa unter der Koordination von Europol als auch außerhalb Europas. Ermittler in Den Haag und in Hessen wollen jetzt gleich über die Ergebnisse dieser Razzien berichten. Und alleine in Deutschland hatten die Einsatzkräfte der Polizei am Montag über 100 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht. Unter anderem auch in Essen. Und bevor wir uns jetzt weitere Informationen über diese Durchsuchungen von dieser Pressekonferenz erhoffen, blicken wir mal nach Essen zu unserem Reporter Christian Schmidt. Christian, was genau ist da gestern passiert? Ja, hier in Essen haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei gestern ein Bürogebäude gestürmt. Spektakulär haben sie hier die Fenster aufgesprengt und dann eine Cannabis-Plantage entdeckt. Die hatte wirklich ein großes Ausmaß. 1000 Pflanzen wurden sichergestellt. Dazu ein ganzes Belüftungssystem, spezielle Lampen, die man hier braucht, um solche Pflanzen hochzuziehen. Das war nachher eine ganze Lkw-Ladung voll an Beweismitteln, die sichergestellt wurde. Ja, und ihr habt es gerade angesprochen, es war nur eine Razzia von insgesamt 100 Razzien weltweit. Also wirklich ein unglaubliches Ausmaß. Was war das denn denn das Besondere an dieser Aktion gestern? Das sind eben diese Krypto-Chats. Man sagt salopp, es ist der Telekommunikationsdienst der Unterwelt wie ein Messenger-Dienst. Der wurde halt entschlüsselt, geknackt vom FBI in den USA. Da hat man sich reingehackt und zum Teil mitgelesen und kam so an die Informationen. Und konnte dann gestern in 100 Orten zuschlagen, weltweit in 16 Ländern, in den USA, in Australien, in Schweden, den Niederlanden und eben auch zum Großteil in Deutschland. Im Raum Frankfurt, da gab es eine spektakuläre Festnahme. Dann hier halt im Raum Essen. Auch hier wurden zwei Menschen festgenommen. Und das Ganze soll nicht nur im Drogengeschäft verankert sein, sondern es soll teilweise auch um Menschenhandel gehen, um Waffenhandel. Das zeigt, welches Ausmaß das Ganze angenommen hat. Auch wie Kriminelle heutzutage operieren, wie sie international verstrickt sind. Und da hat natürlich die Polizei gestern auch ein Zeichen gesetzt. Insofern, dass man mit dieser Aktion... Dankeschön, Christian. An dieser Stelle unterbrechen wir dich. Du siehst es nicht, liebe Zuschauer, Sie sehen es. Denn es ist bereits ein Mann von Europol vor das Mikrofon getreten. Und wir wollen mal reinhören, wie die aktuellen Ermittlungsergebnisse zu diesem Fall laufen. Linda Staaf, Polizeihauptkommissarin in der Aufklärungseinheit der schwedischen Polizei. Janine van der Bach, Polizeihauptkommissar der Zentraleinheit der Bundespolizei. Jennifer Turister von der australischen Polizei und die stellvertretende Einsatzleiterin der Drogenermittlungsbehörde in Australien. Und Sie sehen es, liebe Zuschauer. Da wird noch einiges organisiert. Das war ein Fototermin und jetzt geht es dann auch los mit der Pressekonferenz. Wir sind gespannt und hören rein. An den Exekutivdirektor von Europol, Jean-Philippe Lecouf. Bitte schön, Herr stellvertretender Direktor, Sie haben das Wort. Danke, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Polizeibehörden, meine Damen und Herren. Als stellvertretender Leiter für die Einsätze von Europol ist es nun meine Ehre und auch mein Vergnügen, Sie heute hier zu begrüßen. Zu unserer Pressekonferenz, zu unserer Pressekonferenz, zu dem Einsatz Taskforce Greenlight. Diese polizeiliche Einsatzaktion ist durch den globalen Einsatz außerordentlich. Es ist eine Koalition von internationalen Polizeibehörden aus 16 Ländern, geführt von den USA und zwar durch das FBI, die niederländische Bundespolizei, die schwedische Polizei in Zusammenarbeit mit der Polizeibehörde der UNO und mit der Unterstützung von Europol, der europäischen Polizeibehörde. Es ist wichtig, unsere gesamten internationalen Partner zu nennen. Australien, Österreich, Kanada, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Ungarn, Litauen, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Schottland, Schweden, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich möchte Ihnen allen für Ihre Zusammenarbeit danken, indem Sie diesen Einsatz zu einem großen Erfolg machten. Diese starke internationale Koalition beweist, dass wir ein globales polizeiliches Netzwerk von vertrauensvoll zusammenarbeitenden Partnern brauchen, um wirklich die schwer kriminellen Netzwerke zu bekämpfen. Dieses internationale Bündnis wird mit der fortgesetzten Unterstützung von Europol bzw. hat ausgeführt eine der am raffiniertesten eingefädelten Einsätze im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Die Einsatzgruppe Greenlight, Grünes Licht und Further Shield war eine versteckte polizeiliche Ermittlungsarbeit, welche sich auf global agierende kriminelle Netzwerkbedürfnisse stützte. Sie brauchten eine verschlüsselte Kommunikation. 2018 hat das FBE eine neue verschlüsselte Plattform entwickelt unter dem Namen Anorm. Ich muss daran erinnern, 2020 wurde die Ankor-Chat-Plattform durch eine gemeinschaftliche Ermittlungsbehörde aufgedeckt, wurde durch französische, niederländische und Europolbehörden. Im März 2021 wurde das Sky ECC-Netzwerk durch ein belgisch, französisches und holländisches Ermittlungsteam aufgedeckt, erneut mit Unterstützung von Europol. Nach diesen bedeutenden Enthüllungen suchten die kriminellen Netzwerke nach einer Alternative. Und hier kam nun Anorm, diese verschlüsselte Plattform, unter der Steuerung der FBI ins Spiel kam. Dieses Vakuum konnte gefüllt werden, nachdem die Vorgängerplattformen aufgedeckt worden waren. Meinen FBI-Kollegen möchte ich nun bitten, die Einzelheiten zu erläutern. Die Zahlen sind aber beeindruckend. Mehr als 12.000 verschlüsselte Geräte, verwendet von mehr als 300 kriminellen Syndikaten, benutzt in mehr als 100 Ländern tätig. Mehr als 27 Millionen Botschaften, die erhalten und versandt worden sind, in einem Zeitraum von 18 Monaten. Diese Informationen haben in der letzten Woche dann zu Hunderten von polizeilichen Einsätzen weltweit geführt, von Neuseeland und Australien nach Europa und den USA. Mit beeindruckenden Ergebnissen, mehr als 800 Festnahmen, mehr als 700 Standorte durchsucht, mehr als 8 Tonnen Kokain sichergestellt. Meine Damen und Herren, was sind nun die Lehren aus diesem Einsatz? Erstens, in unserer digitalen Welt verwenden Kriminelle für illegale Zwecke alle möglichen digitalen Werkzeuge, insbesondere Verschlüsselungstechnologien, um ihre Kommunikation vor der Polizei, vor der Überwachung, vor der Online-Kontrolle und Offline zu verstecken. Wie wir das kürzlich in unserem Flagship-Bericht dargestellt hatten von Europa, hat Sokta 2020, dieser Bericht hat festgestellt, verschiedene Dienstleister haben gesicherte und verschlüsselte Plattformen für verschlüsselte Informationsaustausch angeboten, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Kriminellen. In der Folge dessen haben die Polizeibehörden in der EU und weltweit nun die Aufgabe, diese kriminellen Netzwerke und ihre versteckten Aktivitäten aufzudecken. Beeindruckende Massen von Informationen und Botschaften sind in Ankojet, Sky ECC und jetzt Greenlight in diesen drei Einsätzen aufgedeckt worden. Die international zusammenwirkenden Polizeibehörden haben hier eine außerordentlich tiefgehende Einsicht gewonnen und können viele weitere daraus sichergebende Ermittlungen durchführen. Zweitens, es hat sich auch gezeigt, dass kriminelle Netzwerke im 21. Jahrhundert viel flexibler und viel geschickter vorgehen als früher. Deshalb brauchen wir diesen Top-Down-Ansatz, in dem wir nicht nur ein Netzwerk untersuchen, sondern stattdessen die technische Infrastruktur durchleuchten, so wie die internationale Kooperation es hier vorgemacht haben. Wir brauchen diesen Top-Down-Ansatz. Europol hat hier dieses innovative Konzept bahnbrechend eingeführt, indem man eben auf die großen Fische abzielt. Indem man diese Verwicklung von verschiedenen Akteuren in kriminellen Machenschaften aufdeckt, können wir die Individuen ausfindig machen, die dann auch hochwertige Zielpersonen für uns darstellen. Dadurch können wir wirklich die entscheidende Infrastruktur ermitteln und sie dadurch eher stören und lahmlegen. Drittens, Greenlight, dieser Einsatz unterstreicht noch einmal die Wichtigkeit unserer internationalen Partnerschaften mit Polizeibehörden in der EU, in den USA und durch operative Abkommen mit den USA, mit Australien, mit Neulasseeland und anderen Polizeibehörden in aller Welt. Europol hat eine herausragende Position als die zentrale EU-Polizeibehörde, um internationale Operationen dieser Art durchzuführen. Hier werden Erkenntnisse aus der nationalen Polizeiarbeit verschiedener Länder zusammengeführt mit Ermittlungsergebnissen anderer Behörden, die in unseren Datenbanken verwahrt werden. Es ist unsere Rolle, komplexe europäische und internationale Einsätze zu koordinieren und zu steuern. Wir tun das mit unserem größten internen Netzwerk von internationalen Verbindungsbeamten hier in unserem Tower, in unserem Hauptquartier in Den Haag, Europol. Als die zentrale europäische Polizeibehörde war stolz darauf, diesen Einsatz mit zu unterstützen und möchte hier volle Anerkennung für die Zusammenarbeit der verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten und der Partnerländer aussprechen. Für dieses durch und durch erfolgreiche Vorgehen gegen die schwere internationale organisierte Kriminalität. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Steuvertretender, der Exekutivdirektor von Europol, Jean-Pierre LeCouf. Ich möchte nun auf das Podium Calvin Schivers als Vertretung der FBI-Polizeibehörde in den USA. Herr Schivers, bitte. Vielen Dank. Guten Morgen und danke, dass Sie gekommen sind. Der Kampf gegen das internationale organisierte Verbrechen steht ganz oben auf der Prioritätenliste der FBI-Beibehörde und unserer internationalen Partner. Häufig werden von den Kriminellen verschlüsselte Nachrichtendienste verwendet. Diese Plattformen helfen den Kriminellen, ihre Aktionen zu erleichtern und zu koordinieren. Drogenhandel, Mord, Korruption, Geldwäsche und viele andere Verbrechen, die weltweit begangen werden. Durch unsere Operation Trojanischer Schild haben wir das FBI mit unseren Partnern wirklich vermocht, einige Tische umzustürzen und die normalen Abläufe wirklich bei diesen kriminellen Aktivitäten zu verhindern. Über die letzten 18 Monate haben wir mit Kollegen in mehr als 100 Ländern mehr als 300 Verbrecher auswendig gemacht. Wir haben verschlüsselte Geräte genutzt, die es ermöglichten, diese Vorgänge zu beobachten. Nicht nur hörten wir bereits von der Zahl der Festnahmen und der Sicherstellung. Es gab mehr als 100 Mordkomplotte, die damit verhindert werden konnten. Um nun den Umfang dieser Durchdringung klarzumachen, wir konnten sogar Fotos sehen von Hunderten von Tonnen Kokain, die in Obstkisten versteckt waren. Wir haben Hunderte von Kilo von Kokain gesehen, die in Dosen verpackt waren. Der Erfolg dieser Operation Trojanischer Schild ist das Ergebnis von bahnbrechender Innovation, von Engagement und bisher nie dagewesener internationaler Zusammenarbeit. Die Ergebnisse sind wirklich geradezu atemberaubend. Hunderte von Festnahmen in den teilnehmenden Ländern, die Sicherstellung von mehr als 6 Tonnen Kokain, Tonnen von Haschisch und Marihuana, 2 Tonnen von Metamphetaminen und mehr als 184 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen. Das Verbrechen dringt immer weiter über nationale Grenzen vor. Die polizeiliche Zusammenarbeit muss dasselbe betonen. Trojanischer Schild ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn internationale polizeiliche Zusammenarbeit weltweit erfolgt. Wenn man wirklich die neuesten und letzten Methoden und Verfahren einsetzt, um kriminelle Machenschaften, die über die Landesgrenzen weggehen, aufzudecken und zu zerstören. FBI ist äußerst dankbar gegenüber unseren Partnern. Wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche Zusammenarbeit gegen kriminelle Organisationen, die uns alle bedrohen, fortzusetzen. Vielen Dank. Soweit also die Pressekonferenz von Europol und dem FBI. Also 16 Länder kooperieren unter der Leitung des amerikanischen FBI, um schwer kriminelle Netzwerke zu bekämpfen und aufzudecken. Und gestern hatte es dazu auf der ganzen Welt Razzien gegeben. Und die Bilanz, das hat das FBI gerade nochmal bekannt gegeben, die kann sich sehen lassen. Es gab hunderte Festnahmen, außerdem wurden tonnenweise Drogen beschlagnahmt, unter anderem Kokain und Haschisch. Drei Monate vor der Bundestagswahl sorgt ein brisanter Vorstoß für Schlagzeilen. Berater der Bundesregierung haben eine Rentenreform vorgeschlagen. Länge arbeiten und zwar bis 68. Denn die Einzahlungen in die Rentenkasse, die decken die laufenden Ausgaben nicht mehr. Die Lösung dafür soll jetzt laut einer Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier die Koppelung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit sein. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sehe es bei der Rente eigentlich ganz gut aus. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das liegt daran, dass wir jetzt 83 Millionen sind. 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das ist also eine völlig andere Welt, als die viele uns vorhergesagt haben. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Im Moment gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl. Und auch der DGB kündigt Widerstand an. Vorstandsmitglied Anja Piel zu den Vorschlägen. Ziel sei Renten drastisch kürzen, Sozialstadt abbauen und Alterssicherung privatisieren. All das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Rainer Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben jetzt auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre. Das sagte der Grünen-Landesschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition die Arbeit nicht vorsetzen kann. Hintergrund ist, dass CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Einer Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Der Vorwurf nun, er habe geplant, minderwertige Masken an Benachteiligte zu verteilen. Angesichts der Bundestagswahl sei es für einen Untersuchungsausschuss leider zu spät. Aber ein Sonderermittler müsse die Affäre aufarbeiten. Das fordert nun zumindest die FDP. Die Liberalen vermuten nämlich noch andere Versäumnisse. Jens Spahn im Feuer der Kritik. In der Maskendiskussion verlangt die FDP einen Sonderermittler. Wir haben den Eindruck, bei den jetzt bekannt gewordenen Vorgängen um die Bestellung der Masken handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs, sagt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Auch die SPD zieht im Wahljahr die rote Karte. Spahn hätte Masken ohne Prüfsiegel an Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose verteilen wollen. Nur weil das SPD-Arbeitsministerium protestiert habe, sei dies nicht passiert. Wer Menschen in dieser Gesellschaft in zwei Klassen einteilt, diejenigen, die ein Anrecht haben auf korrekte Masken und welche, die eben auch mit nicht ganz hundertprozentig wirksamen Masken abgespeist werden, der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese Regierung. Es sollen wohl Masken gewesen sein, die zu Anfang der Pandemie in einer Hauruck-Aktion aus China kamen und nicht zertifiziert waren. Das Ministerium habe die Masken selber geprüft und für sicher befunden. Alles Wahlkampfgetöse der SPD, sagt Spahn. Manchmal hat man den Eindruck, das ist so wie manchmal beim Fußball. Wenn man beim Auswärtsspiel schon nicht gewinnen kann, dann tritt man der heimischen Mannschaft auch noch den Platz zumindest kaputt. Und da scheint mir im Moment so ein bisschen die Politik der SPD zu sein. Das SPD-Arbeitsministerium forderte eine TÜV-Prüfung. Letztlich war das aber zu teuer. Verteilt wurden dann aber geprüfte Masken aus deutscher Produktion. Laut Kanzlerin versuche die SPD nur Schaden anzurichten. Die Vorwürfe hätten keinerlei Grundlage. Die Masken werden nun bis zum Verfallsdatum für einen Katastrophenfall eingelagert. Nach Verfall sollen sie vernichtet werden. Darauf haben sich Union und SPD einvernehmlich geeinigt. Und jetzt schauen wir mal, was der DAX an diesem Dienstagvormittag macht. Zugeschaltet aus Frankfurt ist mir Viola Grebe von der Aktionär-TV. Ich habe schon gelernt, heute im Laufe des Morgens, es sollte mir heute eher nicht zu viele Hoffnungen machen. Genau so sieht es aus. Denn es kam so, wie es sich angedeutet hatte, es ist nicht viel Bewegung drin beim DAX im Moment. Aber sei ihm auch mal gegönnt. Gestern hat er ein neues Rekordhoch hingelegt. Aber wir sind zuletzt zu den Rekordhochs immer so hingetrippelt. Und danach war dann die Puste relativ schnell weg. Und es wurden vielleicht eher ein paar Gewinne mitgenommen. Denn das große Thema im Moment ist nach wie vor Inflation. Und da ist der Donnerstag ein wichtiger Termin. Zum einen wird da die Europäische Zentralbank sich zu Wort melden nach ihrer Ratssitzung. Und da ist man natürlich gespannt, wie geht die europäische Geldpolitik weiter. Aber es gibt auch die Inflationsdaten am Donnerstag aus den USA. Und was macht die Fed, also die US-Notenbank daraus? Das sind so die großen Fragen und davor will man sich offenbar im Moment nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es geht um 0,1 Prozent runter. Damit stehen wir bei 15.659 Zählern und schauen trotzdem erstmal auf die Gewinnerseite. Da haben wir einige Aktien, die zuletzt eher abgegeben hatten. Die Delivery Hero, die sind heute wieder gefragter. Die Merkpapiere heute mit dem Rekordhoch. Vonovia, RWE und SAP gefragt. Nicht so gefragt sind zum Teil die Autobauer, die aber zuletzt eine wahre Rallye hingelegt haben. Die sehen wir heute zum Teil auf der Verliererseite. Im DAX, wer tummelt sich da? Aktuell Schlusslicht, Heidelberg, Zement. Aber ansonsten haben wir im roten Bereich zum Beispiel auch noch Volkswagen und Daimler. Aber auch Covestro und die Deutsche Post geben im Moment ab. Dankeschön. Viola nach Frankfurt. Und damit blicken wir jetzt aufs Wetter. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand sogar das Audi-Werk in Neckars-Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften standen bis zu anderthalb Meter hoch unter Wasser. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses war er von den Wassermassen überrascht worden. Und erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Also das ist schon echt ungerecht mit dem Wetter im Moment. Miri Pede, oder? Also hier in Berlin ist es super sonnig. Ich war gerade in meiner Pause mal kurz draußen. Ich glaube, es hat jetzt schon fast 27 Grad. Und in anderen Teilen sehen wir diese traurigen Bilder. Genau, das liegt daran, dass da einfach feuchtere Luft unterwegs ist. Von dem Tief, das über Frankreich bzw. über Italien sitzt. Und bei uns ist Hochxenia am Start. Also auch bei mir, wie du siehst, ja strahlend blauer Himmel und schönes Wetter. Und Hochxenia sorgt für trockene Luft. Die warme Luft steigt relativ schnell auf, aber die feuchte Luft trifft auf diese kalte Höhenluft. Und deswegen explodiert das da so. Und die Quellwolken tauchen auf und das Gewitter zu stark. Bei uns ist es trockene Luft und deswegen haben wir einfach nur schönes Wetter. Ich überlege gerade, ob ich das genau richtig erklärt habe, aber ich glaube schon. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal den Vorschaufilm. Und da sehen Sie auch genau das, was ich meine. Nämlich, wenn wir vormittags starten, dann ist noch alles in Butter. Und dann im Laufe des Tages entwickeln sich diese kräftigen Gewitter. Zum Teil unwetterartig wieder mit Platzregen, mit Hagel und mit allem Pipapo genau wie in den vergangenen Tagen. Vor allem im Süden, aber auch in der Mitte kracht es auch heute nochmal wieder ordentlich. Und für uns anderen, genau wie Fanny Fee gerade beschrieben hat, richtig schick. Also im Nordosten schon gestern total sommerlich, heute auch bei uns hier in Schleswig-Holstein, aber auch ganz im Westen und ganz im Südosten. Also so drumherum quasi kriegt man davon gar nicht so richtig was mit. Und deswegen auch so die Sonnenstundenverteilung. 14 Stunden hier oben bei mir im hohen Norden, 12 Stunden zum Beispiel Richtung Berlin-Brandenburg. Und je weiter das Ganze aber Richtung Südwesten sich angeschaut wird von Ihnen gerade, dann sehen Sie, das wird auch richtig runtergerechnet. Und dann sind es nur noch zwei Stunden Richtung Freiburg zum Beispiel heute. Die Temperaturen dazu auch richtig warm. Und da hat Fanny Fee auch völlig recht. Wir sind schon bei 27 Grad in Berlin und 28 werden es heute noch. Bei mir werden es um die 21 bis 24 Grad in Schleswig-Holstein. Ansonsten 25 in München, 25 auch in Köln. Und dann die weiteren Aussichten. Morgen haben wir nochmal eine ähnliche Wetterlage. Deswegen morgen auch nochmal ähnlich die ungerechte Verteilung. Wieder in der Mitte und auch im Süden im Laufe des Tages kräftige Gewitter. Und zum Teil sind die auch wieder unwetterartig. Dann am Donnerstag zieht sich das Ganze Richtung Alpen zurück, weil Hochzehn ja sich weiter ausbreitet. Und zwar weiter Richtung Süden ausbreitet. Und dann am Wochenende für uns alle so um die 30 Grad oder ein bisschen drunter mit viel, viel, viel Sonnenschein. Wie oft ich dir gerade recht gegeben habe, Fanny Fee, oder? Danke, Miri. Berater der Bundesregierung haben massive Finanzierungsprobleme bei der Rente ausgemacht. Ihr Vorschlag lautet jetzt eine Rente mit 68. Gewerkschaften Grüne und Linke laufen Sturm. Mehr dazu gleich bei uns bei Welt. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet. Jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Berater der Bundesregierung haben Finanzierungsprobleme bei der Rente entdeckt. Ihr Vorschlag nun Rente mit 68. Gewerkschaften Grüne und Linke laufen Sturm. Die neue Maskenaffäre ist für Gesundheitsminister Jens Spahn noch nicht ausgestanden. Die FDP fordert jetzt einen Sonderermittler. Und extreme Regenfälle führten in Schwaben zu schweren Überschwemmungen. Ein Mann ist in seiner Wohnung ertrunken. Und damit hallo, ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in der Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Und insgesamt will Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Konkret will ich mit der Wasserstrategie Folgendes erreichen. Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Unser Grundwasser, unsere Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Und unsere Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollen an die Folgen des Klimawandels angepasst werden. Zwei Kerngedanken ziehen sich wie ein roter Faden durch die nationale Wasserstrategie. Zum einen die Vorsorge. Wir müssen jetzt Vorsorge treffen, solange wir noch gestalten können. Wasser ist das Lebensmittel schlechthin. Und deswegen wollen und müssen wir Wasser bewahren als sicheres, als bezahlbares, als hochwertiges Trinkwasser für alle Bürgerinnen und Bürger, als Ressource, die eben auch künftige Generationen nutzen können und als Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen. Der zweite Kerngedanke, das ist der integrative Ansatz. Das Thema Wasser hat Schnittstellen mit vielen Bereichen von Wirtschaft, von Gesellschaft und Politik. So wie die Erarbeitung der Strategie eben eine Gemeinschaftsaufgabe war, so wird auch die Umsetzung nur gemeinsam funktionieren. Drei Monate vor der Bundestagswahl sorgt ein brisanter Vorstoß für Schlagzeilen. Berater der Bundesregierung haben eine Rentenreform vorgeschlagen. Länger arbeiten und zwar bis 68. Denn die Einzahlungen in die Rentenkasse decken die laufenden Ausgaben nicht mehr. Die Lösung dafür soll jetzt laut einer Expertengruppe im Wirtschaftsministerium die Koppelung der erwartenden Lebenszeit an die Arbeitszeit sein. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sehe es bei der Rente eigentlich ganz gut aus. Denn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das liegt daran, dass wir jetzt 83 Millionen sind, 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also eine völlig andere Welt, als die viele uns vorhergesagt haben. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Im Moment gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl. Und auch der DGB kündigt Widerstand an. Vorstandsmitglied Anja Piel zu den Vorschlägen. Ziel sei Renten drastisch kürzen, Sozialstadt abbauen und Alterssicherung privatisieren. All das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Aber auch keine nette Perspektive. Und damit zu Lena Moselforst, Kanzleramt. Lena, wie sind denn die Reaktionen aus den Parteien auf diesen brisanten Vorstoß? Die sind teilweise ziemlich heftig aus der Linkspartei. Vor allen Dingen von der Parteichefin Susanne Hennig-Welsow. Die spricht von einem asozialen Oberhammer. Mit Zähnen und Klauen werde die Linkspartei die Rechte der Rentnerinnen und Rentner verteidigen. So hat sie sich geäußert. Also schon durchaus sehr, sehr kämpferisch. Das ist nicht überraschend, dass die Linkspartei hier an diesem Vorstoß nichts, dem nichts abgewinnen kann. Auch die Gewerkschaften nicht. Was vielleicht ein bisschen eher überraschen kann, ist, dass auch aus der Union kritische Töne kommen. Von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrennt hat gesagt, wir brauchen jetzt keine Debatte über ein höheres Renteneintrittsalter. Das, was wir brauchen, das sei eine Stabilisierung des Rentenniveaus und auf der anderen Seite eine Stärkerung der privaten Vorsorge. Das ist also der Weg, den er einschlagen möchte, um die Renten auch in Zukunft zu sichern. Trotzdem muss man sagen, wirklich neu ist dieser Vorschlag eigentlich nicht, oder? Nein, das ist er in der Tat nicht. Vor allen Dingen, wenn man ihn sich genauer anschaut, ist es ja nicht so, dass dieses Expertengremium gesagt hat, wir sind für die Rente ab 68, sondern das Ganze soll dynamisch ausgestaltet sein. Das Renteneintrittsalter soll gekoppelt werden an die Lebenserwartung. Sprich, wenn die Lebenserwartung steigt, soll eben auch das Renteneintrittsalter steigen. Im umgekehrten Falle würde die Lebenserwartung sinken, würde auch das Renteneintrittsalter sinken. Und diese dynamische Kopplung, diesen Vorschlag, den gab es schon vorher von der Bundesbank, von Arbeitgebervertretern, aber auch von Rentenpolitikerinnen und Politikern der Union, weil man eben sagt, und das ist jetzt auch die Argumentation dieses Expertengremiums, die Renten können sonst nicht finanziert werden, man müsste sonst den Staatshaushalt zusätzlich belasten. Und das Geld würde an anderer Stelle dann fehlen, beispielsweise bei Investitionen in die Bildung, in den Klimaschutz. Das dürfe nicht sein. Dankeschön, Lena Vosskanzleramt. Eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ist laut der Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht in dieser Legislaturperiode gescheitert. Sie sei zutiefst enttäuscht. Das erklärte die SPD-Ministerin nach der letzten Verhandlungsrunde mit den Fraktionen. Union und der Opposition hätten der Wille zur Einigung gefehlt. Die Regierung hatte Anfang des Jahres einen Gesetzentwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz auf den Weg gebracht. Für die Grundgesetzänderung ist aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat nötig, die nicht erreicht wurde. Und wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann zurück hier bei Welt. Bis gleich. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon-Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken. Weiter geht's hier bei Welt mit dem Sport. Diese Generalprobe ist geglückt. Mit einem Kanterseeg gegen Lettland fährt das DFB-Team zur Europameisterschaft. Im letzten Test vor dem Turnier schafften Jogis Jungs ein 7 zu 1 gegen den Außenseiter. Und genau heute in einer Woche wartet dann im ersten Gruppenspiel ein etwas schwierigerer Gegner. Und zwar der Weltmeister Frankreich. Wie die Chancen auf eine erfolgreiche Europameisterschaft für das DFB-Team stehen. Das war es, Andreas Büttner. Es geht doch. Generalprobe aber sowas von geglückt. Im letzten Test vor der Europameisterschaft gewinnt Deutschland mit 7 zu 1 gegen Lettland. Und das hochverdient. Spieler glücklich, Trainer glücklich und ja, auch die Fans glücklich. 1000 Zuschauer durften den Kantersieg im Düsseldorfer Stadion miterleben. Die Nationalelf zündete von Anfang an den Turbo und ging in der 19. Minute durch Robin Gosens in Führung. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht der Berliner... ...punktete im Duell um einen Startplatz gegen Leroy Sané. Trainer Joachim Löw scheint also eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich seine Aufstellung gefunden zu haben. Und auch was von der Bankkomp trifft, die Joker Timo Werner und Leroy Sané sorgten für den 7 zu 1 Endstand. Sollte die Turniermannschaft Deutschland also auch bei der EM so agieren, könnte sie mal wieder die Herzen der Fans gewinnen. Nicht nur die von der eigenen Familie. Und mein Kollege Jens Reupert ist in Düsseldorf vor dem Mannschaftshotel Lindner. Jens, wie wichtig war es denn, dass diese Generalprobe vor der EM geglückt ist? Vor einem wichtigen Auftakt ist es immer wichtig, dass eine Generalprobe gut ist. Dass sie glückt, das ist vor allem natürlich im Fußball der Fall. Denn es wird denkbar schwer für Jogis Jungs bei der anstehenden Europameisterschaft. Niemand Geringeres als Frankreich. Frankreich bittet zum ersten Gruppenspiel in München in der Arena. Das heißt, man hat jetzt mächtig Rückenwind bekommen durch diesen Kantersieg. Das 7 zu 1 gegen Lettland. Optimismus ist angebracht. Optimismus ist sicherlich auch ausgebrochen. Hier im Lager der deutschen Mannschaft in Düsseldorf im Teamhotel. Es ist wirklich das gewesen, das man gebraucht hatte. Insbesondere nach den schmerzhaften Niederlagen zuletzt. Wir denken an Spanien. Wir denken an Nordmazedonien. Nun dieses 7 zu 1. Es hat nahezu jeder in der Offensive getroffen. Kai Havertz hat mächtig Schwung gemacht. Hat den Optimismus, das Selbstbewusstsein, die Motivation mitgebracht, die er als frischgebackener Champions-League-Sieger bekommen hat. Das ist genau das, wie gesagt, was ganz wichtig war für die deutsche Mannschaft. Zumal auch die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller gestern richtig gut funktioniert haben bei der deutschen Mannschaft. Der einzige Wermutstropfen vielleicht das Gegentor, das Anschlusstor, was es gegeben hat. Das war ein Traumtor. Unhaltbar für Manuel Neuer, der übrigens ein 100. Länderspiel gestern gehabt hat. Aber wer ihn kennt, der weiß, dass ihn das natürlich sehr stört. So ehrgeizig wie er ist. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht auch etwas, dieses Gegentor, was es dann doch etwas abdämpft, dass man nicht abhebt, dass man auf dem Boden bleibt und weiter sehr intensiv arbeitet in der kommenden Trainingswoche. Wer ist denn besonders aufgefallen in der Mannschaft? Wie gesagt, Kai Havertz gehört dazu. Den muss man unbedingt nennen. Er ist ja sowieso in einem Duell mit Leroy Sané. Der hat auch getroffen, war aber sicherlich nicht ganz so stark wie Havertz im gestrigen Spiel. Darüber hinaus natürlich, wie gesagt, Mats Hummels und Thomas Müller, die sicherlich gesetzt sein werden beim Auftakt gegen Frankreich. Also insgesamt hat er sehr viel funktioniert. Die Laufwege haben ganz gut gepasst. Auch Serge Gnabry gestern mit einem sehr, sehr guten Auftritt mal wieder in den Reihen der deutschen Mannschaft. Was nicht so ganz klar wurde, war natürlich die Frage, inwieweit die Dreierkette wirklich auch einen gewissen Druck standhält. Die Letten hatten so gut wie keine richtige Torchance von diesem einem Tor, mal abgesehen. Traumtor, wie gesagt, aus einiger Entfernung. Also da kann einiges auf die deutsche Mannschaft zukommen, dass man aktuell noch nicht erahnt gegen die Franzosen Pogba Mbappé, wenn die richtig Gas geben in München. Dann könnte es durchaus eng werden. Aber wie gesagt, Optimismus ist da. Rückenwind, den nimmt man mit in den Flieger heute von Düsseldorf Richtung Nürnberg, von wo es dann nach Herzogenaurach geht, wo dann die Mannschaft das EM-Quartier bezieht. Dankeschön, Jens, nach Düsseldorf. In mehreren Städten an Rhein und Ruhr rückten am Morgen Spezialkräfte der Polizei an. Wie hier in Leverkusen sind Häuser und Geschäftsräume im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität das Ziel. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Es wurden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt, sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Und dabei geht es um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Und wir schauen mal, was der DAX an diesem Dienstagvormittag macht. Hallo nach Frankfurt zu Viola Grebe. Ich glaube, die Erwartungen sollten nicht zu groß sein. Du musstest jetzt auch fast lachen, oder? Also weil es passiert heute wirklich bisher überhaupt nicht viel beim DAX. Also er bewegt sich fast nicht vom Fleck. Und das hatte sich schon so angedeutet. Und genau so kam es auch. Weil wir haben einen wichtigen Termin, also quasi gleich doppelt, nämlich am Docknerstag. Da gibt es einmal die Inflationsdaten aus den USA. Und dann gibt es noch die Ratssitzung, also das EZB-Rats mit anschließender Pressekonferenz. Das heißt, das Thema Geldpolitik, das Thema Inflationsängste, das ist ja im Moment gerade das übergeordnete Thema am Markt. Und dementsprechend hält der DAX jetzt vor diesem wichtigen Termin. Und nachdem er gestern ein neues Rekordhoch markiert hat, offensichtlich erstmal ein Weilchen die Füße still. Jedenfalls sind wir fast unverändert in den Tag gestartet. Und jetzt handeln wir ja aber schon ein Weilchen. Aber wir sind immer noch quasi unverändert. Jetzt sind es fünf, knapp sechs Pünktchen, die es runtergeht. Damit stehen wir bei 15.671 Zählern. Also nach so einem Rekordhoch kann man auch mal durchatmen. Schauen wir jetzt trotzdem erstmal auf die Gewinnerseite. Da sehen wir ein paar Aktien, die zuletzt eher ein bisschen schwächer unterwegs waren, wie zum Beispiel Delivery Hero. Außerdem die Merkaktie mit einem neuen Rekordhoch. Schauen wir jetzt nochmal ans andere DAX-Ende. Da sehen wir nämlich die Autobauer zum Teil. Und die waren ja zuletzt sehr, sehr gut gelaufen. Die geben zum Teil heute dann wieder ab, zum Beispiel VW und Daimler. Aber die rote Laterne, die trägt im Moment Heidelberg Zement. Und dann haben wir da noch Covestro und die BASF-Papiere zum Beispiel. Dankeschön, Viola. Ja, beim DAX tut sich heute nicht so viel. Ganz anders sieht es beim Wetter aus, auch wenn das hier in Deutschland im Moment etwas ungerecht verteilt ist. Denn während es im Norden und zum Beispiel hier in Berlin hochsommerliche Temperaturen gibt und überhaupt kein Regen in Sicht ist, drohen vor allem im Süden des Landes auch heute wieder schwere Unwetter. Schon gestern mussten Einsatzkräfte dort immer wieder ausrücken und gegen Wassermassen kämpfen. Die Bilder von Nadine Mierdorf. Die Wassermassen sind gewaltig, die Einsatzkräfte am Limit. Bis zu zwei Meter stehen Teile der baden-württembergischen Gemeinde rot an der Rot unter Wasser. Straßen, Häuser, Autos. Auch das Haus von Karl Sauter ist betroffen. Als das Wasser kommt, flüchtet er mit seiner Frau in den Keller. Doch auch dort sind sie nicht sicher. Und zwei Minuten später ist das über den Schutzwall gekommen, ins Haus rein. Wir mussten fluchtartig den Keller verlassen. Und meine Frau hat noch eine Katze gefangen und mit hochgenommen. Und dann konnten wir aber schon nicht mehr rein. Karl Sauter und seine Frau können sich gerade noch retten. Ein 65-jähriger Mann hingegen stirbt. Er wurde in seiner Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht. Erst nachdem das Wasser abgepumpt worden war, konnten Feuerwehrleute den Mann bergen. Insgesamt werden über 20 Häuser in der Gemeinde rot an der Rot durch die Überschwemmungen beschädigt. Für die Rettungskräfte ist es ein sehr schwieriger Einsatz. Wir kamen gar nicht durch. Also das waren solche Fluten von Wasser, dass Einsatzkräfte weiträumig umfahren mussten, damit sie überhaupt in den Ort reinkamen. Heftige Unwetter, Starkregen, Überschwemmungen. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern. Richtung Bodensee fielen bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Mehrere Ortschaften standen unter Wasser. Und auch für heute sind schon wieder starke Regenfälle angekündigt. Ja, bei meiner Kollegin Miriam Pede sieht es ganz anders aus. Dort gibt es Sonne. Und Miri, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich sehe, du genießt den Tag so, wie es sich gehört. Na? Tatsächlich stehe ich hier gerade auf der Fähre, die über den Nordostseekanal kostenlos rüberschippert. Und in See steht jetzt zum Beispiel die eine Dorfhälfte mit der anderen Dorfhälfte verbindet. In See steht es das einzige Dorf, das geteilt worden ist durch den Bau des Nordostseekanals. Jetzt schippern wir gerade wieder rüber. Acht Autos passen hier immer rauf. Und wir dürfen hier stehen. Etwas abseits. Deswegen darf ich auch ohne Maske hier stehen. Beste Sicht aufs Wetter mit Jolly City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. So ein bisschen Fahrtwind tut ganz gut hier über den Nordostseekanal, denn hier oben in Schleswig-Holstein ist es tatsächlich richtig warm heute. Ein schöner Sommertag. Und das sieht morgen nochmal genauso aus, wenn gleich die Wetterverteilung wieder ganz ungerecht ist, muss man sagen. Schauen Sie sich das mal kurz an. Morgen Vormittag ist es eigentlich noch überall in Butter, aber es geht aus dem Südwesten schon wieder los. Das sind dann leichte Schauer hier und da mal ein Gewitter, das da mit dabei ist. Aber so grundsätzlich eigentlich noch ganz ruhig. Der Nachmittag, da kommt dann das Ganze wieder. Es kocht wieder hoch, es brodelt wieder ordentlich. Und dann das Gleiche wie heute nochmal mit kräftigen Schauern, mit Platzregen, mit Hagel, mit allem Pipapo. Unwetterartige Gewitter wieder im Südwesten, vor allem aber auch in der Mitte und sowieso im Süden, auch am Alpenrand. Da ist doch nochmal wieder einiges im Köcher, dummerweise. Die Temperaturen dazu nochmal so wie ähnlich, nochmal ähnlich wie heute, so will ich das sagen, nämlich bis zu 27 Grad. Zum Beispiel in Berlin 26 Grad sind es in Köln 25 Grad in Hamburg und 24 Grad in München morgen. Und dann, ja, dann zieht sich am Donnerstag das Wetter, diese Gewitter und das eher unwetterartige Wetter zurück und zwar an die Alpen. Und wir anderen genießen dann schon den Sonnenschein und am Wochenende bis zu 30, 31 Grad und viel Sonnenschein für alle. Und jetzt merken sie, wir sind angekommen, haben sie auch geruckelt, gemerkt, jetzt fahren alle wieder los. Dann würde ich sagen, perfekt ist. Beste Sicht aufs Wetter mit Jolli City. Seit 30 Jahren ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Ja, da wollte ich der Miri noch eine gute Fahrt wünschen, da war sie auch schon weg. Kurze Pause und dann sind wir zurück hier bei Welt. Bleiben Sie dran. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran, aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten. Ein Handzeichen, dann stürmen 500 Polizisten. Berater der Bundesregierung haben massive Finanzierungsprobleme bei der Rente ausgemacht. Ihr Vorschlag, Rente mit 68. Gewerkschaften Grün und Linke laufen Sturm. Die neue Maskenaffäre ist für Gesundheitsminister Jens Spahn noch nicht ausgestanden. Die FDP fordert jetzt einen Sonderermittler. Heftiger Starkregen führt in Schwaben zu schweren Überschwemmungen. Ein Mann ertrinkt in seiner Wohnung. Generalprobe bestanden. Die Deutsche Elf gewinnt gegen Lettland mit 7 zu 1, aber der nächste Gegner heißt Frankreich. Sie lassen sich nicht aufhalten. Eine Herde Wildelefanten marschiert auf chinesische Millionenmetropole Kunming zu. Willkommen und guten Tag bei Welt. Wir schauen auf die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Das sind natürlich insgesamt Zahlen, die schon mal ein bisschen positiv stimmen. Optimistisch auch, Paul Sonntag. Und wir schauen uns das Ganze, oder du schaust dir das Ganze noch mal so ein bisschen detaillierter an, was die Zahlen, Inzidenzen und eben Neuinfektionen betrifft. Also wenn es nach uns ginge, könnte es eigentlich genauso weitergehen, oder? Die Tendenz, die stimmt auf jeden Fall. Und das eigentlich flächendeckend. Trotzdem haben wir noch mal ein paar einzelne Landkreise uns auch rausgesucht. Warum? Weil die eine wirklich magische Marke erreicht haben. Das ist eigentlich die Nachricht des Tages. Zwei Landkreise haben inzwischen eine Inzidenz von sage und schreibe Null. Das bedeutet, dass dort einfach in den letzten sieben Tagen keine Fälle aufgetreten sind. Beispielsweise eben Friesland. Wir haben oft über Friesland gesprochen, weil es eben durch die geografische Beschaffenheit, aber vor allem natürlich auch die entzerrte Bevölkerung dort auch etwas begünstigt ist. Und Goslar inzwischen auch auf Null. Wir haben trotzdem noch mal die Landkreise Zwei Brücken beispielsweise und Kronach in Bayern auch markiert. Warum? Weil das die Landkreise sind, die sich noch etwas schwer tun. Das merken wir generell, dass hier in der Mitte Deutschlands ohnehin gerade rund um Nordbayern, Thüringen, es immer noch Landkreise gibt, die relativ hohe Inzidenzen haben. Trotzdem, und das ist das Entscheidende, eben alle inzwischen unter der 100. Das ist ja auch immer ganz wichtig für die Öffnungsschritte, das zu wissen, genauso wie die 50 dort fast alle. Also eben insgesamt 393 von eben diesen 412 Landkreisen. Und was wir auch sehen, schon 70 Landkreise sind unter der 10. Und das ist dann ein Bereich, in dem sich eigentlich letzten Sommer das Ganze eingependelt hatte. Unter der 10 und zwar wirklich flächendeckend. Schauen wir einmal ganz kurz auf den anderen Indikator, der immer herangezogen wird, auch von der Politik, um zu begründen, können wir lockern oder müssen wir doch noch etwas warten. Und das sind die Intensivbettenbelegungen. Dort sehen wir eigentlich auch immer etwas verzögert, aber trotzdem einen ziemlich starken Abfall. Und der verstetigt sich auch. Die Hoffnung ist natürlich, dass das am Ende genau bis auf dieses sehr, sehr niedrige Niveau aus dem letzten Sommer eben dann auch ankommt, um dann eben auch sicher zu sein, dass man da eben keine größeren dynamischen Ausbruchsgeschehen mehr befürchten muss. Dass das so bleibt und eben nicht diese Wellenbewegung wiederkommt. Genau dafür startet eben oder läuft die Impfkampagne. Da schauen wir mal nach, wie sich das eben in Deutschland äußert. Und da sehen wir doch, dass es Unterschiede gibt zwischen den Bundesländern. Und zwar erhebliche. Rund 10 Prozent unterscheiden sich da die Erstimpfungen. Wenn wir mal draufschauen, fast 700.000 pro Tag deutschlandweit sind das inzwischen im Mittel. Acht Geimpfte pro Sekunde und fast die Hälfte hat schon die Erstimpfung. Warum diese Unterschiede, kann man sich jetzt fragen, weil eigentlich wird ja proportional abgegeben. Warum sind die einen schneller, die anderen langsamer? Das muss nicht immer etwas mit trägen Behörden oder vielleicht Fehlern in Impfzentren zu tun haben. Nein, das hat was mit der simplen Politik zu tun. Die Frage, hält man eben Impfdosen zurück für die Zweitimpfung oder gibt man eben dann doch erst mal die Priorität an die Erstimpfung? Und da sehen wir eben beispielsweise in Sachsen relativ weit hinten, was die Erstimpfung angeht, bei 40 Prozent. Aber eben Spitzenreiter oder sehr weit vorne dabei, wenn es um die Zweitimpfung geht, eben mit schon 24 Prozent. Also da sehen wir ganz klar, dass es eben auch durchschlägt, je nachdem, wie sich die Gesundheitsämter dann entscheiden, wie weit eben die Impfkampagne in den einzelnen Bundesländern ist. Natürlich merken wir hier, dass wir inzwischen an der Kapazitätsmaximum angekommen sind, was eben die täglichen Impfungen angeht. Da hatte man ja schon Rekorde von einer Million pro Tag. Da hat man sich jetzt ungefähr auf diesen 700.000 pro Tag eingependelt. Man könnte vielleicht mehr, wenn mehr zur Verfügung stünde, aber das ist ein anderes Thema, Paul. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Okay, danke schön. So, aber wir bleiben beim Thema Zahlen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Um die 100 Milliarden Euro in diesem Jahr und dann Jahr für Jahr wird sie größer, die Summe. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Die Lösung dafür will jetzt eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier gefunden haben. Die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit. Das heißt faktisch, länger arbeiten. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sehe es bei der Rente eigentlich ganz gut aus. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das liegt daran, dass wir jetzt 83 Millionen sind. 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also eine völlig andere Welt, als die viele uns vorhergesagt haben. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Im Moment gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl. Und auch der DGB kündigt Widerstand an. Vorstandsmitglied Anja Piel zu den Vorschlägen. Ziel sei Renten drastisch kürzen, Sozialstadt abbauen und Alterssicherung privatisieren. All das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Ja, das ist ein Thema, das schlägt ein. Man kann tatsächlich sagen, wie eine Bombe, Lena Mosel vor dem Kanzleramt, die Reaktionen entsprechend. Ja, entsprechend und erwartbar, vor allen Dingen von der Linken. Die Parteichefin der Linken, Susanne Hennig-Welzow, die ist hier schon sehr, sehr drastisch im Vokabular, nennt das den asozialen Oberhammer. Und sagt auch, die Linkspartei, die werde die Rechte der Rentnerinnen und Rentner mit Zähnen und mit Klauen verteidigen. Also wirklich äußerst kämpferisch. Dabei ist das ja gar keine ausgemachte Sache. Das muss man jetzt ja nochmal so festhalten. Die Gewerkschaften, die sind auch empört. Aber es regt sich da eben auch Widerstand in der Union. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrennt beispielsweise, der hat gesagt, wir brauchen jetzt keine Debatte über eine Erhöhung des Renteneintrittalters, sondern das, was wir brauchen, ist eine Stabilisierung des Rentenniveaus und eine Stärkung der privaten Vorsorge. Also das ist der Weg, den er gehen will, um zu sagen, dann sind die Renten auch in Zukunft noch sicher. Naja, aber Lena, trotzdem, weil du und ich, wir beide älter werden, zumindest theoretisch, wenn nichts schief geht, ist das ja ein Vorschlag, der jetzt nicht wirklich neu ist. Das wurde ja immer mal wieder ventiliert, als Testballon aufsteigen lassen. Insofern, worüber reden wir? Ja, wir reden in der Tat über etwas, über das man schon seit Jahren redet. Die Bundesbank, die Arbeitgeberverbände, aber auch Unionspolitikerinnen und Politiker, Rentenpolitikerinnen und Politiker aus der Partei haben ebenfalls schon diese dynamische Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung gefordert und zum Thema als Vorschlag gemacht, weil die Finanzierung immer schwieriger wird. Die Menschen werden immer älter und das sagt ja jetzt auch dieses Expertengremium. Man will ja, dass das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Rentenzeit gleich bleibt. Das heißt, man will hier quasi darauf reagieren, dass die Menschen älter werden, aber nicht mehr so viele Menschen einzahlen und sonst die Alternative, so jetzt der wissenschaftliche Beirat, wäre, dass man Geld aus dem Staatshaushalt nimmt und das wiederum würde bedeuten, die fehlen an anderer Stelle. Die fehlen auch für Zukunftsinvestitionen in die Bildung, in den Klimaschutz und das können ja nun wirklich nicht der Weg sein. Lena, Dankeschön fürs Kanzleramt. In Sachsen-Anhalt hat Wahlsieger Haseloff immer weniger Möglichkeiten für eine neue Regierungskoalition. Nach der FDP haben nun auch die Grünen ein Bündnis mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Erneut ist der Lebenslauf von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geändert worden. Es geht um ihre Tätigkeit als Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter zwischen 2005 und 2008. Erneut also sorgt Grün-Kanzlerkandidatin Baerbock für Diskussionsstoff. Denn es ist eben nicht das erste Mal, dass man richtig stellt, verändert und präzisiert. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kippen kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Die Liberalen halten die Maskenaffäre um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiter am Köcheln. Angesichts der Bundestagswahl sei es für einen Untersuchungsausschuss leider zu spät. Aber ein Sonderermüdler müsse die Affäre aufarbeiten. Die FDP vermutet nämlich noch mehr Fehler. Gestern hatte die SPD-Vorsitzende Esken Spahn den Rücktritt nahegelegt. Jens Spahn im Feuer der Kritik. In der Maskendiskussion verlangt die FDP einen Sonderermittler. Wir haben den Eindruck, bei den jetzt bekannt gewordenen Vorgängen um die Bestellung der Masken handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs, sagt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Auch die SPD zieht im Wahljahr die rote Karte. Spahn hätte Masken ohne Prüfsiegel an Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose verteilen wollen. Nur weil das SPD-Arbeitsministerium protestiert habe, sei dies nicht passiert. Wer Menschen in dieser Gesellschaft in zwei Klassen einteilt, diejenigen, die ein Anrecht haben auf korrekte Masken und welche, die eben auch mit nicht ganz hundertprozentig wirksamen Masken abgespeist werden, der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese Regierung. Es sollen wohl Masken gewesen sein, die zu Anfang der Pandemie in einer Hauruck-Aktion aus China kamen und nicht zertifiziert waren. Das Ministerium habe die Masken selber geprüft und für sicher befunden. Alles Wahlkampfgetöse der SPD, sagt Spahn. Manchmal hat man den Eindruck, das ist so wie manchmal beim Fußball. Wenn man beim Auswärtsspiel schon nicht gewinnen kann, dann tritt man der heimischen Mannschaft auch noch den Platz zumindest kaputt. Und das scheint mir im Moment so ein bisschen die Politik der SPD zu sein. Das SPD-Arbeitsministerium forderte eine TÜV-Prüfung. Letztlich war das aber zu teuer. Verteilt wurden dann aber geprüfte Masken aus deutscher Produktion. Laut Kanzlerin versuche die SPD nur Schaden anzurichten. Die Vorwürfe hätten keinerlei Grundlage. Die Masken werden nun bis zum Verfallsdatum für einen Katastrophenfall eingelagert. Nach Verfall sollen sie vernichtet werden. Darauf haben sich Union und SPD einvernehmlich geeinigt. Bundesumweltministerin Schulze hat heute Pläne präsentiert für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht nämlich darum, die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert zu haben. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu unterschiedlichen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt will Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Konkret will ich mit der Wasserstrategie Folgendes erreichen. Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Unsere Grundwasser, unsere Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Und unsere Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollen an die Folgen des Klimawandels angepasst werden. Zwei Kerngedanken ziehen sich wie ein roter Faden durch die nationale Wasserstrategie. Zum einen die Vorsorge. Wir müssen jetzt Vorsorge treffen, solange wir noch gestalten können. Wasser ist das Lebensmittel schlechthin. Und deswegen wollen und müssen wir Wasser bewahren als sicheres, als bezahlbares, als hochwertiges Trinkwasser für alle Bürgerinnen und Bürger, als Ressource, die eben auch künftige Generationen nutzen können und als Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen. Der zweite Kerngedanke, das ist der integrative Ansatz. Das Thema Wasser hat Schnittstellen mit vielen Bereichen von Wirtschaft, von Gesellschaft und Politik. So wie die Erarbeitung der Strategie eben eine Gemeinschaftsaufgabe war, so wird auch die Umsetzung nur gemeinsam funktionieren. Soweit Svenja Schulze. Auch heute drohen wieder Unwetter, schwere Unwetter, vor allem im Süden Deutschlands. Schon gestern mussten Einsatzkräfte dort immer wieder ausrücken und gegen Wassermassen kämpfen. Nadine Mierdorf. Die Wassermassen sind gewaltig, die Einsatzkräfte am Limit. Bis zu zwei Meter stehen Teile der baden-württembergischen Gemeinde rot an der Rot unter Wasser. Straßen, Häuser, Autos. Auch das Haus von Karl Sauter ist betroffen. Als das Wasser kommt, flüchtet er mit seiner Frau in den Keller. Doch auch dort sind sie nicht sicher. Und zwei Minuten später ist das über den Schutzwall gekommen, ins Haus rein. Wir mussten fluchtartig den Keller verlassen. Und meine Frau hat noch eine Katze gefangen und damit hochgenommen. Und dann konnten wir aber schon nicht mehr rein. Karl Sauter und seine Frau können sich gerade noch retten. Ein 65-jähriger Mann hingegen stirbt. Er wurde in seiner Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht. Erst nachdem das Wasser abgepumpt worden war, konnten Feuerwehrleute den Mann bergen. Insgesamt werden über 20 Häuser in der Gemeinde rot an der Rot durch die Überschwemmungen beschädigt. Für die Rettungskräfte ist es ein sehr schwieriger Einsatz. Wir kamen gar nicht durch. Also das waren solche Fluten von Wasser, dass Einsatzkräfte weiträumig umfahren mussten, damit sie überhaupt in den Ort reinkamen. Heftige Unwetter, Starkregen, Überschwemmungen. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern. Richtung Bodensee fielen bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Mehrere Ortschaften standen unter Wasser. Und auch für heute sind schon wieder starke Regenfälle angekündigt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen wir mal nach Düsseldorf. Und warum tun wir das? Weil dort die Nationalmannschaft aufbricht in diesen Minuten nach dem gestrigen Spiel. Ein Erfolgsspiel übrigens, 7 zu 1, stand es am Ende. Das letzte Vorbereitungsspiel vor Beginn der Europameisterschaft an diesem Wochenende. Der da aber dann als erste Mannschaft auf die Deutschen wartet, ist kein geringerer als Frankreich. Und das wird höchstwahrscheinlich ein bisschen ein anderes Spiel, als das gegen Lettland gestern Abend. In jedem Fall aber ein Motivationsschub. Nicht nur für die Fans, denke ich, für die, die zugeschaut haben, die der Mannschaft alles Gute wünschen, sondern eben auch für die Spieler selbst. Und bevor wir mal reden mit Jens Räupert über das, was da in den nächsten Stunden kommt, schauen wir noch mal auf das, was gestern Abend passiert ist. Es geht doch, Generalprobe aber sowas von geglückt. Im letzten Test vor der Europameisterschaft gewinnt Deutschland mit 7 zu 1 gegen Lettland. Und das hochverdient. Spieler glücklich, Trainer glücklich und ja, auch die Fans glücklich. 1000 Zuschauer durften den Kantersieg im Düsseldorfer Stadion miterleben. Die Nationalelf zündete von Anfang an den Turbo und ging in der 19. Minute durch Robin Gosens in Führung. Der Dosenöffner, denn von da an spielte sich das Team in einen kleinen Rausch. Vor allem Champions-League-Sieger Kai Havertz punktete im Duell um einen Startplatz gegen Leroy Sané. Trainer Joachim Löw scheint also eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich seine Aufstellung gefunden zu haben. Und auch was von der Bankcom trifft, die Joker Timo Werner und Leroy Sané sorgten für den 7 zu 1 Endstand. Sollte die Turniermannschaft Deutschland also auch bei der EM so agieren, könnte sie mal wieder die Herzen der Fans gewinnen. Nicht nur die von der eigenen Familie. Wobei, ach nee, das machen wir nachher Jens. Lass uns erstmal über das Positive reden. War ein schönes Spiel gestern. Da geht man natürlich mit stolz geschwellter Brust tatsächlich in diese Europameisterschaft. Genau so ist es, Thomas. Das war ganz wichtig. Ein Kantersieg. 7 Tore gegen die Letten. Das eine Gegentor klammern wir jetzt erstmal aus. Es war wirklich das, was die Mannschaft brauchte. Insbesondere nach den Niederlagen gegen Spanien und Nordmazedonien. Jetzt dieser frische Wind, dieser Schwung, den man durchaus spürt hier rund um das Mannschaftshotel in Düsseldorf. Es macht wieder richtig Spaß, zusammenzukommen in der Nationalmannschaft. Aktuell sind alle aufgebrochen in Richtung Trainingsplatz. Da findet eine regenerative Einheit statt. Also sehr entspannt, sehr ruhig will man da jetzt wieder zu neuen Kräften kommen. Und dann wird es um 16.30 Uhr hier von Düsseldorf aus in Richtung Nürnberg gehen. Die Mannschaftsbusse sind schon einmal vorgefahren. Es gibt jetzt andere ungebrandete Busse, die eingesetzt werden. Und dann wird die Mannschaft am späten Nachmittag in Franken ankommen. Dann geht es von Nürnberg weiter Richtung Herzogenaurach. Da geht es dann in das EM-Quartier, also ein fränkisches Campo Bahia sozusagen. Da sind die Erinnerungen wieder da an die Weltmeisterschaft in Brasilien. So soll es sein. Also es geht um die mannschaftliche Geschlossenheit. Es geht darum, neues Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu entwickeln. Genau das ist gestern passiert durch diesen 7-1-Sieg gegen Lettland. Da hat der ein oder andere auch mal wieder etwas ausprobiert. Einfach mal abgezogen an der Strafraumgrenze. Das hat meistens auch sehr gut funktioniert. Heißt, zu Toren geführt. Einzig natürlich die Defensive. Da konnte man gestern nicht wirklich viele Einblicke bekommen, eben weil die Letten so gut wie keine einzige Torchance gehabt haben. Eine Chance war dann doch mit dabei. Direkt oben in den Winkel eingeschlagen im deutschen Tor. Manuel Neuer hatte keine Chance, diesen Ball zu halten. Er stand aber auch nicht ganz optimal. Auch das muss man sagen. Mit seinem Ehrgeiz würde ihn das sicherlich etwas wurmen, dass er in seinem 100. Länderspiel einen Gegentreffer bekommen hat. Nichtsdestotrotz war es vielleicht auch ganz gut für die Psyche, dass man eben diesen kleinen Dämpfer, diesen kleinen Schönheitsfeder doch noch bekommen hat, um eben nicht abzuheben. Das ist ja immer mal wieder vorgekommen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auch wenn wir in die Fußballgeschichtsbücher schauen, erinnern wir uns an einen ähnlichen Moment. Das Jahr 2000. Erich Ribbeck war damals Bundestrainer. 8 zu 2 im letzten Test gegen Lichtenstein vor der EM. Und dann war es wirklich katastrophal. Das soll diesmal nicht passieren im Jahr 2021 mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Soll diesmal nicht passieren. Genau so ist es, Jens. Dankeschön, Herr Düsseldorf. In mehreren Städten an Rhein und Ruhr rückten am Morgen Spezialkräfte der Polizei an. Wie hier in Leverkusen sind Häuser und Geschäftsräume in Zusammenhang mit Clan-Kriminalität das Ziel gewesen. Und immer noch Spezialkräfte der Polizei durchsuchen rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Es werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei geht es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Damit schauen wir zur Börse. Also vorhin vor einer Stunde, anderthalb Stunden, war es noch verhalten? Ist man denn dabei geblieben? Immerhin ein bisschen freundlicher, Thomas. Also wir haben einen kleinen Hüpfer gemacht beim DAX. Der hat sich ja wirklich stundenlang hier fast nicht vom Fleck bewegt. Mittlerweile sind wir dann doch im grünen Bereich gelandet. Jetzt kein riesiger Sprung, aber immerhin. Also dafür, wie wir vorher rumdümpelten, ist das schon gar nicht so schlecht. Und man denkt, wir warten ja eigentlich auf den Donnerstag. Also einmal die Europäische Zentralbank, aber auch die Inflationsdaten aus den USA. Und das Thema Zinsängste, Inflationsängste ist ja was, was uns die ganze Zeit schon umtreibt. Dafür immerhin jetzt ein Plus von 0,3 Prozent, 15.719 Zähler. Also damit pirschen wir uns quasi auch schon wieder so ein bisschen in Richtung Allzeithoch, was wir gestern markiert hatten, bevor dem DAX dann eben der Mut ausging. Wir haben die ZEW-Daten jetzt gerade schon gesehen. Die sind zum Teil aber auch unter Erwartungen ausgefallen. Aber in letzter Zeit sind ja zu gute Daten aus der Wirtschaft auch nicht immer so gefragt gewesen, weil das könnte ja entsprechend die Geldpolitik zum Straffen bringen. Aber jetzt schauen wir erst mal auf die größten Gewinne an diesem Vormittag. Jetzt im Moment im DAX. Da sehen wir die Merk-Aktie heute auf Rekordkurs, hat ein neues Rekordhoch markiert. Außerdem einige Aktien, die zuletzt nicht so gefragt waren, wie Delivery Hero. Mal wieder im grünen Bereich, Vonovia, SAP und RWE. Ja und die Autobauer, die haben ja wirklich eine Rallye hingelegt und der zollen sie jetzt ein bisschen Tribut. Das heißt, wir haben Daimler und HW zum Beispiel mit Abschlägen. Aber zum Beispiel Heidelberg Zement finden wir auch gerade auf der Verliererseite. Genauer gesagt mit der roten Laterne nach wie vor. BMW, also ein weiterer Autobauer, aber auch Corvestro gibt im Moment ab. Jola, Dankeschön, nach Frankfurt. So, wir schauen jetzt mal aufs Wetter nach wie vor sommerlich schön. Da muss man schon mal eine Brille aufsetzen, damit es nicht zu sehr blendet. Wenn man draußen arbeitet, hier geht es ja, ist übersichtlich, schönes laues Lüftchen, klimaanlagentechnisch bedingt. Aber geht, wobei, wenn ich jetzt nicht hier sein müsste, wäre ich gern, also draußen, bei dir, den Sommer genießen, Miriam. Ich habe es aber auch wirklich schön, guck mal, ich bin richtig krass, ich habe meine Ärmel schon hochgekrempelt. Und das, obwohl ich nur so 24 Grad halte. Hey, du bist ja eine ganz Kresse. Normalerweise bin ich ja da eher so bei 30 Grad. Ja, ich sage dir, aber vor 30 Grad keine kurze Hose und eigentlich auch kein T-Shirt. Und warte mal, du hast natürlich recht. Ist ein bisschen freundlicher, ne? Aber ich kann halt da nichts sehen. Ich stehe ja gerade übrigens auf der Fähre in See steht und wir schippern gleich rüber, während ich Ihnen das Wetter jetzt einmal zeige. Ich muss mal ganz kurz gucken. So, nein, ich möchte doch jetzt, also das will ich doch sagen, ich möchte doch jetzt aber den Nord-Ostsee-Kanal sehen. Gut, jetzt müssen wir das irgendwie nochmal regeln, dass wir, dass er so weit vorfährt am besten, dass sie das alles noch sehen können. Schön davor geschoben, schön davor geschoben. Ich zeige Ihnen auf jeden Fall jetzt mal das Wetter. Fernsehbild kaputt gemacht. So ein Pech kann man noch gar nicht haben. Fred, können wir uns da rumdrehen? Guck mal, da ist er. Guck mal, ich zeige Ihnen das einfach so. Also, Sie stehen mit mir auf der Fähre in See steht, direkt über den Nord-Ostsee-Kanal schippern wir jetzt. Das ist immer kostenlos. Acht Autos, beziehungsweise auch ein paar Trecker passen hier rauf und wir schippern jetzt los. Und ich zeige Ihnen gleichzeitig, dass ich meine Sonnenbrille eigentlich brauche, denn es ist so großartiges Wetter. Und es ist warm. Gucken Sie sich mal die Temperaturen an, europaweit morgen. So sieht doch ein Sommer aus. Und auch diese Farbe hat der Sommer ganz klar. 35 Grad morgen in Madrid, also richtig heiß, muss man sagen. Ansonsten aber auch 27 Grad in Berlin, 29 Grad in Rom jetzt nicht so zu verachten. In Helsinki ist es halt ein bisschen kühler. Bei uns im Norden, ja, das sind so die Temperaturen, mit denen wir uns hier morgen nochmal herumtreiben. Dazu viel, viel Sonnenschein. Wenn Sie aber Richtung Mitte gucken, sehen Sie schon das Gleiche nochmal in Grün wie heute. Wieder Schauer und Gewitter geht auch schon vormittags los, aber im Laufe des Tages brodet das immer mehr. Und vor allem im Süden geht es wieder richtig heftig zur Sache. Da müssen Sie auch wieder mit Unwetter, mit Starkregen bzw. Platzregen rechnen. Die Sonnenscheinkarte könnte ich Ihnen mal zeigen, dass Sie ungefähr sehen. Doch, es geht ein bisschen bergauf, also auch im Südwesten um die vier Sonnenstunden, drei Sonnenstunden am Alpenrand. Und ansonsten so im Norden hier bei mir 13, aber auch im Nordosten nochmal richtig schick. Und dann, dann ziehen sich die Gewitter Richtung Süden zurück und insgesamt gerade zum Wochenende hin. Für alle Sommer bei Temperaturen bis zu 31 Grad und viel Sonnenschein und alles entspannter. Ich habe mir gerade sagen lassen, ich hätte fast alles kaputt gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Mirjam, Dankeschön. Das passt aber zu dir, ne? Ja, ja, ja. Schon klar. Danke. So, wir sprechen gleich und damit sind wir bei der nächsten halben Stunde mit dem, oder ich spreche gleich mit dem Präsidenten des Instituts für, nee, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Sie werden es gehört haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möglicherweise betrifft es Sie dann auch Arbeiten bis zum Umfallen oder nicht ganz, aber bis 68. Das könnte uns allen drohen, weil nämlich Wissenschaftler jetzt rausgekriegt haben, so wie die Politiker das Geld unter die Leute schmeißen und zuzahlen müssen für die Rente von morgen. Das geht nicht mehr weiter. So. Bleiben Sie dran. Bis gleich. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landesschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch auf. Berater der Bundesregierung haben massive Finanzierungsprobleme bei der Rente ausgemacht. Ihr Vorschlag? Rente mit 68. Gewerkschaften Grüne und Linke laufen Sturm. Die neue Maskenaffäre ist für Gesundheitsminister Jens Spahn noch nicht ausgestanden. Die FDP fordert einen Sonderermittler. Sie lassen sich nicht aufhalten. Eine Herde Elefanten marschiert auf die chinesische Millionenmetropole Kunming zu. Willkommen bei Welt. 100 Milliarden Euro in diesem Jahr und dann Jahr für Jahr wird diese Summe größer. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier gefunden haben. Die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit heißt, länger arbeiten. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Wir gehen ja gar nicht davon aus, dass man all die zusätzliche Lebenszeit, die wir gewinnen, arbeiten müssen, sondern dass man das vernünftig aufteilt in etwas länger arbeiten und etwas länger Rente beziehen. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sieht es bei der Rente eigentlich besser aus, als von vielen befürchtet. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden, wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Auf der Straße bei den Jungen wenig Begeisterung. Ich würde gerne früher in Rente gehen, also mehr Zeit dann noch genießen und nicht so viel arbeiten. Man kann halt nicht nur 30 oder 40 Jahre arbeiten, wenn man 60 Jahre irgendwie Geld kriegt vom Staat. Das klappt halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich bis dahin körperlich drauf bin, aber manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Derzeit gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl und der DGB spricht vom Abbau des Sozialstaats. Sinkt die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Zugeschaltet ist Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Willkommen und guten Tag bei Welt. Ist denn auch aus Ihrer Sicht ausgemacht, dass die Lebensarbeitszeit erhöht werden muss in Deutschland? Ich denke, sie muss erhöht werden. Die Frage ist, wie man es macht. Denn wir haben es ja eben im Beitrag gehört. Wir Menschen werden immer älter. Das heißt, wir haben immer eine längere Zeit im Ruhestand. Und wir Ökonomen rechnen, dass für jedes Jahr zusätzliche Lebenserwartung die Menschen ungefähr acht Monate länger arbeiten müssen in ihrem Leben, damit es finanziert werden kann. Das ist also die Logik dahinter. Ich glaube, man muss sehr genau unterscheiden. Viele können nicht länger arbeiten als 65 oder 67. Wir sehen das schon jetzt, dass viele das gar nicht so lange durchhalten. Es gibt aber auch viele, die möchten gerne länger arbeiten. Also zusätzlich zu dieser Überlegung, muss man das Renteneintrittsalter erhöhen, muss man darüber sprechen, kann man es flexibilisieren? Kann man Menschen mehr Freiheit geben, für sich selber zu entscheiden? Das ist ein wichtiges Element. Aber erst einmal gilt, wenn die Älteren nicht länger arbeiten wollen und mehr Rente haben wollen, dann muss es jemand zahlen. Das sind dann die Jungen. Also hier geht es auch um das Thema Generationengerechtigkeit. Und da braucht man eine kluge Abwägung zwischen beiden. Aber Herr Fratscher, sind das nicht alles Dinge, ich würde mal sagen, die die Politiker auch vorsätzlich in Kauf genommen haben, um Wahlgeschenke zu verteilen? Mütterrente, Rente mit 63, okay, die läuft irgendwann aus. Aber das sind alles Millionen, aber Milliarden, die man eigentlich damals schon nicht hatte. Und jetzt kommt eine Generation, die dafür zahlen soll, dass letztendlich die Summen, die der Bund zuschießen muss, immer größer werden. Genau das ist das Problem. Die Politik hat sich in der Vergangenheit nicht verantwortlich verhalten. Auch jetzt will keiner wirklich den Menschen rein Wein einschenken, weil der harte Schnitt kommt nach 2025. Also es sind noch vier Jahre Zeit und da will keiner jetzt schon ehrlich sein. Aber es ist halt auch, zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass je länger man wartet, um dieses Problem zu adressieren und zu korrigieren, desto größer der Anpassungsdruck, desto mehr Geld wird es kosten, desto mehr werden die Renten dann auch in vier, in fünf, in zehn Jahren gekürzt werden müssen. Eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Politik, sich ehrlich zu machen. Eine grundlegende Rentenreform, die vor allem Menschen mehr Wahlmöglichkeiten gibt, aber letztlich dazu führt, dass mehr Menschen in den Arbeitsmarkt kommen. Nur so kann es gelingen, die Rente aufrechtzuerhalten, die ja schon heute nicht sehr großzügig ist für viele Menschen. Und ja, da muss die Politik eigentlich sich mal jetzt ehrlich machen und drüber die Menschen informieren und debattieren. Aber wenn Sie sagen, eine grundlegende Rentenreform, wie sähe die denn aus? Eine grundlegende Rentenreform muss eine Balance zwischen Generationen finden. Also erst einmal, dass Menschen mehr Optionen geben, länger zu arbeiten, die es können und die es wollen. Zweitens darf man auch nicht vergessen, und das ist auch in den Empfehlungen der Kommission mit drin, dass man Menschen mit geringen Renten und geringen Rentenansprüchen deutlich besser stellen müssen. Denn wir haben einen massiven Anstieg der Altersarmut. Das wird in den nächsten zehn Jahren dramatisch zunehmen. Und hier muss man genau schauen. Wir haben im Augenblick ein Rentensystem, das eher von unten nach oben verteilt. Also Menschen mit geringen Einkommen, geringen Rentenansprüchen haben häufig eine deutlich geringere Lebenserwartung, bekommen daher auch weniger raus. Und diese Menschen müssen endlich besser gestellt werden. Das heißt also auch, man muss Menschen mit geringen Rentenansprüchen, das sind häufig Frauen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, in Teilzeit gleichzeitig sich um Familien gekündert haben, häufig geringe Löhne bekommen haben. Und das ist ein zweites Element dieser Rentenreform. Genauso wie natürlich, das ist das dritte Element, nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen, sondern muss auch den Menschen helfen, privat besser Vorsorge zu treffen. Und das sind die drei wichtigen Dinge, die angegangen werden müssen. Und ja, ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung ernst macht und dieses Thema auch wirklich ernster nimmt. Sagt Marcel Fratschei, der Präsident des DIW. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Fratschei. Sehr gerne. In Sachsen-Anhalt brechen Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Spahn hin. Das sagt der FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. Mehr als 800 Festnahmen, mehr als 700 durchsuchte Objekte, tonnenweise Drogenwaffen, Millionen von Dollar. Das Ergebnis der weltweiten Kryptorazzia ist atemberaubend, erklärte das FBI heute. 16 Länder, darunter auch Deutschland, waren an der internationalen Operation Trojanischer Schild beteiligt. Experten des FBI war es gelungen, eine eigene Messenger-App zu entwickeln und zahlreichen Kriminellen unterzujubeln. So konnten verschlüsselte Chats mitgelesen werden. Die Ermittler hatten Einblick in mehr als 12.000 Geräte in über 100 Ländern. In den Chats wurden auch zahlreiche Mordaufträge gefunden. Viele davon konnten verhindert werden. So, wir werden gleich auf chinesische Elefanten schauen, die ihre Region ein bisschen unsicher machen, denn sie wandern. Und das sorgt natürlich für Aufsehen und auch ein bisschen für Aufregung. In dieser Woche haben sie eine Metropole erreicht und bereits jetzt einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Zum Thema gleich mehr. Bleiben Sie dran. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel. Willkommen zurück. Eine Wandernde Elefantenherde sorgt in China weiterhin für Aufsehen. Die Tiere haben in dieser Woche eine große Stadt erreicht und bereits einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Eine Mauer aus Lastwang. Unter anderem soll Häuser und Menschen vor den Tieren schützen. Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. Die in der Wildnis lebenden Elefanten haben bereits am 16. April ihre Heimat verlassen und sind seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Doch die Herde hat bereits jetzt einen Schaden von mehr als eine Million Euro angerichtet und 56 Hektar Land zerstört. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den Konflikt zwischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlauer. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an. Doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. So und zugeschaltet aus Peking ist jetzt China-Korrespondent Fabian Kretschmer. Willkommen und guten Tag hier bei Welt. Die Elefanten also auf der Reise. Warum aber eigentlich? Warum haben sie sich aus ihrer angestammten Region auf den Weg gemacht, ohne zu wissen, wo sie eigentlich genau hinwollen? Ja, ganz genau und abschließend beurteilen kann man das nicht. Es gibt mehrere Theorien. Die eine besagt, dass sich das Leittier quasi, was die Herde anführt, sich schlicht verlaufen hat, dass es noch kein erfahrungsreiches Tier ist und die Orientierung verloren hat. Eine andere Theorie besagt, dass es zu viele Elefanten mittlerweile gibt in diesem Naturreservoir und dass es beim Zugang zu Wasser und auch Nahrung einige abgeschlagen haben. Und ja, dass sie halt quasi neuen Lebensraum suchen und dabei sich halt auch verlaufen haben. Jetzt haben sie sich verlaufen, jetzt sind Ortschaften nicht mehr wirklich sicher. Die Tiere insgesamt aber friedlich oder kam es schon zu ersten, ich sag mal, Vorkommnissen, Auseinandersetzungen mit wirklich den Einheimischen, also mit Menschen. Also es kamen noch keine Menschen zu Schaden, aber auf sozialen Medien kann man teilweise ein bisschen beängstigende Videos sehen, dass zum Beispiel die Tiere ihre Rüssel in zerbrochene Fensterscheiben reinreichen und dass die Leute sich unter ihren Betten verstecken. Also die Leute haben da schon Angst. Ist auch verständlich, also von den Sicherheitsbehörden wurden die aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und auch kein Getreide in ihrem Haus zu speichern. Aber bislang ist vor allem halt Sachschaden zustande gekommen. Und für die einzelnen Bauern ist es natürlich eine Katastrophe, wenn die Ernte ausfällt. Also es wird ja von Ernteausfällen in Höhe von einer Million Euro mindestens gesprochen. Von daher aber eigentlich noch relativ glimpflich. Ich meine, man versucht die halt jetzt einzudämmen und quasi den Weg zu bestimmen, wohin die Herde gehen soll. Aber das ist nicht so einfach. Das wollte ich mich gerade mal fragen. Was versucht man denn zu unternehmen, um sie entweder umzuleiten, wenn das nicht gelingen sollte? Was soll denn mit der Herde passieren? Ja, dazu muss man wissen, dass es seltene Tiere sind. Also die werden durchs Gesetz geschützt. Da kann man jetzt nicht einfach so ganz wahllos eingreifen, sondern eher zaghaft. Was probiert wird, ist zum einen, dass es immer einen kleinen Trupp gibt, der wirklich die rund um die Uhr bewacht, also mit Drohnen, aber auch wirklich physikalisch quasi der an der Spur ist. Und dann gibt es manchmal hunderte von Einsatzkräften, die Essenslieferungen machen. Also man versucht quasi mit Essenslieferungen den Anreize zu geben, zurückzugehen. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann haben die auch schon mal Lastwagenketten aufgestellt, um quasi den Weg zu blockieren zu Dörfern oder anderen bewohnten Gebieten. Fabian Kretschmer war das aus Peking zugeschaltet über eine Horde wilder Elefanten, die auf der Suche ist nach was, weiß bislang kein Mensch. Dankeschön nach Peking. So, damit der Blick zur Börse. Viola, wie sieht es aus am heutigen Vormittag? Wie läuft der Handel? Es läuft inzwischen wieder ein bisschen freundlicher, nachdem wir eine ganze Weile ziemlich auf der Stelle getreten sind beim DAX. Der hatte gestern ja ein neues Rekordhoch hingelegt. Und jetzt mittlerweile sind wir dann doch ganz nett im grünen Bereich, sodass wir das quasi schon wieder ins Visier nehmen. Wir hatten zum einen so eine abwartende Haltung gesehen vor dem Donnerstag und der liegt ja nun bekanntlich noch vor uns. Da ist zum einen die EZB-Ratssitzung und zum anderen wird es die Verbraucherpreise aus den USA geben. Und das Thema Inflation und was macht die Geldpolitik daraus? Das ist ja genau das Thema, was die Märkte gerade umtreibt. Also im Moment geht es aufwärts noch um knapp 0,2 Prozent. 15.702 Zähler sehen wir da gerade. Wir hatten auch schon den ZDW-Index gesehen bei den Konjunkturerwartungen. Da sieht es nicht so gut aus bei der Lagebewertung dafür. Also man ist natürlich auch gespannt, inwieweit dann die Europäische Zentralbank generell Konjunkturerwartungen und Konjunkturdaten in ihre Überlegungen dann mit einbezieht, wie es weitergeht mit der Geldpolitik. Schauen wir jetzt auf Gewinner und Verlierer. Dann sehen wir zum Beispiel Aktien, die zuletzt nicht so gut gelaufen waren wie Delivery Hero, sind heute gefragter außerdem im grünen Bereich. Merk auf Rekordhoch heute die Aktie Bonovia, SAP und RWE auch im grünen Bereich. Nicht so gefragt, ist aber auch verständlich. Nach ihrer Rallye sind die Autowerte jetzt mal wieder ein bisschen zurückgekommen. Also bei VW, bei Daimler, aber auch BMW, da sehen wir jetzt mal Abschläge. Die rote Laterne trägt aber aktuell Heidelberg Zement. Wen haben wir noch mit dabei? Covestro und die Deutsche Post. Viola, Dankeschön, nach Frankfurt. Fehlt noch das Wetter. Oh, das war schon alles, was du zu mir zu sagen hast. Okay, fange ich doch gleich mal an. Ich soll kurz bleiben jetzt. Ja, mach bitte. Sie stehen gerade mit mir auf einer... Ja, jetzt red doch noch nicht nochmal dazwischen. Sie stehen mit mir auf einer Fähre, die von Seeestet nach Seeestet fährt. Und wir fahren über den Nordostsee-Kanal. Geht auch schon gleich los, aber ich zeige Ihnen vorher nochmal, dass das Wetter quasi genauso ist, wie auch schon gestern und vorgestern. Das heißt, eine ungerechte Verteilung. Vormittags geht das Ganze schon los. Also im Norden, im Osten und ganz im Westen scheint vormittags die Sonne. Aber es gibt auch schon wieder Schauer im Süden und die ziehen sich hoch bis zur Mitte. Und nachmittags brodelt es wieder richtig los. Also dann Gewitter zum Teil mit Starkregen, mit Platzregen und das Ganze zum Teil auch unwetterartig. Also da müssen Sie wieder auf sich achten. Bei uns anderen ist einfach wieder ein herrlicher Sommertag mit 10 bis 12 hier und da auch mal 14 Stunden Sonnenschein. Und dazu dann auch diese Temperaturen. Ja, ich fange so an. 24 Grad in München, 25 Grad in Hamburg, 26 Grad in Köln und 27 Grad in Berlin. Ich hoffe, das war richtig. Gucken Sie nochmal nach und ich zeige Ihnen dann jetzt auch schon mal die Aussichten. Und da sehen Sie, es geht insgesamt aber ein bisschen ruhiger ans Werk in den nächsten Tagen. Donnerstag ziehen sich die Schauer und Gewitter dann nämlich zurück. Und das Ganze dann nur noch im Süden, am Alpenrand vor allem. Aber ab Wochenende viel Sonnenschein für alle bei Temperaturen zwischen 30, nicht zwischen, aber bis zu 31 Grad. Jetzt legen wir übrigens ab. Fall nicht ins Wasser mehr. Danke fürs Wetter. So, gleich geht es weiter hier mit Fanny Fee. Werte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir schauen auf, wenn man so will, den Knaller des Tages. Rente mit 68, ein Expertengremium hat sich Gedanken gemacht, wie lange ist das Ganze eigentlich noch finanzierbar, wenn die Politikerinnen und Politiker weiter so machen mit sozialen Geschenken und mit Geld um sich werfen, was eigentlich nicht da ist. Nicht mehr lange, eigentlich jetzt schon nicht mehr. Also heißt das länger arbeiten. Gleich bei unserem Thema. Bleiben Sie dran. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen. Dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. Nach der Aufhebung der Impfpriorisierung gegen Corona versuchten Tausende einen Termin bei ihren Hausärzten zu bekommen. Die Telefone, die klingelten Sturm und die E-Mail-Eingänge, die quollen über. Das Problem, es gibt einfach nicht genügend Impfstoffe und daher bleibt noch immer Geduld gefragt, obwohl sich jeder und jede ab 12 Jahren jetzt registrieren lassen kann. Das Chaos blieb zwar aus, doch die Erwartungen und die Hoffnungen bleiben gedämpft. Spritzen aufziehen im Akkord, denn... Polizei-Operation. Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen. Tonnen an Drogen wurden beschlagnahmt und große Mengen an Bargeld, Juwelen und Waffen sichergestellt. Berater der Bundesregierung haben massive Finanzierungsprobleme bei der Rente ausgemacht. Ihr Vorschlag, Rente mit 68. Gewerkschaften Grüne und Linke laufen jetzt Sturm. Generalprobe bestanden. Die Deutsche Elf gewinnt gegen Lettland mit 7 zu 1, aber der nächste Gegner heißt Frankreich. Dienstagmittag, hallo, ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Internationale Ermittler haben bei einem Einsatz gegen das organisierte Verbrechen mehr als 800 Verdächtige in über 100 Ländern festgenommen. Es sei eine der bislang größten Polizeioperationen gewesen, das hat Europol heute mitgeteilt. Und auch in Deutschland hatte es mehrere Razzien gegeben, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Und der Innenminister des Landes, Herbert Reul, der wird sich gleich äußern zu diesen Razzien. Und wir sehen hier schon das Live-Bild aus dem Innenministerium. Noch ist Herr Reul nicht vor die Mikrofone getreten. Sobald er das tut, werden wir live dabei sein. Und blicken jetzt nach Essen, wo eben eine dieser Durchsuchungen stattgefunden hat. Zu meinem Kollegen Christian Schmidt. Erzähl uns doch mal, was genau ist da gestern passiert in Essen? Ja, ganz kurze Korrektur. Ich stehe jetzt auch in Düsseldorf vor dem Innenministerium hier. Herbert Reul wird gleich sprechen. Es gab heute auch eine spektakuläre Razzia, ja, im Zeichen der Clankriminalität. Gegen die Clankriminalität hier in Nordrhein-Westfalen, in Leverkusen. Da wurde das Tor zu einer Villa aufgesprengt. Ein Polizeipanzer war im Einsatz. Es geht hier gegen den libanesischen Al-Sein-Clan. Es geht um Geldwäsche, Sozialbetrug im großen Stil. Und aktuell laufen noch die Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen. 30 Objekte werden hier durchsucht. Zum Teil sind Spürhunde, diese Datenträgerspürhunde, im Einsatz. Man wird sehen, was der Innenminister des Landes NRW gleich noch weiter dazu erzählen wird. Es ist wahrscheinlich wieder ein Nadelstich. So formuliert er es ja immer, gegen diese Clankriminalität hier im Land. Und ihr habt es eben angesprochen, auch in Essen. Da waren wir kurz zuvor. Gab es ja gestern diese spektakuläre Razzia. Da wurde die Drogenplantage ausgehoben. Tausend Cannabispflanzen wurden da sichergestellt. Und dann eben die Pressekonferenz von Europol, die dann erklärt hat, wie das alles zustande kam. Wie dieser spektakuläre Schlag gegen das organisierte Verbrechen sozusagen stattgefunden hat. Ja, und wir sind hier in Düsseldorf weiter gespannt, wann der Innenminister kommt. Ich glaube, ihr habt im Studio das Live-Bild von der Kamera, von seinem Statement. Wir stehen hier, wie gesagt, vor Ort. Und warten ab. Genau, Christian, so ist es. Wir haben das Live-Bild hier. Noch ist Herr Reul nicht vor die Mikrofone getreten. Und jetzt weiß ich auch Bescheid, dass du vor Ort bist in Düsseldorf. Heute Morgen haben wir uns auch unterhalten. Da warst du in Essen, wo eben eine dieser Razzien stattgefunden hat. Was ist denn das Besondere an dieser Polizeiaktion, die ja eine weltweite Kooperation ist? Ja, diese weltweite Kooperation ist wirklich einmalig und sehr. Europol sprach eben davon raffiniert. Man muss sich das so vorstellen, das FBI hat im Prinzip eine Plattform selbst gegründet, einen Messenger-Dienst, der verschlüsselt ist. Und hat diesen Messenger-Dienst den Verbrechern bereitgestellt. Und die sind auf diese Taktik reingefallen und haben den dann genutzt. Über 18 Monate hinweg haben sich über 12.000 Menschen dort angemeldet, verschlüsselte Mobiltelefone genutzt. Und da konnte das FBI sozusagen mitlesen und war immer bestens informiert. Und dann gab es sehr viele Festnahmen, 800 weltweit. Ich unterbreche dich an dieser Stelle mal. Sie sehen es, liebe Zuschauer, es tut sich was im Innenministerium mit Düsseldorf. Das ist zwar nicht der Innenminister Reul, aber ein Kollege nehme ich mal an. Und jetzt sehen wir ihn auch. Jetzt ist Herbert Reul da und wir sind gespannt, was er zu sagen hat. Seit heute Morgen, 6 Uhr, laufen an Rhein und Ruhr landesweite Einsätze gegen kriminelle Mitglieder von einer bekannten Clan-Familie in Nordrhein-Westfalen. In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben Ermittler des Landeskriminalamts sowie Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei insgesamt 31 Objekte durchsucht. Häuser, Wohnungen, Büros, Geschäftsräume, unter anderem in den Städten Leverkusen, in Duisburg und in Düsseldorf. Grund für diese Exekutivmaßnahmen ist der Verdacht des bandenmäßigen Betrugs, des Sozialhilfebetrugs und der Geldwäsche. Ein zweites, weiteres Ermittlungsverfahren, ebenfalls gegen einen Clan-Mitglied, ist bei der Staatsanwaltschaft Duisburg anhängig. Hintergrund hier ist ein Steuerverfahren, bei dem die Polizei unterstützt. Im Zuge dessen wurden ebenfalls mehrere Objekte, unter anderem in Duisburg, Leverkusen und Gelsenkirchen durchsucht. Zu diesem zweiten Ermittlungsverfahren kann ich aus Geheimhaltungsgründen allerdings keine näheren Angaben machen. Nur so viel, auch dieser Einsatz konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt waren bei diesem Einsatz rund 600 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, darunter Kräfte des mobilen Einsatzkommendos, der Bereitschaftspolizei und der Spezialeinheiten. Es gab bei diesen Ermittlungen drei Ziele. Erstens Haftbefehle zu vollstrecken. Zweitens, die Immobilien der Clans zu durchsuchen und so weitere Beweise zu sichern. Und drittens, Vermögen zu beschlagnahmen, das durch Straftaten erlangt wurde. Die Ermittler haben unter anderem mit speziellem Gerät Zugang zu einer Villa in Leverkusen sich verschafft. Dabei wurde unter anderem ein gepanzertes Fahrzeug benutzt. Und hier konnten vier Personen aufgrund von Haftbefehlen festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um den 46-jährigen Hauptbeschuldigten, dessen 42-jährige Ehefrau Sophie, die 24- und 28-jährigen Söhne. Meine Damen und Herren, das ist heute ein Schlag gegen die erste Liga der Clankriminalität. Bei dem 46-Jährigen handelt es sich um einen der absoluten Top-Leute der Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier heute nicht nur ein hochkarätiges Clankmitglied festgenommen, sondern ihm auch noch sein Zuhause weggenommen. Die Villa in Leverkusen, die wir heute Morgen durchsucht haben, die gehört schon in wenigen Stunden dann nicht mehr den Kriminellen. Heute Mittag werden die Ermittlungsbehörden mit dem Grundbuch zu Gericht fahren und lassen die Familie austragen und den Staat eintragen. Und wenn das nicht zeigt, wie durchsetzungsstark und handlungsstark der Rechtsstaat ist, dann weiß ich das auch nicht mehr. Und heute ging es, um es mal plastisch zu sagen, um mehr als um unversteuerten Tabak. Heute geht es den Clans an ihre Existenz. Wir sind in den vergangenen Monaten und Jahren den Clans ja Stück für Stück immer mehr auf die Pelle gerückt. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht mit Simsalabim und so dicken Sprüchen, sondern das dauert. Da muss man Geduld haben. Und dass die Politik dieser tausend Nadelstiche nur eine Säule unserer Null-Toleranz-Strategie ist, aber eine nicht ganz unwichtige. Aber dass wir langfristig an die organisierte Kriminalität ran wollen. Wir wussten immer, dass wir einen langen Atem benötigen. Und heute zeigt sich einmal mehr, dass unser Weg richtig war und in Zukunft auch richtig sein wird. Sie können sicher sein, nach jedem Einsatz, der in den Medien bekannt wird, dringen unsere Ermittler noch tiefer in die kriminelle Struktur ein, in die kriminellen Sümpfe ein und auch in ihre finanzielle Schattenwelt vor. Übrigens auch beweisen die heutigen Ermittlungen, wie handlungsfähig der Rechtsstaat ist. Und nochmal, wir überlassen NRW nicht den kriminellen Clans. Ich möchte in diesem Zusammenhang all den daran beteiligten Ermittlerinnen und Ermittler aus den unterschiedlichsten Behörden ein riesiges Lob aussprechen und mich sehr, sehr herzlich dafür bedanken. Da haben viele Spezialisten und Analysten unserer Kriminalpolizei in den letzten Monaten und Wochen systematisch die DNA der Kriminellen entschlüsselt und sind tief in die Keimzellen ihrer Struktur vorgedrungen. Das ist Polizeiarbeit, auf die man stolz sein kann und auf die auch ich stolz bin, und zwar jeden Tag, heute allerdings ganz besonders. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass ich mehr dazu jetzt nicht sagen kann. Ich kann das nur politisch im Moment bewerten, denn es wird heute eine Pressekonferenz der Behörden geben im Landeskriminalamt um 14 Uhr. Und bei dieser Pressekonferenz werden dann sicherlich noch viele Details bekannt gegeben. Aber ich wollte schon, dass Sie frühzeitig auch die Dimension dieses Vorgangs heute einschätzen können, einordnen können. Es ist schon ein sehr großartiger Tag für die Polizisten in Nordrhein-Westfalen im Kampf gegen Clankriminalität. Und der ist noch nicht zu Ende. Ich habe immer gesagt, was sich 30 Jahre entwickelt hat, geht nicht in fünf Minuten wieder wegzuschaffen. Das wird lange, lange, lange dauern. Wir haben viele kleine Nadelstiche gesetzt. Wir haben manche größeren Erfolge erzeit, aber heute, das ist schon ein Riesending. Und ich hoffe, es wird nicht das Letzte sein. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten, dass Sie aufmerksam hier waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weitere Informationen gibt es beim Landeskriminalamt. Herzlichen Dank. So weit also. Herbert Reul, der sich kämpferisch gibt, der hat sich geäußert zur heutigen Razzia in Nordrhein-Westfalen. Er hat gesagt, das war ein Riesending, um eben Clankriminalität zu bekämpfen. Es gab einige Durchsuchungen in NRW. Es wurde unter anderem Vermögen beschlagnahmt und auch Haftbefehle wurden vollstreckt. Es handelt sich bei den Razzien wohl um Durchsuchungen beim All-Sein-Clan. Das ist ein großer Clan, der in NRW bereits Polizei bekannt ist. Und wir wollen jetzt reinhören in ein Statement der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, vor der heutigen Fraktionssitzung. Ja, meine Damen und Herren, der Versuch, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, ist gescheitert. Ein weiteres großes, eigentlich wichtiges Projekt, bei dem der Koalition die Puste ausgeht. Die Justizministerin und die amtierende Familienministerin hat es nicht verstanden, die nötige Mehrheit zu schaffen dafür, dass die Rechte von Kindern tatsächlich in unserem Grundgesetz verankert sind. Das bedeutet erstens, dass Kinder nach wie vor, wie schon in den letzten Monaten und natürlich Jahren, nicht im Mittelpunkt der Politik und der Entscheidungen stehen. Das ist ein Armutszeugnis für die Koalition. Das ist ein Armutszeugnis insbesondere für die Union. Warum brauchen wir Kinderrechte im Grundgesetz? Weil es darum geht, die Interessen von Kindern maßgeblich zu berücksichtigen. Weil es darum geht, einen Vorhang zu schaffen, genau dafür. Was wir jetzt erleben, ist, dass wir einen Vorschlag auf dem Tisch hatten, der noch nicht mal gewährleistet, dass die Kinderrechte der Vereinten Nationen tatsächlich in nationales Recht umgesetzt werden. Was wir dringend brauchen, ist nicht nur, dass Armutsvermeidung passiert mit einer echten Kindergrundsicherung. Nicht nur, dass wir dafür sorgen, dass wir aus der Pandemie herauskommen mit umfassenden Angeboten für Bildung, für Freizeit, für alles das, sondern auch, dass bei allen Belangen die Rechte von Kindern zuvörderst berücksichtigt werden. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und egal, ob es um die Stadtplanung oder um die Sozialpolitik geht, ihre Rechte müssen im Vordergrund stehen. Das zweite Thema, was uns heute beschäftigt, ist der Vorschlag eines Renteneintrittsalters 68. Da muss man einfach sagen, das ist ungefähr das Fantasieloseste, was ich gehört habe darüber, wie man die Finanzen der Rentenversicherung absichern kann. Es ist fantasielos und es wird im Zweifelsfall denjenigen, die sowieso eine kleine Rente haben, denjenigen, die heute schon zuverdienen müssen im Rentenalter und denjenigen, die das Renteneintrittsalter gar nicht erreichen in ihrem Job, bedeuten, dass sie draufzahlen müssen. Das heißt nämlich faktisch Rentenkürzungen für sehr viele Menschen. Das ist ein unsozialer Vorschlag. Er saniert auch nicht unsere Rentenkassen. Was bräuchten wir dafür? Dafür bräuchten wir eine echte Bürgerversicherung in der Rente, um dieses auf breitere Schultern zu verteilen. Dafür bräuchten wir höhere Löhne. Dafür bräuchten wir mehr Erwerbstätigkeit, insbesondere auch von Frauen. Das alles würde helfen, aber nicht der Vorschlag, einfach das Rentenalter raufzusetzen und damit dafür zu sorgen, dass es faktisch eine Rentenkürzung für viele ist, die dieses Rentenalter nicht im Job erreichen. Ich bin sehr dafür, dass wir flexibles Renteneintrittsalter haben, dass auch Menschen länger arbeiten können, wenn sie das wollen, aber keine Rentenkürzungen durch die Hintertür. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen zu der Frage der nicht zertifizierten Masken, über die sich insbesondere ja die Koalition gerade streitet. Ich weiß nicht, wie lange der Streit real schon geht. Jetzt hat die Öffentlichkeit davon erfahren. Dazu erstens. Das Ganze kann man vor allen Dingen dann beheben, nicht indem Herr Spahn Entschuldigungen von jemand anderem fordert, sondern indem er alles offenlegt, was es an Unterlagen, was es an Vorgängen dazu gibt. Dann können sich alle ein Bild machen. Wir haben der Bundesregierung eine ganze Reihe von Fragen zu diesem Vorgang gestellt. Die Aufklärung muss sehr schnell passieren, übrigens auch, damit nicht Menschen in Pflegeheimen auch heute noch denken müssen, habe ich eigentlich eine Maske, die sicher ist oder habe ich keine Maske, die sicher ist. Damit nicht obdachlose Menschen, die diese Masken vielleicht noch haben, wissen wir ja nicht so genau, verunsichert sind, schützt mich das oder schützt mich das eigentlich nicht. Das ist das erste Offenlegung aller Unterlagen dazu. Und das Zweite ist, ich frage mich, wenn diese Masken in Ordnung sind, was sollen sie dann in der nationalen Reserve? Dann kann man sie benutzen. Wenn die Masken nicht in Ordnung sind, was sollen sie dann in der nationalen Reserve? Dann kann man sie nämlich nicht da rausholen und benutzen, weil sie eben nicht sicher sind. Für mich ein unlogischer Vorgang und ich erwarte, dass es hier sehr schnell Aufklärung gibt, damit wir Sicherheit und Vertrauen herstellen können für die Bevölkerung, um die es da geht. Das sind die Schwächsten in unserer Gesellschaft und die so zu behandeln, auch im Ungewissen zu lassen, das ist vollkommen unangemessen. Soweit Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und wir blicken jetzt auf unser nächstes Thema, denn Bundesumweltministerin Schulze hat heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie präsentiert. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, um Wasser zu sparen. Und insgesamt will Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Und zugeschaltet ist mir jetzt auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Also das Wasser wird knapp in Deutschland. Woher kommt das? Wir sehen in Deutschland jetzt auch die Klimaveränderungen. Die kommen auch in Deutschland an. Wir haben jetzt den dritten Sommer hintereinander gehabt, wo es sehr wenig Niederschlag gab, wo Dürre ja einfach auch die Landschaften geprägt hat. Und das kommt auch beim Wasser an. Und deswegen ist es so, dass wir insgesamt in Deutschland noch ausreichend Wasser haben, aber einzelne Regionen haben, wo das Wasser jetzt knapp werden könnte. Und deswegen müssen wir jetzt Vorsorge treffen. Und deswegen habe ich jetzt eine nationale Wasserstrategie vorgelegt des Bundesumweltministeriums, damit wir diese Vorsorge wirklich betreiben können. Damit sind wir beispielhaft. Das hat bisher noch nie jemand gemacht. Da sind wir absolute Pioniere. Und mich hat heute sehr gefreut, dass sogar die Vereinten Nationen uns dafür loben, was wir hier alles entwickelt haben und wie sehr wir das Vorsorgeprinzip hier einhalten. Dass Pools zum Beispiel nicht gerade wassersparend sind, das wissen wir, glaube ich, alle. Was verbraucht denn wie viel Wasser, wenn wir jetzt mal einen deutschen Haushalt nehmen? Ja, insgesamt ist es so, dass wir noch nicht das Problem haben, dass wir zu wenig Wasser haben. Aber es gibt Regionen, wo einfach zu viel Wasser gleichzeitig entnommen wird. Und deswegen müssen wir auf der einen Seite darüber nachdenken, wie können wir den Wasserverbrauch intelligenter sozusagen organisieren. Wenn man am frühen Morgen oder abends den Garten sprengt, ist es nicht so ein Problem wie mitten am Tag, wo sehr viele dann das Wasser abfordern. Deswegen, beim Strom gibt es ja sowas wie Smart Meter, also Messeinheiten, die es ermöglichen, abzuschätzen, wann wurde der Strom eigentlich entnommen. Wenn man sowas für Wasser machen könnte, könnte man zum Beispiel sagen, naja, wenn man das abends oder frühmorgens nimmt, dann wird es einfach günstiger, sodass man einen Anreiz hat, dann die Waschmaschine laufen zu lassen oder dann den Garten eben mit Wasser zu versorgen. Und über solche Ideen, die sind im Dialog entwickelt worden, die finden sich jetzt in der nationalen Wasserstrategie wieder. Und das ist es, was wir unter dem Vorsorgeprinzip jetzt weiter ins Leben rufen wollen und weiter betreiben wollen. Sie haben jetzt eben schon die verschiedenen Tageszeiten, zum Beispiel beim Wassersprengen oder bei der Waschmaschine genannt, betrifft das, was wir tun können, um eben Wasser zu sparen, die Bürger, jeden Einzelnen oder vor allem die Industrie? Wir müssen insgesamt sparsam mit der Ressource Wasser umgehen. Sie ist nicht unendlich zur Verfügung. Wir haben in Deutschland genug Wasser, aber wir haben ein Problem, wie es regional verteilt ist. Und deswegen müssen wir unsere Infrastruktur an die heutigen Gegebenheiten anpassen. Die Klimaveränderungen müssen sich jetzt auch in der Infrastruktur widerspiegeln. Das heißt, wir müssen die lokale Versorgung im Blick behalten. Das Beste ist immer, wenn man sich regional mit Wasser versorgen kann. Es muss aber in einzelnen Regionen auch größere Verbünde geben. Das Wasser wird dann von weiter weg herkommen müssen, weil einfach der Verbrauch so hoch ist. Und diese Infrastruktur jetzt sicherzustellen, das ist die Herausforderung. Das kostet auch Geld, ja. Aber das ist einfach Vorsorge, damit immer und überall ausreichend Wasser vorhanden ist und das auch bezahlbar. Es gibt jetzt wahrscheinlich viele Menschen, die sich fragen, ich will auch mitmachen, ich will auch Wasser sparen. Die Frage an Sie, was kann jeder Einzelne tun? Wie kann man Wasser sparen? Wie kann man das noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger rufen? Ganz bekannt ist ja, dass Wasser laufen lassen während des Zähneputzens, das auf jeden Fall mal unnötig Wasser verbraucht. Aber was gibt es sonst noch? Das war hier heute auch großes Thema im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben ja eine breite Bürgerbeteiligung auch organisiert und den Bürgerinnen und Bürgern war ganz wichtig, dass es mehr Informationen gibt, dass sie mehr konkrete Tipps auch bekommen, was jeder und jede Einzelne tun kann. Dass man genauer erfährt, wie ist denn die Wasserqualität der Gewässer um mich herum und was könnten da Probleme sein oder ob man sich eben gar keine Sorgen machen muss. Also dieses mehr Informationen zu haben, das ist aus den Bürgerdialogen ganz klar herausgekommen. Es geht gar nicht so sehr darum, was jeder und jede Einzelne tun kann. Sparsam mit Wasser umgehen ist immer die richtige Antwort. Es geht darum, dass wir unsere gesamte Infrastruktur in Deutschland jetzt fit machen für die Zukunft. Die jetzige Struktur ist geplant worden, oft eben vor 100 Jahren. Das ist nicht mehr angemessen für das, was es an Klimaveränderungen in Deutschland jetzt schon gibt. Sagt Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke auch. Drei Monate vor der Bundestagswahl sorgt ein brisanter Vorstoß für Schlagzeilen. Denn Berater der Bundesregierung haben eine Rentenreform vorgeschlagen. Länge arbeiten und zwar bis 68. Denn die Einzahlungen in die Rentenkasse, die decken die laufenden Ausgaben nicht mehr. Die Lösung dafür soll jetzt laut einer Expertengruppe im Wirtschaftsministerium die Koppelung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit sein. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Wir gehen ja gar nicht davon aus, dass man all die zusätzliche Lebenszeit, die wir gewinnen, arbeiten müssen, sondern dass man das vernünftig aufteilt, in etwas länger arbeiten und etwas länger Rente beziehen. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sieht es bei der Rente eigentlich besser aus, als von vielen befürchtet. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Auf der Straße bei den Jungen wenig Begeisterung. Ich würde gerne früher in Rente gehen, also mehr Zeit dann noch genießen und nicht so viel arbeiten. Man kann halt nicht nur 30 oder 40 Jahre arbeiten, wenn man 60 Jahre irgendwie Geld kriegt vom Staat. Das klappt halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich bis dahin körperlich drauf bin, aber manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Derzeit gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl und der DGB spricht vom Abbau des Sozialstaats. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Und wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung und sind dann zurück mit weiteren Themen des Tages. Bis gleich. Warten Sie mal, so sehen Sie ja meine Augen gar nicht. So sehen Sie meine Augen auch nicht, weil ich sie so zusammenkneife. Aber es sieht ein bisschen freundlicher aus. Herrlicher Tag hier am Nordostsee-Kanal. Wir schippern gerade von Seeestädt nach Seeestädt. Das einzige Dorf, das durch den Bau des Nordostsee-Kanals geteilt worden ist. Es ist übrigens immer kostenlos, wenn Sie mal in Schleswig-Holstein sind. Alle Fähren über den Nordostsee-Kanal sind kostenlos. Und es ist Sommer bei uns. Schauen Sie sich mal die Europa-Temperaturkarte an. Da sehen Sie, es ist eigentlich überall Sommer. Stimmt, also alles hellrot, beziehungsweise auch dunkelrot gefärbt. 35 Grad in Madrid, 27 Grad morgen in Berlin, 29 in Rom. Und sowieso ist der ganze Norden morgen noch mal richtig sommerlich warm. Gut, an der Küste, gebe ich zu, ist es ein bisschen kühler. Aber, wenn Sie den Blick zur Mitte wenden, da sehen Sie wieder Schauer und Gewitter. Das gleiche wie auch in den vergangenen Tagen. Es brodelt noch mal hoch. Und vor allem im Süden kommt auch noch mal wieder ordentlich was runter. Nämlich Platzregen, Starkregen. Zum Teil das Ganze wieder unwetterartig. Es geht erst meistens Hutsche los. Also erst mal ganz ruhig und entspannt. Und im Laufe des Tages aber kocht es alles immer höher. Ich kann Ihnen mal die Sonnenstundenverteilung sehen. Da erkennen Sie nämlich trotzdem, wird es insgesamt ein bisschen schöner morgen. Also im Norden und auch im Osten eher sehr viel Sonnenschein. Aber auch im Südwesten vier Sonnenstunden. Und sogar am Alpenrand haben Sie morgen drei. Und die weiteren Aussichten, auch da kann ich Hoffnung machen. Am Donnerstag ziehen sich die Gewitter eher Richtung Alpen zurück. Und dann zum Wochenende 30, 31 Grad. Herrliches Sommerwetter für alle. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen. Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft, laute Schlagen an die Tür, Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. Nach der Aufhebung der Impfpriorisierung gegen Corona versuchten Tausende einen Termin bei ihren Hausärzten zu bekommen. Die Telefone, die klingelten Sturm und die E-Mail-Eingänge, die quollen über. Das Problem, es gibt einfach nicht genug E-Mail. Weiter geht's hier bei Welt. Der Fußballprofi Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart hat unter falscher Identität bei den Bundesligisten gespielt. Der Kongolese hat seinem Verein jetzt offenbart, dass er eigentlich Silas Katompa Wumpa heißt und er Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers geworden sei. Auch das Geburtsdatum des Stürmers stimme nicht und er sei ein Jahr älter als ursprünglich angenommen. Ob es jetzt Konsequenzen für den Profi gibt, das ist noch unklar. Der VfB Stuttgart hat Kontakt zur Deutschen Fußballliga und zum Deutschen Fußballbund aufgenommen. Und zugeschaltet aus Düsseldorf ist mir Jens Reupert. Jens, klär uns mal auf, was genau ist da los beim VfB Stuttgart? Das Thema wird immer größer. Sportpolitisch gesehen, da gerät das Rheinsportliche zum Beispiel rund um die Fußballnationalmannschaft hier in Düsseldorf fast schon etwas aus dem Blickpunkt. Denn es geht um mehrere Länder in der Causa Silas Wamangituka. Es geht um den Kongo, es geht um Frankreich, es geht um Belgien und eben auch um Deutschland. Und möglicherweise hat es dort einen schwerwiegenden Betrug gegeben mit Ausweispapieren, mit Identitäten. Der VfB Stuttgart ist jetzt auch nach vorne gegangen in schriftlicher Form mit einer Stellungnahme auf der Vereins-Homepage. Man will jetzt wirklich umfassend aufklären und man kennt mittlerweile die wirkliche Identität von Silas Wamangituka. Wumpa wäre jetzt sein Name. Es gibt diesen Spieler, da hat die französische Zeitung L'Equipe vor drei Jahren schon einmal spekuliert, dass dieser kongolesische Jugendnationalspieler verschwunden wäre. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ob es vielleicht eben dieser Wamangituka gewesen ist, der unter anderem Papieren dann gespielt hat in Paris, jetzt in Stuttgart. Also man versucht das jetzt zu ermitteln. Grund des Ganzen könnte sein, dass Spielervermittler einzelne Machenschaften ausgeübt hatten. Das sagt auch und spekuliert auch der VfB Stuttgart, dass da möglicherweise Zahlungen nicht gezahlt werden mussten, was Anteile von Transfers angeht, was Visa angeht. Also man muss da jetzt wirklich ran an diesen Fall. Der VfB Stuttgart möchte das tun, beteuert auch die wirklichen echten Ausweispapiere zu haben des Spielers. Darüber hinaus hat man vorher keinen Verdacht geschöpft und nun möchte man gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund, DFB und der DFL Aufklärungsarbeit leisten. Genau diese Institutionen und Verbände werden sich sicherlich auch noch demnächst äußern und natürlich auch die betroffenen Spielervermittler. Da kann man natürlich sehr gespannt drauf sein, wie sie reagieren, wie sie diese ganze Angelegenheit erklären. Der VfB Stuttgart wird sehr froh sein, dass sich Silas Wamangituka nun geäußert hat, dass er seine Identität offenlegen möchte. Es heißt, dass er ein neues Vermittlerteam an seiner Seite hätte. Die hätten ihn animiert, genau diesen Schritt zu gehen. Das ist ja die neueste Entwicklung. Deshalb sind wir natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht in dieser Angelegenheit. Es wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Dankeschön, Jens. Und sobald es zu aktuellen Entwicklungen in diesem Fall geht, wirst du uns natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, das Wetter, das ist im Moment ziemlich ungerecht hier in Deutschland, im Norden und zum Beispiel hier in Berlin. Könnte es eigentlich nicht schöner sein und es gibt hochsommerliche Temperaturen im Süden vor allem. Da sieht es aber ganz anders aus und dort drohen auch heute wieder schwere Unwetter. Schon gestern mussten Einsatzkräfte immer wieder ausrücken, gegen Wassermassen kämpfen. Die Bilder hat Nadine Mierdorf. Die Wassermassen sind gewaltig, die Einsatzkräfte am Limit. Bis zu zwei Meter stehen Teile der baden-württembergischen Gemeinde rot an der Rot unter Wasser. Straßen, Häuser, Autos. Auch das Haus von Karl Sauter ist betroffen. Als das Wasser kommt, flüchtet er mit seiner Frau in den Keller. Doch auch dort sind sie nicht sicher. Und zwei Minuten später ist das über den Schutzwall gekommen, ins Haus rein. Wir mussten fluchtartig den Keller verlassen. Und meine Frau hat noch eine Katze gefangen und mit hochgenommen. Und dann konnten wir aber schon nicht mehr rein. Karl Sauter und seine Frau können sich gerade noch retten. Ein 65-jähriger Mann hingegen stirbt. Er wurde in seiner Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht. Erst nachdem das Wasser abgepumpt worden war, konnten Feuerwehrleute den Mann bergen. Insgesamt werden über 20 Häuser in der Gemeinde rot an der Rot durch die Überschwemmungen beschädigt. Für die Rettungskräfte ist es ein sehr schwieriger Einsatz. Wir kamen gar nicht durch. Also das waren solche Fluten von Wasser, dass Einsatzkräfte weiträumig umfahren mussten, damit sie überhaupt in den Ort reinkamen. Heftige Unwetter, Starkregen, Überschwemmungen. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern. Richtung Bodensee fielen bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Mehrere Ortschaften standen unter Wasser. Und auch für heute sind schon wieder starke Regenfälle angekündigt. Eine wandernde Elefantenherde hält derzeit China in Atem. Denn die Tiere haben in dieser Woche eine chinesische Millionenmetropole erreicht und bereits jetzt einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Eine Mauer aus Lastwagen soll die Häuser und Menschen jetzt vor den wilden Elefanten schützen. Die Bilder hat Andreas Büttner. Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten, den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den konfliktischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlau. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an, doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. Und wir blicken auf den Sport. Diese Generalprobe, die ist geglückt, denn mit einem Kantersieg gegen Lettland fährt das DFB-Team nun zur Europameisterschaft. Im letzten Test vor dem Turnier gelang der Nationalelf sogar ein 7 zu 1 gegen den Außenseiter. Und genau heute in einer Woche wartet dann im ersten Gruppenspiel Frankreich. Das wird dann ein etwas anspruchsvollerer Gegner. Und wie die Chancen für die Nationalelf stehen, das haben wir jetzt für Sie. Es geht doch. Generalprobe aber sowas von geglückt. Im letzten Test vor der Europameisterschaft gewinnt Deutschland mit 7 zu 1 gegen Lettland. Und das hochverdient. Spieler glücklich, Trainer glücklich und ja, auch die Fans glücklich. 1000 Zuschauer durften den Kantersieg im Düsseldorfer Stadion miterleben. Die Nationalelf zündete von Anfang an den Turbo und ging in der 19. Minute durch Robin Gosens in Führung. Der Dosenöffner, denn von da an spielte sich das Team in einen kleinen Rausch. Vor allem Champions-League-Sieger Kai Havertz punktete im Duell um einen Startplatz gegen Leroy Sané. Trainer Joachim Löw scheint also eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich seine Aufstellung gefunden zu haben. Und auch was von der Bankcom trifft, die Joker Timo Werner und Leroy Sané sorgten für den 7 zu 1 Endstand. Sollte die Turniermannschaft Deutschland also auch bei der EM so agieren, könnte sie mal wieder die Herzen der Fans gewinnen. Nicht nur die von der eigenen Familie. Die Diskussion um das Renteneintrittsalter, das ist auch Thema gleich hier in der Börse am Mittag. Sie erfahren unter anderem, wie Anleger mithilfe der Börse privat fürs Alter vorsorgen können. Dietmar Deffner spricht darüber gleich mit dem Anlagestrategen Robert Halver. Also unbedingt dranbleiben. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard down wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran, aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich. Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. Trotz prall gefüllter Auftragsbücher kommt die Produktion in der deutschen Wirtschaft nicht so richtig in den Gang. Wegen Engpässen bei Halbleitern, Bauholz und anderen Vorprodukten stellten Industrie-, Bau- und Energieversorger im April sogar 1% weniger her als im März. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Corona-Einschränkungen, lag die Produktion immer noch um 5,6% niedriger. Die Industrieproduktion allein schrumpfte um 0,7% zum Vormonat. Beim Bau gab es im April einen Rückgang von 4,3%. Die Energieerzeugung legte dagegen spürbar zu und zwar um 6% zum Vormonat. Und Franziska Schimpke von der Aktionär TV. Wie kommen diese Produktionsdaten, die überraschend schwach ausgefallen sind, an der Börse an? Wir haben diese überraschend schwachen Industrieproduktionsdaten. Wir hatten ja nicht ganz so gute ZEW-Daten. Wir haben aber auch das BIP für die EU, die dritte Schätzung, bekommen. Und diese Daten sind wiederum besser ausgefallen als erwartet. Und das hat den DAX nach einem zögerlichen Start dann heute mal sogar anspringen lassen. Und da waren wir bis auf wenige Punkte ran an dem gestern neu eingefahrenen Allzeithoch, um letztlich dann doch aber wieder abzugeben. Das heißt hier, man pendelt letztlich rund um seinen Vortagesschluss. Wir sehen eine relativ überschaubare Handelsspanne heute hier. Und noch ist die Richtung nicht ausgemacht. Und das alles eben nah vom Rekordniveau. Der Markt also weiter durchaus gut aufgelegt. Und die EZB-Sitzung am Donnerstag und eben auch weitere US-Konjunkturdaten im Laufe der Woche auf jeden Fall ein großes Thema. Und somit der DAX jetzt knapp drei Punkte im Plus bei 15.680 Zählern. Und wer zieht denn heute nach oben? Heute sind es ausnahmsweise mal nicht die Autowerte. Es sind heute nicht die Autowerte. Da sehen wir tatsächlich Gewinn mit Namen. Aber der Pharma- und Gesundheitssektor ist gefragt und somit steigt die Aktie von Merck heute auf ein neues Rekord hoch. Delivery Hero heute auch mal wieder gefragt. Aber auch Vonovia, SAP und RWE unter den Top-Werten mit dabei. Auf der Verliererseite hingegen, da sehen wir unter anderem Covestro, Heidelberg, Zement und eben dann der Automobilsektor mit Volkswagen, Daimler und BMW. Nachdem der zuletzt ja wirklich einen richtig guten Lauf hatte. Dankeschön, Franziska Schimpel. Dieses Jahr über 100 Milliarden Euro und in den kommenden Jahren wird es sukzessive mehr. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier gefunden haben, nämlich die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit. Faktisch heißt das, länger arbeiten und zwar bis 68. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sieht es bei der Rente eigentlich ganz gut aus. Denn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das liegt daran, dass wir jetzt 83 Millionen sind, 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also eine völlig andere Welt, als die viele uns vorhergesagt haben. Und das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Im Moment gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl. Und auch der DGB kündigt Widerstand an. Vorstandsmitglied Anja Piel zu den Vorschlägen. Ziel sei Renten drastisch kürzen, Sozialstaat abbauen und Alterssicherung privatisieren. All das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Dazu begrüße ich den Kapitalmarktanalysten Robert Halver. Herr Halver, was halten Sie denn vom Vorschlag einer Rente mit 68? Dann sagen Sie, dass man der Krankenschwester, dem Pfleger, dem Dachdecker, den Handwerkern, die können dem Alter schon aufgrund des Rückens, der Knochen gar nicht mehr arbeiten gehen. Das heißt, ein Renteneintrittsalter mit 68 wirkt sich für diejenigen so aus wie eine Rentenkürzung. Das geht überhaupt nicht. Und dann müssen wir auch sehr klar erkennen, trotz Zuwanderung, die Demografie spricht dafür, dass auch die Rentenhöhe nach hinten raus immer kleiner werden wird. Das heißt, die Rente wird immer mehr zu einem Grundeinkommen, zu einer Existenzgrundlage vielleicht, aber eben nicht mehr und nicht mehr das, was früher mal gewesen ist. Also muss man hier dringend umdenken. Die Politik muss also auch mal an liebgewonnene, feste Regeln ran. Wir müssen uns endlich öffnen für Zusatzerwerbsmöglichkeiten, damit wir später eine vernünftige Altersvorsorge auch haben. Der Versuch, dies zum Beispiel mit einer Riester-Rente zu tun, um diese private Vorsorge-Alternative aufzubauen, der ist ja gehörig gescheitert. Was müsste denn hier besser gemacht werden? Riester war eben nur der Tropfen auf den heißen Stein. Vor allen Dingen haben viele ja Riester gemacht mit Zinsprodukten. Das müssen wir definitiv ablehnen. Die Zinsen werden nie mehr steigen können aufgrund der Überschuldung. Wir müssen es aufmachen. Wir müssen frische Luft reinlassen für eine Altersvorsorge mit Aktien. Das heißt, die Aktienvorsorge muss steuerlich gefördert werden. Ich schaue da mal ganz gerne auf die Schweden, ein Land, das ja nicht bekannt ist für Marktradikalität, sondern wo man sagt, hier müssen wir aus dem Steuerbrutto auch den Menschen die Möglichkeit geben, vielleicht zwei Prozent in regelmäßigen Aktiensparformen anzulegen, die auch später dann, wenn es daran geht, dann das Geld zu nutzen für die Altersvorsorge und auch möglichst steuerfrei zu halten, damit die Menschen es auch wirklich machen. Die Aktie ist ja auch in Schweden, wie bei uns, nicht gerade im Volksmund sehr beliebt. Das ist aber sehr wichtig und hier muss dann auch in der Bundesregierung nach der nächsten Bundestagswahl ran. Die Hoffnung stirbt ja hier zuletzt. Wer eigenverantwortlich für sich privat vorsorgen will, wie kann der das heute schon mit Hilfe der Börse denn gut tun? Da gibt es ja die perfekte Erfindung der Finanzindustrie seit vielen Jahrzehnten, die regelmäßigen Aktiensparpläne in ETFs und Fonds, wo man mit kleinem Geld ab 25 Euro im Monat längerfristig ansparen kann. Es kann auch gerne mehr sein. Die Regel gilt natürlich so früh und so viel wie möglich. Das ist sehr schön, denn selbst wenn die Aktienmärkte mal zwischendurch rutschen, ist das gar nicht schlimm. Denn dann bekomme ich ja für meinen gleichbleibenden Beitrag mehr Aktienanteil, was sich nachher natürlich sehr positiv auswirken wird, wenn die Aktienmärkte wieder steigen. Also wie die Flut die Schiffe anhebt, ist doch meine Altersvorsorge mit Aktien damit auch viel mehr wert. Das muss man unbedingt im Kopf haben, auch als Politiker, wenn Sie es denn machen sollten. Ich hoffe es ja. Denn im Einkauf liegt auch hier der Gewinn. Also langfristig ansparen, nicht alles sofort investieren in Aktien, sondern das langfristig machen. Und ich kann nur sagen, für meinen eigenen Nachwuchs, wenn das Kindergeld zum Beispiel teilweise angelegt werden kann, man wundert sich, was am Ende zusammenkommt, auch für die Altersvorsorge, auch für andere Zwecke. Also da müssen wir ran. Wir sollten den Schweden endlich mal folgen. Pippi Langstrumpf hat manchmal auch recht. Sagt Robert Halver. Vielen Dank für die Einschätzung. Bitte sehr. Und mehr aus der Welt der Wirtschaft dann wieder ausführlich um 18.15 Uhr in der Börse am Abend oder bei uns im Internet auf welt.de. Hier im TV geht es weiter mit dem neuesten Abend. Tschüss. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. Nach der Aufhebung der Impfpriorisierung gegen Corona versuchten Tausende einen Termin bei ihren Hausärzten zu bekommen. Die Telefone, die klingelten Sturm und die E-Mail-Eingänge, die quollen über. Das Problem, es gibt einfach nicht genügend Impfstoffe. Und daher bleibt noch immer Geduld gefragt, obwohl sich jeder und jede ab zwölf Jahren jetzt registrieren lassen kann. Das Chaos blieb zwar aus, doch die Erwartungen und die Hoffnungen bleiben gedämpft. Spritzen aufziehen im Akkord. Denn jetzt kommen alle. Jeder darf sich impfen lassen. Viele rechnen mit einem Run auf den Impfstoff. Vor allem, wenn es jetzt zum Sommer hinkommt und jeder verreisen möchte, dann möchte man ja auch lieber geimpft sein. Ich finde es jetzt auch gerade gut, dass jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Zum Beispiel beim Haus oder auch Facharzt. Doch die Termine hier sind heiß begehrt. Bei den meisten Praxen heißt es ab auf die lange Warteliste. Schon jetzt gibt es zu viele Anfragen für zu wenig Impfstoff. Offensichtlich werden dann ganz viele Praxen angerufen. Und wenn wir dann Impfstoff haben, müssen wir alle auf der Liste durchtelefonieren. Das bindet sehr viel Zeit. Beim Hausarzt kann es also lange dauern, bis ein Termin frei wird. Eine Vermittlung könnte helfen. Portale wie dieses vernetzen impfwillige und niedergelassene Ärzte. Mit einem... Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen, einen Termin nannte die Gewerkschaft noch nicht. Es wird durch den Verkehrsminister gleich eine Einweihung eines ICE geben. Möglicherweise wird er dann dazu sich auch äußern, wenn es so sein sollte, dann live hier das Ganze bei Welt. Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz zur FDP, denn auch da gibt es viele Fragen oder einige Fragen. Und natürlich warten wir auf Antworten, zum Beispiel, was denn nun mit der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt ist. Zum einen, zum anderen auch, was heute Morgen eingeschlagen hat, wie eine Bonn-Experten, die gesagt haben, also wenn das weitergehen soll mit der Rente, den Erhöhungen und überhaupt den Möglichkeiten, Renten zahlen zu können in ausreichender Höhe, dann muss länger gearbeitet werden, bis 68. Was die FDP dazu sagt, Christian Linder, dazu gleich mehr hier bei Welt. In mehreren Städten und an Rhein und Ruhr rückten am Morgen Spezialkräfte der Polizei an. Wie hier in Leverkusen sind Häuser und Geschäftsräume in Zusammenhang mit Clankriminalität das Ziel gewesen. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Es werden und wurden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt, Häuser, Wohnungen, Büros, Geschäfte durchsucht. Dabei geht, ging es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Schauen wir zu Christian Schmitt. Wir sind in den vergangenen Monaten und Jahren den Clans ja Stück für Stück immer mehr auf die Pelle gerückt. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht mit Simsalabim und so dicken Sprüchen, sondern das dauert. Da muss man Geduld haben. Und dass die Politik dieser tausend Nadelstiche nur eine Säule unserer Null-Toleranz-Strategie ist, aber eine nicht ganz unwichtige. Aber dass wir langfristig an die organisierte Kriminalität ran wollen. Wir wussten immer, dass wir einen langen Atem benötigen. Und heute zeigt sich einmal mehr, dass unser Weg richtig war. So, jetzt aber ist er zugeschaltet und zwar in Düsseldorf. Christian Schmitt, was war das für eine Aktion heute früh, beziehungsweise läuft sie denn noch oder ist man jetzt fertig mit der Razzia? Die Razzia läuft wohl noch aktuell. Der Zugriff heute Morgen in Leverkusen, der war spektakulär. Ein Tor zu einer Auffahrt, zu einer Villa in Leverkusen wurde aufgesprengt. Ein Polizeipanzer war im Einsatz. Ja, ihr habt es schon angesprochen, gerade die Clankriminalität. Es ging ganz konkret gegen einen libanesischen Clan, gegen eine Großfamilie Al-Sein. Da wurde auch ein Kopf festgenommen, ein 46-jähriger Mann. Insgesamt wurden vier Haftbefehle vollstreckt. 30 Wohnungen und Objekte wurden und werden aktuell noch durchsucht im ganzen Land, in Nordrhein-Westfalen. Es geht um Geldwäsche, um Sozialbetrug im großen Stil. Und ja, es war, wie Herr Reul, der Innenminister hier in NRW eben sagte, ein weiterer Nadelstich gegen diese Clankriminalität. Noch viel größer eine Geschichte von gestern, nämlich gegen internationale Kriminalität, Drogenkriminalität unter anderem. Da gab es heute Morgen so ein paar Fakten. Was war denn das Besondere an eben dieser Aktion? Ja, ein unglaublicher Schlag gegen das internationale Verbrechen, gegen das organisierte Verbrechen, muss man sagen. Das Ganze liest sich ein bisschen wie ein Blockbuster. Federführend hat das FBI das Ganze initiiert. Und man hat einfach gesehen, eine Lücke erkannt, dass dieses organisierte Verbrechen keine Plattform mehr hatte, keine Telekommunikationsplattform, wo sie verschlüsselte Nachrichten austauschen konnten. Hat dann selbst vor 18 Monaten eine Plattform erstellt und die Verbrecher sozusagen in die Falle gelockt. Und Tausende haben sich dort angemeldet und das FBI und internationale Polizeistationen konnten dann mitlesen, was sie vorhaben, konnten ihnen so auf die Schliche kommen. Und dann gestern dieser große spektakuläre Zuschlag in 16 Ländern, Amerika, Australien und eben hier auch in Deutschland, in Frankfurt und in Essen wurde dazu geschlagen. Es geht um Drogenkriminalität, um Waffenschiebereien im großen Stil. Und wir haben das Ganze nochmal im folgenden Beitrag etwas ausführlicher zusammengefasst. Großrazzien in Deutschland, wie hier in der Ruhrgebietsmetropole Essen, durchkämmen schwer bewaffnete SEK-Kräfte Privathäuser und Lagerhallen von Verdächtigen. Stellen Beweise sicher, darunter auch eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen. Wir haben geschlafen um 6 Uhr morgens und dann sind wir vom riesenlauten Knall wach geworden. Erstmal sehr befremdlich natürlich, sehr komisch. Derjenige, der da vorher gewohnt hat, der wurde auch von der Polizei abgeführt. Neben Nordrhein-Westfalen gab es weitere Razzien auch in Hessen. Dabei soll es eben... So, Christian Linder vor der Fraktionssitzung der FDP mit einem Statement. Wir hören rein. Vielen Dank für Ihren Messer und herzlich willkommen zum Statement des FDP-Fraktion-Vorsitzenden Christian Lindner vor der Fraktionssitzung. Lieber Herr Lindner, bitte schön. Vielen Dank, Herr Lindner. Meine Damen, meine Herren, wir sind in einer neuen Phase, Gottlob, in einer neuen Phase der Pandemie angekommen. Das Impfen macht einen enormen Unterschied. Deshalb gehen die Infektionszahlen dramatisch zurück. Die Große Koalition möchte dennoch die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängern. Unsere Fraktion ist der Auffassung, dass diese Pauschalvollmacht für die Bundesregierung nun nicht mehr erforderlich ist. Wir werden deshalb die Verlängerung ablehnen. Es handelt sich dabei ja um besondere Befugnisse für die Bundesregierung und insbesondere den Bundesgesundheitsminister, auch von Parlamentsgesetzen abzuweichen. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite bedeutet nicht, dass es zwingend ein gesundheitliches Risiko gibt oder dass dieses gesundheitliche Risiko entfallen wäre. Wir wollen also weiter vorsichtig bleiben. Wir sind der Auffassung, dass wir auch weiterhin Maßnahmen des Gesundheitsschutzes benötigen. Wir müssen uns wappnen, dass es im Herbst nicht etwa zu einer vierten Welle kommt. Aber was wir nicht brauchen, sind die Pauschalvollmachten an eine Regierung. Wenn wir also die epidemische Lage von nationaler Tragweite ablehnen, dann ist das keine gesundheitspolitische Entscheidung, sondern es ist eine rechtspolitische Entscheidung, weil die Ziele des Gesundheitsschutzes mit anderen rechtlichen Mitteln nach so vielen Monaten erreichbar sind. Wir haben, wie Sie wissen, in der gesamten Pandemiepolitik immer konkrete und konstruktive Vorschläge in die Debatte eingebracht. Daran halten wir auch jetzt fest. Und deshalb schlagen wir vor, dass es unterhalb der Schwelle der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite gesetzliche Grundlagen für die Pandemiebekämpfung geben soll. Niedrigschwellige Maßnahmen, die beispielsweise die Maskenpflicht oder die Pflicht zu Schutzkonzepten bleiben, möglich. Die Bundesregierung selbst hat es versäumt, Rechtssicherheit zu schaffen. Es gibt eine ganze Reihe von Rechtsverordnungen, die die Regierung erlassen hat, die sie längst in reguläre Gesetzgebung hätte übertragen können, wenn ihr Fortbestand erforderlich wäre. Wir sind überzeugt, wirksamer Pandemieschutz ist möglich, ohne dass die Rechte des Deutschen Bundestages weiter so beschnitten bleiben. Zum Zweiten richtet sich der Blick wiederum auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Auch hier können wir keine Entwarnung geben. Die Gefahr einer Pleitewelle ist nicht gebannt. Es ist richtig, dass wir die Wirtschaft nun stützen, indem es Öffnungen gibt. Diese Öffnungen kamen allerdings spät, oft zu spät. Viele Betriebe mussten ihr Eigenkapital angreifen, also ihre wirtschaftlichen Reserven, um überleben zu können. Zudem brauchen wir dringend Investitionen. Die Entwicklung in den USA und in der Volksrepublik China führt uns ja vor Augen, dass wir weit weniger wettbewerbsfähig sind als andere. Die kommen schneller und dynamischer aus der Pandemie heraus als wir, weil sie über eine bessere wirtschaftliche Grundlage verfügen. Und deshalb müssen wir Eigenkapital aufbauen und Investitionen ermöglichen. Wir haben dazu ja als Fraktion der Freien Demokraten zahlreiche Vorschläge unterbreitet. Vom vollen steuerlichen Verlustrücktrag der Pandemieverluste der Jahre 2021 und 2020 auf die Vorjahre bis hin zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags, auch für die Betriebe als eine Maßnahme, um international wettbewerbsfähig im Steuerrecht zu werden. Die Abflachung der Kurve beim Tarif der Lohn- und Einkommenssteuer, sogenannter Mittelstandsbauch. Was wir ausschließen als Fraktion, das sind Steuererhöhungen. Genau solche Steuererhöhungen werden aber nun wiederum ins Gespräch gebracht. Aktuell hat der Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen, die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer verlangt. Eine solche Steuer ist von ihrem Aufkommen hochgradig bürokratisch, weil ja alle möglichen Vermögensgegenstände bilanziert werden müssen. Und sie ist vor allen Dingen Gift für die wirtschaftliche Erholung, weil in die Substanz eingegriffen wird und dementsprechend Mittel nicht zur Verfügung stehen für Investitionen. Mittel nicht genutzt werden können, um die Eigenkapitalbasis zu verbessern. Und aus diesem Grund sollten wir uns auf all die Maßnahmen konzentrieren, die in der Lage sind, Jobs zu schaffen und Investitionen in neue Technologien zu stärken. All das, was die wirtschaftliche Entwicklung bremst, passt nicht in die Zeit und wird den Anforderungen auch nicht gerecht. Mein drittes Thema, die Rente mit 68, wie es heißt. Klar ist, wir müssen unser Land fit machen. Wir haben in den 20er Jahren jetzt den demografischen Wandel, der sich wirklich manifestiert in Zahlen. Die Babyboomer-Generation geht in den Ruhestand. Das haben nun auch die Beraterinnen und Berater der Bundesregierung noch einmal bestätigt. Die Große Koalition selbst ist untätig geworden. Mehr noch, sie hat in den vergangenen Jahren Maßnahmen beschlossen, die die nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rente eher noch weiter verschlechtert haben. Die Finanzierungsbasis der Rente der heutigen älteren Beschäftigten ist in den vergangenen Jahren unterspült worden. Jetzt als Reaktion darauf, die Erhöhung eines fixen Renteneintrittsalters zu diskutieren, greift viel zu kurz. Es gibt Menschen, die können und wollen nicht so lange arbeiten. Und es gibt Menschen, die wollen auch gerne länger arbeiten. Deshalb brauchen wir insgesamt ein neues Denken in der Rente. Die Große Koalition hat dieses Thema lange, lange, lange vertagt und verschärft. Jetzt muss es angegangen werden. Unsere Vorschläge sind, auf mehr Flexibilität zu setzen, also den individuell festgelegten Zeitpunkt für den Renteneintritt in die freie Entscheidung der Menschen zu geben. Bei klaren versicherungsmathematischen Zu- und Abschlägen, wer früher geht, wer länger bleibt, dann muss sich das an der Rentenhöhe festmachen. Zugleich mehr private Vorsorge für die Jüngeren, also die unter 50-Jährigen. Ich bin hier unter Journalistinnen und Journalisten. So wie Sie in ein Presseversorgungswerk einzahlen, sollten wir das anderen auch ermöglichen. Vielleicht mit noch besserer Verzinsung, als das bei den Kapitalsammelstellen bislang möglich ist. Unser Vorschlag ist die gesetzliche Aktienrente nach Vorbild der skandinavischen Länder. Hier müssen die Reformen ansetzen. Pauschal nur das Eintrittsalter für die gesetzliche Rente zu erhöhen, ist nicht kreativ und nutzt viele Möglichkeiten nicht, wird auch den veränderten individuellen Lebenslagen nicht gerecht. Und mein vierter und letzter Punkt, die Klimapolitik. Wir werden heute das Klimapaket der Bundesregierung, den Entwurf kennen Sie, diskutieren. Wir sind besorgt, dass es sich dabei um einen Schnellschuss handelt, um Handlungsfähigkeit zu zeigen auf den letzten Metern, vielleicht gar um ein Wahlkampfmanöver. Dennoch zeigt dieses Vorhaben die enormen Zielkonflikte, die wir haben. Wir wollen alle mehr bezahlbaren Wohnraum. Also kann man nicht fortwährend die Standards für neu geschaffenen Wohnraum erhöhen, wie das jetzt die Große Koalition mit Vorschlägen beim Dämmen und bei der Solardachpflicht wiederum getan hat. Es gibt ein breites Bündnis in Deutschland für bezahlbares Wohnen, dem übrigens auch der Mieterbund angehört, die vor Wochen davor gewarnt haben, dass wir nicht immer neue Überstandards beim Bauen schaffen müssen. Sie müssen verhältnismäßig bleiben und genau diesen Appell selbst eben des Mieterbundes lässt die Große Koalition ungehört. Was wir brauchen, das ist eine Klimapolitik aus einem Guss, die in einem marktwirtschaftlichen System auf Technologien setzt, die an der günstigsten Stelle CO2 einspart, aber nicht solche Schnellschüsse, die am Ende für das Klima nicht nützlich sind. Und zugleich andere wichtige soziale Ziele wie das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum nicht erreichen. Wiederholt sich hier eine Debattenlage, wie wir sie auch beim Sprit gesehen haben. Sprit steigt. Wir haben jetzt Spritpreise von über zwei Euro den Liter, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, man braucht gar nicht die Grünen dafür, dass der Sprit teurer wird. Das passiert von ganz allein. Spaß beiseite. Die große Empfindlichkeit dieser Diskussion sollte allen vor Augen geführt haben, dass wir andere Antworten brauchen. Nur das Verteuren des Lebens, die Verteuerung des Lebens der Menschen gefährdet die Akzeptanz für den Klimaschutz. Und deshalb haben wir andere Vorschläge gemacht, wie die Vermeidungskosten von CO2 durch einen innovativen Prozess reduziert werden können, wie die Lasten gut verteilt werden können und wie wir tatsächlich garantiert CO2 einsparen. Mit Blick auf den Sprit bedeutet das, wir wollen einen CO2-Preis im Sprit auch sehen. Aber im gleichen Zuge muss natürlich die Besteuerung des Sprits zurückgenommen werden. Das bleibt für die Verbraucherinnen und Verbraucher dann kostenneutral. Aber enthält einen starken Anreiz für die Mineralölunternehmen, nach und nach synthetische, also saubere, klimaneutrale Flüssigkraftstoffe in den Energiemix einzuführen, also Klimaziele zu erreichen, ohne dass es für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu einer Überlastung kommt. In diesem Sinne arbeiten wir als Fraktion weiter für eine Generalinventur der deutschen Klima- und Energiepolitik, garantiertes Erreichen der Ziele, aber ohne Strukturbrüche und soziale Verwerfungen. Das waren unsere Themen für diese Woche. So weit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende vor der Fraktionssitzung der Partei, hat Punkte angesprochen, die auch natürlich in der Fraktionssitzung eine Rolle spielen und die zu einer weiteren Entwicklung Deutschlands beitragen sollen. Zum Beispiel hat er jetzt auch als dritten Punkt das Problem Rente angesprochen, hat gesagt, also nur zu schielen auf eine längere Lebensarbeitszeit, das kann es nicht sein, das ist nicht flexibel. Das muss anders gelöst werden, da muss man sich anders ins Benehmen setzen. Vor allem mit den Menschen, die vielleicht länger arbeiten wollen, aber auch den Menschen, die vielleicht gar nicht länger arbeiten können. Das, was wir da heute Morgen gehört haben, Lena Mosel im Deutschen Bundestag, das ist schon eingeschlagen wie ein Sprengsatz. Und entsprechend sind auch die Reaktionen an diesem Vormittag. Ganz genau, das hat schon viele überrascht. Du hast ja gerade schon zusammengefasst, wie Christian Lindner sich hier positioniert hat. Er bzw. die FDP treten dann ein für einen flexiblen Renteneintritt, für eine gesetzliche Aktienrente. Er wirft hier der Großen Koalition schwere Versäumnisse vor. Aber auch Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, die hat gesagt, das sei das Fantasieloseste, was sie gehört hätte. Man bräuchte jetzt eine echte Bürgerversicherung. Auch Wolf Mützenich von der SPD, der hat sich da doch sehr überrascht gezeigt. Er hat gesagt, er sei überrascht und das sei doch etwas gestrig, dieser Vorschlag. Also insgesamt die Reaktion überrascht, dass diese Meldung jetzt kommt. Aber man hört halt auch schon so ein bisschen durch. Das ist jetzt ein Vorstoß dieses wissenschaftlichen Beirats. Das ist nicht der Vorstoß der Bundesregierung. Aus der Linksfraktion gab es ja schon ganz entsetzte Reaktionen von der Parteichefin Susanne Hennig-Welzow, die auch gesagt hat, das sei asozial und sie würden dagegen kämpfen. Aber ob man wirklich dagegen ankämpfen muss, ob das wirklich auch von der Union beispielsweise so aufgenommen würde, da muss man wirklich ein Fragezeichen hintersetzen. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beispielsweise hat gesagt, das sei nicht die Debatte, die geführt werden müsse über ein höheres Renteneintrittsalter, sondern über ein stabiles Rentenniveau und die Stärkung der privaten Vorsorge. Ja, so oder so, man kann jetzt schimpfen, wie man will. Irgendwann muss sich die Politik ehrlich machen und vielleicht nicht so viele Geschenke verteilen. Lena, Dankeschön in den Deutschen Bundestag. Wir schauen aufs Wetter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zweigeteilt in Deutschland in diesen Tagen im Norden und Osten eitel Sonnenschein. Der Süden dagegen muss mit teilweise schweren Unwettern umgehen. Und diese Unwetter drohen auch heute wieder. Schon gestern mussten Einsatzkräfte im Süden immer wieder ausrücken und gegen Wassermassen kämpfen. Nadine Mierdorf. Die Wassermassen sind gewaltig, die Einsatzkräfte am Limit. Bis zu zwei Meter stehen Teile der baden-württembergischen Gemeinde rot an der Rot unter Wasser. Straßen, Häuser, Autos. Auch das Haus von Karl Sauter ist betroffen. Als das Wasser kommt, flüchtet er mit seiner Frau in den Keller. Doch auch dort sind sie nicht sicher. Und zwei Minuten später ist das über den Schutzwall gekommen, ins Haus rein. Wir mussten fluchtartig den Keller verlassen. Und meine Frau hat noch eine Katze gefangen und mit hochgenommen. Und dann konnten wir aber schon nicht mehr rein. Karl Sauter und seine Frau können sich gerade noch retten. Ein 65-jähriger Mann hingegen stirbt. Er wurde in seiner Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht. Erst nachdem das Wasser abgepumpt worden war, konnten Feuerwehrleute den Mann bergen. Insgesamt werden über 20 Häuser in der Gemeinde rot an der Rot durch die Überschwemmungen beschädigt. Für die Rettungskräfte ist es ein sehr schwieriger Einsatz. Wir kamen gar nicht durch. Also das waren solche Fluten von Wasser, dass Einsatzkräfte weiträumig umfahren mussten, damit sie überhaupt in den Ort reinkamen. Heftige Unwetter, Starkregen, Überschwemmungen. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern. Richtung Bodensee fielen bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Mehrere Ortschaften standen unter Wasser. Und auch für heute sind schon wieder starke Regenfälle angekündigt. So, die Nationalmannschaft hat die Möglichkeit nochmal genutzt. Der letzte Test vor dem Beginn der Europameisterschaft, sich so ein bisschen in Form zu spielen. 7 zu 1 gegen Lettland. Das Spiel stimmte in fast jeder Situation, was zuletzt eben noch nicht ganz so war. Und das war dann auch dringend notwendig, denn genau in einer Woche steht ja für das Team von Bundestrainer Lüft der Auftakt ins Turnier gegen Weltmeister Frankreich auf dem Programm. Der Tag nach der gelungenen Generalprobe. Müde, aber glücklich machen sich die Spieler auf dem Weg zum Abschlusstraining in Düsseldorf. Am Abend zuvor hatten sie den letzten Test vor der Europameisterschaft mit 7 zu 1 gegen Lettland gewonnen und das hoch verdient. Spieler glücklich, Trainer glücklich und ja, auch die Fans glücklich. 1000 Zuschauer durften den Kantersieg im Düsseldorfer Stadion miterleben. Die Nationalelf zündete von Anfang an den Turbo und ging in der 19. Minute durch Robin Gosens in Führung. Der Dosenöffner, denn von da an spielte sich das Team in einen kleinen Rausch. Vor allem Champions League-Sieger Kai Havertz punktete im Duell um einen Startplatz gegen Leroy Sané. Trainer Joachim Löw scheint also eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich seine Aufstellung gefunden zu haben. Und auch was von der Bank kommt, trifft. Die Joker Timo Werner und Leroy Sané sorgten für den 7 zu 1 Endstand. Sollte die Turniermannschaft Deutschland also auch bei der EM so agieren, könnte sie mal wieder die Herzen der Fans gewinnen. Nicht nur die von der eigenen Familie. So, wir schauen zu Dirk Schommertz. Der ist in Herzogenaurach dort, wo die Mannschaft dann quasi erstmal Station macht, bis es dann losgeht gegen Frankreich. Das erste Spiel. Und wenn man das mal vergleicht, was wir gestern erlebt haben und das, was da auf die Nationalmannschaft zukommt, muss man schon ein bisschen differenzieren, oder Dirk? Ja, selbstverständlich. Denn das erste Gruppenspiel geht ja gegen niemand geringeren als den Weltmeister gegen Frankreich. Das ist eben schon eine ganz andere Hausnummer als der Gegner, den wir gestern gesehen haben mit Lettland. Aber trotzdem, die Mannschaft hat gestern erstmal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Das ist immer ganz wichtig, zum Ende eines Trainingslagers eben da nochmal eine gute Partie zu zeigen und natürlich auch ein hohes Ergebnis. Denn wenn eins in den letzten Wochen und Monaten ja nicht gestimmt hat, dann war das immer die Chancenverwertung. Die war gestern wirklich exzellent. Gibt es nichts daran zu meckern. Der Bundestrainer hat trotzdem den ein oder anderen Verbesserungspunkt noch gefunden. Beispielsweise Abstimmung, beispielsweise auch Intensität. Auch in der zweiten Halbzeit, das hat er noch ein bisschen bemängelt. Aber daran kann man ja hier in Herzogenaurach in den nächsten sieben Tagen noch arbeiten. Heute kommt die Mannschaft ja endlich hierher nach Bayern und wird hier ihr Teamquartier, ihren Homeground beziehen. 18 Uhr wird sie hier erwartet. Alle sind schon ganz aufgeregt hier in der Region. Und dann wird sie hier in einer kompletten Blase dann auch über das gesamte Turnier überbleiben. Und wie gesagt, heute Abend dann erst einmal das Teamquartier beziehen. Morgen im Übrigen dann so ein kleiner freier Tag zur Erholung, ehe das Training dann übermorgen richtig wieder losgeht. Dirk, die Mannschaft, die wir gestern haben, auflaufen sehen, ist das die Mannschaft, die dann auch das Eröffnungsspiel bestreitet? Ja, sie ist zumindest eher die Startaufstellung auch bei der EM als beispielsweise noch im Test zuvor gegen die Dänen. Nämlich das, was wir gestern gesehen haben, das war sehr, sehr ansehnlich. Ich glaube, gerade was die Offensivreihe angeht mit Havertz statt Sané. Ich glaube, Havertz hat da gestern wirklich nochmal ein Ausrufezeichen selber gesetzt. Also den wird der Bundesredner kaum noch aus der Startaufstellung rausnehmen können. Sané kam ja zur zweiten Halbzeit, aber hat da nicht so viel Wirkung gezeigt, wie es eben Kai Havertz, der Champions League Sieger mit dem FC Chelsea getan hatte. Die große Frage natürlich, Kimmich als rechter Außenverteidiger hat sehr gut funktioniert. Aber ob man das gegen die offensivstarken Franzosen dann auch so machen wird, das heißt ohne Defensivakteur, nur mit Kroos und Gündogan dann vor der Dreierabwehrkette, das sei mal so dahingestellt, kann man zumindest diskutieren. Also im Großen und Ganzen denke ich aber auch, das wird so die Mannschaft sein, die wir dann auch am kommenden Dienstag am 15. im ersten Spiel gegen Frankreich sehen werden. Dirk, Dankeschön nach Herzogenaurach. Der Fußballprofi Silas Vamangituka vom VfB Stuttgart hat unter falscher Identität beim Bundesligisten gespielt. Der Kongolese hat seinem Verein offenbart, dass er eigentlich Silas Katompa heißt und der Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielevermittlers geworden sei. Auch das Geburtsdatum des Stürmers Stimme nicht und er sei ein Jahr älter als ursprünglich angenommen. Ob es nun Konsequenzen für den Profi gibt, ist noch unklar. Der VfB Stuttgart hat Kontakt zur Deutschen Fußballliga und dem Deutschen Fußballbund aufgenommen. Weitere Meldungen gleich hier bei Welt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie dran. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung sein, aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppen-Chef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Es ist ein erneuter Schlag gegen die internationale Kriminalitätsszene. Weltweit durchsuchten Einsatzkräfte in einer groß angelegten Razzia Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern. Mehr als 100 Standorte wurden durchsucht. Und dabei kam es auch zu zahlreichen Festnahmen. Schwerpunkt des Einsatzes waren illegale Drogengeschäfte. Großrazzien in Deutschland, wie hier in der Ruhrgebietsmetropole Essen, durchkämmen schwer bewaffnete SEK-Kräfte Privathäuser und Lagerhallen von Verdächtigen. Stellen Beweise sicher, darunter auch eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen. Wir haben geschlafen um sechs Uhr morgens und dann sind wir vom riesenlauten Knall wach geworden. Erstmal sehr befremdlich natürlich, sehr komisch. Derjenige, der da vorher gewohnt hat, der wurde auch von der Polizei abgeführt. Neben Nordrhein-Westfalen gab es weitere Razzien auch in Hessen. Dabei soll es ebenfalls zu Festnahmen gekommen sein. Einzelheiten wollte die Polizei noch nicht herausgeben. Im Fokus der Ermittlungen die mutmaßlichen Drahtzieher internationaler Drogengeschäfte. Ihnen waren die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem sie zuvor monatelang Nachrichten eines eigentlich verschlüsselten Kryptochats ausgewertet hatten. Eine Art WhatsApp der Unterwelt, in der sich tausende Kriminelle austauschen und zu illegalen Geschäften. Doch dem amerikanischen FBI war es gelungen, das System zu knacken und die Nachrichten live mitzulesen. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mit zu protokollieren. Das ganze Ausmaß der Aktion wird wohl erst im Laufe des Dienstags sichtbar, wenn die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag Einzelheiten zur Aktion bekannt geben will. Gemeinsam mit Vertretern des amerikanischen FBI's sowie Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden und Australien. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeine Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Nach der Aufhebung der Impfpriorisierung gegen Corona versuchten Tausende einen Termin bei ihren Hausärzten zu bekommen. Die Telefone, die klingelten Sturm und die E-Mail-Eingänge, die quollen über. Das Problem, es gibt einfach nicht genügend Impfstoffe und daher bleibt noch immer Geduld gefragt, obwohl sich jeder und jede... Willkommen zurück bei Welt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt möglicherweise Streik. Mal wieder bei der Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, die hat nämlich die Tarifverhandlungen mit dem Unternehmen für gescheitert erklärt und beschloss jetzt die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen. Einen genauen Termin nannte die Gewerkschaft aber noch nicht. Die Deutsche Bahn hat die Streikankündigung scharf kritisiert. Gerade jetzt den Bahnverkehr bestreiken zu wollen, ist daneben und völlig unnötig, sagte eine Bahnsprecherin. Um etwa 100 Milliarden Euro in diesem Jahr und dann Jahr für Jahr wird die Summe größer. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier gefunden haben. Die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit. Das heißt nicht mehr und nicht weniger als länger arbeiten. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Wir gehen ja gar nicht davon aus, dass man all die zusätzliche Lebenszeit, die wir gewinnen, arbeiten müssen, sondern dass man das vernünftig aufteilt, in etwas länger arbeiten und etwas länger Rente beziehen. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sieht es bei der Rente eigentlich besser aus, als von vielen befürchtet. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden, wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Auf der Straße bei den Jungen wenig Begeisterung. Ich würde gerne früher in Rente gehen, also mehr Zeit dann noch genießen und nicht so viel arbeiten. Man kann halt nicht nur 30 oder 40 Jahre arbeiten, wenn man 60 Jahre irgendwie Geld kriegt vom Staat. Das klappt halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich bis dahin körperlich drauf bin, aber manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Derzeit gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl und der DGB spricht vom Abbau des Sozialstaats. Das sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Das ist wohl wahr. Jetzt gibt es aber mal eine erfreuliche Meldung. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter rückläufig. Das RKI meldet 1204 positive Testergebnisse, immerhin 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die Inzidenz sinkt weiter, 22,6 aktuell. Aber außerdem musste das RKI auch weitere 140 Todesfälle mitteilen. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden in Deutschland. Paul Sonntag ist bei mir im Studio. Paul, deine Aufgabe ist jetzt, das Ganze nochmal so ein bisschen auseinanderzuziehen, zu erklären, wo eigentlich, was jetzt aktuell los ist, was Inzidenz betrifft, was die Infektionszahlen betrifft. Ja, bitte. Vor einer Woche stand ich hier und da waren wir nicht ganz sicher, ob wir möglicherweise an so einer Art Plateau, Wendepunkt vielleicht angekommen sind. Es zeichnet sich ab, dass es doch mehr als, dass es doch eine etwas bessere Situation ist, als wir teilweise eben befürchtet hatten. Wir müssen heute auf vor allem die Landkreise schauen, weil das eine bahnbrechende Nachricht eigentlich ist. Vor allem zwei Landkreise, die tun sich da ganz besonders auf. Wenn wir da mal genauer hinschauen, zwei Landkreise haben nämlich inzwischen die Inzidenz von Null erreicht. Das bedeutet keinen Corona-Fall in den letzten sieben Tagen. Trotzdem gibt es natürlich auch noch andere Landkreise, deswegen haben wir die mal mit reingenommen. Also die, die am besten dastehen und die, die es noch etwas schwerer haben. Wir sehen eben in Friesland und da haben wir oft drüber gesprochen. Dort ist es natürlich auch dadurch bedingt, dass die Bevölkerungsdichte eben nicht so hoch ist, dass man immer relativ überschaubare Zahlen hatte. Dort hat man es jetzt eben geschafft. Genauso auch in Goslar. Trotzdem gibt es eben beispielsweise noch zwei Brücken oder eben Kronach. Da ist man unter der 100 zwar, aber noch nicht ganz da, wo man am Ende hin möchte. Insgesamt die Lage, sehen wir hier an der Seite, ist trotzdem deutlich verbessert. Alle Landkreise sind inzwischen unter der 100. Fast alle, muss man sagen. 393 von insgesamt 412 sind unter der 50 und sogar 70 unter der 10. Das bedeutet, man hat da wirklich die Hoffnung, dass sich dieser Effekt so etwas verstetigt. Wir schauen trotzdem mal auf einen zweiten Indikator noch, der auch immer wieder bei politischen Entscheidungen eine große Rolle spielt. Gerade auch auf lokaler Ebene wird da immer wieder genau hingeschaut. Und das sind die belegten Intensivbetten. Wir haben viel darüber berichtet, dass es immer wieder Warnungen gab. Wir sehen auch hier einen sehr, sehr stetigen Abfall, der immer weiter nach unten geht. Und sehen, dass wir da bei ungefähr 1.800 nur noch sind aktuell. Das war zu Hochzeiten mehr als doppelt so viel. Auch da jetzt natürlich die Hoffnung, dass das weitergeht. Das ist ja immer ein etwas nachlaufender Indikator. Und wir am Ende vielleicht möglicherweise wieder hier dort landen, wo wir eben letzten Sommer waren. Und, und das ist das Entscheidende, auch nicht mehr in eine mögliche vierte Welle kommen. Und da liegt die Hoffnung vor allem eben auf den Impfungen. Da müssen wir auch noch mal genauer drauf schauen, wie ist denn der Stand aktuell in ganz Deutschland. Das ist dann immer aufgeteilt nach Bundesländern, weil ja eben die Bundesländer auch unterschiedlich entscheiden. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum gibt es hier überhaupt Unterschiede bei den Erstimpfungen? Warum sind manche schneller, manche langsamer? Dazu kommen wir gleich. 700.000 ist das Mittel, was in Deutschland im Moment am Tag ungefähr geschafft wird. Acht Geimpfte rein theoretisch pro Sekunde wären das. Und fast die Hälfte, 46 Prozent, haben schon eine erste Impfung bekommen. Jetzt zu den Unterschieden. Warum gibt es eben doch da Schwankungen von 10 Prozent zwischen Bundesland und Bundesland? Das liegt nicht immer an ineffizientem Impfen beispielsweise oder an zu wenig Impfstoff, weil der wird ja auch sehr anteilig aufgeteilt. Nein, das liegt vor allem daran, dass manche Bundesländer eben doch den Fokus eher auf die Zweitimpfungen legen, nicht so viel eben für die Erstimpfungen dann rausgeben. Und da sehen wir am Beispiel Sachsen hier bei den Erstimpfungen relativ weit hinten, aber eben, und das ist das Entscheidende, bei den Zweitimpfungen mit vorne dabei. Ganz entscheidend, das nur als ein Beispiel. Also da sieht man eben, dass unterschiedliche Politik in den einzelnen Ländern dann auch eben ganz unterschiedlich umgesetzt wird. Und deswegen wird man auch weiterhin das noch verfolgen, wie das die Bundesländer weiterhin entscheiden. Das ist nach wie vor eben sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Da wollen sie die Hoheit weiterhin haben. Aber zumindest das muss man mitnehmen. Es geht stetig weiter und bald wird die Meldung kommen, dass wir die 50 Prozent Erstimpfungen geknackt haben. Und möglicherweise hast du nächste Woche gar nichts mehr zu erzählen, weil es keine Inzidenz ist. Ja, dann machen wir mal was anderes. Dann machen wir mal was anderes Schönes, genau. Danke, Paul. So. Ja, die Liberalen halten die Maskenaffäre um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiter am Köcheln. Angesichts der Bundestagswahl sei es für einen Untersuchungsausschuss leider zu spät. Aber ein Sonderermittler müsse die Affäre aufarbeiten. Die FDP vermutet nämlich noch mehr Fehler. Gestern hatte die SPD-Vorsitzende Esken Spahn ja den Rücktritt nahegelegt. Jens Spahn im Feuer der Kritik. In der Maskendiskussion verlangt die FDP einen Sonderermittler. Wir haben den Eindruck, bei den jetzt bekannt gewordenen Vorgängen um die Bestellung der Masken handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs, sagt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Auch die SPD zieht im Wahljahr die rote Karte. Spahn hätte Masken ohne Prüfsiegel an Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose verteilen wollen. Nur weil das SPD-Arbeitsministerium protestiert habe, sei dies nicht passiert. Wer Menschen in dieser Gesellschaft in zwei Klassen einteilt, diejenigen, die ein Anrecht haben auf korrekte Masken und welche, die eben auch mit nicht ganz hundertprozentig wirksamen Masken abgespeist werden, der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese Regierung. Es sollen wohl Masken gewesen sein, die zu Anfang der Pandemie in einer Hauruck-Aktion aus China kamen und nicht zertifiziert waren. Das Ministerium habe die Masken selber geprüft und für sicher befunden. Alles Wahlkampfgetöse der SPD, sagt Spahn. Manchmal hat man den Eindruck, das ist so wie manchmal beim Fußball. Wenn man beim Auswärtsspiel schon nicht gewinnen kann, dann tritt man der heimischen Mannschaft auch noch den Platz zumindest kaputt. Und das scheint mir im Moment so ein bisschen die Politik der SPD zu sein. Das SPD-Arbeitsministerium forderte eine TÜV-Prüfung. Letztlich war das aber zu teuer. Verteilt wurden dann aber geprüfte Masken aus deutscher Produktion. Laut Kanzlerin versuche die SPD nur Schaden anzurichten. Die Vorwürfe hätten keinerlei Grundlage. Die Masken werden nun bis zum Verfallsdatum für einen Katastrophenfall eingelagert. Nach Verfall sollen sie vernichtet werden. Darauf haben sich Union und SPD einvernehmlich geeinigt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze präsentierte heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt will Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Konkret will ich mit der Wasserstrategie Folgendes erreichen. Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Unser Grundwasser, unsere Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Und unsere Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollen an die Folgen des Klimawandels angepasst werden. Zwei Kerngedanken ziehen sich wie ein roter Faden durch die nationale Wasserstrategie. Zum einen die Vorsorge. Wir müssen jetzt Vorsorge treffen, solange wir noch gestalten können. Wasser ist das Lebensmittel schlechthin. Und deswegen wollen und müssen wir Wasser bewahren als sicheres, als bezahlbares, als hochwertiges Trinkwasser für alle Bürgerinnen und Bürger. Als Ressource, die eben auch künftige Generationen nutzen können und als Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen. Der zweite Kerngedanke, das ist der integrative Ansatz. Das Thema Wasser hat Schnittstellen mit vielen Bereichen von Wirtschaft, von Gesellschaft und Politik. So wie die Erarbeitung der Strategie eben eine Gemeinschaftsaufgabe war, so wird auch die Umsetzung nur gemeinsam funktionieren. In mehreren Städten an Rhein und Ruhe rückten am Morgen Spezialkräfte der Polizei an. Wie hier in Leverkusen sind Häuser und Geschäftsräume in Zusammenhang mit Kleinkriminalität das Ziel gewesen. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten rund 30 Gebäude und Objekte in Nordrhein-Westfalen. Es werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen wurde beschlagnahmt, sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei geht es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Es ist ein Schlag gegen die internationale Kriminalitätsszene weltweit durchsuchende Einsatzkräfte am gestrigen Montag in einer groß angelegten Razzia Wohnungen, Lagerhallen, Geschäftsräume. Allein in Deutschland waren es mehr als 100 Standorte und dabei kam es auch zu zahlreichen Festnahmen. Über Monate hatten Ermittler ihre Chats mitgelesen. Jetzt wurden sie festgesetzt. Nicht nur ein paar Kriminelle, sondern weltweit mehr als 800 mutmaßliche Verbrecher. Es geht um Mordaufträge, Korruption, Geldwäsche, Waffen und tonnenweise Drogen. Die Operation Trojanischer Schild erfolgte unter Leitung des FBI. Weltweit, koordiniert und erfolgreich. Das FBI spricht sogar von nahezu atemberaubenden Ergebnissen. Wir haben spezielle verschlüsselte Geräte benutzt, die es ermöglicht haben, die Kommunikation der verdächtigen Personen zu überwachen. Wir konnten Fotos sehen von hunderten Tonnen von Kokain, die in Obstkisten versteckt waren. Mehr als 100 Mordkomplotte konnten verhindert werden. Mehr als sechs Tonnen Kokain und zahlreiche weitere Drogen konnten sichergestellt werden. 184 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen wurden beschlagnahmt. Insgesamt waren 16 Länder an der internationalen Operation beteiligt, darunter auch Deutschland. Hier in Essen stellen Ermittler eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen sicher. Den Verdächtigen kamen die Ermittler durch die Auswertung verschlüsselter Krypto-Chats auf die Spur. Dafür schleusten Undercover-Beamte speziell präparierte Telefone in mehr als 300 Banden ein. Das FBI hatte über Monate Zugriff auf mehr als 12.000 Geräte. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mit zu protokollieren. Verdacht der Geldwäsche auch in Leverkusen. Dort durchsuchten Beamte das Grundstück eines Clan-Chefs. Mehrere Familienmitglieder wurden festgenommen. Eine wandernde Elefantenherde sorgt in China weiterhin für Aussehen. Die Tiere haben in dieser Woche eine Metropole erreicht, bereits jetzt einen Schaden in Millionenhöhe hinterlassen und verursacht. Eine Mauer aus Lastwagen soll Häuser und Menschen vor diesen wilden Tieren schützen. Andreas Büttner. Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. Die in der Wildnis lebenden Elefanten haben bereits am 16. April ihre Heimat verlassen und sind seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Doch die Herde hat bereits jetzt einen Schaden von mehr als einer Million Euro angerichtet und 56 Hektar Land zerstört. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den Konflikt zwischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlau. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an, doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. So und zugeschaltet aus Peking ist jetzt China-Korrespondent Fabian Kretschmer. Willkommen und guten Tag hier bei Welt. Die Elefanten also auf der Reise. Warum aber eigentlich? Warum haben sie sich aus ihrer angestammten Region auf den Weg gemacht, ohne zu wissen, wo sie eigentlich genau hinwollen? Ja, ganz genau und abschließend beurteilen kann man das nicht. Es gibt mehrere Theorien. Die eine besagt, dass sich das Leittier quasi, was die Herde anführt, sich schlicht verlaufen hat. Dass es kein erfahrungsreiches Tier ist und die Orientierung verloren hat. Eine andere Theorie besagt, dass es zu viele Elefanten mittlerweile gibt in diesem Naturreservoir und dass es beim Zugang zu Wasser und auch Nahrung einige abgeschlagen haben. Und dass sie halt quasi neuen Lebensraum suchen und dabei sich halt auch verlaufen haben. Jetzt haben sie sich verlaufen. Jetzt sind Ortschaften nicht mehr wirklich sicher. Die Tiere insgesamt aber friedlich oder kam es schon zu ersten, ich sag mal, Vorkommnissen, Auseinandersetzungen mit wirklich den Einheimischen, also mit Menschen? Also es kamen noch keine Menschen zu Schaden, aber auf sozialen Medien kann man teilweise ein bisschen beängstigende Videos sehen, dass zum Beispiel die Tiere ihre Rüssel in zerbrochene Fensterscheiben reinreichen und dass die Leute sich unter ihren Betten verstecken. Also die Leute haben da schon Angst, ist auch verständlich. Also von den Sicherheitsbehörden wurden die aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen, auch kein Getreide in ihrem Haus zu speichern. Aber bislang ist vor allem halt Sachschaden zustande gekommen. Und für die einzelnen Bauern ist es natürlich eine Katastrophe, wenn die Ernte ausfällt. Also es wird ja von Ernteausfällen in Höhe von einer Million Euro mindestens gesprochen. Von daher aber eigentlich noch relativ glimpflich. Ich meine, man versucht die halt jetzt einzudämmen und quasi den Weg zu bestimmen, wohin die Herde gehen soll. Aber das ist nicht so einfach. Das wollte ich mich gerade mal fragen. Was versucht man denn zu unternehmen, um sie entweder umzuleiten, wenn das nicht gelingen sollte? Was soll denn mit der Herde passieren? Ja, dazu muss man wissen, dass es seltene Tiere sind. Also die werden durchs Gesetz geschützt. Da kann man jetzt nicht einfach so ganz wahllos eingreifen, sondern eher zaghaft. Was probiert wird, ist zum einen, dass es immer einen kleinen Trupp gibt, der wirklich die rund um die Uhr bewacht, also mit Drohnen, aber auch wirklich physikalisch quasi der an der Spur ist. Und dann gibt es manchmal hunderte von Einsatzkräften, die Essenslieferungen machen. Also man versucht quasi mit Essenslieferungen den Anreize zu geben, zurückzugehen. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann haben die auch schon mal Lastwagenketten. Aufgestellt, um quasi den Weg zu blockieren zu Dörfern oder anderen bewohnten Gebieten. Fabian Kretschmer war das aus Peking zugeschaltet über eine Horde wilder Elefanten, die auf der Suche ist nach was, weiß bislang kein Mensch. Dankeschön nach Peking. So, gleich geht es weiter hier bei Well. Wir schauen auf die aktuellen Themen. Natürlich, wir schauen mal, was die Nationalmannschaft macht. Die ist ja jetzt auf der Reise nach Herzogenaurach, bereitet sich dann dort nochmal ein bisschen mental im Coaching und auch ein bisschen Training vor auf das erste Spiel gegen Frankreich am Wochenende. Außerdem können Sie sich vielleicht schon mal einstellen auf Streiks, wenn es ganz dumm kommt und ganz ernst wird. Die Lokführer-Gewerkschaft hat mal wieder gesagt, wir kommen da nicht zur Rande. Bis gleich. Jahrzehntelang waren sie fest. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung sein, aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landesschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppen-Chef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Es ist ein erneuter Schlag gegen die internationale Kriminalitätsszene. Weltweit durchsuchten Einsatzkräfte in einer groß angelegten Razzia Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern. Mehr als 100 Standorte wurden durchsucht. Und dabei kam es auch zu zahlreichen Festnahmen. Schwerpunkt des Einsatzes waren illegale Drogengeschäfte. Großrazzien in Deutschland wie hier in der Ruhrgebietsmetropole Essen durchkämmen schwer bewaffnete SEK-Kräfte Privathäuser und Lagerhallen von Verdächtigen, stellen Beweise sicher darunter auch eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen. Wir haben geschlafen um sechs Uhr morgens und dann sind wir vom riesenlauten Knall wach geworden. Erstmal sehr befremdlich natürlich, sehr komisch. Derjenige, der da vorher gewohnt hat, der wurde auch von der Polizei abgeführt. Neben Nordrhein-Westfalen gab es weitere Razzien auch in Hessen. Dabei soll es ebenfalls zu Festnahmen gekommen sein. Einzelheiten wollte die Polizei noch nicht herausgeben. Im Fokus der Ermittlungen die mutmaßlichen Drahtzieher internationaler Drogengeschäfte. Ihnen waren die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem sie zuvor monatelang Nachrichten eines eigentlich verschlüsselten Kryptochats ausgewertet hatten. Eine Art WhatsApp der Unterwelt, in der sich tausende Kriminelle austauschen und zu illegalen Geschäften verabreden. Doch dem amerikanischen FBI war es gelungen, das System zu knacken und die Nachrichten live mitzulesen. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mit zu protokollieren. Das ganze Ausmaß der Aktion wird wohl erst im Laufe des Dienstags sichtbar, wenn die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag Einzelheiten zur Aktion bekannt geben will. Gemeinsam mit Vertretern des amerikanischen FBI sowie Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden und Australien. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht, Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür, Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Willkommen und guten Tag bei Weltkunden der Deutschen Bahn. Bahn könnten, müssen sich vielleicht sogar in den Sommerferien in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Weselsky wirft dem Unternehmen vor, die Arbeitsbedingungen des Zugpersonals verschlechtern zu wollen. Laut Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche bestreikt werden, das ist aber noch nicht bekannt. Michael Wöhlenweber, der steht auf dem Hauptbahnhof in Berlin. Was genau steckt hinter dem bislang verbalen Schlagabtausch? Ja, da rasen tatsächlich bei der Bahn zwei Züge aufeinander. Und im Cockpit sitzt die GDL, die Gewerkschaft der Lokomotivführer. Die wollen zum einen mehr Geld, 4,8 Prozent und eine Corona-Prämie. Und zum anderen geht es wohl auch um Strukturmaßnahmen, was die andere Seite, also der Arbeitgeber, da fordert. Und da kommt man nicht zusammen. Und Hintergrund ist, dass der Arbeitgeber, also die Deutsche Bahn, ja schon mit der Eisenbahner-Gewerkschaft sozusagen der Konkurrenz zur GDL, einen Tarifabschluss hat, nämlich 1,5 Prozent mehr Lohn ab 2022. Und einen ähnlichen Abschluss strebt sie nun mit der GDL an. Das ist natürlich deutlich weniger, als was die Lokomotivführer haben wollen. Und gestern dann gescheitert diese vierte Runde. Und seitdem stehen jetzt die Zeichen auf Streik, zumindest auf Warnstreik. Erstmal Warnstreiks, möglicherweise tatsächlich in den Sommermonaten oder im Sommerstreiks. Gibt es denn da schon genauere Hinweise auf das, was den Deutschen droht in diesem Sommer? Nein, natürlich muss man sagen, nicht gibt es da irgendeiner Form Hinweise. Denn Warnstreiks sollen ja wehtun. Und deswegen macht man sie auch unangekündigt und hängt sie vorher nicht an die große Glocke. Also wir wissen nicht, wann, in welchem Ausmaße und wo. Also der Reisende, der wird sich sozusagen mit ein paar Unsicherheiten ablageln müssen. Geht mein Zug tatsächlich jetzt nach dieser Ankündigung von Warnstreiks? Das sorgt natürlich zusätzlich beim Bahnkunden, beim Reisenden für Verunsicherung. Soll ich mich in den Zug setzen, wenn ich nach Köln will? Oder nehme ich da vielleicht dann doch den Flieger? Also das ist natürlich dann eine Alternative, die es zu wägen gilt unter Umständen. Auf jeden Fall sehr unangenehm für den Reisenden zumindest. Also auf den könnte, könnte, muss man wirklich sagen, einiges auf hinzukommen. Michael Wöllen, wir bedanken vor den Hauptbahnhof in Berlin. In mehreren Städten an Rhein und Ruhr rückten am Morgen Spezialkräfte der Polizei an und aus. Wie hier in Leverkusen sind Häuser und Geschäftsräume in Zusammenhang mit Clan-Kriminalität das Ziel gewesen. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Es werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Es geht in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Wir sind in den vergangenen Monaten und Jahren den Clans ja Stück für Stück immer mehr auf die Pelle gerückt. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht mit Simsalabim und so dicken Sprüchen, sondern das dauert. Da muss man Geduld haben. Und dass die Politik dieser tausend Nadelstiche nur eine Säule unserer Null-Toleranz-Strategie ist, aber eine nicht ganz unwichtige. Aber dass wir langfristig an die organisierte Kriminalität ran wollen. Wir wussten immer, dass wir einen langen Atem benötigen. Und heute zeigt sich einmal mehr, dass unser Weg richtig war. Es ist ein Schlag gegen die internationale Kriminalitätsszene. Weltweit haben nämlich Einsatzkräfte gestern bereits in einer groß angelegten Razzia Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht. Allein in Deutschland waren es mehr als 100 Standorte. Dabei kam es zu zahlreichen Festnahmen. Schwerpunkt des Einsatzes ist illegale Drogengeschäfte. Peter Hantjes. Großrazzien in Deutschland, wie hier in der Ruhrgebietsmetropole Essen, durchkämmen schwer bewaffnete SEK-Kräfte Privathäuser und Lagerhallen von Verdächtigen. Stellen Beweise sicher, darunter auch eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen. Wir haben geschlafen um sechs Uhr morgens und dann sind wir vom riesenlauten Knall wach geworden. Erstmal sehr befremdlich natürlich, sehr komisch. Derjenige, der da vorher gewohnt hat, der wurde auch von der Polizei abgeführt. Neben Nordrhein-Westfalen gab es weitere Razzien auch in Hessen. Dabei soll es ebenfalls zu Festnahmen gekommen sein. Einzelheiten wollte die Polizei noch nicht herausgeben. Im Fokus der Ermittlungen die mutmaßlichen Drahtzieher internationaler Drogengeschäfte. Ihnen waren die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem sie zuvor monatelang Nachrichten eines eigentlich verschlüsselten Kryptochats ausgewertet hatten. Eine Art WhatsApp der Unterwelt, in der sich tausende Kriminelle austauschen und zu illegalen Geschichten. Doch dem amerikanischen FBI war es gelungen, das System zu knacken und die Nachrichten live mitzulesen. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mit zu protokollieren. Das ganze Ausmaß der Aktion wird wohl erst im Laufe des Dienstags sichtbar, wenn die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag Einzelheiten zur Aktion bekannt geben will. Gemeinsam mit Vertretern des amerikanischen FBI sowie Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden und Australien. Mehr zugeschaltet ist Virginie Wegner. Sie ist Sprecherin des Landeskriminalamtes Wiesbaden in Hessen. Willkommen und guten Tag bei Welt. Wie lange im Vorfeld musste denn ermittelt werden? Wann kam dann letztendlich nach wie vielen Wochen und Monaten das Go? Jetzt wird auf Razzia gemacht. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Ja, die Ermittlungen gestalteten sich sehr intensiv und fußen auf sehr vielen Informationen, die es galt im Vorfeld auszuwerten. Das hat natürlich auch einen enormen Aufwand für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet. Aber letztendlich ist es uns gelungen, diese so zu intensivieren und zu bündeln, dass wir diese in Ermittlungsverfahren auch generieren konnten. Und auch Durchsuchungsmaßnahmen letztlich gestern durchführen konnten. Wie groß war denn das Ganze, was Hessen da jetzt erlebt hat gestern? Also mit wie vielen Personen war man im Einsatz? Was hat man denn letztendlich auch gefunden? Ja, die hessische Polizei war gestern unter Leitung des Hessischen Landeskriminalamtes ein Teil einer weltweiten Aktion zur Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität. Im Kern ging es um die Bekämpfung der Betäubungskriminalität. Aber auch um den illegalen Handel mit Waffen. Und der Einsatz war für die Polizei enorm. Wir hatten 1500 Kräfte im Einsatz, darunter zahlreiche Spezialeinheiten aus ganz Deutschland, die uns unterstützt haben. Gemeinsam ist es uns dann schließlich innerhalb eines Tages, und ich glaube, das ist auch der Kern der Sache gelungen, über 130 Objekte hier in Hessen zu durchsuchen und 60 Personen festzunehmen. In der Sache geht es denn jetzt wie weiter? Klar, jetzt muss erst mal gesichtet werden, was man da rausgetragen hat, was man gefunden hat. Was passiert jetzt in den nächsten Tagen und Wochen? Ja, Sie sagen es, was man da rausgetragen hat. Tatsächlich haben wir eine Menge herausgetragen, und zwar eine erhebliche Menge an Rauschgift. Darunter ist Marihuana, Amphetamin, Kokain. Wir haben eine Viertelmillion Euro sichergestellt, aber auch mobile Endgeräte, sprich Handys und Festplatten sichergestellt. Wir haben Waffen sichergestellt und auch sehr hochpreisige Fahrzeuge, die als Trogenversteck funktioniert haben. Und wie Sie sagen, jetzt ist die Stunde der forensischen Kolleginnen und Kollegen da. Die müssen jetzt die Untersuchungen machen und auch die Auswertungen. Und das wird jetzt noch eine Zeit andauern. Und ganz wichtig ist, unsere Arbeit ist jetzt nicht getan. Also unsere Ermittlungen gehen weiter, gerade in dem Bereich schwere und organisierte Kriminalität. Wir wollen die Strukturen erhellen. Wir wollen der organisierten Kriminalität einen Schlag versetzen. Und gestern ist es uns auch tatsächlich gelungen. Ist das wirklich ein Schlag oder nur ein Nadelstich? Denn zumindest aufgeschreckt wird das organisierte Verbrechen jetzt sein. Und nach anderen Wegen suchen, weiterzuarbeiten im Untergrund. Ja, das ist ja der organisierten Kriminalität immanent, dass sie versuchen, im Verborgenen zu kommunizieren, ihre kriminellen Aktivitäten im Verborgenen auch zu betreiben. Aber keiner kann sich sicher sein. Und auch wenn er verschlüsselt kommuniziert, wir werden alles daran setzen, auch diese Täter aus der Anonymität herauszuholen. Und es ist ein Schlag. Denn das, was wir sichergestellt haben, das ist erheblich. Das heißt, der Informationsaustausch, der internationale Informationsaustausch, nicht nur europaweit, sondern eben auch über den großen Teich in die USA mit dem FBI, das wird in jedem Fall weitergeführt werden. Das wird weitergeführt werden. Und die gestrige Aktion zeigt, wir sind in der Lage, weltweit zusammenzuarbeiten, über deutsche Grenzen hinaus. Und die organisierte Kriminalität kennt keine Grenzen. Und das ist auch wichtig, dass die Sicherheitsbehörden hier Stärke zeigen und auch wirklich koordiniert und zusammen dagegen vorgehen. Virginie Wegner war das, Sprecherin des Landeskriminalamtes Wiesbaden in Hessen. Recht vielen Dank für diese Einschätzung. Recht vielen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Die Ständige Impfkommission wird laut FAZ keine generelle Empfehlung für das Impfen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren aussprechen. Immer wieder hatte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens zuletzt betont, dass die Datenlage nicht ausreichend sei. Die offizielle Entscheidung wird am Donnerstag verkündet. Grundsätzlich ist eine Impfung aber auch ohne generelle Empfehlung möglich. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer ist in der EU ab 12 Jahren zugelassen. So, Stefan Wittmann vor dem Robert-Koch-Institut in Berlin. Die STIKO gibt jetzt erst einmal nicht ihr Okay. Das heißt aber nicht, dass ich, wenn ich das möchte, trotzdem mein Kind impfen lassen könnte, wenn es denn einen Termin bekommt und Impfstoff da ist. Ja, viel konjunktiv jetzt. Aber tatsächlich ist es so, es gibt keine allgemeine Empfehlung der STIKO, damit eben alle Kinder zwischen 12 und 17 Jahren geimpft werden können. Aber es gibt eine Teilempfehlung und zwar für diejenigen Kinder, die selbst an Krankheiten leiden, zum Beispiel an Adipositas, beispielsweise an Herz-Kreislauf-Problemen oder Lungenerkrankungen. Dann ist die Empfehlung schon, dass geimpft werden kann, weil da der Nutzen der Impfung dann dem Risiko einer Covid-19-Krankheit eben überwiegen würde. Die zweite Gruppe, die von der STIKO in der internen Beschlussvorlage genannt wird, das sind Kinder, die im direkten Umfeld von Erwachsenen leben, die aufgrund ihrer Gesundheitsstand sich nicht impfen lassen können. Beispielsweise, wer jetzt in einer akuten Krebstherapie ist, beispielsweise kriegt der ja dann keinen Impfstoff, weil man eben die Impfreaktion da nicht auf das Immunsystem überlagern möchte. Und die Kinder, die da im tagtäglichen Kontakt sind, die sollen dann auch eine Impfung bekommen können. Zumindest empfiehlt das dann in diesem Teilbericht bei REICHT die STIKO. So, dann ist natürlich die große Frage oder eine der großen Fragen in diesen Tagen und Wochen. Wenn wir unsere Kinderschüler ab 12 nicht impfen, kommen wir denn dann raus aus der Pandemie? Na ja, wenn man mit Blick auf die Schule schaut, dann werden wir eine Art Herdenimmunität in den Klassen, in den Schulen nicht erreichen können, wenn die Kinder nicht grundlegend geimpft werden können. Einfache Rechnung, mehr Schüler als Lehrer letztlich in den Schulsystem. Und genau das ist aber auch die Befürchtung ein bisschen, dass die STIKO gesagt hat, es ist ja jetzt opportun zu sagen, die Gesellschaft wünscht sich, dass alle Menschen möglichst geimpft werden können. Aber man muss eben immer wieder diese Nutzen-Risiko-Abwägung machen. Und bei Kindern ist der Covid-19-Verlauf in den seltensten Fällen schwer. Und die Risiken, die mit der Nutzung, mit der Impfung daherkommen, könnten dann tatsächlich schwerer wiegen als eine Erkrankung an sich. Und deswegen kann man in diesen Einzelfällen dann nicht sagen, es ist gut für die gesamte Gesellschaft, wenn die Kinder geimpft werden, sondern man muss diesen Eigennutzen für die jeweiligen Kinder immer sich anschauen. Damit wälzt die STIKO und das RKI die Verantwortung aber auch ein bisschen auf die Eltern ab, die ja letztlich dann entscheiden müssen und sich vielleicht auch gewünscht hätten, dass sie von der Behörde hier dann so ein bisschen einen Rahmen vorgesetzt bekommen, ob es denn Sinn macht oder nicht. Das ist ja ein sensibles Thema, seine eigenen Kinder dann impfen zu lassen mit einem Impfstoff, der relativ neu ist. Und da gibt es dann eben auch schon Kritik, dass das RKI, dass die ständige Impfkommission mit der Teilempfehlung, die sie jetzt gegeben haben, sich so ein bisschen aus der Verantwortung zieht und die Eltern dann eben alleine lässt. Stefan Wittmann, danke fürs Robert-Koch-Institut. Erneut ist der Lebenslauf von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geändert worden. Es geht um ihre Tätigkeit als Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter zwischen 2005 und 2008. Die Grünen, Kanzlerkandidatin Baerbock, also weiter Diskussionsstoff. Denn es ist nicht die erste Richtigstellung bzw. Veränderung und Präzisierung. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kippen kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie präsentiert. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt will Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Ganz kurze Unterbrechung, gleich weitere Meldungen hier bei Weltwerden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Liberalen halten die Maskenaffäre um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiter am Köcheln. Angesichts der Bundestagswahl sei es für einen Untersuchungsausschuss zwar zu spät, aber ein Sonderermittler müsse die Affäre aufarbeiten. Die FDP vermutet nämlich, war weitere Fehler. Gestern hatte die SPD-Vorsitzende Esken Spahn ja den Rücktritt nahegelegt. Jens Spahn im Feuer der Kritik. In der Maskendiskussion verlangt die FDP einen Sonderermittler. Wir haben den Eindruck, bei den jetzt bekannt gewordenen Vorgängen um die Bestellung der Masken handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs, sagt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Auch die SPD zieht im Wahljahr die rote Karte. Spahn hätte Masken ohne Prüfsiegel an Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose verteilen wollen. Nur weil das SPD-Arbeitsministerium protestiert habe, sei dies nicht passiert. Wer Menschen in dieser Gesellschaft in zwei Klassen einteilt, diejenigen, die ein Anrecht haben auf korrekte Masken und welche, die eben auch mit nicht ganz hundertprozentig wirksamen Masken abgespeist werden, der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese Regierung. Es sollen wohl Masken gewesen sein, die zu Anfang der Pandemie in einer Hauruck-Aktion aus China kamen und nicht zertifiziert waren. Das Ministerium habe die Masken selber geprüft und für sicher befunden. Alles Wahlkampfgetöse der SPD, sagt Spahn. Manchmal hat man den Eindruck, das ist so wie manchmal beim Fußball. Wenn man beim Auswärtsspiel schon nicht gewinnen kann, dann tritt man der heimischen Mannschaft auch noch den Platz zumindest kaputt. Und das scheint mir im Moment so ein bisschen die Politik der SPD zu sein. Das SPD-Arbeitsministerium forderte eine TÜV-Prüfung. Letztlich war das aber zu teuer. Verteilt wurden dann aber geprüfte Masken aus deutscher Produktion. Laut Kanzlerin versuche die SPD nur Schaden anzurichten. Die Vorwürfe hätten keinerlei Grundlage. Die Masken werden nun bis zum Verfallsdatum für einen Katastrophenfall eingelagert. Nach Verfall sollen sie vernichtet werden. Darauf haben sich Union und SPD einvernehmlich geeinigt. Eine wandernde Elefantenherde sorgt in China weiterhin für Aufregung. Denn die Tiere, sie laufen und laufen und laufen und haben bereits jetzt einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Alle Versuche, die Tiere, die Elefanten zurückzubringen in ihr angestammtes Gebiet, sind bislang gescheitert. Andreas Büttner. Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. Die in der Wildnis lebenden Elefanten haben bereits am 16. April ihre Heimat verlassen und sind seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Doch die Herde hat bereits jetzt einen Schaden von mehr als einer Million Euro angerichtet und 56 Hektar Land zerstört. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den konflikt zwischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlau. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an. Doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. Der Fußballprofi Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart hat unter falscher Identität beim Bundesligisten gespielt. Der Kongolese hat seinem Verein offenbart, dass er eigentlich Silas Katompa Wumpa heißt und er Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers geworden sei. Auch das Geburtsdatum des Stürmers stimme nicht. Er sei ein Jahr älter als ursprünglich mitgeteilt. Ob es nun Konsequenzen für den Profi gibt, ist noch unklar. Der VfB Stuttgart hat Kontakt zur Deutschen Fußballliga und dem Deutschen Fußballbund aufgenommen. Gleich in der Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Lokführer-Gewerkschaft macht wieder mal von sich Reden. Möglicherweise drohen Streiks, weil mit den Gesprächen von Arbeitgebern und Gewerkschaft sind sie eben überhaupt nicht zufrieden. Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum. Für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet. Jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos' Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen, mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung sein, aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppenchef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen. Kunden der Deutschen Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks anstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Weselsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Das wird uns gleich beschäftigen. Wir schauen aber jetzt noch einmal auf die CDU-CSU-Zentrale im Deutschen Bundestag. Warum? Fraktionssitzung dort heute. Der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus gleich mit einem Statement. Das dann auch live hier bei uns. So, jetzt kommen wir wieder zurück zur Bahn. Die Gewerkschaft hat sich wohl geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen, welche Bereiche genau bestreikt werden, das ist bislang noch nicht bekannt. Michael Wöhlenwieber, der steht vor dem Hauptbahnhof in Berlin. Worum konkret geht es eigentlich? Also, da wird sich jetzt auf jeden Fall die Verantwortung hin und her geworfen. Also, wer jetzt tatsächlich verantwortlich ist für dieses Scheitern, es geht zum einen ums Geld. 4,8 Prozent mehr wollen die Lokführer und eine Corona-Prämie. Aber das ist nicht das einzige Problem, denn es geht offensichtlich auch um Strukturveränderungen. Und das wirft die GDL dem Arbeitgeber, also der Deutschen Bahn, vor, dass sie auch bei den Arbeitsbedingungen runterschrauben wollen. Also, negativ sozusagen im Sinne der Lokführer. Und das wollen die so nicht mitmachen. Also, es wird offensichtlich hart gekämpft und die Zeichen stehen tatsächlich auf Bahnstreik. Denn im Moment sind die Verhandlungen offensichtlich festgefahren. Wir haben gestern gescheitert und damit müssen die Kunden tatsächlich mit Bahnstreiks rechnen. Wissen wir denn, wann Herr Weselsky ernst macht? Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage, die uns alle ja dann im Zweifel interessiert. Und das ist natürlich genau die Frage, die nicht beantwortet wird von der GDL. Denn Bahnstreiks sollen natürlich dann auch wehtun, im Zweifel dann natürlich auch den Bahnkunden. Aber das ist der Sinn natürlich von Streiks, um auf diese Art und Weise dann Druck auszuüben. Also völlig unklar, wann und wo tatsächlich dann gestreikt werden soll. Michael Wöhlen, wir bei Recht vielen Dank vor den Hauptbahnhof. Und da sehen wir Ralf Brinkhaus in der CDU-Zentrale. Und wir geben live ab zum Statement. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Pressestatement vor der Fraktionssitzung mit Herrn Brinkhaus und Frau Schön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das ist zweitletzte Plenarwoche, in der wir jetzt sind. Und wir haben noch viel zu tun. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ein umfangreiches Gesetzgebungsprogramm. Und das werden wir auch ordnungsgemäß abwickeln mit unserem Koalitionspartner. Auch wenn das manchmal momentan in der Kommunikation etwas schwierig ist. Wir sind sehr, sehr irritiert über die Angriffe seitens der SPD gegenüber unserem Gesundheitsminister. Das ist nicht akzeptabel. Und das nützt auch im Grunde genommen niemanden. Ich denke, dass diese Koalition eine Erfolgskoalition ist. Wir haben nochmal Revue passieren lassen intern, was wir die letzten fast vier Jahre bewegt haben. Das ist eine Menge. Da sind sehr, sehr viele gute gemeinsame Projekte dabei. Und es ist schade, dass das jetzt von der SPD kleingeredet wird durch unnötige Angriffe. Und insofern haben wir da sicherlich auch noch einiges zu bereden. Dass man, wenn man erfolgreich nach vorne schaut, dass man, wenn man geschlossen ist, auch was erreichen kann. Das hat Rainer Asow aufgezeigt. Einen herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite nach Sachsen-Anhalt, nach Magdeburg. Das ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis, was unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, was Rainer Haselhoff da erreicht hat. Es gibt uns aber auch Rückenwind für den Bund. Es ist auch ein gutes Ergebnis für die CDU. Und Markus Söder hat in dem Wahlkampf auch mitgewirkt. Es ist ein gutes Ergebnis für CDU und CSU. Und darauf wollen wir jetzt aufbauen und wollen auch thematisch gut in die Sommerpause hineingehen. Und Sie wissen, ein Schwerpunkt unserer thematischen Arbeit ist die Modernisierung unseres Staatswesens, ist der Neustart. Da werden wir in dieser Woche ein Positionspapier zu verabschieden. Maßgebliche Autorin ist neben vielen, vielen anderen bei uns in der Fraktion Nadine Schön. Und Nadine Schön wird dazu berichten und wird Ihnen auch nochmal was zu dem Thema Kinderrechte sagen. Ja, vielen Dank. Das Thema Staatsmodernisierung ist ein Schwerpunkt. Wir wollen den Neustart. Das heißt, wir wollen eine umfassende Strukturreform von Staat und Verwaltung in der nächsten Legislaturperiode. Und dazu legen wir mit unserem Papier Neustart eben auch ganz konkrete Vorschläge vor. Worum geht es? Wir wollen, dass der Staat agiler, schneller, einfacher, digitaler und auch krisenfester wird. Und dazu gibt es eben ganz konkrete Vorschläge. Wir wollen die internen Strukturen ändern. Wir setzen dabei vor allem auf den Faktor Mensch. Auf die Menschen in der Verwaltung, die mit modernen Methoden arbeiten sollen, die mit digitalen Werkzeugen arbeiten sollen, die vernetzter arbeiten sollen als bisher nicht immer in den strengen Silos der Ministerien, sondern ministeriumsübergreifend Probleme angehen und lösen. Wir wollen Schnittstellen auch über die verschiedenen staatlichen Ebenen besser schaffen, über Bund, Länder und Kommunen besser zusammenarbeiten. Und auch dazu gibt es ganz konkrete Vorschläge. Und wir wollen vor allem auch die Impulse von außen in die Verwaltung holen. Wir haben in dieser Legislaturperiode viele gute Ansätze. Mit Digital Services for Germany haben wir eine Inhouse GmbH des Bundes gegründet, die moderne Methoden in die Verwaltung bringt. Mit den Hackathons bringen wir die Methode Open Social Innovation in die Verwaltung. Das heißt, wir wollen die Impulse, die aus der Zivilgesellschaft kommen, nutzen, um die besten Lösungen in unseren politischen Themen zu finden. Und all das sind gute Ansatzpunkte. Das wollen wir größer machen in der nächsten Legislaturperiode mit einer großen Staats- und Verwaltungsreform. Und wir fangen nicht bei null an. Wir haben in dieser Legislaturperiode ganz viele entscheidende Gesetze auf den Weg gebracht. Die Registermodernisierung, das Online-Zugangsgesetz. Wir haben sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, damit die Verwaltung digitaler und schneller werden kann. Und darauf wollen wir eben aufsetzen. Das ist ein großes Projekt für die nächsten Jahre. Und wir setzen darauf, dass wir zum einen vieles davon ins Wahlprogramm bekommen und dann in der Bundestagsfraktion in der nächsten Legislaturperiode ganz vieles auf den Weg bringen können. Zum Thema Kinderrechtsgrundgesetz will ich aber auch noch zwei Sätze sagen. Wir mussten gestern Abend leider feststellen, dass wir mit dem Koalitionspartner und vor allem mit der Opposition nicht zu einer Einigung kommen. Wir haben einen Vorschlag, einen geeinten, der ist durchs Kabinett gegangen und auch im Bundestag in der ersten Lesung verabschiedet. Und den sind wir auch bereit, in der zweiten und dritten Lesung zu verabschieden und durch den Bundesrat zu bekommen. Und wir haben zehn Verhandlungstermine gehabt mit der Opposition. Und Ministerin Lambrecht hat nach den ersten sieben Terminen aus diesen Diskussionen noch mal einen Einigungsvorschlag vorgelegt. Und auch den sind wir bereit, als Union mitzutragen. Ich habe den Eindruck, der Opposition geht es weniger um die Kinderrechtsgrundgesetz, sondern darum, dass sie ein Thema für den Wahlkampf haben. Denn es gibt zwei konkrete Einigungsvorschläge. Und jedem muss klar sein, dass auch in den nächsten Jahren keine Grundgesetzänderung ohne die Union zu machen ist. Wir haben eben sowohl im Bundestag als im Bundesrat auch eine entscheidende Mehrheit. Wir wollen die Kinderrechte im Grundgesetz haben. Wir haben Vorschläge gemacht. Und wir sind immer noch bereit, diese beiden Vorschläge einzubringen, wenn Opposition und Koalitionspartner sich dazu entscheiden würden. Ja, und ansonsten geht es noch um die epidemische Lage von oder pandemische Lage von nationaler Tragweite. Das würden wir gerne verlängern. Und um da das ein oder andere Missverständnis auch auszuräumen. Es geht nicht um die sogenannte Bundesnotbremse. Die läuft am 30.06. aus, sondern es geht um die Verlängerung der epidemischen Lage. Und das ist erstmal für sich keine Grundrechtseinschränkung, sondern Grundrechtseinschränkungen werden dann von den Ländern vorgenommen. In dem Ermessen, in der Verhältnismäßigkeit, die auch jederzeit wieder von Verwaltungsgerichten überprüft werden kann. Aber angesichts der Tatsache, dass immer noch eine Menge Menschen erkranken, viel mehr als im letzten Sommer, dass immer noch viel zu viele Menschen sterben. Angesichts der Tatsache, dass wir Virusmutationen haben. Und angesichts der Tatsache, dass an dieser epidemischen Lage vom Impfen über Reisebeschränkungen bis auch zu anderen Sachen im sozialen Bereich viele, viele Dinge dranhängen, halten wir es für angemessen und richtig, diese epidemische Lage bis in den September hinein zu verlängern. Hoffentlich sind wir dann in der Lage zu sagen, dass die Pandemie überwunden ist. Und ansonsten, wenn es denn so sein sollte, dass im Sommer alles gut ist und dass alles klasse ist, dann ist auch immer noch die Möglichkeit, dass der Deutsche Bundestag das früher dann abbricht. Aber diese Entscheidung ist ein wichtiger Rahmen, damit unsere Behörden, die diese Pandemie bekämpfen, auch weiterhin flexibel handeln können. Herr Ralf-Hirn-Klaus, der Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag vor der Fraktionssitzung. Und das, was er zum Schluss gesagt hat, pandemische Lage in Deutschland, passt ganz gut auf das, was wir haben. Und ob der Sommer gut wird, ja, mit den Zahlen, die wir Ihnen mitteilen können bezüglich der Infektionen und der Inzidenz, eigentlich schon. Denn die Infektionszahlen weiter rückläufig. Das RKI meldet 1204 positive Testergebnisse, 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt ebenfalls weiter, 22,6. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile in Deutschland verabreicht worden. Wir müssen heute auf vor allem die Landkreise schauen, weil das eine bahnbrechende Nachricht eigentlich ist. Vor allem zwei Landkreise, die tun sich da ganz besonders auf. Wenn wir da mal genauer hinschauen, zwei Landkreise haben nämlich inzwischen die Inzidenz von Null erreicht. Das bedeutet keinen Corona-Fall in den letzten sieben Tagen. Trotzdem gibt es natürlich auch noch andere Landkreise. Deswegen haben wir die mal mit reingenommen. Also die, die am besten da stehen und die, die es noch etwas schwerer haben. Wir sehen eben in Friesland und da haben wir oft drüber gesprochen. Dort ist es natürlich auch dadurch bedingt, dass die Bevölkerungsdichte eben nicht so hoch ist, dass man immer relativ überschaubare Zahlen hatte. Dort hat man es jetzt eben geschafft. Genauso auch in Goslar. Trotzdem gibt es eben beispielsweise noch zwei Brücken oder eben Kronach. Da ist man unter der 100 zwar, aber noch nicht ganz da, wo man am Ende hin möchte. Insgesamt die Lage, sehen wir hier an der Seite, ist trotzdem deutlich verbessert. Alle Landkreise sind inzwischen unter der 100. Fast alle, muss man sagen. 393 von insgesamt 412 sind unter der 50 und sogar 70 unter der 10. Das bedeutet, man hat da wirklich die Hoffnung, dass sich dieser Effekt so etwas verstetigt. Wir schauen trotzdem mal auf einen zweiten Indikator noch, der auch immer wieder bei politischen Entscheidungen eine große Rolle spielt. Und gerade auch auf lokaler Ebene wird da immer wieder genau hingeschaut. Und das sind die belegten Intensivbetten. Wir haben viel darüber berichtet, dass es immer wieder Warnungen gab. Wir sehen auch hier einen sehr, sehr stetigen Abfall, der immer weiter nach unten geht und sehen, dass wir da bei ungefähr 1800 nur noch sind. Aktuell, das war zu Hochzeiten mehr als doppelt so viel. Auch da jetzt natürlich die Hoffnung, dass das weitergeht. Das ist ja immer ein etwas nachlaufender Indikator und wir am Ende vielleicht möglicherweise wieder hier dort landen, wo wir eben letzten Sommer waren. Und, und das ist das Entscheidende, auch nicht mehr in eine mögliche vierte Welle kommen. Und da liegt die Hoffnung vor allem eben auf den Impfungen. Da müssen wir auch noch mal genauer drauf schauen. Wie ist denn der Stand aktuell in ganz Deutschland? Das ist dann immer aufgeteilt nach Bundesländern, weil ja eben die Bundesländer auch unterschiedlich entscheiden. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum gibt es hier überhaupt Unterschiede bei den Erstimpfungen? Warum sind manche schneller, manche langsamer? Dazu kommen wir gleich. 700.000 ist das Mittel, was in Deutschland im Moment am Tag ungefähr geschafft wird. Acht Geimpfte rein theoretisch pro Sekunde wären das. Und fast die Hälfte, 46 Prozent, haben schon eine erste Impfung bekommen. Jetzt zu den Unterschieden. Warum gibt es eben doch da Schwankungen von 10 Prozent zwischen Bundesland und Bundesland? Das liegt nicht immer an ineffizientem Impfen beispielsweise oder an zu wenig Impfstoff, weil der wird ja auch sehr anteilig aufgeteilt. Nein, das liegt vor allem daran, dass manche Bundesländer eben doch den Fokus eher auf die Zweitimpfungen legen, nicht so viel eben für die Erstimpfungen dann rausgeben. Und da sehen wir am Beispiel Sachsen hier bei den Erstimpfungen relativ weit hinten, aber eben, und das ist das Entscheidende, bei den Zweitimpfungen mit vorne dabei. Ganz entscheidend, das nur als ein Beispiel. Also da sieht man eben, dass unterschiedliche Politik in den einzelnen Ländern dann auch eben ganz unterschiedlich umgesetzt wird. Bundesumweltministerin Svenja Schulze präsentierte heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor, damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt will Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Um 100 Milliarden Euro in diesem Jahr, etwa 100 Milliarden und dann Jahr für Jahr mehr wird die Summe größer. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier gefunden haben. Die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit, das heißt nicht mehr und nicht weniger als länger arbeiten. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Wir gehen ja gar nicht davon aus, dass man all die zusätzliche Lebenszeit, die wir gewinnen, arbeiten müssen, sondern dass man das vernünftig aufteilt, in etwas länger arbeiten und etwas länger Rente beziehen. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sieht es bei der Rente eigentlich besser aus, als von vielen befürchtet. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden, wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Auf der Straße bei den Jungen wenig Begeisterung. Ich würde gerne früher in Rente gehen, also mehr Zeit dann noch genießen und nicht so viel arbeiten. Man kann halt nicht nur 30 oder 40 Jahre arbeiten, wenn man 60 Jahre irgendwie Geld kriegt vom Staat. Das klappt halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich bis dahin körperlich drauf bin, aber manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Derzeit gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl und der DGB spricht vom Abbau des Sozialstaats. Sinke die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Zugeschaltet ist jetzt Professor Stefan Kurz. Er ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Willkommen und guten Tag bei Welt. Ist denn auch aus Ihrer Sicht ausgemacht, dass die Lebensarbeitszeit zwingend erhöht werden muss? Ja, daran führt im Grunde kein Weg vorbei. Das ist etwas, was die Menschen ja auch gut nachvollziehen können. Wir sehen, dass solange die Lebenserwartung steigt, auch in irgendeiner Form die Lebensarbeitszeit mitziehen muss. Im Grunde eine Binse und sehr wichtig gewesen, dass wir jetzt vor Beginn des Bundestagswahlkampfs eben nochmal diese Einsicht in die Diskussion haben einspeisen können. Nun würde ich gerne erwidern und ich tue es auch, vielleicht hätte man in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht so viele Geschenke machen sollen. Zwei Beispiele. Mütterrente, Rente mit 63. So ist es. Wir haben immer mehr Ansprüche an die Sozialversicherungen formuliert, aber uns darauf ausgeruht, dass wir in so einem demografischen Zwischenhoch uns etwas mehr leisten konnten, als das, was langfristig finanzierbar ist. Und genau darauf geht der Beirat ja mit seinem Gutachten ein. Er sagt also, die einfachen Jahre, die sind jetzt definitiv vorbei. Diese doppelten Haltelinien bis 2025, die kann man nicht darüber hinaus einfach weiterführen, sondern man muss dann Änderungen vornehmen. Und dort ist eben der wichtigste Eckstein der Vorschlag, die Lebensarbeitszeit schrittweise mit der Lebenszeit atmen zu lassen. Aber wer soll denn das leisten können? Ich meine, es mag den ein oder anderen geben, vielleicht Sie und mich, dass wir das wuppen können, bis 68 zu arbeiten. Gehen wir mal aber in die Berufe, wo es wirklich körperlich anstrengend ist. Und das war ja seinerseits von den Sozialdemokraten das Argument zu sagen, deshalb gibt es für einige die Rente mit 63. Wie soll das praktisch funktionieren? Ja, wir können ja die Rentenpolitik nicht ausrichten an der Gruppe, und zwar der eher kleinen Gruppe, derjenige, die es körperlich bis zum 68. Lebensjahr nicht aushalten würden. Das ist ja nicht repräsentativ für die breite Bevölkerung. Im Gegenteil, der Arbeitsmarkt wandelt sich ja immer stärker in eine Arbeitswelt, wo das auch leichter möglich ist. Im Grunde und im Übrigen räumt ja auch gerade der Beirat mit zwei Mythen auf. Nämlich zum einen, dass die Produktivität der Älteren stark nachgibt und dass die Menschen auch krankheitsbedingt nicht durchhalten würden. In der Breite ist das eben nicht richtig. Und für die wenigen, die es nicht können, kann man ja entsprechende Regelungen treffen. Das muss uns ja nicht daran hindern, für das generelle System entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Das ist dann auch kein Abbau von Sozialstaatlichkeit, wie hier im Beitrag gesagt wurde. Sondern wenn wir nichts tun, wäre es ein weiterer Aufbau von Sozialstaatlichkeit. Und hier eine neue Balance zu finden zwischen denen, die die Mittel, die verteilt werden sollen, erarbeiten und diejenigen, die sie beziehen. Das ist nur fair enough. Herr Professor, nichts tun wird zukünftig nicht mehr gehen. Aber Sie werden heute auch durch die Parteien hinweg, über die Parteigrenzen hinweg die Reaktion mitbekommen haben. Und da heißt es erst mal, mit uns nicht. Möglicherweise unterschätzen ja die Parteien hier die Klugheit auch der Wahlbevölkerung. Den ist ja sofort einleuchtet, dass die Rentenbezugszeiten nicht immer weiter erweitert werden können und gleichzeitig auf der Finanzierungsseite nicht gegengesteuert wird. Denn es sind ja nicht nur die Rentenbeiträge, die steigen. Es werden dann auch im Bereich der Gesundheitsversorgung, im Bereich der Pflegeversorgung ja auch noch zusätzliche Ansprüche an den Sozialstaat formuliert. Auch das muss man ja im Blick haben und die Staatsquote beträgt jetzt schon fast 50 Prozent und sie droht sonst deutlich darüber hinaus anzuschwellen. Das bedeutet, dass die ökonomischen Freiräume für diejenigen, die diesen Kuchen erwirtschaften sollen, immer enger werden. Und wir müssen dann eben auch aufpassen, dass die immer mobilere, auch gut ausgebildete Arbeitnehmerschaft sich dann nicht irgendwann für einen anderen Standort entscheidet. Zugeschaltet war das. Professor Stefan Kurz, Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Recht. Vielen Dank, Herr Kurz, für das Gespräch. Gerne. Die Nationalmannschaft nutzte den letzten Test vor dem Beginn der Europameisterschaft, um sich nochmal so ein bisschen warm zu spielen, in Form zu spielen. 7 zu 1, das hieß es gestern Abend gegen Lettland. Im Spiel stimmt da eigentlich alles. Das, was man bisher so ein bisschen oder mehr oder weniger vermisst hat, ist auch dringend notwendig. Denn in genau einer Woche steht das Team von Bundestrainer Löwe im Auftakt des Turniers gegen Weltmeister Frankreich auf dem Platz. Der Tag nach der gelungenen Generalprobe. Müde, aber glücklich machen sich die Spieler auf dem Weg zum Abschlusstraining in Düsseldorf. Am Abend zuvor hatten sie den letzten Test vor der Europameisterschaft mit 7 zu 1 gegen Lettland gewonnen und das hoch verdient. Spieler glücklich, Trainer glücklich und ja, auch die Fans glücklich. 1.000 Zuschauer durften den Kantersieg im Düsseldorfer Stadion miterleben. Die Nationalelf zündete von Anfang an den Turbo und ging in der 19. Minute durch Robin Gosens in Führung. Der Dosenöffner, denn von da an spielte sich das Team in einen kleinen Rausch. Vor allem Champions-League-Sieger Kai Havertz punktete im Duell um einen Startplatz gegen Leroy Sané. Trainer Joachim Löw scheint also eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich seine Aufstellung gefunden zu haben. Und auch was von der Bankkomp trifft, die Joker Timo Werner und Leroy Sané sorgten für den 7 zu 1 Endstand. Sollte die Turniermannschaft Deutschland also auch bei der EM so agieren, könnte sie mal wieder die Herzen der Fans gewinnen. Nicht nur die von der eigenen Familie. So, schauen wir doch mal zu Dirk Schommertz in Herzogenaurach. Warum schauen wir da hin, weil sie da heute eintrifft, die Nationalmannschaft. Und dann, Dirk, passiert was? Ja, 17.30 Uhr wird man hier im nahegelegenen Nürnberg landen auf dem Flughafen. Dann geht es hier rüber mit den beiden Mannschaftsbussen. Und die ganze Delegation wird dann gegen 18 Uhr hier in Herzogenaurach auf dem Adidas Campus dann erwartet. Warum Adidas Campus? Ja, weil hier der Homeground ist. Also das Mannschaftsquartier der deutschen Mannschaft während des gesamten Turniers. Hier wurde ja auf dem Adidas Gelände extra quasi ein Hotel gebaut. Das ist ein bisschen ein Campo Bar hier 2014 in Brasilien erinnert. Hier wird die Mannschaft dann also am frühen Abend ankommen, wird dann erst mal Quartier beziehen. Es sind ja 15 Wohncontainer, wenn man so möchte. A4 Wohneinheiten auf diesem Gelände dann verteilt. Und danach wird man sich hier erst mal so ein wenig eingewöhnen können. Morgen im Übrigen werden sich die Spieler noch ein wenig ausruhen können, nämlich so das erste Training hier in Herzogenaurach. Das wird für Donnerstag erst erwartet. Jetzt hat man ein bisschen Zeit nochmal durchzuschnaufen, das 7 zu 1 so ein bisschen sacken zu lassen. Der Bundestrainer natürlich auch sich noch weitere Gedanken zu machen, denn in genau einer Woche geht es los. Dann wird es richtig ernst gegen den Weltmeister aus Frankreich. Dirk, recht vielen Dank nach Herzogenaurach. So, Tatjana Oben und Alexander Simon gleich hier im Studio. Wir haben zu reden über einen bevorstehenden möglicherweise Streik. Der Lokführer in Deutschland, das in den Sommermonaten, den Ferienmonaten, ob es soweit kommt, noch ist nicht sicher. Das ist ein Thema. Außerdem die Inzidenz sinkt weiter, die Infektionszahlen sinken weiter. Mecklenburg-Vorpommern, keine Maskenpflicht mehr für Schüler in den Schulen. Das und mehr, bleiben Sie dran. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos' Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon-Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppen-Chef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. Dann startet die DFB-Auswahl in München in München. Und weiter geht es mit den Nachrichten bei Welt. Hallo und herzlich willkommen von uns beiden. Kunden der Deutschen Bahn, die müssen sich in der näheren Zukunft, in der Sommerreisezeit, nämlich auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Scheifel-Selsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche genau bestreikt werden, das ist im Moment noch nicht bekannt. Michael Wöhlenweber steht für uns am Berliner Hauptbahnhof. Michael, was sagen denn die Kunden der Deutschen Bahn dazu, auf diese Aussichten? Konntest du dich da schon ein bisschen umhören? Also ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich überhaupt nicht gut ankommt bei Reisenden. Denn wenn es tatsächlich zu Warnstreiks kommen sollte, dann kommen die natürlich unvorbereitet. Dann wird man morgens ans Gleis treten und dann fährt der Zug nicht. Das ist ja der Sinn von Warnstreiks. Unvorbereitet sozusagen für Überraschungen zu sorgen und damit dann auch den Druck auf den Arbeitgeber, sprich auf die Deutsche Bahn, damit dann zu erhöhen. Wann es nämlich dann zu Warnstreiks kommen sollte, das wissen wir ja überhaupt noch nicht. Das behält sich die GDL, also die Gewerkschaft der Lokführer, vor. Also da könnte es tatsächlich zu bösen Überraschungen kommen. Michael, gibt es denn mehr Details darüber, was die Bahn bietet oder auch nicht bietet und wo die GDL eben sagt, okay, das ist uns zu wenig oder das ist nicht das Richtige? Ja, die Verantwortung für das Scheitern der Verhandlungen, die wird sich natürlich jetzt gegenseitig hin und her geschoben. Konkret geht es der GDL darum, 4,8 Prozent mehr Lohn und ein Corona-Top-Zuschlag. Also insgesamt einen tüchtigen Schluck aus der Pulle, wenn man das vergleicht, nämlich mit dem Tarifabschluss der Eisenbahner-Gewerkschaft. Die haben 1,5 Prozent mehr Lohn ab 2022 und daran will sich der Arbeitgeber, sprich die Deutsche Bahn, auch orientieren und das ist das eine Problem. Aber es geht nicht nur um die Kohle, sondern es geht auch um Strukturveränderungen, also um Arbeitszeiten bzw. Arbeitsbedingungen, wo offensichtlich die Deutsche Bahn zu Ungunsten der Lokomotivführer dran schrauben möchte, was die natürlich nicht mitmachen wollen. Michael, bis hierher besten Dank für diese Erläuterung. Und nicht weit weg vom Berliner Hauptbahnhof steht das Bundeskanzleramt und da wollen die Grünen ja am liebsten rein. Doch inzwischen wachsen die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September auch wirklich gelingen kann. Die 40-Jährige hat momentan keinen wirklich guten Lauf. Da sind Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf, Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat oder die Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Auch die Debatte um eine künftige Benzinpreiserhöhung, die kommt bei ländlichen Wählern und Pendeln nicht wirklich an. Eine Steilvorlage natürlich für die politische Konkurrenz. In Berlin fragt man sich jetzt immer öfter, welche Strategie Baerbocks Wahlkampfteam wohl verfolgt. Isabel Finzel berichtet. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kitten kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Über aktuelle Politik, aber vor allen Dingen über sein Leben und das neue Buch, das gerade erschienen ist, die Zeitreise, wollen wir mit Stefan Aust sprechen, Autor und Herausgeber der Welt. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Willkommen. Wir haben gerade eben Annalena Baerbock den Beitrag gesehen, dieses Aufhübschen von Lebensläufen. Haben Sie jemals einen Lebenslauf aufhübschen müssen? Ich habe immer gesagt, wenn von mir jemand behauptet, ich sei ein abgebrochener Student, dann komme ich mir schon wie ein Hochstapler vor. Das bisschen, was ich an der Uni gewesen bin, das würde man nicht einmal als abgebrochenen Studenten bezeichnen. Aber wir sehen, dass es auch ohne geht. Es geht ohne und ich weiß auch nicht, warum Leute irgendwie ihre Lebensläufe aufhübschen müssen. Auf den Gedanken wäre ich ehrlich gesagt nie gekommen. Sie haben Ihr Buch ja Zeitreise genannt. Auf der anderen Seite soll es aber keine Autobiografie sein, haben Sie in einem Interview gesagt. Es ist aber letzten Endes natürlich ein Abriss der letzten fünf Jahrzehnte. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, was ist denn da das besonders herausragende? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben, positiv oder negativ? Ach, das gibt viele verschiedene Etappen dabei. Es ist interessant, wenn man zurückblickt, dass das Interessanteste für mich war, dass man im Grunde sich an jeden Tag seines Lebens erinnern kann. Das ist wie eine Schublade, da braucht man nur den Schlüssel und dann macht man sie auf. Und dann wundert man sich, an was man sich alles erinnern kann. Und nun habe ich durch diesen merkwürdigen Beruf, also ich habe ja früher mal gesagt, so eine Art Journalist ist ja auch so eine Art, hat man die Möglichkeit, so unglaublich viele unterschiedliche Dinge kennenzulernen, Leute kennenzulernen, die Nase in Dinge zu stecken, die einem eigentlich gar nichts angehen, dass das schon eine ganze Menge wird, wenn man sich das mal so in geballter Ladung anguckt. Es sind 656 Seiten beim Schreiben dieses Buches und dieser Zeitreise zurück in Ihrem eigenen Leben. Bei welchen Kapiteln ist es nur so rausgeflossen und reingehackt worden? Und bei welchen Kapiteln haben Sie sich trotz der guten Erinnerung schwer getan, das nochmal in Worte zu fassen? Es ist mir überhaupt eigentlich nicht schwer gefallen, muss ich sagen. Also wenn ich geguckt habe, welche Unterlagen ich habe, welche Notizbücher ich habe, Ich habe eines mal gemacht und zwar in der Zeit, als ich bei Panorama war. Das waren immerhin insgesamt 15 Jahre. Da habe ich etwas gemacht, das kann ich jedem wirklich nur raten. Keine Zettelwirtschaft, sondern ich habe so Notizbücher gehabt, die fünf Notizbücher, in die habe ich alle meine Recherchen reingeschrieben, sodass ich nicht immer suchen musste, ist der Zettel noch da oder ist er nicht da. Und die Dinge habe ich alle aufgehoben und habe die auch alle durchnummeriert, das sind so anderthalb Meter. Ich kann jede Recherche aus der Zeit von Panorama, kann ich anhand der Bücher nachvollziehen. Ich kenne jeden Vornamen, jeden Nachnamen, jede Telefonnummer, jede Adresse. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. So und dann kam natürlich noch eines dazu, das meiste, was ich gemacht habe, war ja Filme zu machen. Und die Texte sind alle da, also die ganze Zeit bei Spiegel TV, da sind die Filmtexte alle da. Und ich habe sehr viele Briefe aufgehoben, wenn ich beim Spiegel, also zwischen Spiegel TV und dem Spiegel Ressort D2 irgendwie mal Streit hatte oder was. Da habe ich schon aus Selbstschutz, habe ich immer ganz genau aufgeschrieben, was da gewesen ist. Und das habe ich alles aufbewahrt, musste das dann irgendwie auch sortieren. Aber das hat mir außerordentlich geholfen. Dann werden Sie sich bestimmt auch noch gut an eine frühere Kollegin erinnern, Ende der 60er Jahre. Die hat mir über sie gesagt, du bist ja eh unpolitisch. Und Eke Weinhof war das damals. Die hatte nun eine sehr spezielle politische Meinung, das wissen wir heute. Auch unterschiedliche. Wann haben Sie sich denn entschieden, das Unpolitische beiseite zu lassen und dann doch politisch zu werden? Ich bin ja nicht politisch, das bin ich bis heute nicht. Das, was mir bei Journalismus heutzutage manchmal so ein bisschen auf den Nerv geht, ist, dass manche Leute eigentlich eher politische Aktivisten sind. Die eine Agenda haben, die eine bestimmte Sache haben, die sie durchsetzen, propagieren wollen. Das habe ich nie gehabt, sondern ich bin da irgendwie einigermaßen nüchtern reingegangen. Ich habe nie eine Petition unterschrieben, bin in keiner Bürgerinitiative, auch in keiner Partei. Und bin immer, sagen wir mal, neu an irgendein Thema rangegangen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nicht zu einzelnen Themen Positionen hatte. Aber ich kann mich erinnern, wenn mich Leute gefragt haben, was weiß ich, zu Panorama-Zeiten oder so, haben gesagt, ja, wo stehst du denn eigentlich, wo bist du denn eigentlich? Und dann habe ich immer gesagt, guck dir meine Beiträge an, dann kannst du sehen, in welchen Themen ich welche Positionen habe. Und man wird natürlich sehr häufig mit den Themen auf irgendeine Weise identifiziert, mit denen man sich beschäftigt hat. Also was weiß ich, in den 70er Jahren war eines der zentralen Themen der politischen Diskussion das Berufsverbot für DKP-Mitglieder. Ich habe ein oder mehrere Beiträge sogar gemacht über Berufsverbote für DKP-Mitglieder. Die berühmte Geschichte mit dem Lokomotivführer der DKP ist und nicht Lokomotivführer sein darf. Und ich habe das immer für bekloppt gehalten. Und schon wird man in die Nähe der DKP gebracht. Also es gibt kaum eine Partei, der nicht so weit entfernt war, schon damals wie der DKP. Weil ich nie ein Freund der DDR war. Ich fand immer einen Staat, der seine Bürger einsperren musste. Das ist für mich gar nicht diskutabel. Da können die so viele Kinderkrippen haben, wie sie wollen. Das war nicht mein Ding. Also ich habe mich aus diesen politischen Positionierungen weitgehend rausgehalten. Herr Aust, Sie sind dabei gewesen bei all diesen Stationen, wo bundesrepublikanische Geschichte gemacht wurde, wo internationale Geschichte geschrieben wurde, die Wende. Wir werden auch gleich noch ein paar Bilder sehen mit Sie, mit Staatsmännern, mit den Größen der Politik. Gibt es in Ihrem Journalistenleben, Herausgeber sind Sie jetzt und haben auch viel als Herausgeber gearbeitet, aber als Journalist. Gibt es die eine Geschichte, die Sie nie losgelassen hat? Das gibt es ja häufiger bei Journalisten. Da ist eine Geschichte, die lässt sich nicht mehr los für den Rest seines Lebens. Ja, da gibt es aber auch in der Tat mehrere. Manchmal hat man mir vorgeworfen, ich würde immer das Bernsteinzimmer suchen. Andere haben mir vorgeworfen, ich suche immer irgendwie nach Stasi-Akten und will Leute als Stasi-Mitarbeiter überführen. Was ich bei Stolpe relativ deutlich gemacht habe. Auch de Maizière geht damals, also die Enthüllung weitgehend oder jedenfalls zum Teil auf uns zurück. Stolpe sowieso. Und dann habe ich mich natürlich außerordentlich intensiv mit der RAF-Geschichte beschäftigt, einfach weil ich durch verschiedene Lebensumstände Ulrike Meinhof und andere und Horst Mahler und was weiß ich für Leute kannte aus dieser Konkretzeit. Rudi Dutschke, alle möglichen aus der damaligen Zeit. Aber wenn ich so zurückdenke, die interessanteste Phase, das ist der Fall der Mauer gewesen. Also ich kann mich da wirklich an jede Minute erinnern, obwohl ich nicht dabei war, als der Schlagbaum in der Bonn-Holmer-Straße aufgegangen ist. Aber ich habe drei Tage vorher einen Reporter, nein zwei Tage vorher, einen Reporter dahin geschickt und habe gesagt, bleib in der Nähe der Mauer, da passiert was. Und dann war eben Georg Maskolo mit dem Kameramann Rainer Merz, war in der Bonn-Holmer-Straße, als der Schlagbaum aufging. Und ich kann mich auch sehr gut erinnern, dass ich an dem Abend für RTL, da hat mich die stellvertretende Chefredakteurin angerufen, weil der Chefredakteur gerade auf Reisen war, und hat gefragt, ob ich einen Kommentar sprechen wollte. Und ich hatte noch gar nicht mitgekriegt von dieser Pressekonferenz. Und dann hat sie mir gesagt, ja, die machen die Mauer, haben die Mauer aufgemacht. Und da habe ich gesagt, haben sie es wirklich, was, die haben das wirklich gemacht? Und dann habe ich mir so überlegt, auf dem Weg zur Studie Hamburg, wo ich dann abends spät um zehn oder viertel nach zehn oder was diesen Kommentar gesprochen habe, was sage ich da? Und da bin ich am weitesten, glaube ich, gegangen von allen, die in dieser Nacht irgendwie einen Kommentar gemacht haben. Nämlich der erste Satz war, heute Abend, meine Damen und Herren, ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Denn das war der wirkliche Tag. Und da muss ich sagen, habe ich hinterher gedacht, irgendwie ordentliche Einschätzung. Und dieser historische Tag hat ja auch eine andere große politische Karriere überhaupt erst möglich gemacht. Ich spreche da von Angela Merkel, die jetzt am Ende in der finalen Phase ihrer Regentschaft angekommen ist. Da hat man ihnen im Jahr 2005 öfters mal unterstellt, sie würden Angela Merkel hochschreiben oder würden sie protegieren. Es wäre ihnen ganz recht, wenn diese Frau Kanzlerin werden würde. Und dann auf der anderen Seite irgendwann schwang das Ganze dann um. Dann hat man ihnen unterstellt, sie würden sie so heftig kritisieren, auch wegen der Flüchtlingsdebatte. Flüchtlingsdebatte, da wurde ihnen dann letzten Endes nachgesagt, naja, so den Schwung von links nach rechts. Wie geht man denn damit um, wenn innerhalb von 10, 15 Jahren man da von der einen Ecke in die andere geschoben wird? Sie haben gerade die Nähe zur DKP, die angebliche Angesprache angeschoben. Sie haben gesagt, also ich war weder mit der DKP irgendwie dicke, noch mit der RAF dicke. Aber man bekommt das dann angedichtet. Ja, aber das liegt, also bei mir ist es eher so, oh, sagt der Herr K. und er bleichte, sie haben sich gar nicht verändert, wie das bei Brecht irgendwann mal heißt. Ich habe also gerade jetzt beim Rückblick auf verschiedene Sachen, die ich gemacht habe, wo ich Titel gemacht habe beim Spiegel oder wo ich Zeilen gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich mich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es für mich spricht, ich habe mich wahrscheinlich weniger verändert als, sagen wir mal, der gesellschaftliche Mainstream. Das ist der Unterschied. Wir haben, also uns wurde beim Spiegel oder auch dann mir vorgeworfen, wir hätten mit dafür gesorgt, dass Frau Merkel Kanzlerin geworden ist. Da kann ich nur sagen, vielleicht indirekt, indem wir auch mit Gerhard Schröder, als er Kanzler war, kritisch umgegangen sind. Aber es war nicht so, dass man jetzt irgendjemanden zum Kanzler oder zur Kanzlerin machen wollte. Und was ich besonders skurril finde, ehrlich gesagt, dass im Grunde dieselben Leute, die damals gesagt haben, ihr habt mit dazu beigetragen, dass sie Kanzlerin geworden ist, die drehen heute durch, wenn man nur ein kritisches Wort gegenüber der Kanzlerin sagt, dann sieht das aus wie Majestätsbeleidigung. Also ich sage Ihnen, ich bin da irgendwie meinen Weg gegangen, habe mich sicherlich auch mal in Einschätzung vertan, will ich gar nicht sagen. Aber ich habe nie sozusagen eine politische Agenda gesehen, dass sie irgendjemand zum Kanzler machen wollte, was man sowieso nicht kann. Also da passieren so viele unterschiedliche Dinge. Ich meine, denken Sie mal, wenn Sie jetzt gerade über Frau Baerbock und die Grünen reden, also ich habe mit einer wichtigen Publizistin, ich sage jetzt nicht, wer das ist, vor gerade vor 14 Tagen, ach, 10 Tagen, habe ich gesagt, die Grünen kommen bei den nächsten Bundestagswahlen ganz sicher nicht über 20 Prozent. Hat sie gegen gehalten. Ich habe mir gesagt, Flasche Rotwein. Ich glaube, nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt würde sie die Rotweinflasche nicht mehr verwetten. Wobei die nicht ganz präsentativ sind. Nein, das ist richtig. Aber es gibt so viele Veränderungen, die man nicht unbedingt immer voraussehen kann und nicht immer planen kann. Auch die Meinungsumfragen sind ja nicht immer das, was dann eine Woche später oder 14 Tage später tatsächlich passiert. Polls are snapshots on moving targets. Das sind Schnappschüsse von veränderlichen Zielen. Herr Aust, mit all dem, was Sie schon erlebt haben, was Sie beschrieben haben, was Sie an Geschichte mit begleitet haben. Wie schauen Sie in die Zukunft dieses Landes? Diese ja wirklich wichtige Wahl am 26. September. Wo steht Deutschland im Moment? Wo geht es hin? Was für einen Kanzler oder Kanzlerin brauchen wir? Was für eine Regierung? Ich glaube, wir brauchen eine Regierung, die mit den Realitäten umgeht und die nicht irgendwelchen Träumen nachhängen, die man durch einfache Rechenaufgaben irgendwie als ziemlich unrealistisch betrachtet. Ich glaube, es ist nicht gut, hinter der Mehrheitsmeinung hinterher zu laufen oder zu glauben, man muss hinter der Mehrheitsmeinung hinterherlaufen. Oder der, die man im Augenblick gerade für die Mehrheitsmeinung hält. Das wendet sich ja auch. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und das geht in verschiedenen Bereichen. Und Sie haben gerade ein paar von den oder eins von den Themen angesprochen. Also ich glaube, zum Beispiel Migrationsfrage muss man mal realistisch betrachten und kann sagen, wie viele Leute können wir hier integrieren? Wie organisieren wir das? Oder wenn Sie sich die Energiefrage angucken. Ich meine, wie das funktionieren soll, wenn wir aus der Atomenergie aussteigen, aus der Steinkohle, aus der Braunkohle, dann aus dem Öl am besten auch. Und das Gas am liebsten nicht von Putin kaufen, sondern nur von den Amerikanern, aber bitte nicht aus Fracking. Wie das dann, da müssen wir uns wirklich alle sehr warm anziehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das kann man in dieser ganzen Corona-Phase ja auch sehr deutlich sehen. Ich glaube, wir müssen von den Politikern erwarten, dass sie pragmatisch handeln und dass sie die Realitäten zur Kenntnis nehmen und nicht irgendwelchen Wunschträumen nachhängen. Deutliche Worte von Stefan Aust, Autor und Herausgeber der Welt. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Wenn geballtes kriminalistisches Können sich zusammentut, dann sind solche Ermittlungserfolge möglich. Mit einer selbstentwickelten Messenger-App ist dem FBI in Zusammenarbeit mit australischen Ermittlern und Europol nämlich ein Schlag gegen die internationale Kriminalität gelungen. Ja, während Kriminelle diese App als sicher einstuften, hörten die Behörden mit und schlugen dann gestern zu. Weltweit wurden Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht. Allein in Deutschland waren es mehr als 100 Standorte und dabei kam es zu zahlreichen Festnahmen. Schwerpunkt des Einsatzes sind der illegale Drogenhandel. Peter Handjes. Über Monate hatten Ermittler ihre Chats mitgelesen. Jetzt wurden sie festgesetzt. Nicht nur ein paar Kriminelle, sondern weltweit mehr als 800 mutmaßliche Verbrecher. Es geht um Mordaufträge, Korruption, Geldwäsche, Waffen und tonnenweise Drogen. Die Operation Trojanischer Schild erfolgte unter Leitung des FBI. Weltweit koordiniert und erfolgreich. Das FBI spricht sogar von nahezu atemberaubenden Ergebnissen. Wir haben spezielle verschlüsselte Geräte benutzt, die es ermöglicht haben, die Kommunikation der verdächtigen Personen zu überwachen. Wir konnten Fotos sehen von hunderten Tonnen von Kokain, die in Obstkisten versteckt waren. Mehr als 100 Mordkomplotte konnten verhindert werden. Mehr als sechs Tonnen Kokain und zahlreiche weitere Drogen konnten sichergestellt werden. 184 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen wurden beschlagnahmt. Insgesamt waren 16 Länder an der internationalen Operation beteiligt, darunter auch Deutschland. Hier in Essen stellen Ermittler eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen sicher. Den Verdächtigen kamen die Ermittler durch die Auswertung verschlüsselter Krypto-Chats auf die Spur. Dafür schleusten Undercover-Beamte speziell präparierte Telefone in mehr als 300 Banden ein. Das FBI hatte über Monate Zugriff auf mehr als 12.000 Geräte. Keiner kann sich sicher sein und auch wenn er verschlüsselt kommuniziert, wir werden alles daran setzen, auch diese Täter aus der Anonymität herauszuholen. Und es ist ein Schlag, denn das, was wir sichergestellt haben, das ist erheblich. Verdacht der Geldwäsche auch in Leverkusen. Dort durchsuchten Beamte das Grundstück eines Clanchefs. Mehrere Familienmitglieder wurden festgenommen. In mehreren Städten an Rhein und Ruhr rückten am Morgen Spezialkräfte der Polizei ein. Wie hier in Leverkusen sind Häuser und Geschäftsräume im Zusammenhang mit Clankriminalität das Ziel. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Es wurden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt, sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei ging es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Wir sind in den vergangenen Monaten und Jahren den Clans ja Stück für Stück immer mehr auf die Pelle gerückt. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht mit Simsalabim und so dicken Sprüchen, sondern das dauert. Da muss man Geduld haben. Und dass die Politik dieser tausend Nadelstiche nur eine Säule unserer Null-Toleranz-Strategie ist, aber eine nicht ganz unwichtige. Aber dass wir langfristig an die organisierte Kriminalität ran wollen. Wir wussten immer, dass wir einen langen Atem benötigen. Und heute zeigt sich einmal mehr, dass unser Weg richtig war. Wir kommen zum Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einem Abschlusstraining Düsseldorf verlassen, ist nun auf dem Weg ins Teamquartier im bayerischen Herzogenaurach. Und in einer Woche steht dann das erste EM-Spiel an. In der Münchner Allianz Arena, da treffen Jogis Jungs auf Frankreich. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start ins Turnier hoffen. Mit einem 7 zu 1 fegte die deutsche Elf Lettland vom Platz. Über die Stimmung im Team und wie man sportlich mittlerweile auch drauf ist, darüber wollen wir sprechen. Mit Dirk Schommerz zugeschaltet aus Herzogenaurach. Dirk, jetzt muss man aber auch sagen, Frankreich ist nicht Lettland. Ja, selbstverständlich nicht. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und insofern wird der Bundesländer vielleicht auch in den nächsten sieben Tagen, die er hier in Herzogenaurach noch zur Verfügung hat, ein bisschen darüber nachdenken, ob er mit derselben Startaufstellung, wie gestern Abend eben dann auch gegen die Franzosen agieren möchte. Denn klar ist natürlich auch mit Kimmich auf der rechten Seite und Kroos und Gündogan im zentralen Mittelfeld, also nicht wirklich ein Defensiver vor dieser Dreierkette. Das ist halt die Frage, ob man gegen die offensivstarken Franzosen so agieren kann. Zumindest einen kleinen Fingerzeig, den haben wir gestern auf jeden Fall wahrnehmen können. Nämlich Havertz wird wohl den Vorzug erhalten vor Sané. Nämlich der hat so eine starke erste Halbzeit gespielt. Ich glaube, den nimmt der Bundestrainer nicht mehr raus. Dirk, wir haben ja vor zehn Tagen gesprochen, als du noch im Trainingslager auch mit der Mannschaft warst. Da haben wir auch viel darüber gesprochen, über die Fitness, über die Taktik und so weiter und so fort. Welche Schritte in Richtung, das wird jetzt alles besser, siehst und erkennst du denn? Ja, das war gestern Abend auf jeden Fall schon ein großer Schritt nach vorne, zumal die Mannschaft dort auch Abläufe gezeigt hat, die man eben in den zehn Tagen in Seefeld auch so eintrainiert hat. Gerade in der ersten Halbzeit, als man noch 100 Prozent Einsatz eben auch gezeigt hat. Das hatte ja auch in der zweiten Halbzeit so ein bisschen von der Intensität her nachgelassen. Das ist etwas, was auch der Bundestrainer dann kritisiert hat in Richtung des ersten Gruppenspiels. Aber da waren viele Offensivabläufe auch im Bereich der Defensive zu sehen, die man eben in diesen zehn Tagen einstudiert hat. Und da ist man eben schon weiter, auch was generell die Fitness angeht, der jeweiligen Spieler, das Zusammenspiel. Also das macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber man weiß, man hat eben erst so circa die Hälfte geschafft. Man hat hier, wie gesagt, noch sieben Tage, die man in den nächsten Tagen dann auch nutzen möchte, um dann auch gegen Frankreich, ich sag mal, noch mal zehn Prozent drauflegen zu können, weil das wird bitter nötig sein. Dirk, danke schön für diese ganz aktuellen Eindrücke. Und aus Herzogenaurach gehen wir weiter nach Frankfurt an die Börse. Von dort zugeschaltet Franziska Schimke von der Aktionär-TV. Franziska, gestern haben wir beim DAX neue Rekorde gesehen. Ging es heute auch so weiter? Also neue Allzeithöchststände haben wir noch nicht eingefahren. Aber wir waren immerhin mal schon wieder Richtung dieser neuen Allzeithöchststände unterwegs. Im Laufe des Vormittags, dann hatte man die Gewinne komplett wieder abgegeben, um jetzt doch auch wieder moderat zuzulegen. Es fehlen die ganz klaren Impulse. Das Thema Inflation ist nach wie vor gegeben. Und somit hat man der Dinge, die da kommen und wartet eben auf solche Impulse. Die könnte die EZB-Sitzung dann am Donnerstag liefern. Aber wir sehen es, immerhin der DAX wieder über der 15.700-Punkte-Marke. 0,2 Prozent geht es hier nach oben. Und die Konjunkturdaten, die wir heute hier bekommen haben, die haben letztlich ein uneinheitliches Bild gezeigt. Wirft man einen Blick auf die DAX 30, so sehen wir Merck ganz vorne mit dabei. Der Gesundheits- und Pharmasektor heute hier gefragt und Merck selber dann mit neuen Rekordhöchstständen. Delivery Hero, aber auch 2,8 Prozent im Plus. Und auch Vonovia, SAP und RWE können aktuell punkten. Auf der Verliererseite zuletzt ja der Automobilsektor hier mit Vollgas unterwegs. Jetzt scheint man eine kleine Pause einzulegen. Gewinnmitnahmen bestimmen da das Bild. Und somit sehen wir Volkswagen als auch Daimler im Minus, aber auch Covestro, Heidelberg Zement und die Deutsche Bank unter den größten Verlierern. Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau sind ja nicht das Schlimmste, was einem an der Börse passieren kann. Franziska, vielen Dank, Herr Frankfurt. Ganz kurzes Durchatmen hier bei uns und dann geht es selbstverständlich gleich weiter. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird, per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran, aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon-Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landesschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppen-Chef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1. Willkommen zurück. Die Kunden der Deutschen Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Weselsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche genau bestreikt werden, ist noch nicht bekannt. Vor dem Berliner Hauptbahnhof steht Michael Wöhlenweber. Michael, war das das Angebot der Bahn denn so grottenschlecht? Aus der Sicht der GDL offensichtlich schon. Da geht es nämlich um Gehaltsforderungen von 4,8 Prozent mehr plus einem Corona-Zuschlag. Und die Deutsche Bahn hat ja mit dem Konkurrenzunternehmen der GDL, nämlich der Eisenbahner-Gewerkschaft, einen Tarifabschluss erreicht. Ab nächstes Jahr, also ab 2022, 1,5 Prozent mehr Lohn, also deutlich weniger. Da ist man nicht übereinander gekommen, also zwischen Bahn und GDL. Und zusätzlich geht es wohl auch um Strukturveränderungen, sprich Arbeitsverdichtungen eventuell. Auch bei der Arbeitszeit, bei der Arbeitsstrukturierung sollte es wohl Änderungen geben ins Negative, wie zumindest die GDL es wohl interpretiert. Also insofern gibt es da tatsächlich einen Riesen-Kluft. Gestern dann die vierte Verhandlungsrunde gescheitert und seitdem steht es auf Streit. Michael, für den Augenblick erstmal vielen Dank. Dankeschön. Wir vertiefen die Thematik mit Klaus-Peter Naumann. Er ist der Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wir grüßen Sie. Schönen guten Tag. Wie groß ist denn Ihr Verständnis für die angedrohten, angekündigten Streiks? Nun, wir verstehen auf der einen Seite, dass Gewerkschaften streiken wollen und dürfen und dass sie sich auch einsetzen für eine bessere Entlohnung und für gute Arbeitszeiten. Auf der anderen Seite bitten wir auch immer zu beachten, dass hier nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen die Fahrgäste gestreikt wird. Und hier erwarten wir schon eine gewisse Rücksichtnahme auf Fahrgäste und vor allen Dingen eine rechtzeitige Ankündigung, wann gestreikt wird, dass man sich darauf einstellen kann. Und vor allen Dingen darf der Betrieb nicht zu 100 Prozent lahmgelegt werden, denn die Fahrgäste sind eben zum großen Teil auch Arbeitnehmer, die zum Dienst wollen. Und an die muss man unbedingt auch denken. Ist das Ganze denn aber überhaupt auch aus wirtschaftlicher Sicht verhältnismäßig? Denn man muss ja dazu sagen, wir haben jetzt ein Jahr Corona hinter uns, mehr als ein Jahr sogar. Die Bahn hat da kräftige Einnahmeverluste hinnehmen müssen, aber die Lokführer interessiert das offenbar nicht. Nun, die Lokführer und auch die anderen Bahnmitarbeiter haben auch gerade während Corona sehr, sehr viel geleistet. Ich kann schon verstehen, dass man da auch jetzt einen gewissen Ausgleich haben möchte. Und natürlich sind die Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen auch durchaus noch verbesserungsfähig. Aber der Zeitpunkt ist sicherlich nicht ganz glücklich. Gibt es denn schon bei Ihnen konkrete erste Reaktionen von Bahnkunden? Bisher haben wir noch keine Reaktionen vernommen, aber dass es nur eine große Zustimmung geben wird, das ist sicherlich auszuschließen. Jetzt ist ja auch die Lokführer-Gewerkschaft eigentlich die kleinere Gewerkschaft. Es gibt ja noch eine sehr viel größere, in der die ganzen anderen Bahnmitarbeiter eingestellt sind, beziehungsweise Mitglied sind. Die ist ja offenbar mit dem Angebot der Deutschen Bahn zufrieden. Wie passt das denn zusammen? Wir haben hier eine Konkurrenzsituation zwischen zwei Gewerkschaften. Da ist es durchaus politisch verständlich, dass die kleinere Gewerkschaft versucht aufzutrumpfen, um sich eben auch in der gesamten Politik des Bahnkonzerns einen deutlichen Stellenwert zu zeigen. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch und die Informationen Ihnen einen guten Tag noch. Dankeschön, ebenso. Dieses Jahr über 100 Milliarden Euro und in den kommenden Jahren wird es sukzessive mehr. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben schon seit langem nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier jetzt gefunden haben. Die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit. Faktisch heißt das, länger arbeiten und zwar bis 68. Die jüngeren Menschen soll es treffen. Wer 47 oder jünger ist, soll länger arbeiten. Die Experten aus dem Wirtschaftsministerium schlagen vor, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung zu koppeln, da sonst bald Finanzierungsprobleme drohen. Das Geld würde eigentlich für Zukunftsinvestitionen benötigt. Wir gehen ja gar nicht davon aus, dass man all die zusätzliche Lebenszeit, die wir gewinnen, arbeiten müssen, sondern dass man das vernünftig aufteilt, in etwas länger arbeiten und etwas länger Rente beziehen. Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beruhigt. Dank Zuwanderung sehe es bei der Rente eigentlich besser aus, als von vielen befürchtet. Wenn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. Es ist also gut gegangen mit der Rente. Das hat auch was mit Zuwanderung aus Europa und von außerhalb Europas zu tun. Derzeit wird das Renteneintrittsalter stufenweise bis 2029 auf 67 angehoben. Spätestens 2042 wäre 68 nötig, sagen die Experten. Auf der Straße bei den Jungen wenig Begeisterung. Ich würde gerne früher in Rente gehen, also mehr Zeit dann noch genießen und nicht so viel arbeiten. Man kann halt nicht nur 30 oder 40 Jahre arbeiten, wenn man 60 Jahre irgendwie Geld kriegt vom Staat. Das klappt halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich bis dahin körperlich drauf bin, aber manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Derzeit gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 50er in Rente. Durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezug wird erwartet. Das sind fünf Jahre mehr als noch 1990. Die Linke droht nun mit einem Rentenwahlkampf zur Bundestagswahl und der DGB spricht vom Abbau des Sozialstaats. Singe die Lebenserwartung, könne auch das Eintrittsalter wieder sinken, meinen hingegen die Experten. Diese Aussicht ist genau genommen, aber auch keine nette Perspektive. Ja, und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der kritisiert den Vorstoß zur Anhebung der Lebensarbeitszeit. Eine Absenkung des Rentenniveaus wäre jedoch auch nicht richtig. Der beste Schutz für die soziale Sicherung ist, möglichst viele Menschen in Arbeit zu haben. Und zwar in ordentlicher Arbeit, auch mit einer ordentlichen Lohnentwicklung. Und der beste Zugang dafür ist Aus- und Weiterbildung. Deshalb, wenn es, das ist meine persönliche Überzeugung, nicht nur als Rentenminister, sondern als Arbeitsminister, wenn es uns gelingt, das Beschäftigungspotenzial im erwerbsfähigen Alter möglichst voll auszuschöpfen, im Arbeitszeitvolumen, in der Möglichkeit für Männer und Frauen, in der Beschäftigungsfähigkeit zu einem tatsächlichen gesetzlichen Renteneintrittsalter, dann werden wir keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters brauchen. Und auch keine Absenkung des Rentenniveaus. Das ist meine feste Überzeugung, weil es um ein Sicherheitsversprechen auch des Sozialstaates geht, für alle Generationen, für Enkel, für Kinder und für Großeltern dafür zu sorgen, dass man nach einem Leben voller Arbeit auch eine ordentliche gesetzliche Rente hat. Das ist meine Überzeugung. Aber wie gesagt, gibt es verschiedene Gefühle hier im Raum. Aber in einer Sache sind wir uns einig. Das zeigt auch die nationale Weiterbildungsstrategie. Aus- und Weiterbildung, Beschäftigungsfähigkeit, Arbeitsmarkt ist eine Grundlage für die Stabilität auch der Rentenversicherung. So, Herr Hubertus Heil. Und zugeschaltet ist jetzt Matthias Machnig, ehemaliger SPD-Wahlkampfmanager und ehemaliger Bundesgeschäftsführer. Herr Machnig, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Guten Tag. Eine Rentenreform, die muss wohl kommen. Da sind sich mittlerweile alle sicher. Welche Akzente kann die SPD denn in diesem Zusammenhang setzen, die vielleicht nicht schon von der Linken besetzt sind, um die Arbeitnehmer zu schützen? Es gibt ein Gutachten. Gutachten kommen und gehen. Ob es denn eine wirkliche Rentenreform braucht, das bleibt offen. Weil die Frage, wie die Rente sich entwickeln, hängt von vielen Faktoren ab. Welches Wirtschaftswachstum haben wir? Welches Beschäftigungsniveau haben wir? Wie ist die Bevölkerungsentwicklung insgesamt? Davon wird das wesentlich abhängen. Ich glaube, diejenigen, die für die Rente mit 68 streiten werden, die werden im Wahlkampf ihre Quittung dafür kriegen. Apropos Wahlkampf. Schauen wir mal auf den Wahlkampf, den die SPD bislang gemacht hat und der ja jetzt eigentlich in Richtung Bundestagswahl erst so richtig losgeht. Wir haben ein desaströses Wochenende hinter uns mit der Landtagswahl für die SPD aus SPD-Sicht gesprochen. Was tut man jetzt? Ja, man muss das Ergebnis ernst nehmen. Man darf es auch nicht bagatellisieren. Ich habe eine Reihe von Stellungnahmen gehört, wo ich sage, bin ich mir nicht sicher, ob die Botschaft wirklich angekommen ist. Und im Übrigen, Sachsen-Anhalt steht ja nicht für sich alleine. Ganz kurz, was ist denn aus Ihrer Sicht die Botschaft, die da vermittelt wurde? Die Botschaft, die vermittelt wurde, ist ganz klar. Die Umfragen haben eines ganz klar gesagt. Die Leute wollen wieder wissen, wofür die SPD steht. Sie wollen wissen, ob sie noch Schutzmacht der kleinen Leute ist, ob sie ein sozialstaatliches Angebot macht. Und dazu heißt, das heißt vor allen Dingen, die SPD muss in die Auseinandersetzung gehen mit den konkurrierenden Parteien, mit Herrn Laschet, der noch gar kein Programm vorgelegt hat, und Frau Baerbock, die über Klima redet, ohne zu wissen, wie die Klimatransformation gehen soll. Das heißt, diese Auseinandersetzung muss man suchen. Darauf kommt es an. Und diese Arbeit der Zuspitze muss die SPD leisten. In Sachsen-Anhalt ist das ja aber offenbar nicht geglückt. Was kann man denn da jetzt als Lehre daraus ziehen? Denn ich meine, es sind jetzt ja keine vier Monate mehr bis zur Bundestagswahl. Dreieinhalb. Nein, ich will das auch nicht kleinreden. Natürlich, das ist ein Warnsignal. Die SPD muss überhaupt erst mal auf dem Platz stehen. In vielen Debatten ist die Partei nicht präsent. In vielen Debatten sucht sie auch nicht die politische Auseinandersetzung mit der politischen Konkurrenz. Sie muss klar machen, was sind denn die vier, fünf wichtigsten Themen, die die SPD in den nächsten Jahren bewegen will. Darauf gibt es bislang keine wirklich überzeugende Antwort. Und diese Antwort muss her. Und dann muss man die Auseinandersetzung mit den anderen suchen. Weil es gibt ja viele offene Fragen. Wir reden über Klimapolitik und wissen nicht, wie wir die Klimawende eigentlich machen wollen. Wir reden über Digitalisierung und die Digitalisierung in Deutschland kommt nicht voran. Wir reden über den Ausbau des Sozialstaates und schaffen noch nicht mal vernünftige, zum Beispiel Einkommensbedingungen für Pfleger und Kräfte und ähnliches auf den Weg zu bringen. Das sind die Fragen und die SPD muss darauf Antworten geben. Das ist der einzige Weg. Und dabei wieder Vertrauen aufbauen und Menschen überzeugen. Herr Machnick, wenn Sie sagen, Sie müssen in die Auseinandersetzung, also die SPD mit den anderen Parteien gehen, meinen Sie dann das, was wir in den vergangenen Tagen in der Causa Spahn und Masken gesehen haben? Oder vielleicht doch inhaltsvoller? Das ist ein, das muss ich offen sagen, halte ich für keine geeignete Auseinandersetzungsebene. Wenn die Vorwürfe stimmen, die dort erhoben werden und ich denke mal, der Spiegel wird das geprüft haben, bevor man einen solchen Artikel schreibt, dann muss man das ganz klar auch zur Debatte stellen. Aber das wird nicht die Auseinandersetzungsebene sein, sondern die Frage ist, die Fragen liegen ja auf dem Tisch. Wie geht es weiter mit der Rente? Wie geht es weiter mit den Löhnen? Wie geht es weiter im Bereich der Pflegeversicherung? Wie schaffen wir denn die Transformation, zum Beispiel unserer Industrie, in Richtung Dekarbonisierung, ohne dass es soziale Verwerfungen gibt, ohne dass es Arbeitsplatzabbau gibt? Das sind die Fragen und da hat die SPD sozusagen die Aufgabe, darauf Antworten zu geben und klar zu machen, sie ist eine Partei, die Sicherheit im Wandel und Sicherheit durch Wandel organisieren kann und das steht bislang aus. Liegt das Problem der SPD vielleicht auch darin, dass sie eine ehemalige Volkspartei ist und das Modell Volkspartei generell ausgedient hat? Ja, es gibt keine Volksparteien mehr. Die CDU ist auch keine Volkspartei mehr. Wenn man noch 24, 25 Prozent hat, dann ist man keine Volkspartei mehr. Sondern ich glaube, wir haben heute eine Situation, dass wir sehr fragile Wählermärkte haben, dass Leute eher heute bereit sind, situativ zu entscheiden. Im Übrigen auch nicht nur Parteien zu wählen, sondern politische Konstellationen. Man macht sich schon Gedanken, wenn ich wähle, präferiere ich damit eine bestimmte Koalition, welchen Weg will ich dort gehen? Also das ist sehr viel fragiler geworden und deswegen gibt es auch die klassischen Stammwählerpotenziale nicht mehr. Dieser Tag mit einem der besten Meinungsforscher geredet und dessen klare Aussage gibt, es gibt keine Partei mehr, die genuin strukturell mehrheitsfähig ist. Und deswegen muss es darum gehen, Wählerallianzen, Wählerbündnisse aufzubauen, um damit eine bestimmte Stärke und Größe zu organisieren. Und das erreicht man am besten darüber, dass man Zukunftskompetenz aufbaut. Weil die Leute wollen ja nicht die zurückliegende Wahlperiode benoten, sondern sie wollen wissen, was sind die Antworten auf die Zukunftsherausforderungen. Und da muss ich ganz offen sagen, sind alle Parteien bislang Antworten schuldig geblieben. Die CDU hat noch nicht mal ein Programm, die Grünen reden nur über Klimapolitik und die SPD tut sich schwer, Themen zu setzen. Aber darum wird es gehen, Themen zu setzen und die Zukunftsfragen, die es in Deutschland gibt, zu beantworten. Herr Machnick, wäre es aus Sicht der SPD aber nicht vielleicht auch ein smarter Move, wenn man sich die Umfrageergebnisse auch anschaut, die ja gerade Herrn Scholz doch eigentlich relativ gut dastehen lassen, dass man sagt, ach weißt du was, wir lassen das mit den Themen, wir hauen alle Kraft auf Scholz und machen einen echten Personenwahlkampf. Es geht nur um ihn und er wird präsentiert. Ja, das wäre eine falsche Strategie, weil am Wahltag werden Parteien gewählt. Gute Kandidaten sind sozusagen ein zusätzlicher Mobilisierungsplus. Aber sich alleine auf einen Kandidaten zu verlassen, das wird nicht gehen, sondern ich brauche eine gute Kombination aus Kandidatprogrammen und sozusagen dessen, was ich als Zukunftsaufgaben und Zukunftsantworten gebe. Das muss die Aufgabe sein und das muss im Zentrum stehen, weil selbst Angela Merkel, die ja hoch respektiert war, hat beim letzten Mal 32,9 Prozent der Stimmen bekommen. Daran will ich noch mal kurz erinnern. Das heißt, alleine auf Personen zu setzen, aus meiner Sicht ist nicht ausreichend. Die Leute wollen, dass Personen, Programm und Auftritt und Zukunftsantworten einer Partei zusammenpassen. Das ist die Aufgabe, die man im Wahlkampf bewältigen muss. Herr Machnick, wir bedanken uns für dieses hochinteressante Gespräch. Dankeschön. Alles Gute. Wiedersehen. Und wir schauen gleich weiter zu Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Denn die präsentierte heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und guter Qualität gesichert werden kann. Diese Bäume haben es nicht geschafft. Drei aufeinanderfolgende Trockenjahre haben die Natur gezeichnet. Und es werde auch nicht besser, heißt es im Entwurf der nationalen Wasserstrategie von Bundesumweltministerin Schulze. Darum sei es das Ziel für 2050, ausreichendes und sauberes Wasser zu haben. Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Wasser ist das Lebensmittel schlechthin und deswegen wollen und müssen wir Wasser bewahren. Dazu komme als zweite Herausforderung die stärkere Belastung von Flüssen und Seen durch Nitrat oder Phosphor. Bundesumweltministerin Schulze plädiert daher für einen stärkeren Ausgleich zwischen wasserarmen und wasserreichen Regionen. Zudem schlägt die SPD-Politikerin auch einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen oder die Blumen zu gießen. Der zweite Kerngedanke, das ist der integrative Ansatz. Das Thema Wasser hat Schnittstellen mit vielen Bereichen von Wirtschaft, von Gesellschaft und Politik. So wie die Erarbeitung der Strategie eben eine Gemeinschaftsaufgabe war, so wird auch die Umsetzung nur gemeinsam funktionieren. So soll es auch für die Industrie finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Schulze plant einen massiven Ausbau der Wasserinfrastruktur. Insgesamt will die Bundesumweltministerin in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 22,9 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile bundesweit verabreicht worden. Die Ständige Impfkommission wird laut FAZ keine generelle Empfehlung für das Impfen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren aussprechen. Immer wieder hatte der STIKO-Vorsitzende Mertens zuletzt betont, dass die Datenlage nicht ausreichend sei. Die offizielle Entscheidung wird am Donnerstag verkündet. Grundsätzlich ist eine Impfung aber auch ohne generelle Empfehlung möglich. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist in der EU ab zwölf Jahren zugelassen. Stefan Hüttmann ist vor dem Robert-Koch-Institut in Berlin. Und Stefan, heißt es jetzt, dass die Kinder gar nicht geimpft werden dürfen, wenn die STIKO da kein grünes Licht gibt? Ne, tatsächlich hat die STIKO ja zumindest teilweise grünes Licht gegeben. Sie sagten zwar, die Datengrundlage fehle für eine allgemeine Empfehlung für eben die 12- bis 17-Jährige, aber zumindest eine Teilgruppe. Da konnten sie die Empfehlungen doch aussprechen. Welche sind das? Es sind zum einen Kinder, die selbst vorerkrankt sind, beispielsweise an Herz-Kreislauf-Problemen und Erkrankungen leiden oder an Lungenkrankheiten. Auch Fettleibigkeit spielt da mit rein. Also das sind Kinder in der Altersgruppe, sagt die STIKO, ja, die sollte man schon impfen. Und dann darüber hinaus auch noch Kinder, die in Kontakt sind, im täglichen Kontakt zum Beispiel mit Erwachsenen, die nicht geimpft werden können. Das sind beispielsweise welche, die mitten in einer Krebstherapie sind und deswegen die Immunreaktion des Impfstoffs nicht vertragen, wo eine Empfehlung dann nicht, eine Impfung dann nicht empfohlen wird. Die Kinder, die mit den Menschen in Kontakt sind, auch die sollen geimpft werden. Aber für eine allgemeine Empfehlung, da hat tatsächlich die Datengrundlage gefehlt, weil bei den Studien von BioNTech-Pfizer gerade mal etwas mehr als 1000 Kinder tatsächlich reingelaufen sind in die Statistik. Und welche Haltung hat das RKI jetzt dazu? Ja, das RKI, da hat man so ein bisschen die Vermutung, dass man sich aus der Verantwortung ziehen möchte. Dadurch, dass man die STIKO da jetzt auch mit dieser Teilempfehlung natürlich bei sich weiß, die Eltern hätten sich wahrscheinlich schon gewünscht, dass da ein klarerer Rahmen, eine klarere Vorgehensweise auch besprochen werden könnte. Denn so hat man ja das Gefühl, beispielsweise, wenn man in die Schulen schaut, die Herdenimmunität wird es so nicht geben, wenn man nicht alle Kinder impft. Und das ist ja das große Ziel gewesen. Auf der anderen Seite liegt die Entscheidungshoheit jetzt ausschließlich bei den Eltern, die sich eben nicht an der Hand genommen fühlen können durch das RKI und durch die STIKO. Aber letztlich wäre es ja auch trotz Empfehlung am Ende immer noch eine Entscheidung der Eltern gewesen. Stefan, Dankeschön für die Erläuterung. Wir machen eine kurze Pause, schauen dann auf die Entwicklungen beim DAX und DAO und natürlich auch, wie es weitergeht an der Streikfront bei der Bahn. Guter Plan. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos' Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon-Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin, das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppenschiff Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pickup in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelingt. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Scalable Capital. Der Broker mit Flatrate. Der DAX heute auf Richtungssuche. Eine kleine Achterbahnfahrt mit nicht besonders großen Ausschlägen. 100 Punkte insgesamt. Die Amplitude aktuell ein Minus von minus 0,05 Prozent nicht der Rede wert. Wir warten ein wenig mal wieder auf Daten. Die kommen aus Amerika. Entsprechend auch der Dow Jones und die Wall Street zum Handelsauftakt nicht großartig verändert. Gucken wir uns die Wall Street an. Da sehen wir den Dow Jones. Also, wenn wir ihn sehen, mit einem aktuell kleinen Minus, das etwas größer geworden ist. 0,2 Prozent aber immer noch. Und zwar warten wir auf die Inflationsdaten. Inflation ja das Thema der Börsianer in den letzten Wochen und Monaten. Und nachdem es im April ja über 4,2 Prozent einer Inflation in den USA gab, ist man jetzt gespannt, wie sie denn für den Monat Mai ausfallen wird. Und entsprechend wird man sich danach dann positionieren. Und wir haben auch in Deutschland einen Meme-Stock, einen Game-Stop sozusagen. Windeln.de heißt dieses Zockerpapier, das gestern entdeckt wurde, gestern schon 100 Prozent gemacht, hat über 100 Prozent an einem Tag. Und heute geht es aktuell noch mal um sage und schreibe 150 Prozent nach oben. Es ist unglaublich, was da passiert, was das für eine Zockerei ist. Und da kann man nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was hoch schießt, kann auch schnell wieder nach unten fallen. Und zwar auch steil. Und den letzten Beißen bei solchen Geschichten meistens die Runde. Game-Stop-List grüßen. Mehr zu all dem. 1815 in der Börse am Abend. Jetzt die neuesten Nachrichten mit den Kollegen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Scalable Capital. Der Broker mit Flatrate. 16 Uhr. Ganz herzlich willkommen hier bei uns. Die Kunden der Deutschen Bahn, die müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Weselsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche genau dann bestreikt werden, das ist zur Stunde noch nicht bekannt. Und damit schauen wir zu Michael Wüllenweber zugeschaltet, direkt vom Hauptbahnhof in Berlin. Da fahren die Züge noch, noch fahren sie. Gibt es mehr Informationen zum einen, woran ist man gescheitert und wann beginnt der Streik? Naja, zur letzten Frage vielleicht zuerst, wann der Streik beginnt und ob es dann nur punktuell ist, all das wissen wir ja im Moment nicht. Da hält sich die Gewerkschaft bedeckt. Das hat ja auch ihren Sinn, denn man möchte natürlich maximal wirken und da ist natürlich die Wirksamkeit größer, wenn man unvorbereitet sozusagen, dann diese unangekündigt diese Streiks durchführt, um die Bahn natürlich damit stärker zu treffen. Letztendlich aber auch natürlich den Kunden. Zur ersten Frage, woran hat es gescheitert? Zum einen wohl am Geld, 4,8 Prozent, wenn die Gewerkschaft mehr lohnt vor seinem Corona-Zuschlag. Und auf der anderen Seite, die Bahn, die halt offensichtlich auch Strukturveränderungen zum Beispiel bei den Arbeitszeiten da durchführen möchte, wo die Gewerkschaft nicht mit einverstanden ist, Hintergrund vielleicht noch 1,5 Prozent mehr Lohn bekommen die Eisenbahner. Nämlich die Bahn hat ja mit der Gewerkschaft der Eisenbahner einen Tarifabschluss schon erreicht zum 1. Januar 2022, also diese 1,5 Prozent. Und man sagt, dass das natürlich jetzt diese Drohung mit dem Bahnstreik, auch mit diesem Machtkampf zwischen der GDL, der Gewerkschaft der Lokomotivführer der einen und der Eisenbahner Gewerkschaft auf der anderen Seite zu tun hat, dass es also auch mit Profilierung letztendlich etwas zu tun hat. Michael, momentan sind ja offenbar nicht allzu viele Bahnreisende unterwegs, aber hast du denn eine Ahnung davon, wie das Ganze ankommt? Ich vermute, viele sind wahrscheinlich genervt. Also davon ist auszugehen, dass natürlich viele genervt sein werden, wenn sie plötzlich morgens kommen und der Zug fährt nicht mehr. Aber wir wissen ja überhaupt noch nicht, in welchem Ausmaße tatsächlich dann zu diesem Instrument gegriffen wird. Ob quasi als Warnstreik, um den Gegner, also sprich die Bahn an den Verhandlungstisch zu zwingen mit einem besseren Angebot. Also die Frage natürlich, wie flächendeckend wird das dann am Ende tatsächlich sein? Und ob tatsächlich auch diese Lohnforderungen von 4,8% gut ankommen, dann beim Kunden, wenn auf der einen Seite die Eisenbahner, also nicht die Lokführer, also die anderen Bahnangestellten 1,5% mehr Lohn bekommen, da mag ich auch ein großes Fragezeichen hintersetzen. Da wird vielen wahrscheinlich, die dann vor einem nicht abfahrenden Zug stehen, dann doch die Galle hochkommen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Michael, Dankeschön für den Moment. Ja, nicht allzu weit weg vom Berliner Hauptbahnhof, da steht das Bundeskanzleramt und da wollen die Grünen ja bekanntlich am liebsten rein. Doch inzwischen wachsen die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September wirklich klappen kann. Die 40-Jährige hat nämlich momentan keinen wirklich guten Lauf. Ja, da sind die Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf, Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat oder auch die Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Auch die Debatte um eine künftige Benzinpreiserhöhung, die kommt vor allem im ländlichen Raum nicht wirklich gut an. Eine Steilvorlage für die politische Konkurrenz. In Berlin, da fragt man sich jetzt immer öfter, welche Strategie Baerbocks Wahlkampfteam am Ende wohl verfolgt. Isabel Finzel berichtet. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kitten kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Dieses Jahr über 100 Milliarden Euro und in den kommenden Jahren wird sukzessive mehr. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Das sind gigantische Summen, muss man sagen. Die Lösung dafür will jetzt eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium unter Peter Altmaier gefunden haben. Die Koppelung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit. Und das heißt faktisch? Frauen arbeiten länger als Männer. Die Männer müssen auch länger arbeiten, aber 68, das ist die neue Zahl. Sie betrifft es vor allem. Jüngere Arbeitnehmer sollen länger arbeiten, damit das Rentensystem nicht kollabiert. Betroffen wären alle, die 47 oder jünger sind. Der Vorschlag, die Arbeitszeit an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, kommt vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministers. Das ist doch völlig selbstverständlich. Wenn wir immer länger und länger und länger leben, dann wird man auch ein wenig länger arbeiten müssen. Die Berater warnen vor einer Kostenexplosion bei der Rentenkasse, wenn die geburtenstarken Babyboomer ab 2025 in den Ruhestand wechseln. Im Durchschnitt erleben Männer dann noch 18 Rentenjahre, Frauen 21. Weil die Lebenserwartung zunimmt, steigt auch das Renteneintrittsalter. Aktuell liegt es bei 65,7 Jahren, 2029 bei 67. Die Experten fordern nun die Steigerung auf 68 ab 2042. Es macht mir irgendwie ein bisschen Angst, weil ich es ungerecht finde. Die Leute werden älter und in dem Zusammenhang, wenn man dann ein bisschen länger arbeitet, das finde ich schon voll okay. Ich würde gerne früher in Rente gehen. Manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Über 400.000 Menschen beantragen jährlich Frührente und müssen dafür erhebliche Abschläge hinnehmen. Auch deshalb lehnen Gewerkschaften und Linke den aktuellen Vorschlag empört ab. Der SPD-Arbeitsminister verspricht, wenn es nur genügend Jobs gibt, sei die Rente mit 68 vermeidbar. Wenn es uns gelingt, das Beschäftigungspotenzial im erwerbsfähigen Alter möglichst voll auszuschöpfen, dann werden wir keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters brauchen. Ob das klappt, ist offen. Deshalb könnten unsere Büros der Zukunft möglicherweise so aussehen. Wenn geballtes kriminalistisches Können sich zusammentut, dann sind solche Ermittlungserfolge gut möglich. Mit einer selbstentwickelten Messenger-App ist dem FBI in Zusammenarbeit mit australischen Ermittlern und Europol ein Schlag gegen die internationale Kriminalität gelungen. Während Kriminelle diese App als sicher einstuften, hörten die Behörden mit und schlugen dann gestern weltweit zu. Wohnungen, Lagerhallen, Geschäftsräume wurden durchsucht. Allein in Deutschland waren es mehr als 100 Standorte. Über Monate hatten Ermittler ihre Chats mitgelesen. Jetzt wurden sie festgesetzt. Nicht nur ein paar Kriminelle, sondern weltweit mehr als 800 mutmaßliche Verbrecher. Es geht um Mordaufträge, Korruption, Geldwäsche, Waffen und tonnenweise Drogen. Die Operation Trojanischer Schild erfolgte unter Leitung des FBI. Weltweit, koordiniert und erfolgreich. Das FBI spricht sogar von nahezu atemberaubenden Ergebnissen. Wir haben spezielle verschlüsselte Geräte benutzt, die es ermöglicht haben, die Kommunikation der verdächtigen Personen zu überwachen. Wir konnten Fotos sehen von hunderten Tonnen von Kokain, die in Obstkisten versteckt waren. Mehr als 100 Mordkomplotte konnten verhindert werden. Mehr als sechs Tonnen Kokain und zahlreiche weitere Drogen konnten sichergestellt werden. 184 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen wurden beschlagnahmt. Insgesamt waren 16 Länder an der internationalen Operation beteiligt, darunter auch Deutschland. Hier in Essen stellen Ermittler eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen sicher. Den Verdächtigen kamen die Ermittler durch die Auswertung verschlüsselter Krypto-Chats auf die Spur. Dafür schleusten Undercover-Beamte speziell präparierte Telefone in mehr als 300 Banden ein. Das FBI hatte über Monate Zugriff auf mehr als 12.000 Geräte. Keiner kann sich sicher sein und auch wenn er verschlüsselt kommuniziert, wir werden alles daran setzen, auch diese Täter aus der Anonymität herauszuholen. Und es ist ein Schlag, denn das, was wir sichergestellt haben, das ist erheblich. Verdacht der Geldwäsche auch in Leverkusen. Dort durchsuchten Beamte das Grundstück eines Clanchefs. Mehrere Familienmitglieder wurden festgenommen. Und auch in mehreren Städten an Rhein und Ruhr rückten am Morgen Spezialkräfte der Polizei ein. Wie hier in Leverkusen sind Häuser und Geschäftsräume im Zusammenhang mit Clankriminalität das Ziel. Spezialkräfte der Polizei durchsuchen rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Es werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei geht es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Wir sind in den vergangenen Monaten und Jahren den Clans ja Stück für Stück immer mehr auf die Pelle gerückt. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht mit Simsalabim und so dicken Sprüchen, sondern das dauert. Da muss man Geduld haben. Und dass die Politik dieser tausend Nadelstiche nur eine Säule unserer Null-Toleranz-Strategie ist, aber eine nicht ganz unwichtige. Aber dass wir langfristig an die organisierte Kriminalität ran wollen. Wir wussten immer, dass wir einen langen Atem benötigen. Und heute zeigt sich einmal mehr, dass unser Weg richtig war. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Das RKI verzeichnet allerdings 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Die Ständige Impfkommission wird laut FAZ keine generelle Empfehlung für das Impfen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren aussprechen. Immer wieder hatte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens zuletzt betont, dass die Datenlage nicht ausreichend sei. Die offizielle Entscheidung wird am Donnerstag verkündet. Grundsätzlich ist eine Impfung aber auch ohne generelle Empfehlung möglich. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist in der EU ab zwölf Jahren zugelassen. Damit schauen wir zu Stefan Wittmann zugeschaltet vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Stefan, heißt denn das jetzt, dass Kinder gar nicht geimpft werden dürfen? Nee, genau das heißt es nicht. Eine allgemeine Empfehlung für alle Kinder, hat die STIKO gesagt, können wir nicht geben. Aufgrund, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, die Datengrundlage fehlt dafür. Aber ein Teil-Go sozusagen haben sie geben können. Und zwar für welche Gruppen? Zum einen für Kinder, die vorerkrankt sind. Da geht es um Fettleibigkeit, da geht es aber auch um Herz-Kreislauf-Störungen, um Lungenerkrankungen. Für diejenigen Kinder spricht die STIKO die Impfempfehlung aus. Und auch für diejenigen, die zusammenleben mit Erwachsenen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie Krankheiten haben, wo die Ärzte eher dazu raten, dass man wegen der Immunreaktion der Impfung vielleicht besser von diesem Gebrauch des Vakzins absehen sollte. Also diese beiden Gruppen, dafür gibt es die Empfehlung, eine allgemeine nicht. Letztlich liegt die Entscheidungshoheit aber dann doch bei den Eltern, die ja auch ohne die Empfehlung der STIKO ihre Kinder impfen lassen können. Was heißt das für die Herdenimmunität? Kann man die dann trotzdem noch erreichen, wenn es an den Schulen dann möglicherweise nicht so viele geimpfte Kinder gibt? Ja, gerade mit Blick auf die Schulen ist das dann nur noch schwer vorstellbar. Ist eine einfache Rechnung. Es gibt mehr Schüler als Lehrer beispielsweise in den Schulräumen. Es ist natürlich, gesamtgesellschaftlich wäre es erwünscht, wenn sich alle möglichen Menschen impfen lassen können, weil dann für die Herdenimmunität einiges sprechen würde und der Erfolg der Impfungen dann auch der größte wäre. Auf der anderen Seite sagt die STIKO eben auch, wir dürfen bei Entscheidungen zum Impfen nicht auf eine Fremdnutzung schauen. Also was bräche, was bringt es für die Gesellschaft? Sondern man müsste darauf schauen, was bringt es für das jede einzelne Kind? Und dann ist es am Ende eine einfache Risikonutzenabwägung. Wie schwer könnte der Verlauf mit einer Covid-19-Erkrankung sein? Und da wissen wir, es ist bei Kindern nicht ganz so dramatisch. Und wie schwer wiegen mögliche Nebenwirkungen durch die Impfung? Und da kommt man dann eben zu dem Schluss, dass man nicht alle Gruppen der 12- bis 17-Jährigen eine Empfehlung für die Impfung aussprechen möchte. Stefan, danke schön für die Erläuterung. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das Sie sicherlich auch schon mal bemerkt haben. Wenn Sie über Land gefahren sind, ist es eigentlich gerade auf den Landstraßen eben ganz auffällig abgestorbene Bäume, Hitze und Trockenheit. Die Folgen des Klimawandels unübersehbar. In einigen Regionen wird jetzt sogar das Trinkwasser knapp. Ja, zumindest warnt auch die Bundesumweltministerin da jetzt sehr deutlich davor und will mit einer nationalen Wasserstrategie dieses Thema angehen. Isabel Finzel berichtet. Duschen, Wäsche waschen, Geschirr spülen. Was für uns zu jeder Zeit selbstverständlich ist, könnte in einigen Jahren zum Problem werden. Der Klimawandel lässt Wasser knapp werden, auch bei uns. Die Umweltministerin will gegen Steuern eine Milliarde Euro investieren und wertvolles Wasser klüger nutzen. In der Industrie, Landwirtschaft und im Haushalt. Es gibt Regionen, wo einfach zu viel Wasser gleichzeitig entnommen wird. Wenn man am frühen Morgen oder abends den Garten sprengt, ist es nicht so ein Problem wie mitten am Tag, wo sehr viele dann das Wasser abfordern. Deshalb könnte zum Beispiel Wasser frühmorgens oder spätabends günstiger werden, tagsüber dafür teurer. Das meiste Wasser verbrauchen aber Industrie und Landwirtschaft, nicht die Haushalte. Unser privater Verbrauch pro Kopf ist sogar leicht zurückgegangen. 129 Liter Wasser täglich verbrauchte jeder Deutsche im vergangenen Jahr. 1990 waren es noch 147 Liter. Am meisten fließt beim Baden oder Duschen, gefolgt von der Klospülung und der Waschmaschine. Sollte Wasser in einer Region knapp werden, könnte auch eine Priorisierung kommen. Trinkwasser geht dann vor Poolbefüllen und Rasensprengen. Nach unserer Auffassung muss die öffentliche Trinkwasserversorgung absoluten Vorrang haben, bevor wir dazu übergehen, andere Bereiche mit Trinkwasser zu versorgen, wenn es zu Knappheitsindikationen kommen sollte. Doch nicht nur Dürre und Trockenheit sind ein Problem. Auch die zunehmende Belastung von Grundwasser, Seen und Flüssen mit Nitrat sorgt dafür, dass unser sauberes Trinkwasser knapper wird. Die Industrie soll nun schärfere Vorgaben bekommen, um das Abwasser besser zu klären. Und Anreize, um von vornherein weniger Frischwasser zu verbrauchen. Eine wandernde Elefantenherde sorgt in China weiterhin für Aufsehen. Die Tiere haben in dieser Woche eine Metropole erreicht und bereits jetzt einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Die süßen Dickhäuter sind halt nicht ganz ungefährlich. Eine Mauer aus Lastwagen soll Häuser und Menschen jetzt vor den wilden Elefanten schützen. Andreas Büttner hat die Bilder. Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. Die in der Wildnis lebenden Elefanten haben bereits am 16. April ihre Heimat verlassen und sind seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Doch die Herde hat bereits jetzt einen Schaden von mehr als einer Million Euro angerichtet und 56 Hektar Land zerstört. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den konfliktischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlauer. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an. Doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. So viele Fragen. Wir wollen Sie stellen, Roland Gramling, dem Sprecher des World Wide Fund for Nature. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wir grüßen Sie. Gerne, hallo. Herr Gramling, was tun mit einer Elefantenherde, die einfach mal unterwegs ist und sich ein buntes Leben machen will? Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass Elefanten natürlich durch ihre schiere Größe schon mal ein Problem sind. Und wir haben es im Beitrag gesehen, sie fressen natürlich auch extrem viel. Ausgewachsene Tiere brauchen so ungefähr 150 Kilogramm Nahrung am Tag. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn plötzlich eine Herde wilder Wiesente oder eine Herde rotte Wildschweine in Berlin-Mitte wäre. Das ist natürlich auch gefährlich für die Menschen vor Ort. Mit was für einer Strategie geht man da jetzt am besten vor? Das, was man in China versucht, mit Lastwagen zuallererst mal gewissermaßen Barrieren als Schutz vor allen Dingen für die Menschen aufzubauen. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Das Problem ist natürlich, dass die Leute in dieser chinesischen Provinz bisher dieses Problem gar nicht kannten. Also so einen Fall, wie es den aktuellen gibt, den gab es vorher nicht. Wir kennen das aber als WWF aus anderen Weltregionen, nämlich in Afrika, wo es natürlich auch viele Elefanten gibt. Und dort gibt es immer wieder Konflikte mit Elefanten, die auf Äcker vordringen und den Bauern natürlich ihre Ernte wegfressen. Dort benutzt man zum Beispiel Chili-Bomben. Das sind Wurfgeschosse, manchmal aus Elefantendungen mit Chili, die man anzündet, die extrem stechend riechen. Elefanten haben eine sehr feine Nase, die man ja auch prominent in ihrem Gesicht sieht und die dadurch die Elefanten dann vertreiben. Man versucht hier auch mit Futter die Elefanten von den menschlichen Siedlungen wegzublocken, wegzubringen. Man muss aber sagen, ob das alles Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Die Herde ist halt weit von ihrem ursprünglichen Lebensraum weg. Und man kann jetzt nur hoffen, dass die Leitkuh, also Elefanten sind ja Matriarchat, das heißt, die Frauen haben das Sagen, die Leitkuh vielleicht von alleine wieder den Weg zurück in dieses Naturreservat findet. Gibt es Möglichkeiten, außer mit Dunk zu schmeißen, sie dabei zu unterstützen? Naja, es gibt nur dieses, wir vertreiben die, oder wir zeigen den Elefanten als Menschen, dass sie hier gerade vielleicht nicht im idealen Lebensraum unterwegs sind. Wohlgemerkt ist es natürlich in der Region, wo es seit jeher eigentlich Elefanten gab. Das heißt, der Mensch hat jetzt erst mal den Lebensraum der Elefanten vor einigen Jahrzehnten in Besitz genommen. Deshalb ist es natürlich schwer. Ja, also man kann durch Futter sicherlich Anreize für die Tiere schaffen, sie wegzulocken. Es wird auch diskutiert, ob man es mit wilden Bienenstöcken probiert. Also wenn die Elefanten dann an den Bienenstock kommen, die Bienen sind sehr aggressiv, dass die Elefanten dann vielleicht eine gewisse Lenkung haben. Man muss sie natürlich auch mit den Drohnen gut bewachen oder überwachen, damit sie jetzt nicht in menschliche Siedlungen eindringen. Weil also für uns Europäer sind Elefanten jetzt erst mal nur majestätische, großartige Tiere. Ich finde die Faszination verständlich und ich finde, das sind Tiere, die man schützen muss. Aber man darf nicht vergessen, Elefanten sind Wildtiere und sie sind durch ihre schiere Größe für den Menschen durchaus gefährlich. Pro Jahr sterben in Afrika und Indien vor allem und 500 Menschen bei Konflikten mit Elefanten. Zum Vergleich pro Jahr werden 10 Menschen durch Haie angegriffen und getötet. Herr Grammling, aber droht eventuell auch den Elefantengefahr durch, sagen wir mal, Wilderer? Natürlich auch, das ist ein Problem. Also gerade in China blüht ja nach wie vor leider der Schwarzmarkt mit Elfenbeinen. Also das ist ja eine, diese Nachfrage, die es in Asien gibt nach Elfenbeinen, ist ja einer der Gründe, warum in Afrika uns die Elefanten wirklich weggeschossen werden in einem unvorstellbaren Ausmaß. Und natürlich kann es jetzt auch sein, auch asiatische Elefanten haben, Stoßzähne, vor allem die männlichen Tiere natürlich, dass jetzt Wilderer versuchen könnten, die Elefanten zu schießen als Trophäe. Jetzt muss man natürlich gucken, diese Elefanten, dass sie eben nicht Opfer von Wilderern werden, dass sie aber auch nicht Opfer zum Beispiel werden durch andere menschliche Zusammenstöße, sei es im Straßenverkehr oder ähnliches. Also die große Hoffnung ist, dass man diese Tiere irgendwie sicher wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückbringt. Herr Grammling, besten Dank für all diese Erläuterungen. Danke auch. Und diese Eilmeldung haben wir für Sie. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat soeben die Verurteilung des früheren bosnisch-serbischen Militärchefs Ratko Mladic wegen Völkermords und Kriegsverbrechen bestätigt. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1.204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre. Das sagte Grünen-Landesschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppen-Chef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen? Dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Nach der Aufhebung der Impfpriorisierung gegen Corona versuchten Tausende einen Termin bei ihren Hausärzten zu bekommen. Die Telefone, die klingelten Sturm und die E-Mail-Eingänge, die quollen über. Das Problem, es gibt einfach nicht genügend Impfstoffe und daher bleibt noch immer Geduld gefragt, obwohl sich jeder und jede ab zwölf Jahren jetzt registrieren lassen kann. Das Chaos blieb zwar aus, doch die Erwartungen und die Hoffnungen bleiben gedämpft. Spritzen aufziehen im Akkord. Denn jetzt kommen sie alle. Jeder darf sich impfen lassen. Viele rechnen mit einem Run auf den Impfstoff. Vor allem, wenn es jetzt zum Sommer hinkommt und jeder verreisen möchte, dann möchte man ja auch lieber geimpft sein. Ich finde es jetzt auch gerade gut, dass jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Zum Beispiel beim Haus oder auch Facharzt. Doch die Termine hier sind heiß begehrt. Bei den meisten Praxen heißt es, ab auf die lange Warteliste. Schon jetzt gibt es zu viele Anfragen für zu wenig Impfstoff. Offensichtlich werden dann ganz viele Praxen angerufen. Und wenn wir dann Impfstoff haben, müssen wir alle auf der Liste durch. Und weiter geht es mit den Nachrichten bei Welt. Wir beide sagen recht herzlich Hallo. Die Grünen, die rütteln zwar nicht am Zaun des Bundeskanzleramtes, aber sie wollen da rein. Das haben sie klar gemacht. Doch inzwischen wachsen die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September wirklich klappen kann. Denn die 40-Jährige hat momentan, sagen wir mal, keinen wirklich guten Lauf. Ja, da sind die Ungereimtheiten im Lebenslauf, Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat. Oder auch die Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Ja, auch die Debatte um eine künftige Benzinpreiserhöhung kommt bei ländlichen Wählern und beim Pendlern nicht gut an. Eine Steilvorlage für die politische Konkurrenz. Peter Handjes. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kippen kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Kunden der Deutsche Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Klaus Weselsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Deutscher Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche genau bestreikt werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Da fragen wir gleich mal nach. Zugeschaltet ist jetzt aus Frankfurter Main Klaus Weselsky, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Herr Weselsky, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, ich grüße Sie auch. Wann und in welchem Umfang genau wird denn jetzt gestreikt? Wollen Sie uns da schon was sagen? Nun, Sie wissen, dass wir die Entscheidung über die bevorstehenden Arbeitskämpfe dann etwas kurzfristiger fällen und auch rechtzeitig den Kunden, den Reisenden bekannt geben. Wir haben in der gestrigen Verhandlung nicht nur kein Angebot bekommen, sondern mussten sogar feststellen, dass das Unternehmen und hier ganz konkret Personalvorstand Seiler sogar noch die Medienvertreter und die Öffentlichkeit anlügt. Sie haben kein Angebot gemacht. Sie haben immer noch in 2021 0, während der öffentliche Dienst im April bereits 1,4 Prozent gezahlt bekommen hat und schon im Dezember voriges Jahr eine Corona-Prämie bekam, nächstes Jahr 1,8 Prozent bekommen soll. All das hat die Bahn nicht angeboten, sondern auf eine Laufzeit von 40 Monaten verwiesen, wie angeblich einen Tarifvertrag für die Flughäfen beinhaltet. Das ist für uns nicht vorstellbar. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben Wertschätzung verdient. Sie haben Anerkennung verdient. Das ganze Jahr Corona-Krise sind Sie in den Eisenbahnen in den Zügen nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei den Wettbewerbsunternehmen unterwegs gewesen. Und interessanterweise hat keiner der Wettbewerber bisher eine Forderung oft gemacht, dass wir den Gürtel enger zu schnallen haben. Im Gegenteil. Die haben die Wertschätzung gegenüber ihren Lokführern und Zugbegleiter. Nur das Unternehmen Deutsche Bahn AG, das sich selbst als Missmanagement in eine Schuldenfalle manövriert hat, das verlangt von den Arbeitnehmern, die im direkten Bereich tätig sind, hier sogenannte Solidarbeiträge. Das hat mit Solidarität nichts zu tun. Die Fronten scheinen da also wirklich verhärtet zu sein. Die ganz normalen Bürger, die Menschen kommen jetzt ja gerade aus der Corona-Krise raus, sehnen sich also nach neuer oder nach alter Freiheit. Was sagen Sie denn jetzt zu diesem Vorwurf, gerade jetzt vor den Sommerferien, da sei das der komplett falsche Zeitpunkt für einen Streik? Wissen Sie, die Vorwürfe, die dieses Management erhebt, dass ein Konzern in 30 Milliarden Schulden wiedergebracht hat, nachdem wir 1994 privatisiert, komplett entschuldet waren. Dieses Management ist sich für nichts zu schade. Das jammert hier durch die Kante. Die Kunden sind in Sorge. Das Management selbst hat den Tarifkonflikt herbeigeführt. Und ich kann Ihnen ehrlich und offen sagen, wir wollen keinen Arbeitskampf. Jeder weiß in diesem Land, dass Lokomotivführer, Zugbegleiter ordentlich Arbeitskampf machen können. Sie treiben uns in einen Arbeitskampf, weil sie nicht in den Verwaltungsetagen rationalisieren und abbauen wollen, weil sie nicht ihre ausländischen Aktivitäten einstellen wollen, sondern weiter weltweit expandieren. Und der deutsche Steuerzahler soll es ausgleichen. Und die Menschen im direkten Bereich, die seit Jahren zu wenig Arbeitsplätze haben, die sollen am Ende des Tages hier auf Lohnverzicht eine Minusrunde in 2021 und 2022 fahren. Sie sagen, es war Missmanagement. Die Bahn selbst sagt, sie hat durch Corona Milliarden Verluste gemacht. Jetzt hat man sich aber mit der Konkurrenzgewerkschaft da geeinigt auf eine Tariferhöhung um 1,5 Prozent zusätzlich. Was verlangen Sie denn konkret? Sie wissen, dass wir am 24. Mai unser Forderungspaket noch mal reduziert haben. Wir haben die Forderung zurückgenommen. Wir haben jetzt die 3,2 Prozent des öffentlichen Dienstes verlangt, die 1.300 Euro Corona-Prämie, sondern 600 Euro, so wie sie im öffentlichen Dienst gezahlt worden sind. Und wir verlangen die Fortsetzung der Betriebsrente. Niemand hat nur ansatzweise im öffentlichen Dienst die Versorgung für Bund und Länder gekündigt oder infrage gestellt. Dieses Management tut das einfach, nimmt Eisenbahnan eine Kleinstrente von ungefähr 150 Euro pro Monat schlicht und ergreifend weg, weil sie von der anderen Gewerkschaft eine Zustimmung bekommen haben, dieses zu tun. Mit uns gibt es das nicht. Und an der Stelle offen und ehrlich, dass wir Arbeitskampf können, weiß jeder. Die Frage, ob wir einen Arbeitskampf ziehen müssen, entscheidet unter anderem auch der Eigentümer mit. Denn der hat Personalkosteneinsparungen verlangt. Der hat nicht so einen, nennen wir es mal, bescheidenen Tarifabschluss verlangt, wie ihn die EVG abgeschlossen hat. Der hat Personalkosteneinsparungen und Sachkosteneinsparungen verlangt in Höhe von 2 Milliarden. Und die kann man auch auf anderen Wege erreichen. Zum Beispiel durch Verzicht auf Boni in den Führungsetagen, der ja teilweise bereits erfolgt ist. Und der eine erhebliche Einsparungssumme gebracht hat. Wenn diese Führungskräfte komplett auf Boni verzichten würden, wäre am Ende des Tages ungefähr 1,5 Milliarden Einsparungssumme allein über vier Jahre über dieses Element vorhanden. Das zeigt die Dimension auf, mit der unsere Verwaltung arbeitet und sich die Taschen füllt. Und das müssen wir unseren Lokführern und Zugbegleitern und auch den anderen Eisenbahnern so nicht beibringen. Wir lehnen das ab. Was sagen Sie aber doch zu dem Vorwurf, das Ganze sei unsolidarisch, denn Sie könnten Ihre Forderung ja auch im Herbst erheben. Wissen Sie, das Management wollte schon im April den Konflikt herbeigeführt haben. Wir haben dafür Sorge getragen, dass es eine Zeit lang über Verhandlungen überhaupt einen Fortschritt gegeben hat. Aber wir erleben in der vierten Verhandlungsrunde das Management uns gegenüber sitzen. Ganz konkret, Herr Seiler, der darum fabuliert von irgendwelchen Solidarbeiträgen. Solidarität, meine Damen und Herren, ist ein wichtiges Gut. Wir werden die erzeugen in unserer Mitgliedschaft. Wir sehen keine Solidarbeiträge der direkten Mitarbeiter im Eisenbahnbereich, hier im System in Deutschland, gegenüber Führungskräften und im Management, das im Ausland Steuergelder verzockt. Diese Solidarität kann man zwar einfordern vom Management unter der Überschrift, wir wollen so weitermachen wie bisher, aber Sie bekommen sie nicht. Sie bekommen keine Solidarität von den Eisenbahnern, um so weiterzumachen, wie sie das bisher gemacht haben. Schlechtes Eisenbahnsystem in Deutschland, Infrastruktur heruntergewirtschaftet, unpünktliche Züge. Und das alles auf dem Rücken derjenigen, die den Zug betriebiert, das ganze Jahr am Leben erhalten haben. Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage. Können Sie den Reisenden in den Sommerferien wenigstens ein bisschen Hoffnung machen, dass es nicht ganz so dramatisch wird? Da geht die Botschaft zurück an die Deutsche Bahn AG. Wir machen den Reisenden Hoffnung, dass hier Vernunft einkehrt, dass das Management auch vom Eigentümer in die Schranken verwiesen wird mit der klaren Botschaft. Ihr habt hier nicht das Recht, Steuermilliarden, die von den Steuerzahlern dieses Landes gezahlt werden, zu verzocken. Wir hatten bereits 14, 15 eine große Tarifauseinandersetzung. Im Nachhinein haben wir sie erfolgreich bestanden. Das Management hat offensichtlich kein kollektives Gedächtnis. Jeder neue Manager tanzt an und übt aufs Neue. Und jetzt probiert Herr Seiler, der von der Telekom kommt, eine neue Tarifauseinandersetzung mit der GDL. Wir stellen mal die Frage, muss das eigentlich sein? Aus unserer Sicht ist ein bescheidener Tarifabschluss durchaus möglich. Und am Ende des Tages muss ein Arbeitskampf nicht sein. Denn alle wissen, dass es geht. Wenn wir streiken, wissen auch alle, dass das Eisenbahnsystem zum Erliegen kommt. Sagt Klaus Weselsky, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitteschön. Kann sein, muss aber nicht. Oder auch in anderen Worten, vielleicht ja, vielleicht nein. Offiziell wird der UFO-Bericht der US-Regierung in zweieinhalb Wochen veröffentlicht. Teile davon sind aber schon bekannt geworden. Und die haben es in sich. Beweise für Außerirdische, die gibt es nicht. Ausgeschlossen werden kann es aber auch nicht. Aus den USA, unser Reporter Steffen Schwarzkopf. Diese Aufnahmen bereiten den US-Militär seit Jahren Kopfzerbrechen. Unidentifizierte fliegende Objekte. Oh mein Gott, es ruftiert, ruft der Air Force Pilot. Erst im letzten Jahr veröffentlichte das Pentagon bis dahin geheim gehaltene Aufnahmen. 120 solcher Sichtungen durch das Militär gab es seit 2001. Und die, die es live erlebt haben, bleiben bis heute dabei. Das war außerirdisch. Wir waren zu viert in der Luft und haben das Ding fünf Minuten lang beobachtet, erzählt der Ex-Pilot Dave Fravor. 2014 war er mit seiner F-18 westlich von Kalifornien unterwegs, als er das sah. Ich bin drauf zu und es stieg immer höher. Als es direkt vor mir war, verschwand es schlagartig. Waren es also UFOs? Der US-Bericht schließt das nicht aus, hält es aber auch für möglich, dass China oder Russland dahinter stecken, die seit Jahren an Überschalltechnologie arbeiten. Doch könnten solche Flieger auch Haken schlagen, die Richtung ändern? Zweifel bleiben. Die Sicherheit unseres Luftraums, unseres Personals sind für den Präsidenten extrem wichtig. Und das gilt für identifizierte und unidentifizierte Objekte. Zwei Drittel aller Amerikaner sind übrigens überzeugt, es gibt Leben auf anderen Planeten. Und 45 Prozent sind der Meinung, es gibt UFOs. Und sie haben uns auch schon besucht. Aber geblieben sind sie offenbar nicht. Wer weiß, was sie gedacht haben, als sie hier angekommen sind. Sprechen wir darüber. Aus München zugeschaltet. Der ehemalige Astronaut Professor Ulrich Walter, wir grüßen Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie aus München. Herr Professor Walter, wo stehen Sie, wenn es um diese UFO-Sichtungen geht? Glauben Sie, dass das wirklich von woanders her gekommen ist, was auch immer es ist? Zunächst handelt es sich nur um unbekannte Flugobjekte. Und das Wort sagt es, es ist unklar, was es ist. Sehr wichtig. Wir interpretieren es oft als Aliens. Das ist eine Interpretation. Aber wir wissen nicht, was es ist. Also wenn ich mir diese Filme, die wir gerade gesehen haben, so anschauen, dann habe ich das Gefühl, da ist so eine Fliege vorne auf dem Objektiv. Die krabbelt da so ein bisschen rum. Und tatsächlich muss man ja wissen, das haben die ja nicht mit eigenen Augen gesehen, sondern mit einer Infrarot-Kamera. Hier sehen Sie es nochmal. Und diese Kamera, Sie sehen, das schwarze Ding scheint sich so ein bisschen zu drehen. Also für mich scheint es nichts zu sein, was da draußen ist, sondern irgendwie etwas, was irgendwie im System, also auf der Kamera vielleicht selber ist. Insofern ist das für mich kein Alien, sondern wirklich etwas Unbekanntes. Vielleicht sogar, wie gesagt, einfach nur ein Fliegenschiss oder so. Aber interessant ist ja auch, dass es mehrere Leute unabhängig voneinander behauptet haben. Ist es denn überhaupt möglich, realistisch, dass es Außerirdische überhaupt da draußen gibt? Sie sind ja schon im Weltraum gewesen. Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe sogar ganze Bücher darüber geschrieben. Ja, es ist möglich. Tatsächlich, also ich bin davon überzeugt, da draußen gibt es andere Zivilisationen. Allein logische Überlegungen machen klar, da muss es andere Zivilisationen geben, weil unser Universum nahezu unendlich groß ist. Und an so unendlich großem Universum können wir eigentlich unmöglich alleine sein. Wenn man allerdings die Frage stellt, wie viele Zivilisationen gibt es in unserer Milchstraße, also in dem Teil, der uns im Prinzip überhaupt zugänglich ist, da ist schon bereits die Wahrscheinlichkeit, dass es da in der näheren Umgebung etwas gibt, praktisch schon null. Also im Prinzip ist es sehr unwahrscheinlich, dass Außerirdische uns besuchen. Und übrigens, man kann zeigen, selbst wenn ich zum nächsten Stern fliegen würde, das ist Alpha Centauri, braucht ich mit sehr gutem Fluggerät. Also das Beste, was man sich vorstellen kann, einige tausend Jahre. Und wissen Sie, einige tausend Jahre, selbst für Außerirdische ist eine lange Zeit. Das macht man nicht mal so als Wochenendtrip. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass da Aliens uns besuchen. Und wenn sie kommen würden, und das habe ich auch in meinen Büchern gesagt, wenn sie kommen würden, dann könnte es nur einen Grund geben, nämlich die Heimat aufzugeben und über Tausende von Jahren zu uns zu fliegen. Da kann es nur einen Grund geben, nämlich die suchen einen neuen Planeten. Und diese Situation möchte ich überhaupt nicht. Aber Professor Walter, jetzt sagen Sie, bei allem, was wir über Fluggeräte wissen, wie man sie bauen kann, vielleicht wissen wir einfach nicht genug. Und auch unsere Fantasie und all unser Wissen reicht nicht aus für das, was eine ganz weit weg entfernte Zivilisation in der Lage ist zu bauen. Ja, das ist ein oft vorgebrachtes Argument, ist allerdings nicht ganz zutreffend. Es gibt Gesetze in der Physik, in denen wir wissen, dass sie grundsätzlich gelten. Also nehmen wir mal eins, man kann nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Wir wissen, dass das aus logischen Gründen nicht anders sein kann. Das heißt, selbst in ferner Zukunft, wie auch immer, wird keiner schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen können. Und allein das zwingt außerirdisch dazu, über Tausende von Jahren unterwegs zu sein, weil selbst Licht nicht schneller fliegen kann. Und das ist ein sehr starkes Argument dafür, dass das eigentlich kaum Aliens sein können. Und schauen Sie sich doch mal die Filme an. Ich meine, das ist doch immer verschwommen. Es ist immer irgendwie nachts, immer verschwommen. Man kann nie genau was sehen. In diesem Fall ein Infrarotfilm. Und das ist ja eigentlich auch wieder das Faszinierende daran. Nur weil man das nicht genau sehen kann, kann man darüber spekulieren. Wenn man es ganz genau sehen würde, dann wäre es die Fliege auf dem Objektiv. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen und zu den Außerirdischen kommen. Es gibt ja auch die Vermutung, dass es möglicherweise Aktionen von Russen oder auch Chinesen sind, die da vielleicht irgendein neues Überschallflugzeug getestet haben. Ja, also das möchte ich nicht ausschließen, dass da Drohnen, das ist ja ganz modern, und tatsächlich sind schon oft Drohnen verwechselt worden mit Aliens oder UFOs. Sowas mag man nicht ausschließen. Aber wenn ich mir jetzt diese Bilder anschaue, dann ist das ja so, dass mittendrin oder mitten auf dem Bild etwas stationär bleibt. Und das kann eine Kamera nicht. Die würde immer ein bisschen wackeln. Und damit würde auch der schwarze Fleck so ein ganz klein wenig wackeln. Tut es aber nicht. Und das ist für mich der Hinweis, dass das, was man da sieht, dieser schwarze Fleck mit dem Objektiv, also mit der Kamera selber was zu tun hat. Sonst würde es eben ganz leicht hin und her wackeln. Aber ja, im Prinzip kann man nicht ausschließen, dass es irgendwelche Drohnen oder irgendwelche, nicht UFOs, halt irgendwelche Überschallgeräte von den Chinesen sind. Aber um ähnlich zu sein, dann müsste man das viel klarer sehen können, als was wir hier sehen. Da haben wir doch wieder was gelernt. Das glauben wir Ihnen mit. Herr Professor Ulrich Walter, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. War mir eine Freude. Wiederschön. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einem Abschlusstraining Düsseldorf verlassen, ist jetzt auf dem Weg ins Teamquartier im bayerischen Herzogenaurach. Und in einer Woche steht das erste EM-Spiel an. In der Münchner Allianz Arena treffen Jogis Jungs auf Frankreich. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start hoffen. Mit 7 zu 1 fickte die deutsche Elf Lettland vom Platz. Und wenn wir uns dieses Spiel noch mal genauer anschauen, mit Dirk Schommerz aus Herzogenaurach zugeschaltet. In welchen Mannschaftsteilen hast du denn schon erste echte Verbesserungen erkennen können? Im Großen und Ganzen kann man sagen, die gesamte Mannschaft hat eigentlich gestern schon wesentlich besser gespielt, als noch im ersten Test gegen die Dänen. Die Abstimmung gerade auch im Offensivbereich war sehr, sehr gut. Kai Havertz hat da sehr gut reingepasst anstelle von Sané. Der hat zwar die zweite Halbzeit dann die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, aber das war doch schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zu Kai Havertz. Also ich gehe mal fest davon aus, dass der Bundestrainer also mit Kai Havertz, mit dem FC Chelsea-Spieler, mit dem Champions-League-Sieger in der Startformation dann auch planen wird. Auch die Variante mit Kimmich auf der rechten Seite, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also alles in allem hat die Mannschaft einen guten, einen soliden Eindruck gemacht. Natürlich nur gegen Lettland und nicht gegen Frankreich. Also die Franzosen sind eine ganz andere Hausnummer, gar keine Frage. Aber das sah doch schon wesentlich flüssiger aus, wesentlich schlüssiger, auch spielerisch. Insofern ein sehr, sehr guter Test und der Bundestrainer wird zufrieden sein zumindest. Aber er hat ja auch schon wieder den einen oder anderen Punkt angemerkt, beispielsweise was Intensität angeht, die war ihm in der zweiten Halbzeit dann nicht hoch genug. Und daran wird man, denke ich, auch in den letzten Tagen hier dann in Herzogenaurach nochmal eifrig arbeiten. Dirk, wir haben ja schon einiges an Turnieren gemeinsam begleitet und eigentlich gab es vor jedem Turnier, ich müsste mich jetzt sehr irren, aber eigentlich vor jedem Turnier immer irgendein Knie, was Probleme machte, ein Knöchel, der Probleme machte. Sind alle gesund? Es sind alle gesund. Es gibt keine Körperteile, die in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, langfristig geschädigt sind. Das ist die eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist natürlich, es gibt auch keinen Corona-Fall. Wenn wir mal auf die Spanier gucken, die haben ja momentan immense Probleme, weil deren Kapitän mit Busquets Corona infiziert ist. Die Mannschaft ist jetzt nur noch im Einzeltraining, also das sind schon immense Probleme. Und deswegen, vielleicht gucken wir uns mal hier nochmal die Örtlichkeiten so ein bisschen an, denn ich stehe hier vor dem Tor zum Homeground. Vielleicht wisst ihr das ja auch, das ist diese ganz spezielle Mannschaftsquartiere, das man hier auf dem Adidas-Compound in Herzogenaurach aufgestellt hat, komplett abgeschirmt. Das ist also nicht nur dieses riesige Tor, was wir hier sehen, sondern ein Areal von 70 Hektar rundherum mit Zäunen umstellt. Die Mannschaft wird hier also komplett in einer Blase sein. Und das hoffentlich hilft dann natürlich auch, um hier gar keinen Corona-Fall in die Mannschaft reinzutragen. Hier kann man trainieren. Ein eigener Fußballplatz ist hier extra zum Training. Man kann hier aber auch Tennis spielen, Beachvolleyball. Also alle Möglichkeiten sind hier da für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Wir hoffen ja, dass es möglichst lange geht. Möglicherweise, so hat es ja Thomas Müller gesagt, bis Mitte Juli. Dirk, also können Sie sich hinterher, wenn es zu früh schief gehen sollte, nicht darauf hinausreden, das Vorbereitungsquartier war jetzt aber nicht so doll. Danke. Bis zum 11. Juli sollten Sie schon noch auf dem Platz stehen, meine ich. Die Hoffnung ist nicht so gut. Als ich das letzte Mal was dazu gesagt habe, sind Sie in der Vorrunde rausgeflogen. Okay, das sagt nichts. Kurze Pause, gleich geht es weiter. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos' Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran, aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppen-Chef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frank. 17 Uhr, ganz herzlich willkommen hier bei uns. Die Kunden der Deutschen Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Ein Grund dafür, die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Klaus Weselski wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks allerdings genau stattfinden sollen und welche Bereiche dann bestreikt werden, das ist noch nicht bekannt. Wir fragen mal ein bisschen genauer nach und zwar bei Michael Wünweber. Der ist uns vom Berliner Hauptbahnhof zugeschaltet. Michael, wir brauchen noch ein bisschen vielleicht mehr Hintergründe. Wo hakt es im Moment in den Verhandlungen? Wer will was und wer will was nicht geben? Na ja, vor allen Dingen hakt es auch beim Geld. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft ja 4,8 Prozent gefordert. Man ist da runtergegangen von der Forderung auf 3,2 Prozent. Aber die Deutsche Bahn hat mit dem Konkurrenzunternehmen der GDL, also der Eisenbahner Gewerkschaft, einen Tarifabschluss ja schon unter Dach und Fach gebracht. Das sind 1,5 Prozent mehr Lohn ab dem ersten Jahr 2022 und daran möchte man sich bei der Deutschen Bahn orientieren. Mit dem Hinweis auch, dass man ja in diesem Corona-Jahr enorme Verluste gemacht hat. 10,5 Milliarden heißt es jetzt neu aus der Bahnzentrale wären die Verluste. Also da ist das Geld natürlich knapp und man möchte sich an dem Tarifabschluss orientieren, der auch für die Flughäfen gilt. Und da ist man hier mit deutlich weniger Geld dann zufrieden, also einer Branche, die ebenfalls Corona-gebeutelt ist und versucht da auf jeden Fall also diese Forderungen der GDL zu drücken. Jetzt fliegen die Vorwürfe hin und her. Wer schuld ist eigentlich an dem Desaster, also an dem Scheitern der Gespräche? Und da schiebt man sich gegenseitig die Verantwortung im Moment zu. Die Situation also verfahren. Und die Bahnkunden sagen was? Hat man schon faule Eier geworfen und Tomaten? Was hast du beobachtet? Nein, also keine faulen Eier, keine Tomaten. Das ist ja auch noch ganz so frech. Und die meisten Kunden wissen ja auch noch nicht so wirklich richtig, worüber sie sich dann am Ende aufregen müssen. Sind sie selbst dann betroffen? Der GDL-Chef sagt ja klar, dass er sich da noch nicht in die Karten schauen lässt. Das ist ja weder zu den Ausmaßen noch hoch dann gestreikt wird. Es gibt lediglich eine vage Hoffnung sozusagen, dass man dann doch den Kunden vorab informiert, dass man sagt, okay, morgen früh um sechs, da fahren keine Züge. Also dass es nicht zu der Situation kommen soll, dass die Kunden, die Passagiere hier auf den Gleisen rumstehen und nicht wissen, wie sie von A nach B kommen soll. Michael, danke schön. Die Ständige Impfkommission wird laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung keine generelle Empfehlung für das Impfen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren aussprechen. Immer wieder hatte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens zuletzt betont, dass die Datenlage nicht ausreichend sei. Die offizielle Entscheidung wird am Donnerstag verkündet. Grundsätzlich ist eine Impfung aber auch ohne generelle Empfehlung möglich. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist in der EU ab zwölf Jahren zugelassen. Ordnen wir das Ganze noch ein bisschen ein. Stefan Wittmann steht vor dem Robert-Koch-Institut in Berlin. Stefan, heißt das jetzt, dass Kinder und Jugendliche am Ende dann doch nicht geimpft werden können? Zumindest vorerst? Nee, da hat sich die STIKO eine Ausweichmöglichkeit gelassen. Denn sie haben ja quasi nur gesagt, für allgemeine 12- bis 17-Jährige können sie keine Empfehlung aussprechen. Es gibt allerdings zwei Unterkategorien, wo dann doch die Empfehlung erteilt wurde. Und zwar zum einen bei Kindern mit Vorerkrankungen. Da geht es um Adipositas, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Lungenerkrankungen zum Beispiel. Oder dann um Kinder, die viel Kontakt zu Erwachsenen haben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen haben lassen können. Da geht es beispielsweise um Krebspatienten, die eben darauf achten müssen, dass das Immunsystem durch die Impfreaktion nicht überfordert wird. Auch da die Impfung also empfohlen. Letztlich liegt die Entscheidungshoheit dann, ob Empfehlung durch die ständige Impfkommission oder nicht, aber bei den Eltern. Was passiert dadurch mit der eigentlich erwünschten Herdenimmunität? Die rückt zumindest so ein bisschen weiter weg, vor allem wenn wir dann den Fokus auf Schulen richten. Da ist es eine relativ einfache Rechnung, mehr Schüler zugegen als Lehrer, die ja dann doppelt geimpft sind, die meisten. Bei den Schülern ist es dann eben so, dass das wahrscheinlich nicht erreicht wird. Und trotzdem sagt die STIKO, darauf kann man sich nicht beziehen, weil man eben nicht den Fremdnutzen sehen muss, also für die Gesellschaft, wo es schön wäre, wenn möglichst viele Menschen geimpft werden, sondern man muss den Eigennutzen der Kinder in den Vordergrund stellen. Und da ist es dann am Ende eine einfache Risikonutzenabwägung. Haben die Kinder ein höheres Risiko, einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf zu erleiden? Nach allem, was wir wissen, ist das Risiko da nicht hoch. Und dann gegenübergestellt dem, wie hoch ist das Risiko, dass sie möglicherweise Impfreaktionen bekommen, die problematisch sind. Und da hat sich die STIKO jetzt erst mal dafür ausgesprochen, dass sie dann eben sagen, diesen Nutzen muss man sehr genau abwägen. Und deswegen können sie nicht für alle in der Altersgruppe 12 bis 17 die Impfempfehlung aussprechen. Stefan, danke schön. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist unterdessen weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf knapp unter 23 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen, und das ist die gute Nachricht, sind mittlerweile bundesweit verabreicht worden. Unser Kollege Paul Sonntag, der hat sich das Ganze noch mal genauer angeschaut, wie es mit den Inzidenzen in Deutschland momentan aussieht. Wir müssen heute auf vor allem die Landkreise schauen, weil das eine bahnbrechende Nachricht eigentlich ist. Vor allem zwei Landkreise, die tun sich da ganz besonders auf. Wenn wir da mal genauer hinschauen, zwei Landkreise haben nämlich inzwischen die Inzidenz von Null erreicht. Das bedeutet keinen Corona-Fall in den letzten sieben Tagen. Trotzdem gibt es natürlich auch noch andere Landkreise. Deswegen haben wir die mal mit reingenommen. Also die, die am besten dastehen und die, die es noch etwas schwerer haben. Wir sehen eben in Friesland, und da haben wir oft drüber gesprochen, dort ist es natürlich auch dadurch bedingt, dass die Bevölkerungsdichte eben nicht so hoch ist, dass man immer relativ überschaubare Zahlen hatte. Dort hat man es jetzt eben geschafft. Genauso auch in Goslar. Trotzdem gibt es eben beispielsweise noch zwei Brücken oder eben Kronach. Da ist man unter der 100 zwar, aber noch nicht ganz da, wo man am Ende hin möchte. Insgesamt die Lage, sehen wir hier an der Seite, ist trotzdem deutlich verbessert. Alle Landkreise sind inzwischen unter der 100. Fast alle, muss man sagen. 393 von insgesamt 412 sind unter der 50 und sogar 70 unter der 10. Das bedeutet, man hat da wirklich die Hoffnung, dass sich dieser Effekt so etwas verstetigt. Wir schauen trotzdem mal auf einen zweiten Indikator noch, der auch immer wieder bei politischen Entscheidungen eine große Rolle spielt. Und gerade auch auf lokaler Ebene wird da immer wieder genau hingeschaut. Und das sind die belegten Intensivbetten. Wir haben viel darüber berichtet, dass es immer wieder Warnungen gab. Wir sehen auch hier einen sehr, sehr stetigen Abfall, der immer weiter nach unten geht und sehen, dass wir dabei ungefähr 1.800 nur noch sind. Aktuell, das war zu Hochzeiten mehr als doppelt so viel. Auch da jetzt natürlich die Hoffnung, dass das weitergeht. Das ist ja immer ein etwas nachlaufender Indikator. Und wir am Ende vielleicht möglicherweise wieder hier dort landen, wo wir eben letzten Sommer waren. Und, und das ist das Entscheidende, auch nicht mehr in eine mögliche vierte Welle kommen. Und da liegt die Hoffnung vor allem eben auf den Impfungen. Da müssen wir auch noch mal genauer drauf schauen. Wie ist denn der Stand aktuell in ganz Deutschland? Das ist dann immer aufgeteilt nach Bundesländern, weil ja eben die Bundesländer auch unterschiedlich entscheiden. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum gibt es hier überhaupt Unterschiede bei den Erstimpfungen? Warum sind manche schneller, manche langsamer? Dazu kommen wir gleich. 700.000 ist das Mittel, was in Deutschland im Moment am Tag ungefähr geschafft wird. Acht Geimpfte rein theoretisch pro Sekunde wären das. Und fast die Hälfte, 46 Prozent, haben schon eine erste Impfung bekommen. Jetzt zu den Unterschieden. Warum gibt es eben doch da Schwankungen von 10 Prozent zwischen Bundesland und Bundesland? Das liegt nicht immer an ineffizientem Impfen beispielsweise oder an zu wenig Impfstoff, weil der wird ja auch sehr anteilig aufgeteilt. Nein, das liegt vor allem daran, dass manche Bundesländer eben doch den Fokus eher auf die Zweitimpfungen legen, nicht so viel eben für die Erstimpfungen dann rausgeben. Und da sehen wir am Beispiel Sachsen, hier bei den Erstimpfungen relativ weit hinten, aber eben, und das ist das Entscheidende, bei den Zweitimpfungen mit vorne dabei. Ganz entscheidend, das nur als ein Beispiel. Also da sieht man eben, dass unterschiedliche Politik in den einzelnen Ländern dann auch eben ganz unterschiedlich umgesetzt wird. Der serbische Ex-General Mladic ist wegen des Völkermords und Kriegsverbrechen auch in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der heute 79-Jährige hatte versucht, das 2017 gegen ihn ergangene Urteil in einem Berufungsverfahren aufheben zu lassen und einen Freispruch zu erzielen. Er wird nun den Rest seines Lebens in Haft verbringen. Mladic ist laut dem Urteil unter anderem für die Ermordung von mehr als 8000 Muslimen in Srebrenica und die dreijährige blutige Belagerung Sarajevos verantwortlich. Frankreichs Präsident Macron ist bei einer Südfrankreich-Reise von einem Mann geohrfeigt worden. Auf Handy-Videos ist zu sehen, wie Macron nach dem Besuch einer Kochschule auf Schaulustige zugeht und ein Gespräch beginnen will. In diesem Moment schlägt der Angreifer zu. Die Polizei hat zwei Menschen festgenommen. Knapp ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist Macron seit einigen Tagen auf Tour de France. Bei der Rundreise will der 43-Jährige seine Chancen für eine Wiederwahl ausloten. Apropos Wahlen. Sie haben zwar noch nicht am Zaun des Kanzleramtes gerüttelt, doch genau da wollen die Grünen am liebsten rein. Inzwischen wachsen allerdings die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September auch wirklich klappen kann. Die 40-Jährige hat gerade nicht wirklich einen Lauf. Wie sich jetzt herausstellt, hat sie ihren Lebenslauf bereits vor vielen Jahren geändert. Außerdem Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat. Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Und auch, welche Strategie Baerbocks Wahlkampfteam da wohl verfolgen wird, ist fraglich. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kippen kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Wenn geballtes kriminalistisches Können sich zusammentut, dann sind solche Ermittlungserfolge möglich. Nicht mit einer selbst entwickelten Messenger-App. Nämlich ist dem FBI in Zusammenarbeit mit australischen Ermittlern und Europol ein Schlag gegen die internationale Kriminalität gewünscht. Während Kriminelle diese App als sicher einstuften, hörten die Behörden mit und schlugen dann gestern zu. Weltweit wurden Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht. Nadine Mierdorfer, die 1. Über Monate hatten Ermittler ihre Chats mitgelesen. Jetzt wurden sie festgesetzt. Nicht nur ein paar Kriminelle, sondern weltweit mehr als 800 mutmaßliche Verbrecher. Es geht um Mordaufträge, Korruption, Geldwäsche, Waffen und tonnenweise Drogen. Die Operation Trojanischer Schild erfolgte unter Leitung des FBI. Weltweit koordiniert und erfolgreich. Das FBI spricht sogar von nahezu atemberaubenden Ergebnissen. Wir haben spezielle verschlüsselte Geräte benutzt, die es ermöglicht haben, die Kommunikation der verdächtigen Personen zu überwachen. Wir konnten Fotos sehen von hunderten Tonnen von Kokain, die in Obstkisten versteckt waren. Mehr als 100 Mordkomplotte konnten verhindert werden. Mehr als 6 Tonnen Kokain und zahlreiche weitere Drogen konnten sichergestellt werden. 184 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen wurden beschlagnahmt. Insgesamt waren 16 Länder an der internationalen Operation beteiligt, darunter auch Deutschland. Hier in Essen stellen Ermittler eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen sicher. Den Verdächtigen kamen die Ermittler durch die Auswertung verschlüsselter Krypto-Chats auf die Spur. Dafür schleusten Undercover-Beamte speziell präparierte Telefone in mehr als 300 Banden ein. Das FBI hatte über Monate Zugriff auf mehr als 12.000 Geräte. Keiner kann sich sicher sein. Und auch wenn er verschlüsselt kommuniziert, wir werden alles daran setzen, auch diese Täter aus der Anonymität herauszuholen. Und es ist ein Schlag, denn das, was wir sichergestellt haben, das ist erheblich. Verdacht der Geldwäsche auch in Leverkusen. Dort durchsuchten Beamte das Grundstück eines Clanchefs. Mehrere Familienmitglieder wurden festgenommen. Dieses Jahr über 100 Milliarden Euro. Und in den kommenden Jahren, da wird es sukzessive noch mehr. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen, die laufenden Ausgaben einfach nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium gefunden haben. Die Koppelung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit heißt faktisch länger arbeiten, und zwar bis 68. Sie betrifft es vor allem. Jüngere Arbeitnehmer sollen länger arbeiten, damit das Rentensystem nicht kollabiert. Betroffen wären alle, die 47 oder jünger sind. Der Vorschlag, die Arbeitszeit an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, kommt vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministers. Das ist doch völlig selbstverständlich. Wenn wir immer länger und länger und länger leben, dann wird man auch ein wenig länger arbeiten müssen. Die Berater warnen vor einer Kostenexplosion bei der Rentenkasse, wenn die geburtenstarken Babyboomer ab 2025 in den Ruhestand wechseln. Im Durchschnitt erleben Männer dann noch 18 Rentenjahre, Frauen 21. Weil die Lebenserwartung zunimmt, steigt auch das Renteneintrittsalter. Aktuell liegt es bei 65,7 Jahren, 2029 bei 67. Die Experten fordern nun die Steigerung auf 68 ab 2042. Es macht mir irgendwie ein bisschen Angst, weil ich es ungerecht finde. Die Leute werden älter. Und in dem Zusammenhang, wenn man dann ein bisschen länger arbeitet, das finde ich schon voll okay. Ich würde gerne früher in Rente gehen. Manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60. Und die sind nicht mehr fit. Über 400.000 Menschen beantragen jährlich Frührente und müssen dafür erhebliche Abschläge hinnehmen. Auch deshalb lehnen Gewerkschaften und Linke den aktuellen Vorschlag empört ab. Der SPD-Arbeitsminister verspricht, wenn es nur genügend Jobs gibt, sei die Rente mit 68 vermeidbar. Wenn es uns gelingt, das Beschäftigungspotenzial im erwerbsfähigen Alter möglichst voll auszuschöpfen, dann werden wir keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters brauchen. Ob das klappt, ist offen. Deshalb könnten unsere Büros der Zukunft möglicherweise so aussehen. Hier ist die Hilfe. Hitze und Trockenheit als Folge des Klimawandels. In einigen Regionen Deutschlands wird das Wasser jetzt schon zeitweise knapp, warnt die Bundesumweltministerin. Ja, ganz genau. Svenja Schulze, die will auch was dagegen tun. Nämlich mit einem nationalen Wasserstrategietag will sie das Thema jetzt angehen und da richtig viel Geld reinpumpen. Isabel Finzel hat die Einzelheiten. Duschen, Wäsche waschen, Geschirr spülen. Was für uns zu jeder Zeit selbstverständlich ist, könnte in einigen Jahren zum Problem werden. Der Klimawandel lässt Wasser knapp werden, auch in einigen Regionen bei uns. Die Umweltministerin will gegensteuern, eine Milliarde Euro investieren und wertvolles Wasser klüger nutzen. In der Industrie, Landwirtschaft und im Haushalt. Es gibt Regionen, wo einfach zu viel Wasser gleichzeitig entnommen wird. Wenn man am frühen Morgen oder abends den Garten sprengt, ist es nicht so ein Problem wie mitten am Tag, wo sehr viele dann das Wasser abfordern. Deshalb könnte zum Beispiel Wasser frühmorgens oder spätabends günstiger werden, tagsüber dafür teurer. Das meiste Wasser verbrauchen aber Industrie und Landwirtschaft nicht die Haushalte. Unser privater Verbrauch pro Kopf ist sogar leicht zurückgegangen. 129 Liter Wasser täglich verbrauchte jeder Deutsche im vergangenen Jahr. 1990 waren es noch 147 Liter. Am meisten fließt beim Baden oder Duschen, gefolgt von der Klospülung und der Waschmaschine. Sollte Wasser in einer Region knapp werden, könnte auch eine Priorisierung kommen. Trinkwasser geht dann vor Poolbefüllen und Rasensprengen. Nach unserer Auffassung muss die öffentliche Trinkwasserversorgung absoluten Vorrang haben, bevor wir dazu übergehen, andere Bereiche mit Trinkwasser zu versorgen, wenn es zu Knappheitsindikationen kommen sollte. Doch nicht nur Dürre und Trockenheit sind ein Problem. Auch die zunehmende Belastung von Grundwasser, Seen und Flüssen mit Nitrat sorgt dafür, dass unser sauberes Trinkwasser knapper wird. Und möglicherweise das fehlende Trinkwasser war auch in China ein großes Problem. Für eine Elefantenherde, die sich auf die lange Reise begeben hat, vielleicht auch das fehlende Nahrungsangebot. Jedenfalls sorgt diese Gruppe in China für großes Aufsehen. Die Tiere haben diese Woche eine Metropole erreicht. Und der Schaden geht bereits in die Millionen. Eine Mauer aus Lastwagen soll nun Häuser und Menschen vor den Elefanten schützen. Andreas Büttner berichtet. Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. Die in der Wildnis lebenden Elefanten haben bereits am 16. April ihre Heimat verlassen und sind seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Doch die Herde hat bereits jetzt einen Schaden von mehr als einer Million Euro angerichtet und 56 Hektar Land zerstört. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den konflikt zwischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlau. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an. Doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einem Abschlusstraining Düsseldorf verlassen und ist im Teamquartier im bayerischen Herzogenaurach. In einer Woche steht dann das erste EM-Spiel an. In der Münchner Allianz Arena treffen Jogis Jungs auf Frankreich. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start ins Turnier hoffen. Mit 7 zu 1 fickten die Deutschen Lettland vom Platz. Aber irgendwas sagt mir, Dirk Schommers, oh mein Gott, bei euch regnet es. Oh, das tut mir leid. Gut, irgendwas sagt mir, dass das mit Frankreich nicht so funktionieren wird. Ja, so leicht wie gegen die Letten wird das mit Sicherheit am nächsten Dienstag nicht so zu sich gehen. 7 zu 1 im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich wäre natürlich ein absolutes Wunschergebnis des Bundestrainers. Aber ich glaube, es wird deutlich schwieriger. Aber das, was die Mannschaft ja gezeigt hat gestern Abend, das lässt zumindest hoffen, dass man vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen könnte. So, wenn man denn die nächsten Tage hier in Herzogenaurach dann auch noch fleißig nutzt und vielleicht noch an den einen oder anderen Schwächen im deutschen Spiel dann auch arbeitet. Der Bundestrainer hat ja gesagt, so das, was ihm nicht gefallen hat, neben all den positiven Erkenntnissen aus der Partie gestern Abend, war zum Beispiel die Intensität in der zweiten Halbzeit. Vielleicht auch die eine oder andere Personalie, was Abstimmung angreht. Wir haben ja dann in der zweiten Halbzeit beispielsweise auch einen wie Roy Sané gesehen. Da hat Kai Havertz in der ersten Halbzeit auch einen wesentlich besseren Eindruck gemacht. Also es gibt durchaus noch das ein oder andere Stellschräubchen, woran der Bundestrainer drehen kann. Und das wird er dann hier in Herzogenaurach in den nächsten Tagen dann bis kommenden Dienstag auch tun wollen. Wie ist eigentlich mittlerweile die Stimmung im Team? Da sind ja nun auch diejenigen zurückgekommen, die von Jogi Lohf wieder geholt wurden. Erstmal aussortiert nach 2018. Jetzt sind sie wieder mit dabei. Wie kommt man zurecht? Ja, man kommt sehr, sehr gut zurecht. Wir haben auch mal die Nationalspieler gefragt, wie ihr Eindruck ist im Vergleich zur WM 2018. Da haben wir ja auch von außen betrachtet immer gesagt, die Stimmung ist gut. Es hieß auch aus dem Team immer, die Stimmung ist klasse. Damals, also vor drei Jahren, ist das ja inzwischen schon wieder her. Und auch diesmal haben wir sie danach gefragt. Und sie meinen, es wäre tatsächlich jetzt anders. Die Mischung würde besser passen zwischen Jung und Alt. Und alle hätten eben ein Feuer in sich, ein gutes Turnier zu spielen. Das war wohl so vor der WM nicht. Stimmung ist aber, muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, ist das eine. Und dann Leistung auf dem Platz etwas vollkommen anderes. Also die Mannschaft mag zwar ganz gut miteinander klarkommen, aber es kommt ja darauf an, wie sie dann eben klarkommen in den drei Gruppenspielen gegen erst mal Frankreich, dann Portugal und dann am Ende Ungarn. Dirk, danke schön. Echtes Fritz-Walter-Wetter haben wir da gesehen. Wenn es so weitergeht, dann wird das was. Das haben Sie nicht verdient. Es ist hoffentlich regnet es durch. Aber Sie haben es trotzdem nicht verdient. Wir sind gleich wieder für Sie da. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum. Für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet. Jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch mehr Regen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize Teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung sein, aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppenchef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen. Dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Und weiter geht's bei Welt, hallo und herzlich willkommen. Die Kunden der Deutschen Bahn, die müssen sich in der Sommerreisezeit ausgerechnet dann auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Weselsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche genau bestreikt werden, ist noch nicht bekannt. Da fragen wir nochmal genauer nach. Michael Wöhlenweber ist am Berliner Hauptbahnhof zugeschaltet. Warum sind die Fronten so verhärtet und lag da wirklich kein geeignetes Angebot auf dem Tisch? Ja, da gibt es unterschiedliche Angaben zu. Wir haben ja schon gehört, dass der GDL-Chef sagt, es hätte da kein neues Angebot auf dem Tisch gelegen. Die Deutsche Bahn sieht das etwas anders, was sie da auf den Tisch gelegt hat. Das sieht sie durchaus als Angebot, aber offensichtlich möchte die GDL über diese Stöckchen nicht springen. Und die Unterschiede sind noch riesengroß, denn die GDL verlangt deutlich mehr Geld, als die Bahn bereit ist zu bieten. Die sich daran orientieren möchte zum Beispiel, was jetzt auch in Flughafenbetrieben gezahlt wird, die ebenfalls so gebeutelt worden sind durch die Pandemie und bei der Deutschen Bahn. Der Schaden durch die Pandemie 10,5 Milliarden heißt mit anderen Worten, man ist klamm, man hat kein Geld in der Kasse. Da wachsen die Möglichkeiten nicht in den Himmel. Man ist bereit, 1,5 Prozent zu zahlen, so wie auch den Eisenbahnen, also der Eisenbahn-Gewerkschaft, mit denen man einen Tarifvertrag ja ausgehandelt hat, 1,5 Prozent ab 2022. Aber die Bahn möchte auch eine sehr, sehr lange Laufzeit, offensichtlich. Und insgesamt ist das ein indiskutables Angebot, der Denke zumindest der GDL. Und für die Bahn, sie sagen, wir sind schon ganz gut dabei, haben doch Zugeständnisse gemacht. Aber mit anderen Worten, im Moment offensichtlich keine Möglichkeit, da einen Kompromiss zu finden. Michael, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Sie haben zwar nicht am Zaun des Kanzleramts gerüttelt, doch genau da wollen die Grünen natürlich am liebsten rein. Inzwischen aber gibt es doch Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Baerbock im September gelingen kann. Die 40-Jährige hat momentan, sagen wir mal, keinen wirklich guten Lauf. Wie sich jetzt herausstellte, hat Baerbock ihren Lebenslauf bereits vor vielen Jahren verändert. Frisiert, sagen einige. Außerdem sind da Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat. Oder auch die Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Da fragen sich jetzt viele, welche Strategie Baerbocks Wahlkampfteam wohl verfolgt. Isabel Finzel mit Antworten. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kitten kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Wir freuen uns sehr, jetzt Johannes Boje bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist der Chefredakteur der Welt am Sonntag. Und die Welt am Sonntag, Herr Boje, ist ja die Zeitung, die in Sachen Lebenslaufe Annalena Baerbock das eine oder andere noch mal zu Tage gefördert hat. Wie hat es angefangen? So ist es. Ja, wir sind erst am Samstag an unserem letzten Produktionstag richtig darauf eingestiegen, weil wir eben Hinweise bekommen haben, dass nicht nur mit den Mitgliedschaften von Frau Baerbock, da war schon bekannt, dass es einige Probleme gibt, etwas nicht stimmt, sondern auch mit einer Berufsbezeichnung ihrer selbst im Lebenslauf. Und da ging es um die Frage, wann und in welchem Zeitraum war sie wirklich Büroleiterin einer Europaabgeordneten. Sie hat da einen ganzen Zeitraum angegeben. Wir haben dann recherchiert, auch nach Hinweisen, die wir im Internet gefunden haben, dass das eben nur für einen Teil dieses Zeitraums der Fall war. Und das ist ja doch eine relativ gravierende Sache. Bin ich nun Büroleiter, Büroleiterin oder eben nicht? Das ist ja ein wichtiger Jobtitel. Wie muss man überhaupt diese Unstimmigkeiten im Lebenslauf einordnen? Ist das gravierend? Sind das Kleinigkeiten? Was sagt das auch aus über Frau Baerbock selbst? Tja, also wissen Sie, manches sind Kleinigkeiten, ganz klar. Da würde ich auch immer ihr das zugutehalten wollen und sagen wollen, Mensch, Lebenslauf, komplexes Konstrukt. Aber erstens ist Frau Baerbock Kanzlerkandidatin. Da erwarte ich von dem Team und auch von der Kandidatin selbst, dass sie das Schritt für Schritt durchgegangen ist, dass da alles sitzt. Und zweitens gibt es einige Sachen, die sind eben keine Kleinigkeiten. Wir sprachen gerade Büroleiterin ja oder nein. Wenn man nun Kanzlerkandidatin ist, stellt sich ja die Frage, wie viel Erfahrung hat jemand? Ja, hat er schon mal Führungserfahrung gehabt? Und gerade bei Frau Baerbock stellt sich diese Frage, wenn man dann diese Position aufbläst, dann sagt das nichts Gutes aus. Und zu guter Letzt, die Summe macht es. Die Summe der Änderungen zeigt eben, dass sich hier jemand kontinuierlich größer, wichtiger gemacht hat, als Frau Baerbock vielleicht selbst ihrem Lebenslauf nach im Moment ist. Herr Boje, was haben Sie rausrecherchieren können? Wann hat es denn die ersten Veränderungen am Lebenslauf gegeben? Wann beginnt das, dass man da nochmal sich hingesetzt hat, offenbar und gesagt hat, Oh, wir schrauben nochmal ein bisschen. Das ist jetzt eine ganz neue Geschichte aus Welt. Nicht aus Welt am Sonntag, haben die Kollegen heute nochmal nachgelegt. Das geht schon Jahre zurück. Und je weiter man zurückgeht, umso mehr scheint es mir jetzt, sind es Nachlässigkeiten, Institute falsch benannt, aus einem Praktikum war ursprünglich eine wissenschaftliche Mitarbeit geworden, klingt auch gleich nach viel mehr, ist jetzt wieder zurückgeendet worden in ein Trainee. Das ist so ein Trick, so mit Worten zu hin und her schieben. Und wissen Sie, nachdem das offenbar seit Jahren geht, Was ich am wenigsten verstehe ist, warum hat man nicht nach den Problemen, die es ganz zu Beginn gab, mal gesagt, Mensch, diese Parteichefin ist jetzt Kanzlerkandidatin, wir müssen jetzt den Lebenslauf Stück für Stück durchkämmen, hier darf es keine Fehler mehr geben. Das ist eine relativ einfache Aufgabe für ein Wahlkampfteam. Hat man es verpennt? Eben. Warum? Das müssten Sie die Grünen fragen. Ja, es war klar. Das müssen Sie die Grünen fragen. Ich befürchte, man ist nicht professionell genug. Das darf ich auch erzählen aus den Anfragen, die wir schicken und wo wir dann Antwort erhalten, wo wir ja genau danach fragen und eben sagen, wie ist es jetzt, was hat es damit auf sich, kommen immer so Ausflüchte. Dann heißt es, der Lebenslauf fasse kursorisch wichtige Stellen zusammen. Ja gut, das ist halt so um das Problem rumformuliert. Hätte man es gut gemacht, hätte man zu Beginn einmal gesagt, es gab im Lebenslauf von Annalena Baerbock die eine oder andere Kleinigkeit, das haben wir behoben, Schwamm drüber, ja, dann wäre das gegessen. Aber dadurch, dass das Stück für Stück kommt, wird das uns noch eine Weile als Thema erhalten bleiben und es schadet der Kandidatin. Ich muss jetzt nochmal ganz plump fragen, die Frau hat ja wohl auch eine Doktorarbeit abgebrochen, aber hat sie überhaupt einen Beruf oder irgendwas, was sie qualifiziert, dann auch später Kanzlerin werden zu wollen? Das müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie ihr diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe zutrauen. Aber das Berufliche? Sie hat auf jeden Fall ihr Studium beendet, sie hat die Promotion abgebrochen, bezeichnet sich aber weiter an der einen oder anderen Stelle als Doktorandin, ist ein eher kleineres Thema im Vergleich zu den anderen, weil sie dann eben auch erwähnt, Promotion abgebrochen. Ja, da allerdings auch interessant, schwingt auch wieder das Wort Völkerrecht mit Promotion des Völkerrechts. Da mache ich mich natürlich unheimlich groß. Wenn am Ende bei genauer Betrachtung diese Qualifikationen gar nicht vorhanden sind oder nicht in dem Ausmaß, wie sie im Lebenslauf eingetragen sind, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Simon, da muss man die Frage stellen können, was ist diese Frau eigentlich beruflich gesehen? Ja, natürlich Parteichefin, ist auch ein verantwortungsvolles Amt, sollte man nicht kleinreden, aber so gesehen kein Beruf. Schauen wir noch mal auf die Wählerinnen und Wähler zurück. Herr Boer, Sie beobachten natürlich die gesamte politische Landschaft, haben auch ein gutes Auge, so ein bisschen auf die Stimmungen auch. Glauben Sie, das, was hier gerade passiert, der klassische Grünen-Wähler, ist das jemand, den das wirklich tangiert? Oder sagt er sich, es ist völlig wurscht? Es gibt, glaube ich, so die wirkliche Fanbase, die ist bereit, das wegzuwischen. Da hören wir auch Kritik wie, das ist frauenfeindlich. Kampagne. Kampagne, so würde man Mann nicht anfassen. Was ich ehrlich gesagt von Welt am Sonntag, aber auch von den Kolleginnen und Kollegen beim Spiegel, bei der Süddeutschen, die alle darüber berichten, weisen möchte. Nein, wer Kanzlerin oder Kanzler werden möchte, der muss sich das gefallen lassen. Und dann gibt es natürlich aber auch bei den Grünen sehr viele hochgebildete Bürger, selbst mit hohen Bildungsabschlüssen, die stört das. Und wenn man die letzten fünf Wochen anschaut, da muss man feststellen, dass in der Frage, wenn Sie, lieber Bürger, den Kanzler, die Kanzlerin direkt wählen könnten, würden Sie Frau Baerbock wählen. Frau Baerbock also schon acht Prozentpunkte verloren hat, alleine in fünf Wochen. Und da trägt es sicher auch dazu bei, dass sie selber eben diese Themen, über die sie jetzt stolpert, so extrem hochgehängt hat. Wir erinnern uns alle daran, wie sie zu ihrem Co-Vorsitzenden sagte, sinngemäß, Robert, du kommst von der Schweinezucht, vom Hause her, sehr gestellst vorgetragen, ich komme vom Völkerrecht. Und jetzt stolpert sie genau über dieses Thema. Und das wird auch die grünen Wähler nicht kalt lassen. Sagt Johannes Boje, Chefredakteur der Welt am Sonntag. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wir bleiben politisch. Dieses Jahr über 100 Milliarden Euro. In den kommenden Jahren wird sukzessive mehr. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium unter Peter Altmaier jetzt einen Stein der Weisen gefunden haben. Um es mal flapsig zu formulieren, die Kopplung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit. Und das heißt am Ende für uns alle länger arbeiten und zwar bis 68 Jahre. Sie betrifft es vor allem. Jüngere Arbeitnehmer sollen länger arbeiten, damit das Rentensystem nicht kollabiert. Betroffen wären alle, die 47 oder jünger sind. Der Vorschlag, die Arbeitszeit an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, kommt vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministers. Das ist doch völlig selbstverständlich. Wenn wir immer länger und länger und länger leben, dann wird man auch ein wenig länger arbeiten müssen. Die Berater warnen vor einer Kostenexplosion bei der Rentenkasse, wenn die geburtenstarken Babyboomer ab 2025 in den Ruhestand wechseln. Im Durchschnitt erleben Männer dann noch 18 Rentenjahre, Frauen 21. Weil die Lebenserwartung zunimmt, steigt auch das Renteneintrittsalter. Aktuell liegt es bei 65,7 Jahren, 2029 bei 67. Die Experten fordern nun die Steigerung auf 68 ab 2042. Es macht mir irgendwie ein bisschen Angst, weil ich es ungerecht finde. Die Leute werden älter und in dem Zusammenhang, wenn man dann ein bisschen länger arbeitet, das finde ich schon voll okay. Ich würde gerne früher in Rente gehen. Manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Über 400.000 Menschen beantragen jährlich Frührente und müssen dafür erhebliche Abschläge hinnehmen. Auch deshalb lehnen Gewerkschaften und Linke den aktuellen Vorschlag empört ab. Der SPD-Arbeitsminister verspricht, wenn es nur genügend Jobs gibt, sei die Rente mit 68 vermeidbar. Wenn es uns gelingt, das Beschäftigungspotenzial im erwerbsfähigen Alter möglichst voll auszuschöpfen, dann werden wir keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters brauchen. Ob das klappt, ist offen. Deshalb könnten unsere Büros der Zukunft möglicherweise so aussehen. Wegen der weiter sinkenden Infektionszahlen kommt es in den Bundesländern zu weiteren Lockerungen. In Sachsen zum Beispiel und Mecklenburg-Vorpommern fällt ab kommenden Montag die Maskenpflicht an den Schulen. In Hamburg dürfen ab Freitags Hotels wieder zu 100 Prozent belegt werden. Und in den Niederlanden, da kippte, in Niedersachsen, pardon, da kippte das Oberverwaltungsgericht das pandemiebedingte Verbot von Prostitution. Bordelle dürfen damit wieder öffnen. Allerdings gelten die Auflagen für körpernahe Dienstleistungen. Zum Beispiel die Maskenpflicht. Nun ja. Hitze und Trockenheit als Folge des Klimawandels in einigen Regionen Deutschlands. Werde das Wasser jetzt schon zeitweise knapp, warnt die Bundesumweltministerin. Svenja Schulze und sie hat jetzt mit einer nationalen Wasserstrategie das Thema nochmal aufgerollt. Isabel Finzel hat die Einzelheiten. Duschen, Wäsche waschen, Geschirr spülen. Was für uns zu jeder Zeit selbstverständlich ist, könnte in einigen Jahren zum Problem werden. Der Klimawandel lässt Wasser knapp werden, auch in einigen Regionen bei uns. Die Umweltministerin will gegensteuern, eine Milliarde Euro investieren und wertvolles Wasser klüger nutzen. In der Industrie, Landwirtschaft und im Haushalt. Es gibt Regionen, wo einfach zu viel Wasser gleichzeitig entnommen wird. Wenn man am frühen Morgen oder abends den Garten sprengt, ist es nicht so ein Problem wie mitten am Tag, wo sehr viele dann das Wasser abfordern. Deshalb könnte zum Beispiel Wasser frühmorgens oder spätabends günstiger werden, tagsüber dafür teurer. Das meiste Wasser verbrauchen aber Industrie und Landwirtschaft nicht die Haushalte. Unser privater Verbrauch pro Kopf ist sogar leicht zurückgegangen. 129 Liter Wasser täglich verbrauchte jeder Deutsche im vergangenen Jahr. 1990 waren es noch 147 Liter. Am meisten fließt beim Baden oder Duschen, gefolgt von der Klospülung und der Waschmaschine. Sollte Wasser in einer Region knapp werden, könnte auch eine Priorisierung kommen. Trinkwasser geht dann vor Poolbefüllen und Rasensprengen. Nach unserer Auffassung muss die öffentliche Trinkwasserversorgung absoluten Vorrang haben, bevor wir dazu übergehen, andere Bereiche mit Trinkwasser zu versorgen, wenn es zu Knappheitsindikationen kommen sollte. Doch nicht nur Dürre und Trockenheit sind ein Problem. Auch die zunehmende Belastung von Grundwasser, Seen und Flüssen mit Nitrat sorgt dafür, dass unser sauberes Trinkwasser knapper wird. Der serbische Ex-General Mladic ist wegen Völkermords und Kriegsverbrechen auch in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der heute 79-Jährige hatte versucht, das 2017 gegen ihn ergangene Urteil in einem Berufungsverfahren aufheben zu lassen und einen Freispruch zu erzielen. Er wird nun den Rest seines Lebens in Haft verbringen. Mladic ist laut diesem Urteil unter anderem für die Ermordung von mehr als 8000 Muslimen in Srebrenica und die dreijährige blutige Belagerung Sarajevos verantwortlich. Frankreichs Präsident Macron ist bei einer Südfrankreich-Reise von einem Mann geohrfeigt worden. Auf Handy-Videos ist zu sehen, wie Macron nach dem Besuch einer Kochschule auf Schaulustige zugeht und ein Gespräch beginnen will. In diesem Moment schlägt der Angreifer zu. Die Polizei hat zwei Menschen festgenommen. Knapp ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist Macron seit einigen Tagen auf Tour de France. Bei der Rundreise will der 43-Jährige seine Chancen auf eine Wiederwahl ausloten. Das erinnert ein wenig an die Eierwürfe auf Herrn Kohl vor 30 Jahren. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ein bisschen her, ja. Wir schauen mal auf den Weltraumtourismus. Und das klang vor wenigen Jahren nur noch nach purer Tagträumerei. Darf man durchaus sagen, doch am 20. Juli, da ist es jetzt wohl soweit. Denn Amazon-Gründer und Milliardär Jeff Bezos wird dann ins All fliegen. Das gab sein Unternehmen Blue Origin bekannt. Ganz billig ist das natürlich nicht. Ein Platz kostet mindestens 3,2 Millionen Dollar. Die Auktion läuft übrigens noch. Wen er mitnimmt und wer außer Bezos noch in diesem Jahr ins All startet, darüber berichtet Steffen Schwarzkopf. 15 Mal wurde getestet. Jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard down wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot, 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran. Aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Wolltest du mitfliegen, wenn du das Geld hättest? Nein. Ich auch nicht. Sind wir uns einig. Aber wir berichten drüber. Das auf jeden Fall. Wir berichten auch gleich weiter. Kurze Pause noch. Jahrzehntelang waren sie verloren. Weltraumtourismus, das ist für viele Menschen ein Traum, für den man allerdings auch das nötige Kleingeld haben muss. Und aus der Träumerei scheint jetzt immer mehr Realität zu werden. Einer der maßgeblichen Förderer ist nämlich der Amazon-Boss. Und Jeff Bezos hat jetzt angekündigt, an Bord der Raumkapsel eines eigenen Weltraumunternehmens Blue Origin am 20. Juli ins All zu fliegen. Und es sind noch ein paar Plätze frei, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf jetzt zeigt. 15 Mal wurde getestet, jetzt wird es so ernst wie nie zuvor. In exakt sechs Wochen geht es von Texas aus ins All, knapp 100 Kilometer hoch. Und an Bord wird Jeff Bezos einen besonderen Fluggast haben. Kommst du mit? Im Ernst? Bezos' Bruder Mark ist dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den ersten Flug machen würde. Und als er mich fragte, ob ich mitkommen will, war ich einfach nur erschlagen. Die beiden sind seit Kindesbeinen an Best Buddies. Jetzt soll das Abenteuer ihres Lebens folgen. Das im Übrigen nur elf Minuten in der New Shepard dauern wird. Und für das ein weiterer Begleiter gesucht wird. Per Auktion. Momentan höchstes Gebot 2,8 Millionen Dollar. Das Geld geht an einen guten Zweck. Elon Musk ist erst im September dran, aber nicht er selbst, sondern vier ausgewählte Touristen werden dann mit der SpaceX Dragon Kapsel ins All starten. Hayley Arsenault wird mit 29 Jahren der jüngste Mensch im All sein. Und auch Virgin Galactic will noch dieses Jahr abheben mit der VSS Imagine. 90 Minuten soll der Flug in rund 80 Kilometern Höhe dauern. Und das soll nur der Anfang sein. Unser Plan ist es, eine ganze Reihe von Raumschiffen zu bauen und dann jedes Jahr bis zu 500 Flüge zu haben. Drei weitere Unternehmen arbeiten momentan am Projekt Weltraumtourismus, teils sogar inklusive Hotel in den Sternen. Doch nun schreiben die Bezos-Brüder erst einmal Geschichte. Der Countdown für den 20. Juli läuft. Vor allem in Baden-Württemberg hat es in der Nacht wieder heftige Unwetter gegeben. Vorübergehend stand auch das Werk des Automobilherstellers Audi in Neckars Ulm fast komplett unter Wasser. Weiter südlich in Richtung Bodensee fiel noch Meerregen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Das Wasser schoss durch die Straßen. Mehrere Ortschaften sind regelrecht abgesoffen. In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ertrunken. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde er von den Wassermassen überrascht. Erst Stunden später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute die Leiche des 65-Jährigen bergen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 22,6 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an Benachteiligte, fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. Die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Jens Spahn hin. Das sagte FDP-Fraktionsvize teurer. Leider sei es vor der Bundestagswahl zu spät, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Hintergrund sind Berichte, wonach Spahns Ministerium weniger gründlich getestete Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber trotzdem sicher. In Sachsen-Anhalt brechen dem Wahlgewinner Haseloff die potenziellen Koalitionspartner weg. Nach der FDP haben nun auch die Grünen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD ausgeschlossen. Man stehe nur für eine Koalition bereit, die rechnerisch auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen wäre, das sagte Grünen-Landeschef Striegel. Damit ist klar, dass die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Hintergrund ist, dass die CDU und SPD nach der Landtagswahl bereits mit einem Zweierbündnis auf eine knappe Mehrheit kommen. Auch die FDP will den beiden nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder mit der AfD lehnen die Christdemokraten ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die von einem Beratergremium des Wirtschaftsministeriums präsentierten Vorschläge für eine Rente mit 68 scharf zurückgewiesen. DGB-Vorstandsmitglied Piel spricht von politischer Propaganda. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier wollten die Renten drastisch kürzen, den Sozialstaat abbauen und die Alterssicherung privatisieren, um die Arbeitgeber massiv zu entlasten. Widerstand kommt auch von der CSU. Wir brauchen keine Debatte über eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das sagte Landesgruppen-Chef Dobrindt. Die Linke droht mit einem Rentenwahlkampf. Die Experten warnen in ihrem Gutachten ab 2025 vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen. Erforderlich sei daher eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich bestanden. Mit 7 zu 1 gewann das Team von Bundestrainer Löw am Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Und heute in einer Woche, am 15. Juni, wird es dann richtig ernst. Dann startet die DFB-Auswahl in München in ihrem ersten Gruppenspiel in die Europameisterschaft. Gegner ist dann der Weltmeister Frankreich. In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat dabei vier Menschen getötet. Der 20-jährige Täter hatte seinen Pick-up in der Nähe von Toronto auf den Bürgersteig gelenkt, direkt in die Gruppe von Passanten. Vier Mitglieder der Familie waren sofort tot. Ein neunjähriger Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Die Polizei spricht von einem geplanten und rassistisch motivierten Terroranschlag. Großeinsatz der Berliner Polizei am Kuda. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben in der Nacht ein Berliner Hotel gestürmt und durchsucht. Es geht um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zehn Etagen wurden durchsucht. Bilanz noch offen. Ein Handzeichen, dann stürmen 300 Polizisten in der Nacht in das Hotel Panorama nahe der Berliner Luxusmeile Kurfürstendamm. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Die Polizei setzt auf das Überraschungsmoment. Einige Beamte kommen statt dem Polizeiauto sogar im Linienbus. Teile der Kräfte sind in einem Bus hier zu diesem Objekt gefahren worden, um dann schlagartig in das Objekt eindringen zu können. Der Verdacht des illegalen Glücksspiels hat zu diesem Einsatz geführt und zu diesen Durchsuchungsmaßnahmen. Zehn Stockwerke inklusive Keller. Rund 160 Räume durchsuchen die Polizisten, schauen in alle Ecken und Zimmer. Das SEK weckt auch einige Hotelgäste unsanft. Laute Schlagen an die Tür. Polizei auf den Boden. Rund 100 Menschen befinden sich in dem Gebäude. Sie werden von den Einsatzkräften auf die Straße geführt. Dort werden ihre Personalien aufgenommen. Ob bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, ist doch unklar. Ob es Festnahmen gab, ebenfalls. Haftbefehle wurden laut Polizei aber keine vollstreckt. Nach der Aufhebung der Impfpriorisierung gegen Corona versuchten Tausende einen Termin bei ihren Hausärzten zu bekommen. Die Telefone, die klingelten Sturm und die E-Mail-Eingänge, die quollen über. Das Problem, es gibt einfach nicht genügend Impfstoffe und daher bleibt noch immer Geduld gefragt, obwohl sich jeder und jede ab zwölf Jahren jetzt registrieren lassen kann. Das Chaos blieb zwar aus, doch die Erwartungen und die Hoffnungen bleiben gedämpft. Spritzen aufziehen im Akkord. Denn jetzt kommen sie alle. Jeder darf sich impfen lassen. Viele rechnen mit einem Run auf den Impfstoff. Vor allem, wenn es jetzt zum Sommer hinkommt und jeder verreisen möchte, dann möchte man ja auch lieber geimpft sein. Ich finde es jetzt auch gerade gut, dass jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Zum Beispiel beim Haus oder auch Facharzt. Doch die Termine hier sind heiß begehrt. Bei den meisten Praxen heißt es ab auf die lange Warteliste. Schon jetzt gibt es zu viele Anfragen für zu wenig Impfstoff. Offensichtlich werden dann ganz viele Praxen angerufen. Und wenn wir dann Impfstoff haben, müssen wir alle auf der Liste durchtelefonieren. Das bindet sehr viel Zeit. Beim Hausarzt kann es also lange dauern, bis ein Termin frei wird. Eine Vermittlung könnte helfen. Portale wie dieses vernetzen impfwillige und niedergelassene Ärzte. Mit ein bisschen Glück ist Impfstoff übrig. Doch oft nur eine Stunde Zeit, um ihn sich spritzen zu lassen. Bevor die Praxen den Impfstoff allerdings rausgeben, checken sie erst ihre Patientenkartei. Es ist natürlich so, dass weiterhin begrenzt Impfstoff nur da ist. Sodass man natürlich medizinisch weiterhin die impfen wird, die besonders gefährdet sind durch die Erkrankung. Bleiben noch die Impfzentren. Auch dort kann sich nun jeder impfen lassen. Nur Schleswig-Holstein, Hamburg und Bayern behalten die Priorisierung bei. In einigen Bundesländern ist es sogar möglich, sich das Impfzentrum auszusuchen. Zum Beispiel in Thüringen oder Baden-Württemberg. Doch auch dort staunen sich die Termine. Die gute Nachricht, bis Ende Juni sollen die Länder rund 13 Millionen Dosen Impfstoff zusätzlich geliefert bekommen. Es ist ein erneuter Schlag gegen die internationale Kriminalitätsszene. Weltweit durchsuchten Einsatzkräfte in einer groß angelegten Razzia Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern. Mehr als 100 Standorte wurden durchsucht. Und dabei kam es auch zu zahlreichen Festnahmen. Schwerpunkt des Einsatzes waren illegale Drogengeschäfte. Großrazzien in Deutschland, wie hier in der Ruhrgebietsmetropole Essen. Durchkämmen schwer bewaffnete SEK-Kräfte Privathäuser und Lagerhallen von Verdächtigen. Stellen Beweise sicher, darunter auch eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen. Wir haben geschlafen um sechs Uhr morgens und dann sind wir vom riesenlauten Knall wach geworden. Erstmal sehr befremdlich natürlich, sehr komisch. Derjenige, der da vorher gewohnt hat, der wurde auch von der Polizei abgeführt. Neben Nordrhein-Westfalen gab es weitere Razzien auch in Hessen. Dabei soll es ebenfalls zu Festnahmen gekommen sein. Einzelheiten wollte die Polizei noch nicht herausgeben. Im Fokus der Ermittlungen die mutmaßlichen Drahtzieher internationaler Drogengeschäfte. Ihnen waren die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem sie zuvor monatelang Nachrichten eines eigentlich verschlüsselten Kryptochats ausgewertet hatten. Eine Art WhatsApp der Unterwelt, in der sich tausende Kriminelle austauschen und zu illegalen Geschäften. Doch dem amerikanischen FBI war es gelungen, das System zu knacken und die Nachrichten live mitzulesen. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mit zu protokollieren. Das ganze Ausmaß der Aktion wird wohl erst im Laufe des Dienstags sichtbar, wenn die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag Einzelheiten zur Aktion bekannt geben will. Gemeinsam mit Vertretern des amerikanischen FBI's sowie Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden und Australien. Die Betriebsärzte sind nun ebenfalls an Bord. Es handelt sich um rund 6000 Mediziner. Und viele Unternehmen und Firmen beteiligen sich. Eigentlich sollen allein sie bis zu drei Millionen Impfungen für die Arbeitnehmer pro Monat leisten können. Doch auch in diesem Fall, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Der erste Impfkandidat sitzt schon parat. Die Bereitschaft bei BMW sei groß, sagt die leitende Betriebsärztin. Sechs Impfstraßen gibt es allein in München. Doch auch BMW wird, man wagt es kaum zu sagen, gleich zum Impfstart ausgebremst. Wir starten leider nicht mit der Menge an Impfstoff, die wir uns gewünscht hätten diese Woche. Wir müssen aber ja leider von Woche zu Woche den Impfstoff neu bestellen. Natürlich ist beim größten bayerischen Arbeitgeber zum Impfstart auch der Ministerpräsident dabei. 75.000 Menschen beschäftigt BMW. Und für die wird das Impfangebot wohl über Jahre hinweg bestehen bleiben. Es wird auf Dauer immer mehr Impfstoff benötigt. Es ist nicht vorbei. Es darf keiner glauben, dass Corona damit einmal oder zweimal impfen, je nachdem entsprechenden Impfstoff, zu Ende ist. Es wird immer Mutationen geben. Die 6.300 Betriebsärzte deutschlandweit bekommen diese Woche 702.000 Impfdosen. Das sind rechnerisch 111 pro Arzt. Sprichwörtlich der Tropfen auf den heißen Stein. Und weil viele Liefertermine nicht genau mitgeteilt wurden, geht es für viele Betriebe, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, sogar erst morgen richtig los. Die ersten Impfdosen sind just heute Nachmittag eingetroffen. Dass jetzt alle Betriebe anfragen und da mit den Hufen förmlich schachen und warten, dass es endlich losgeht, das ist der Wahnsinn. Weil der Stoff knapp ist, wird es Impfungen für Angehörige wohl zunächst nicht geben. Eine Impfpflicht besteht derzeit nicht. Der Arbeitnehmer kann das Angebot ablehnen. Wobei juristisch noch nicht geklärt ist, ob Arbeitgeber aus Gründen des betrieblichen Gesundheitsschutzes eine Impfung auch anordnen können. Bundesumweltministerin Schulze präsentiert heute ihre Pläne für eine sogenannte nationale Wasserstrategie. Es geht darum, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in ausreichender Menge und in guter Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Politikerin schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasserpreis zu den verschiedenen Tageszeiten vor. Damit es zum Beispiel abends günstiger ist, den Rasen zu sprengen. Für die Industrie soll es finanzielle Anreize geben, Wasser zu sparen. Insgesamt wird Schulze in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Kameras waren hier immer verboten. Bis jetzt. Im Mai blicken wir hinter die dicksten Mauern. Suchen nach der Wahrheit. Der Absturz der Hindenburg hat die ganze Welt schockiert. Bis heute ist die Ursache dafür nicht endgültig geklärt. Gehen an längst vergessene Orte. Es hat eine mysteriöse, unheimliche Atmosphäre. Und bewundern Meisterwerke der Ingenieurskunst. Es ist ein Meilenstein der Baugeschichte. Bis heute hat es niemand geschafft, noch höher zu bauen. Ein unheimlicher Ort. Unsere Doku-Highlights im Mai. Und weiter geht's mit den Nachrichten bei Welt. Wir beide sagen recht herzlich Hallo. Die Grünen, die rütteln zwar nicht am Zaun des Bundeskanzleramtes, aber sie wollen da rein. Das haben sie klar gemacht. Doch inzwischen wachsen die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September wirklich klappen kann. Denn die 40-Jährige hat momentan, sagen wir mal, keinen wirklich guten Lauf. Da sind die Ungereimtheiten im Lebenslauf, Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat oder auch die Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Ja, auch die Debatte um eine künftige Benzinpreiserhöhung kommt bei ländlichen Wählern und beim Pendlern nicht gut an. Eine Steilvorlage für die politische Konkurrenz. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kitten kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Kunden der Deutsche Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Klaus Weselsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Deutscher Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche genau bestreikt werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Da fragen wir gleich mal nach. Zugeschaltet ist jetzt aus Frankfurter Main Klaus Weselsky, der Vorsitzende der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer. Herr Weselsky, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, ich grüße Sie auch. Wann und in welchem Umfang genau wird denn jetzt gestreikt? Wollen Sie uns da schon was sagen? Nun, Sie wissen, dass wir die Entscheidung über die bevorstehenden Arbeitskämpfe dann etwas kurzfristiger fällen und auch rechtzeitig den Kunden, den Reisenden bekannt geben. Wir haben in der gestrigen Verhandlung nicht nur kein Angebot bekommen, sondern mussten sogar feststellen, dass das Unternehmen und hier ganz konkret Personalvorstand Seiler sogar noch die Medienvertreter und die Öffentlichkeit anlügt. Sie haben kein Angebot gemacht. Sie haben immer noch in 2021 0, während der öffentliche Dienst im April bereits 1,4 Prozent gezahlt bekommen hat und schon im Dezember voriges Jahr eine Corona-Prämie bekam, nächstes Jahr 1,8 Prozent bekommen soll. All das hat die Bahn nicht angeboten, sondern auf eine Laufzeit von 40 Monaten verwiesen, wie angeblich einen Tarifvertrag für die Flughäfen beinhaltet. Das ist für uns nicht vorstellbar. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben Wertschätzung verdient. Sie haben Anerkennung verdient. Das ganze Jahr Corona-Krise sind Sie in den Eisenbahnen, in den Zügen nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei den Wettbewerbsunternehmen unterwegs gewesen. Und interessanterweise hat keiner der Wettbewerber bisher eine Forderung oft gemacht, dass wir den Gürtel enger zu schnallen haben. Im Gegenteil, die haben die Wertschätzung gegenüber ihren Lokführern und Zugbegleiter, nur das Unternehmen Deutsche Bahn AG, das sich selbst als Missmanagement in eine Schuldenfalle manövriert hat, das verlangt von den Arbeitnehmern, die im direkten Bereich tätig sind, hier sogenannte Solidarbeiträge. Das hat mit Solidarität nichts zu tun. Die Fronten scheinen da also wirklich verhärtet zu sein. Die ganz normalen Bürger, die Menschen kommen jetzt ja gerade aus der Corona-Krise raus, sehnen sich also nach neuer oder nach alter Freiheit. Was sagen Sie denn jetzt zu diesem Vorwurf, gerade jetzt vor den Sommerferien, da sei das der komplett falsche Zeitpunkt für einen Streik? Wissen Sie, die Vorwürfe, die dieses Management erhebt, dass ein Konzern in 30 Milliarden Schulden wiedergebracht hat, nachdem wir 1994 privatisiert, komplett entschuldet waren. Dieses Management ist sich für nichts zu schade. Das jammert hier durch die Kante. Die Kunden sind in Sorge. Das Management selbst hat den Tarifkonflikt herbeigeführt. Und ich kann Ihnen ehrlich und offen sagen, wir wollen keinen Arbeitskampf. Jeder weiß in diesem Land, dass Lokomotivführer, Zugbegleiter ordentlich Arbeitskampf machen können. Sie treiben uns in einen Arbeitskampf, weil sie nicht in den Verwaltungsetagen rationalisieren und abbauen wollen, weil sie nicht ihre ausländischen Aktivitäten einstellen wollen, sondern weiter weltweit expandieren. Und der deutsche Steuerzahler soll es ausgleichen. Und die Menschen im direkten Bereich, die seit Jahren zu wenig Arbeitsplätze haben, die sollen am Ende des Tages hier auf Lohnverzicht eine Minusrunde in 2021 und 2022 fahren. Sie sagen, es war Missmanagement. Die Bahn selbst sagt, sie hat durch Corona Milliardenverluste gemacht. Jetzt hat man sich aber mit der Konkurrenzgewerkschaft da geeinigt auf eine Tariferhöhung um 1,5 Prozent zusätzlich. Was verlangen Sie denn konkret? Sie wissen, dass wir am 24. Mai unser Forderungspaket noch mal reduziert haben. Wir haben die Forderung zurückgenommen. Wir haben jetzt die 3,2 Prozent des öffentlichen Dienstes verlangt, die 1.300 Euro Corona-Prämie, sondern 600 Euro, so wie sie im öffentlichen Dienst gezahlt worden sind. Und wir verlangen die Fortsetzung der Betriebsrente. Niemand hat nur ansatzweise im öffentlichen Dienst die Versorgung für Bund und Länder gekündigt oder infrage gestellt. Dieses Management tut das einfach, nimmt Eisenbahnern eine Kleinstrente von ungefähr 150 Euro pro Monat schlicht und ergreifend weg, weil sie von der anderen Gewerkschaft eine Zustimmung bekommen haben, dieses zu tun. Mit uns gibt es das nicht. Und an der Stelle offen und ehrlich, dass wir Arbeitskampf können, weiß jeder. Die Frage, ob wir einen Arbeitskampf ziehen müssen, entscheidet unter anderem auch der Eigentümer mit. Denn der hat Personalkosteneinsparungen verlangt. Der hat nicht so einen, nennen wir es mal, bescheidenen Tarifabschluss verlangt, wie ihn die EVG abgeschlossen hat. Der hat Personalkosteneinsparungen und Sachkosteneinsparungen verlangt in Höhe von 2 Milliarden. Und die kann man auch auf anderen Wegen erreichen, zum Beispiel durch Verzicht auf Boni in den Führungsetagen, der ja teilweise bereits erfolgt ist und der eine erhebliche Einsparungssumme gebracht hat. Wenn diese Führungskräfte komplett auf Boni verzichten würden, wäre am Ende des Tages ungefähr 1,5 Milliarden Einsparungssumme allein über vier Jahre über dieses Element vorhanden. Das zeigt die Dimension auf, mit der unsere Verwaltung arbeitet und sich die Taschen füllt. Und das müssen wir unseren Lokführern und Suchbegleitern und auch den anderen Eisenbahnern so nicht beibringen. Wir lehnen das ab. Was sagen Sie aber doch zu dem Vorwurf, das Ganze sei unsolidarisch, denn Sie könnten Ihre Forderung ja auch im Herbst erheben. Wissen Sie, das Management wollte schon im April den Konflikt herbeigeführt haben. Wir haben dafür Sorge getragen, dass es eine Zeit lang über Verhandlungen überhaupt einen Fortschritt gegeben hat. Aber wir erleben in der vierten Verhandlungsrunde das Management uns gegenüber sitzen. Ganz konkret Herrn Seiler, der da rumfabuliert von irgendwelchen Solidarbeiträgen. Solidarität, meine Damen und Herren, ist ein wichtiges Gut. Wir werden die erzeugen in unserer Mitgliedschaft. Wir sehen keine Solidarbeiträge der direkten Mitarbeiter im Eisenbahnbereich, hier im System in Deutschland, gegenüber Führungskräften und im Management, das im Ausland Steuergelder verzockt. Diese Solidarität kann man zwar einfordern vom Management unter der Überschrift, wir wollen so weitermachen wie bisher, aber sie bekommen sie nicht. Sie bekommen keine Solidarität von den Eisenbahnern, um so weiterzumachen, wie sie das bisher gemacht haben. Schlechtes Eisenbahnsystem in Deutschland, Infrastruktur heruntergewirtschaftet, unpünktliche Züge. Und das alles auf dem Rücken derjenigen, die den Zugbetrieb hier das ganze Jahr am Leben erhalten haben. Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage, können Sie den Reisenden in den Sommerferien wenigstens ein bisschen Hoffnung machen, dass es nicht ganz so dramatisch wird? Da geht die Botschaft zurück an die Deutsche Bahn AG. Wir machen den Reisenden Hoffnung, dass hier Vernunft einkehrt, dass das Management auch vom Eigentümer in die Schranken verwiesen wird mit der klaren Botschaft. Ihr habt hier nicht das Recht, Steuermilliarden, die von den Steuerzahlern dieses Landes gezahlt werden, zu verzocken. Wir hatten bereits 14, 15 eine große Tarifauseinandersetzung. Im Nachhinein haben wir sie erfolgreich bestanden. Das Management hat offensichtlich kein kollektives Gedächtnis. Jeder neue Manager tanzt an und übt aufs Neue. Und jetzt probiert Herr Seiler, der von der Telekom kommt, eine neue Tarifauseinandersetzung mit der GDL. Wir stellen mal die Frage, muss das eigentlich sein? Aus unserer Sicht ist ein bescheidener Tarifabschluss durchaus möglich. Und am Ende des Tages muss ein Arbeitskampf nicht sein. Denn alle wissen, dass es geht. Und wenn wir streiken, wissen auch alle, dass das Eisenbahnsystem zum Erliegen kommt. Sagt Klaus Weselsky, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitteschön. Kann sein, muss aber nicht. Oder auch in anderen Worten, vielleicht ja, vielleicht nein. Nein, offiziell wird der UFO-Bericht der US-Regierung in zweieinhalb Wochen veröffentlicht. Teile davon sind aber schon bekannt geworden. Und die haben es in sich. Beweise für Außerirdische, die gibt es nicht. Ausgeschlossen werden kann es aber auch nicht. Aus den USA. Unser Reporter Steffen Schwarzkopf. Diese Aufnahmen bereiten den US-Militärs seit Jahren Kopfzerbrechen. Unidentifizierte fliegende Objekte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ruftiert, ruft der Air Force-Pilot. Erst im letzten Jahr veröffentlichte das Pentagon bis dahin geheim gehaltene Aufnahmen. 120 solcher Sichtungen durch das Militär gab es seit 2001. Und die, die es live erlebt haben, bleiben bis heute dabei. Das war außerirdisch. Wir waren zu viert in der Luft und haben das Ding fünf Minuten lang beobachtet, erzählt der Ex-Pilot Dave Fravor. 2014 war er mit seiner F-18 westlich von Kalifornien unterwegs, als er das sah. Ich bin drauf zu und es stieg immer höher. Als es direkt vor mir war, verschwand es schlagartig. Waren es also UFOs? Der US-Bericht schließt das nicht aus, hält es aber auch für möglich, dass China oder Russland dahinter stecken, die seit Jahren an Überschalltechnologie arbeiten. Doch könnten solche Flieger auch Hakenschlagen die Richtung ändern? Zweifel bleiben. Die Sicherheit unseres Luftraums, unseres Personals sind für den Präsidenten extrem wichtig. Und das gilt für identifizierte und unidentifizierte Objekte. Zwei Drittel aller Amerikaner sind übrigens überzeugt, es gibt Leben auf anderen Planeten. Und 45 Prozent sind der Meinung, es gibt UFOs. Und sie haben uns auch schon besucht. Aber geblieben sind sie offenbar nicht. Wer weiß, was sie gedacht haben, als sie hier angekommen sind. Sprechen wir darüber. Aus München zugeschaltet. Der ehemalige Astronaut Professor Ulrich Walter, wir grüßen Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie aus München. Herr Professor Walter, wo stehen Sie, wenn es um diese UFO-Sichtungen geht? Glauben Sie, dass das wirklich von woanders her gekommen ist, was auch immer es ist? Ja, zunächst handelt es sich nur um unbekannte Flugobjekte. Und das Wort sagt es, es ist unklar, was es ist. Sehr wichtig. Wir interpretieren es oft als Aliens. Das ist eine Interpretation. Aber wir wissen nicht, was es ist. Also wenn ich mir diese Filme, die wir gerade gesehen haben, so anschauen, dann habe ich das Gefühl, da ist so eine Fliege vorne auf dem Objektiv. Die krabbelt da so ein bisschen rum. Und tatsächlich muss man ja wissen, das haben die ja nicht mit eigenen Augen gesehen, sondern mit einer Infrarot-Kamera. Hier sehen Sie es nochmal. Also und diese Kamera, Sie sehen, das schwarze Ding scheint sich so ein bisschen zu drehen. Also für mich scheint es nichts zu sein, was da draußen ist, sondern irgendwie etwas, was irgendwie im System, also auf der Kamera vielleicht selber ist. Insofern ist das für mich kein Alien, sondern wirklich etwas Unbekanntes. Vielleicht sogar, wie gesagt, einfach nur ein Fliegenschiss. Aber interessant ist ja auch, dass es mehrere Leute unabhängig voneinander behauptet haben. Ist es denn überhaupt möglich, realistisch, dass es Außerirdische überhaupt da draußen gibt? Sie sind ja schon im Weltraum gewesen. Ja, das ist richtig. Also ich habe sogar ganze Bücher darüber geschrieben. Ja, es ist möglich. Tatsächlich, also ich bin davon überzeugt, da draußen gibt es andere Zivilisationen. Allein logische Überlegungen machen klar, da muss es andere Zivilisationen geben, weil unser Universum nahezu unendlich groß ist. Und an so unendlich großem Universum können wir eigentlich unmöglich alleine sein. Wenn man allerdings die Frage stellt, wie viele Zivilisationen gibt es in unserer Milchstraße, also in dem Teil, der uns im Prinzip überhaupt zugänglich ist, da ist schon bereits die Wahrscheinlichkeit, dass es da in der näheren Umgebung etwas gibt, praktisch schon null. Also im Prinzip ist es sehr unwahrscheinlich, dass Außerirdische uns besuchen. Und übrigens, man kann zeigen, selbst wenn ich zum nächsten Stern fliegen würde, das ist Alpha Centauri, braucht ich mit sehr gutem Fluggerät, also das Beste, was man sich vorstellen kann, einige tausend Jahre. Und wissen Sie, einige tausend Jahre, selbst für Außerirdische ist eine lange Zeit, das macht man nicht mal so als Wochenend-Trip. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass da Aliens uns besuchen. Und wenn sie kommen würden, und das habe ich auch in meinen Büchern gesagt, wenn sie kommen würden, dann könnte es nur einen Grund geben, nämlich die Heimat aufzugeben und über Tausende von Jahren zu uns zu fliegen, da kann es nur einen Grund geben, nämlich die suchen einen neuen Planeten. Und diese Situation möchte ich überhaupt nicht. Aber Professor Walter, jetzt sagen Sie, bei allem, was wir über Fluggeräte wissen, wie man sie bauen kann, vielleicht wissen wir einfach nicht genug. Und auch unsere Fantasie und all unser Wissen reicht nicht aus für das, was eine ganz weit weg entfernte Zivilisation in der Lage ist zu bauen. Ja, das ist ein oft vorgebrachtes Argument, ist allerdings nicht ganz zutreffend. Es gibt Gesetze in der Physik, in denen wir wissen, dass sie grundsätzlich gelten. Also nehmen wir mal eins, man kann nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Wir wissen, dass das aus logischen Gründen nicht anders sein kann. Das heißt, selbst in ferner Zukunft, wie auch immer, wird keiner schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen können. Und allein das zwingt außerirdisch dazu, über Tausende von Jahren unterwegs zu sein, weil selbst Licht nicht schneller fliegen kann. Und das ist ein sehr starkes Argument dafür, dass das eigentlich kaum Aliens sein können. Und schauen Sie sich doch mal die Filme an. Ich meine, das ist doch immer verschwommen. Es ist immer irgendwie nachts, immer verschwommen. Man kann nie genau was sehen. In diesem Fall ein Infrarot-Film. Und das ist ja eigentlich auch wieder das Faszinierende daran. Nur weil man das nicht genau sehen kann, kann man darüber spekulieren. Wenn man es ganz genau sehen würde, dann wäre es die Fliege auf dem Objektiv. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen und zu den Außerirdischen kommen. Es gibt ja auch die Vermutung, dass es möglicherweise Aktionen von Russen oder auch Chinesen sind, die da vielleicht irgendein neues Überschallflugzeug getestet haben. Ja, also das möchte ich nicht ausschließen, dass da Drohnen, das ist ja ganz modern. Und tatsächlich sind schon oft Drohnen verwechselt worden mit Aliens oder UFOs. Sowas mag man nicht ausschließen. Aber wenn ich mir jetzt diese Bilder anschaue, dann ist das ja so, dass mittendrin oder mitten auf dem Bild etwas stationär bleibt. Und das kann eine Kamera nicht. Die würde immer ein bisschen wackeln. Und damit würde auch der schwarze Fleck so ein ganz klein wenig wackeln. Tut es aber nicht. Und das ist für mich der Hinweis, dass das, was man da sieht, dieser schwarze Fleck mit dem Objektiv, also mit der Kamera selber was zu tun hat. Sonst würde es eben ganz leicht hin und her wackeln. Aber ja, im Prinzip kann man nicht ausschließen, dass es irgendwelche Drohnen oder irgendwelche, nicht UFOs halt, irgendwelche Überschallgeräte von den Chinesen sind. Aber um ähnlich zu sein, dann müsste man das viel klarer sehen können, als was wir hier sehen. Da haben wir doch wieder was gelernt. Das glauben wir Ihnen mit. Herr Prof. Ulrich Walter, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. War mir eine Freude. Bitteschön. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einem Abschlusstraining Düsseldorf verlassen, ist jetzt auf dem Weg ins Teamquartier im bayerischen Herzogenaurach. Und in einer Woche steht das erste EM-Spiel an. In der Münchner Allianz Arena treffen Jogis Jungs auf Frankreich. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start hoffen. Mit 7 zu 1 fickte die deutsche Elf Lettland vom Platz. Und wenn wir uns dieses Spiel noch mal genauer anschauen, mit Dirk Schommerz aus Herzogenaurach zugeschaltet. In welchen Mannschaftsteilen hast du denn schon erste echte Verbesserungen erkennen können? Im Großen und Ganzen kann man sagen, die gesamte Mannschaft hat eigentlich gestern schon wesentlich besser gespielt als noch im ersten Test gegen die Dänen. Die Abstimmung gerade auch im Offensivbereich war sehr, sehr gut. Kai Havertz hat da sehr gut reingepasst anstelle von Sané. Der hat zwar die zweite Halbzeit dann die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, Leroy Sané. Aber das war doch schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zu Kai Havertz. Also ich gehe mal fest davon aus, dass der Bundestrainer also mit Kai Havertz, mit dem FC Chelsea-Spieler, mit dem Champions-League-Sieger in der Startformation dann auch planen wird. Auch die Variante mit Kimmich auf der rechten Seite, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also alles in allem hat die Mannschaft einen guten, einen soliden Eindruck gemacht. Natürlich nur gegen Lettland und nicht gegen Frankreich. Also die Franzosen sind eine ganz andere Hausnummer, gar keine Frage. Aber das sah doch schon wesentlich flüssiger aus, wesentlich schlüssiger, auch spielerisch. Insofern ein sehr, sehr guter Test. Und der Bundestrainer wird zufrieden sein zumindest. Aber er hat ja auch schon wieder den einen oder anderen Punkt angemerkt. Beispielsweise was Intensität angeht, die war ihm in der zweiten Halbzeit da nicht hoch genug. Und daran wird man, denke ich, auch in den letzten Tagen hier dann in Herzogenaurach nochmal eifrig arbeiten. Dirk, wir haben ja schon einiges an Turnieren gemeinsam begleitet. Und eigentlich gab es vor jedem Turnier, ich müsste mich jetzt sehr irren, aber eigentlich vor jedem Turnier immer irgendein Knie, was Probleme machte, ein Knöchel, der Probleme machte. Sind alle gesund? Es sind alle gesund. Es gibt keine Körperteile, die in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, langfristig geschädigt sind. Das ist die eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist natürlich, es gibt auch keinen Corona-Fall. Wenn wir mal auf die Spanier gucken, die haben ja momentan immense Probleme, weil deren Kapitän mit Busquets Corona infiziert ist. Die Mannschaft ist jetzt nur noch im Einzeltraining, also das sind schon immense Probleme. Und deswegen, vielleicht gucken wir uns mal hier nochmal die Örtlichkeiten so ein bisschen an, denn ich stehe hier vor dem Tor zum Homeground. Vielleicht wisst ihr das ja auch, das ist diese ganz spezielle Mannschaftsquartiere, das man hier auf dem Adidas-Compound in Herzogenaurach aufgestellt hat, komplett abgeschirmt. Das ist also nicht nur dieses riesige Tor, was wir hier sehen, sondern ein Areal von 70 Hektar rundherum mit Zäunen umstellt. Die Mannschaft wird hier also komplett in einer Blase sein. Und das hoffentlich hilft dann natürlich auch, um hier gar keinen Corona-Fall in die Mannschaft reinzutragen. Hier kann man trainieren, ein eigener Fußballplatz ist hier extra zum Training. Man kann hier aber auch Tennis spielen, Beachvolleyball. Also alle Möglichkeiten sind hier da für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Wir hoffen ja, dass es möglichst lange geht. Und möglicherweise, so hat es ja Thomas Müller gesagt, bis Mitte Juli. Dirk, also können Sie sich hinterher, wenn es zu früh schief gehen sollte, nicht darauf hinausreden, das Vorbereitungsquartier war jetzt aber nicht so doll. Danke. Zum 11. Juli sollten Sie schon noch auf dem Platz stehen, meine ich. Ja, ich sage das nicht. Als ich das letzte Mal was dazu gesagt habe, sind Sie in der Vorrunde rausgeflogen. Okay, das sagt nichts. Kurze Pause, gleich geht es weiter. Bei uns. Ja, die Kunden der Deutschen Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Klaus Weselski wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks allerdings genau stattfinden sollen und welche Bereiche dann bestreikt werden, das ist noch nicht bekannt. Wir fragen mal ein bisschen genauer nach, und zwar bei Michael Wünweber. Der ist uns vom Berliner Hauptbahnhof zugeschaltet. Michael, wir brauchen noch ein bisschen vielleicht mehr Hintergründe. Wo hakt es im Moment in den Verhandlungen? Wer will was und wer will was nicht geben? Na ja, vor allen Dingen hakt es auch beim Geld. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft ja 4,8 Prozent gefordert. Man ist da runtergegangen von der Forderung auf 3,2 Prozent. Aber die Deutsche Bahn hat mit dem Konkurrenzunternehmen der GDL, also der Eisenbahner Gewerkschaft, einen Tarifabschluss ja schon unter Dach und Fach gebracht. Das sind 1,5 Prozent mehr Lohn ab dem ersten Jahr 2022. Und daran möchte man sich bei der Deutschen Bahn orientieren. Mit dem Hinweis auch, dass man ja in diesem Corona-Jahr enorme Verluste gemacht hat. 10,5 Milliarden heißt es jetzt neu aus der Bahnzentrale wären die Verluste. Also da ist das Geld natürlich knapp. Und man möchte sich an den Tarifabschluss orientieren, der auch für die Flughäfen gilt. Und da ist man hier mit deutlich weniger Geld dann zufrieden, also einer Branche, die ebenfalls Corona-gebeutelt ist und versucht da auf jeden Fall also diese Forderungen der GDL zu drücken. Jetzt fliegen die Vorwürfe hin und her. Wer schuld ist eigentlich an dem Desaster, also an dem Scheitern der Gespräche? Und da schiebt man sich gegenseitig die Verantwortung im Moment zu. Die Situation also verfahren. Und die Bahnkunden sagen was? Hat man schon faule Eier geworfen und Tomaten? Was hast du beobachtet? Nein, also keine faulen Eier, keine Tomaten. Das ist ja auch noch ganz frech. Und die meisten Kunden wissen ja auch noch nicht so wirklich richtig, worüber sie sich dann am Ende aufregen müssen. Sind sie selbst denn dann betroffen? Der GDL-Chef sagt ja klar, dass er sich da noch nicht in die Karten schauen lässt, weder zu den Ausmaßen noch wo dann gestreikt wird. Es gibt lediglich eine vage Hoffnung sozusagen, dass man dann doch den Kunden vorab informiert, dass man sagt, okay, morgen früh um sechs, da fahren keine Züge. Also dass es nicht zu der Situation kommen soll, dass die Kunden, die Passagiere hier auf den Gleisen rumstehen und nicht wissen, wie sie von A nach B kommen sollen. Michael, danke schön. Die Ständige Impfkommission wird laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung keine generelle Empfehlung für das Impfen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren aussprechen. Immer wieder hatte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens zuletzt betont, dass die Datenlage nicht ausreichend sei. Die offizielle Entscheidung wird am Donnerstag verkündet. Grundsätzlich ist eine Impfung aber auch ohne generelle Empfehlung möglich. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist in der EU ab zwölf Jahren zugelassen. Ordnen wir das Ganze noch ein bisschen ein. Stefan Wittmann steht vor dem Robert-Koch-Institut in Berlin. Stefan, heißt das jetzt, dass Kinder und Jugendliche am Ende dann doch nicht geimpft werden können? Zumindest vorerst? Nee, da hat sich die STIKO eine Ausweichmöglichkeit gelassen. Sie haben ja quasi nur gesagt, für allgemeine 12- bis 17-Jährige können sie keine Empfehlung aussprechen. Es gibt allerdings zwei Unterkategorien, wo dann doch die Empfehlung erteilt wurde. Und zwar zum einen bei Kindern mit Vorerkrankungen. Da geht es um Adipositas, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Lungenerkrankungen zum Beispiel. Oder dann um Kinder, die viel Kontakt zu Erwachsenen haben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen haben lassen können. Da geht es beispielsweise um Krebspatienten, die eben darauf achten müssen, dass das Immunsystem durch die Impfreaktion nicht überfordert wird. Auch da die Impfung also empfohlen. Denn letztlich liegt die Entscheidungshoheit dann, ob Empfehlung durch die ständige Impfkommission oder nicht, aber bei den Eltern. Was passiert dadurch mit der eigentlich erwünschten Herdenimmunität? Die rückt zumindest so ein bisschen weiter weg, vor allem, wenn wir dann den Fokus auf Schulen richten. Da ist es eine relativ einfache Rechnung, mehr Schüler zugegen als Lehrer, die ja dann doppelt geimpft sind, die meisten. Bei den Schülern ist es dann eben so, dass das wahrscheinlich nicht erreicht wird. Und trotzdem sagt die STIKO, darauf kann man sich nicht beziehen, weil man eben nicht den Fremdnutzen sehen muss. Also für die Gesellschaft, wo es schön wäre, wenn möglichst viele Menschen geimpft werden, sondern man muss den Eigennutzen der Kinder in den Vordergrund stellen. Und da ist es dann am Ende eine einfache Risikonutzenabwägung. Haben die Kinder ein höheres Risiko, einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf zu erleiden? Nach allem, was wir wissen, ist das Risiko da nicht hoch. Und dann gegenübergestellt dem, wie hoch ist das Risiko, dass sie möglicherweise Impfreaktionen bekommen, die problematisch sind. Und da hat sich die STIKO jetzt erst mal dafür ausgesprochen, dass sie dann eben sagen, diesen Nutzen muss man sehr genau abwägen. Und deswegen können sie nicht für alle in der Altersgruppe 12 bis 17 die Impfempfehlung aussprechen. Stefan, danke schön. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist unterdessen weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf knapp unter 23 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen, und das ist die gute Nachricht, sind mittlerweile bundesweit verabreicht worden. Unser Kollege Paul Sonntag, der hat sich das Ganze noch mal genauer angeschaut, wie es mit den Inzidenzen in Deutschland momentan aussieht. Wir müssen heute auf vor allem die Landkreise schauen, weil das eine bahnbrechende Nachricht eigentlich ist. Vor allem zwei Landkreise, die tun sich da ganz besonders auf. Wenn wir da mal genauer hinschauen, zwei Landkreise haben nämlich inzwischen die Inzidenz von Null erreicht. Das bedeutet keinen Corona-Fall in den letzten sieben Tagen. Trotzdem gibt es natürlich auch noch andere Landkreise, deswegen haben wir die mal mit reingenommen. Also die, die am besten dastehen und die, die es noch etwas schwerer haben. Wir sehen eben in Friesland, und da haben wir oft drüber gesprochen, dort ist es natürlich auch dadurch bedingt, dass die Bevölkerungsdichte eben nicht so hoch ist, dass man immer relativ überschaubare Zahlen hatte. Dort hat man es jetzt eben geschafft, genauso auch in Goslar. Trotzdem gibt es eben beispielsweise noch zwei Brücken oder eben Kronach. Da ist man unter der 100 zwar, aber noch nicht ganz da, wo man am Ende hin möchte. Insgesamt die Lage, sehen wir hier an der Seite, ist trotzdem deutlich verbessert. Alle Landkreise sind inzwischen unter der 100. Fast alle, muss man sagen. 393 von insgesamt 412 sind unter der 50 und sogar 70 unter der 10. Das bedeutet, man hat da wirklich die Hoffnung, dass sich dieser Effekt so etwas verstetigt. Wir schauen trotzdem mal auf einen zweiten Indikator noch, der auch immer wieder bei politischen Entscheidungen eine große Rolle spielt. Gerade auch auf lokaler Ebene wird da immer wieder genau hingeschaut. Und das sind die belegten Intensivbetten. Wir haben viel darüber berichtet, dass es immer wieder Warnungen gab. Wir sehen auch hier einen sehr, sehr stetigen Abfall, der immer weiter nach unten geht. Und sehen, dass wir da bei ungefähr 1.800 nur noch sind aktuell. Das war zu Hochzeiten mehr als doppelt so viel. Auch da jetzt natürlich die Hoffnung, dass das weitergeht. Das ist ja immer ein etwas nachlaufender Indikator. Und wir am Ende vielleicht möglicherweise wieder hier dort landen, wo wir eben letzten Sommer waren. Und, und das ist das Entscheidende, auch nicht mehr in eine mögliche vierte Welle kommen. Und da liegt die Hoffnung vor allem eben auf den Impfungen. Da müssen wir auch noch mal genauer drauf schauen. Wie ist denn der Stand aktuell in ganz Deutschland? Das ist dann immer aufgeteilt nach Bundesländern, weil ja eben die Bundesländer auch unterschiedlich entscheiden. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum gibt es hier überhaupt Unterschiede bei den Erstimpfungen? Warum sind manche schneller, manche langsamer? Dazu kommen wir gleich. 700.000 ist das Mittel, was in Deutschland im Moment am Tag ungefähr geschafft wird. Acht Geimpfte rein theoretisch pro Sekunde wären das. Und fast die Hälfte, 46 Prozent, haben schon eine erste Impfung bekommen. Jetzt zu den Unterschieden. Warum gibt es eben doch da Schwankungen von 10 Prozent zwischen Bundesland und Bundesland? Das liegt nicht immer an ineffizientem Impfen beispielsweise oder an zu wenig Impfstoff, weil der wird ja auch sehr anteilig aufgeteilt. Nein, das liegt vor allem daran, dass manche Bundesländer eben doch den Fokus eher auf die Zweitimpfungen legen, nicht so viel eben für die Erstimpfungen dann rausgeben. Und da sehen wir am Beispiel Sachsen hier bei den Erstimpfungen relativ weit hinten, aber eben, und das ist das Entscheidende, bei den Zweitimpfungen mit vorne dabei ganz entscheidend, das nur als ein Beispiel. Also da sieht man eben, dass unterschiedliche Politik in den einzelnen Ländern dann auch eben ganz unterschiedlich umgesetzt wird. Der serbische Ex-General Mladic ist wegen des Völkermords und Kriegsverbrechen auch in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der heute 79-Jährige hatte versucht, das 2017 gegen ihn ergangene Urteil in einem Berufungsverfahren aufheben zu lassen und einen Freispruch zu erzielen. Er wird nun den Rest seines Lebens in Haft verbringen. Mladic ist laut dem Urteil unter anderem für die Ermordung von mehr als 8000 Muslimen in Srebrenica und die dreijährige blutige Belagerung Sarajevos verantwortlich. Frankreichs Präsident Macron ist bei einer Südfrankreich-Reise von einem Mann geohrfeigt worden. Auf Handy-Videos ist zu sehen, wie Macron nach dem Besuch einer Kochschule auf Schaulustige zugeht und ein Gespräch beginnen will. In diesem Moment schlägt der Angreifer zu. Die Polizei hat zwei Menschen festgenommen. Knapp ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist Macron seit einigen Tagen auf Tour de France. Bei der Rundreise will der 43-Jährige seine Chancen für eine Wiederwahl ausloten. Apropos Wahlen. Sie haben zwar noch nicht am Zaun des Kanzleramtes gerüttelt, doch genau da wollen die Grünen am liebsten rein. Inzwischen wachsen allerdings die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September auch wirklich klappen kann. Die 40-Jährige hat gerade nicht wirklich einen Lauf. Wie sich jetzt herausstellt, hat sie ihren Lebenslauf bereits vor vielen Jahren geändert. Außerdem Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat. Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Und auch, welche Strategie Baerbocks Wahlkampfteam da wohl verfolgen wird, ist fraglich. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kitten kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Wenn geballtes Kriminalistisches Können sich zusammentut, dann sind solche Ermittlungserfolge möglich mit einer selbstentwickelten Messenger-App. Nämlich ist dem FBI in Zusammenarbeit mit australischen Ermittlern und Europol ein Schlag gegen die internationale Kriminalität gesündigt. Während Kriminelle diese App als sicher einstuften, hörten die Behörden mit und schlugen dann gestern zu. Weltweit wurden Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht. Nadine Mierdorfer, die Einsleiten. Über Monate hatten Ermittler ihre Chats mitgelesen. Jetzt wurden sie festgesetzt. Nicht nur ein paar Kriminelle, sondern weltweit mehr als 800 mutmaßliche Verbrecher. Es geht um Mordaufträge, Korruption, Geldwäsche, Waffen und tonnenweise Drogen. Die Operation Trojanischer Schild erfolgte unter Leitung des FBI. Weltweit koordiniert und erfolgreich. Das FBI spricht sogar von nahezu atemberaubenden Ergebnissen. Wir haben spezielle verschlüsselte Geräte benutzt, die es ermöglicht haben, die Kommunikation der verdächtigen Personen zu überwachen. Wir konnten Fotos sehen von hunderten Tonnen von Kokain, die in Obstkisten versteckt waren. Mehr als 100 Mordkomplotte konnten verhindert werden. Mehr als sechs Tonnen Kokain und zahlreiche weitere Drogen konnten sichergestellt werden. 184 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen wurden beschlagnahmt. Insgesamt waren 16 Länder an der internationalen Operation beteiligt, darunter auch Deutschland. Hier in Essen stellen Ermittler eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen sicher. Den Verdächtigen kamen die Ermittler durch die Auswertung verschlüsselter Krypto-Chats auf die Spur. Dafür schleusten Undercover-Beamte speziell präparierte Telefone in mehr als 300 Banden ein. Das FBI hatte über Monate Zugriff auf mehr als 12.000 Geräte. Keiner kann sich sicher sein und auch wenn er verschlüsselt kommuniziert, wir werden alles daran setzen, auch diese Täter aus der Anonymität herauszuholen. Und es ist ein Schlag, denn das, was wir sichergestellt haben, das ist erheblich. Verdacht der Geldwäsche auch in Leverkusen. Dort durchsuchten Beamte das Grundstück eines Clanschefs. Mehrere Familienmitglieder wurden festgenommen. Dieses Jahr über 100 Milliarden Euro und in den kommenden Jahren, da wird sukzessive noch mehr. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben einfach nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium gefunden haben. Die Koppelung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit heißt faktisch länger arbeiten und zwar bis 68. Sie betrifft es vor allem. Jüngere Arbeitnehmer sollen länger arbeiten, damit das Rentensystem nicht kollabiert. Betroffen wären alle, die 47 oder jünger sind. Der Vorschlag, die Arbeitszeit an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, kommt vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministers. Das ist doch völlig selbstverständlich. Wenn wir immer länger und länger und länger leben, dann wird man auch ein wenig länger arbeiten müssen. Die Berater warnen vor einer Kostenexplosion bei der Rentenkasse, wenn die geburtenstarken Babyboomer ab 2025 in den Ruhestand wechseln. Im Durchschnitt erleben Männer dann noch 18 Rentenjahre, Frauen 21. Weil die Lebenserwartung zunimmt, steigt auch das Renteneintrittsalter. Aktuell liegt es bei 65,7 Jahren, 2029 bei 67. Die Experten fordern nun die Steigerung auf 68 ab 2042. Es macht mir irgendwie ein bisschen Angst, weil ich es ungerecht finde. Die Leute werden älter und in dem Zusammenhang, wenn man dann ein bisschen länger arbeitet, das finde ich schon voll okay. Ich würde gerne früher in Rente gehen. Manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Über 400.000 Menschen beantragen jährlich Frührente und müssen dafür erhebliche Abschläge hinnehmen. Auch deshalb lehnen Gewerkschaften und Linke den aktuellen Vorschlag empört ab. Der SPD-Arbeitsminister verspricht, wenn es nur genügend Jobs gibt, sei die Rente mit 68 vermeidbar. Wenn es uns gelingt, das Beschäftigungspotenzial im erwerbsfähigen Alter möglichst voll auszuschöpfen, dann werden wir keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters brauchen. Ob das klappt, ist offen. Deshalb könnten unsere Büros der Zukunft möglicherweise so aussehen. Hier ist die Hilfe. Hitze und Trockenheit als Folge des Klimawandels. In einigen Regionen Deutschlands wird das Wasser jetzt schon zeitweise knapp, warnt die Bundesumweltministerin. Ja, ganz genau. Svenja Schulze, die will auch was dagegen tun. Nämlich mit einem nationalen Wasserstrategietag will sie das Thema jetzt angehen und da richtig viel Geld reinpumpen. Isabel Finzel hat die Einzelheiten. Duschen, Wäsche waschen, Geschirr spülen. Was für uns zu jeder Zeit selbstverständlich ist, könnte in einigen Jahren zum Problem werden. Der Klimawandel lässt Wasser knapp werden, auch in einigen Regionen bei uns. Die Umweltministerin will gegen Steuern eine Milliarde Euro investieren und wertvolles Wasser klüger nutzen. In der Industrie, Landwirtschaft und im Haushalt. Es gibt Regionen, wo einfach zu viel Wasser gleichzeitig entnommen wird. Wenn man am frühen Morgen oder abends den Garten sprengt, ist es nicht so ein Problem wie mitten am Tag, wo sehr viele dann das Wasser abfordern. Deshalb könnte zum Beispiel Wasser frühmorgens oder spätabends günstiger werden, tagsüber dafür teurer. Das meiste Wasser verbrauchen aber Industrie und Landwirtschaft nicht die Haushalte. Unser privater Verbrauch pro Kopf ist sogar leicht zurückgegangen. 129 Liter Wasser täglich verbrauchte jeder Deutsche im vergangenen Jahr. 1990 waren es noch 147 Liter. Am meisten fließt beim Baden oder Duschen, gefolgt von der Klospülung und der Waschmaschine. Sollte Wasser in einer Region knapp werden, könnte auch eine Priorisierung kommen. Trinkwasser geht dann vor Pool befüllen und Rasen sprengen. Nach unserer Auffassung muss die öffentliche Trinkwasserversorgung absoluten Vorrang haben, bevor wir dazu übergehen, andere Bereiche mit Trinkwasser zu versorgen, wenn es zu Knappheitsindikationen kommen sollte. Doch nicht nur Dürre und Trockenheit sind ein Problem. Auch die zunehmende Belastung von Grundwasser, Seen und Flüssen mit Nitrat sorgt dafür, dass unser sauberes Trinkwasser knapper wird. Und möglicherweise das fehlende Trinkwasser war auch in China ein großes Problem. Für eine Elefantenherde, die sich auf die lange Reise begeben hat, vielleicht auch das fehlende Nahrungsangebot. Jedenfalls sorgt diese Gruppe in China für großes Aufsehen. Die Tiere haben diese Woche eine Metropole erreicht und der Schaden geht bereits in die Millionen. Eine Mauer aus Lastwagen soll nun Häuser und Menschen vor den Elefanten schützen. Andreas Büttner berichtet. Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. Die in der Wildnis lebenden Elefanten haben bereits am 16. April ihre Heimat verlassen und sind seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Doch die Herde hat bereits jetzt einen Schaden von mehr als einer Million Euro angerichtet und 56 Hektar Land zerstört. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den konfliktischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlau. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an, doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einem Abschlusstraining Düsseldorf verlassen und ist im Teamquartier im bayerischen Herzogenaurach. In einer Woche steht dann das erste EM-Spiel an. In der Münchner Allianz Arena treffen Jogis Jungs auf Frankreich. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start ins Turnier hoffen. Mit 7 zu 1 fegten die Deutschen Lettland vom Platz. Aber irgendwas sagt mir Dirk Schommers. Oh mein Gott, bei euch regnet es. Das tut mir leid. Gut, irgendwas sagt mir, dass das mit Frankreich nicht so funktionieren wird. Ja, so leicht wie gegen die Letten wird das mit Sicherheit am nächsten Dienstag nicht so zu sich gehen. 7 zu 1 im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich wäre natürlich ein absolutes Wunschergebnis des Bundestrainer. Aber ich glaube, es wird deutlich schwieriger. Aber das, was die Mannschaft ja gezeigt hat gestern Abend, das lässt zumindest hoffen, dass man vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen könnte. So, wenn man denn die nächsten Tage hier in Herzogenaurach dann auch noch fleißig nutzt und vielleicht noch an den einen oder anderen Schwächen im deutschen Spiel dann auch arbeitet. Der Bundestrainer hat ja gesagt, so das, was ihm nicht gefallen hat, neben all den positiven Erkenntnissen aus der Partie gestern Abend, war zum Beispiel die Intensität in der zweiten Halbzeit. Vielleicht auch die eine oder andere Personalie, was Abstimmung antritt. Wir haben ja dann in der zweiten Halbzeit beispielsweise auch einen wie Roy Sané gesehen. Da hat Kai Havertz in der ersten Halbzeit auch einen wesentlich besseren Eindruck gemacht. Also es gibt durchaus noch das ein oder andere Stellschräubchen, woran der Bundestrainer drehen kann. Und das wird er dann hier in Herzogenaurach in den nächsten Tagen dann bis kommenden Dienstag auch tun wollen. Wie ist eigentlich mittlerweile die Stimmung im Team? Da sind ja nun auch diejenigen zurückgekommen, die von Jogi Lohf wieder geholt wurden. Erst mal aussortiert nach 2018. Jetzt sind sie wieder mit dabei. Wie kommt man zurecht? Ja, man kommt sehr, sehr gut zurecht. Wir haben auch mal die Nationalspiele gefragt, wie ihr Eindruck ist im Vergleich zur WM 2018. Da haben wir ja auch von außen betrachtet immer gesagt, die Stimmung ist gut. Es hieß auch aus dem Team immer, die Stimmung ist klasse. Damals, also vor drei Jahren, ist es ja inzwischen schon wieder her. Und auch diesmal haben wir sie danach gefragt. Und sie meinen, es wäre tatsächlich jetzt anders. Die Mischung würde besser passen zwischen Jung und Alt. Und alle hätten eben ein Feuer in sich, ein gutes Turnier zu spielen. Das war wohl so vor der WM nicht. Stimmung ist aber, muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, ist das eine. Und dann Leistung auf dem Platz etwas vollkommen anderes. Also die Mannschaft mag zwar ganz gut miteinander klarkommen, aber es kommt ja darauf an, wie sie dann eben klarkommen in den drei Gruppenspielen gegen erst mal Frankreich, dann Portugal und dann am Ende Ungarn. Dirk, danke schön. Echtes Fritz-Walter-Wetter haben wir da gesehen. Wenn es so weitergeht, dann wird das was. Das haben sie nicht verdient. Das haben sie nicht verdient. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Und weiter geht es mit der Nachrichten bei Welt. Wir beide sagen recht herzlich Hallo. Oh, die Grünen, die rütteln zwar nicht am Zaun des Bundeskanzleramtes, aber sie wollen da rein. Das haben sie klar gemacht. Doch inzwischen wachsen die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September wirklich klappen kann. Denn die 40-Jährige hat momentan, sagen wir mal, keinen wirklich guten Lauf. Da sind die Ungereimtheiten im Lebenslauf, Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat, oder auch die Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Ja, auch die Debatte um eine künftige Benzinpreiserhöhung kommt bei ländlichen Wählern und beim Pendlern nicht gut an. Eine Steilvorlage für die politische Konkurrenz. Peter Hantjes. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kitten kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Kunden der Deutsche Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Klaus Weselsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Deutscher Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche genau bestreikt werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Da fragen wir gleich mal nach. Zugeschaltet ist jetzt aus Frankfurter Main Klaus Weselsky, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Herr Weselsky, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, ich grüße Sie auch. Wann und in welchem Umfang genau wird denn jetzt gestreikt? Wollen Sie uns da schon was sagen? Nun, Sie wissen, dass wir die Entscheidung über die bevorstehenden Arbeitskämpfe dann etwas kurzfristiger fällen und auch rechtzeitig den Kunden, den Reisenden bekannt geben. Wir haben in der gestrigen Verhandlung nicht nur kein Angebot bekommen, sondern mussten sogar feststellen, dass das Unternehmen und hier ganz konkret Personalvorstand Seiler sogar noch die Medienvertreter und die Öffentlichkeit anlügt. Sie haben kein Angebot gemacht. Sie haben immer noch in 2021 0, während der öffentliche Dienst im April bereits 1,4 Prozent gezahlt bekommen hat und schon im Dezember voriges Jahr eine Corona-Prämie bekam, nächstes Jahr 1,8 Prozent bekommen soll. All das hat die Bahn nicht angeboten, sondern auf eine Laufzeit von 40 Monaten verwiesen, wie angeblich einen Tarifvertrag für die Flughäfen beinhaltet. Das ist für uns nicht vorstellbar. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben Wertschätzung verdient. Sie haben Anerkennung verdient. Das ganze Jahr Corona-Krise sind Sie in den Eisenbahnen in den Zügen nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei den Wettbewerbsunternehmen unterwegs gewesen. Und interessanterweise hat keiner der Wettbewerber bisher eine Forderung oft gemacht, dass wir den Gürtel enger zu schnallen haben. Im Gegenteil. Sie haben die Wertschätzung gegenüber ihren Lokführern und Zugbegleitern. Nur das Unternehmen Deutsche Bahn AG, das sich selbst als Missmanagement in eine Schuldenfalle manövriert hat, das verlangt von den Arbeitnehmern, die im direkten Bereich tätig sind, hier sogenannte Solidarbeiträge. Das hat mit Solidarität nichts zu tun. Die Fronten scheinen da also wirklich verhärtet zu sein. Die ganz normalen Bürger, die Menschen kommen jetzt ja gerade aus der Corona-Krise raus, sehnen sich also nach neuer oder nach alter Freiheit. Was sagen Sie denn jetzt zu diesem Vorwurf, gerade jetzt vor den Sommerferien, da sei das der komplett falsche Zeitpunkt für einen Streik? Wissen Sie, die Vorwürfe, die dieses Management erhebt, dass ein Konzern in 30 Milliarden Schulden wiedergebracht hat, nachdem wir 1994 privatisiert, komplett entschuldet waren. Dieses Management ist sich für nichts zu schade. Das jammert hier durch die Kante. Die Kunden sind in Sorge. Das Management selbst hat den Tarifkonflikt herbeigeführt. Und ich kann Ihnen ehrlich und offen sagen, wir wollen keinen Arbeitskampf. Jeder weiß in diesem Land, dass Lokomotivführer, Zugbegleiter ordentlich Arbeitskampf machen können. Sie treiben uns in einen Arbeitskampf, weil sie nicht in den Verwaltungsetagen rationalisieren und abbauen wollen, weil sie nicht ihre ausländischen Aktivitäten einstellen wollen, sondern weiter weltweit expandieren und der deutsche Steuerzahler so es ausgleichen. Und die Menschen im direkten Bereich, die seit Jahren zu wenig Arbeitsplätze haben, die sollen am Ende des Tages hier auf Lohnverzicht eine Minusrunde in 2021 und 2022 fahren. Sie sagen, es war Missmanagement. Die Bahn selbst sagt, sie hat durch Corona Milliardenverluste gemacht. Jetzt hat man sich aber mit der Konkurrenzgewerkschaft da geeinigt, auf eine Tariferhöhung um 1,5 Prozent zusätzlich. Was verlangen Sie denn konkret? Sie wissen, dass wir am 24. Mai unser Forderungspaket noch mal reduziert haben. Wir haben die Forderung zurückgenommen. Wir haben jetzt die 3,2 Prozent des öffentlichen Dienstes verlangt, die 1.300 Euro Corona-Prämie, sondern 600 Euro, so wie sie im öffentlichen Dienst gezahlt worden sind. Und wir verlangen die Fortsetzung der Betriebsrente. Niemand hat nur ansatzweise im öffentlichen Dienst die Versorgung für Bund und Länder gekündigt oder infrage gestellt. Dieses Management tut das einfach, nimmt Eisenbahnern eine Kleinstrente von ungefähr 150 Euro pro Monat schlicht und ergreifend weg, weil sie von der anderen Gewerkschaft eine Zustimmung bekommen haben, dieses zu tun. Mit uns gibt es das nicht. Und an der Stelle offen und ehrlich, dass wir Arbeitskampf können, weiß jeder. Die Frage, ob wir einen Arbeitskampf ziehen müssen, entscheidet unter anderem auch der Eigentümer mit. Denn der hat Personalkosteneinsparungen verlangt. Der hat nicht so einen, nennen wir es mal, bescheidenen Tarifabschluss verlangt, wie ihn die EVG abgeschlossen hat. Der hat Personalkosteneinsparungen und Sachkosteneinsparungen verlangt in Höhe von 2 Milliarden. Und die kann man auch auf anderen Wegen erreichen. Zum Beispiel durch Verzicht auf Boni in den Führungsetagen, der ja teilweise bereits erfolgt ist und der eine erhebliche Einsparungssumme gebracht hat. Wenn diese Führungskräfte komplett auf Boni verzichten würden, wäre am Ende des Tages ungefähr 1,5 Milliarden Einsparungssumme allein über vier Jahre über dieses Element vorhanden. Das zeigt die Dimension auf, mit der unsere Verwaltung arbeitet und sich die Taschen füllt. Und das müssen wir unseren Lokführern und Suchbegleitern auch den anderen Eisenbahnern so nicht beibringen. Wir lehnen das ab. Was sagen Sie aber doch zu dem Vorwurf, das Ganze sei unsolidarisch, denn Sie könnten Ihre Forderungen ja auch im Herbst erheben. Wissen Sie, das Management wollte schon im April den Konflikt herbeigeführt haben. Wir haben dafür Sorge getragen, dass es eine Zeit lang über Verhandlungen überhaupt einen Fortschritt gegeben hat. Aber wir erleben in der vierten Verhandlungsrunde das Management uns gegenüber sitzen. Ganz konkret Herrn Seiler, der da rumfabuliert von irgendwelchen Solidarbeiträgen. Solidarität, meine Damen und Herren, ist ein wichtiges Gut. Wir werden die erzeugen in unserer Mitgliedschaft. Wir sehen keine Solidarbeiträge der direkten Mitarbeiter im Eisenbahnbereich, hier im System in Deutschland, gegenüber Führungskräften und im Management, das im Ausland Steuergelder verzockt. Diese Solidarität kann man zwar einfordern vom Management unter der Überschrift, wir wollen so weitermachen wie bisher, aber Sie bekommen sie nicht. Sie bekommen keine Solidarität von den Eisenbahnern, um so weiterzumachen, wie sie das bisher gemacht haben. Schlechtes Eisenbahnsystem in Deutschland, Infrastruktur heruntergewirtschaftet, unpünktliche Züge und das alles auf dem Rücken derjenigen, die den Zugbetrieb hier das ganze Jahr am Leben erhalten haben. Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage. Können Sie den Reisenden in den Sommerferien wenigstens ein bisschen Hoffnung machen, dass es nicht ganz so dramatisch wird? Da geht die Botschaft zurück an die Deutsche Bahn AG. Wir machen den Reisenden Hoffnung, dass hier Vernunft einkehrt, dass das Management auch vom Eigentümer in die Schranken verwiesen wird mit der klaren Botschaft. Ihr habt hier nicht das Recht, Steuermilliarden, die von den Steuerzahlern dieses Landes gezahlt werden, zu verzocken. Wir hatten bereits 14, 15 eine große Tarifauseinandersetzung. Im Nachhinein haben wir sie erfolgreich bestanden. Das Management hat offensichtlich kein kollektives Gedächtnis. Jeder neue Manager tanzt an und übt aufs Neue. Und jetzt probiert Herr Seiler, der von der Telekom kommt, eine neue Tarifauseinandersetzung mit der GDL. Wir stellen mal die Frage, muss das eigentlich sein? Aus unserer Sicht ist ein bescheidener Tarifabschluss durchaus möglich. Und am Ende des Tages muss ein Arbeitskampf nicht sein, denn alle wissen, dass es geht. Und wenn wir streiken, wissen auch alle, dass das Eisenbahnsystem zum Erliegen kommt. Sagt Klaus Weselsky, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitteschön. Kann sein, muss aber nicht. Oder auch in anderen Worten, vielleicht ja, vielleicht nein. Offiziell wird der UFO-Bericht der US-Regierung in zweieinhalb Wochen veröffentlicht. Teile davon sind aber schon bekannt geworden. Und die haben es in sich Beweise für Außerirdische. Die gibt es nicht. Ausgeschlossen werden kann es aber auch nicht. Aus den USA. Unser Reporter Steffen Schwarzkopf. Diese Aufnahmen bereiten den US-Militär seit Jahren Kopfzerbrechen. Unidentifizierte fliegende Objekte. Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ruftiert, ruft der Air Force-Pilot. Erst im letzten Jahr veröffentlichte das Pentagon bis dahin geheim gehaltene Aufnahmen. 120 solcher Sichtungen durch das Militär gab es seit 2001. Und die, die es live erlebt haben, bleiben bis heute dabei. Das war außerirdisch. Wir waren zu viert in der Luft und haben das Ding fünf Minuten lang beobachtet, erzählt der Ex-Pilot Dave Fravor. 2014 war er mit seiner F-18 westlich von Kalifornien unterwegs, als er das sah. Ich bin drauf zu und es stieg immer höher. Als es direkt vor mir war, verschwand es schlagartig. Waren es also UFOs? Der US-Bericht schließt das nicht aus, hält es aber auch für möglich, dass China oder Russland dahinter stecken, die seit Jahren an Überschalltechnologie arbeiten. Doch könnten solche Flieger auch Hakenschlagen die Richtung ändern? Zweifel bleiben. Die Sicherheit unseres Luftraums, unseres Personals sind für den Präsidenten extrem wichtig und das gilt für identifizierte und unidentifizierte Objekte. Zwei Drittel aller Amerikaner sind übrigens überzeugt, es gibt Leben auf anderen Planeten. Und 45 Prozent sind der Meinung, es gibt UFOs. Und sie haben uns auch schon besucht. Aber geblieben sind sie offenbar nicht. Wer weiß, was die gedacht haben, als sie hier angekommen sind. Sprechen wir darüber. Aus München zugeschaltet. Der ehemalige Astronaut Professor Ulrich Walter, wir grüßen Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie aus München. Herr Professor Walter, wo stehen Sie, wenn es um diese UFO-Sichtungen geht? Glauben Sie, dass das wirklich von woanders her gekommen ist, was auch immer es ist? Zunächst handelt es sich nur um unbekannte Flugobjekte. Und das Wort sagt es. Es ist unklar, was es ist. Sehr wichtig. Wir interpretieren es oft als Aliens. Das ist eine Interpretation. Aber wir wissen nicht, was es ist. Also wenn ich mir diese Filme, die wir gerade gesehen haben, so anschauen, dann habe ich das Gefühl, da ist so eine Fliege vorne auf dem Objektiv. Die krabbelt da so ein bisschen rum. Und tatsächlich muss man ja wissen, das haben die ja nicht mit eigenen Augen gesehen, sondern mit einer Infrarot-Kamera. Hier sehen Sie es nochmal. Also und diese Kamera, Sie sehen, das schwarze Ding scheint sich so ein bisschen zu drehen. Also für mich scheint es nichts zu sein, was da draußen ist, sondern irgendwie etwas, was irgendwie im System, also auf der Kamera vielleicht selber ist. Insofern ist das für mich kein Alien, sondern wirklich etwas Unbekanntes. Und vielleicht sogar, wie gesagt, einfach nur ein Fliegenschiss oder so. Aber interessant ist ja auch, dass es mehrere Leute unabhängig voneinander behauptet haben. Ist es denn überhaupt möglich, realistisch, dass es Außerirdische überhaupt da draußen gibt? Sie sind ja schon im Weltraum gewesen. Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe sogar ganze Bücher darüber geschrieben. Ja, es ist möglich. Tatsächlich, also ich bin davon überzeugt, dort draußen gibt es andere Zivilisationen. Allein logische Überlegungen machen klar, da muss es andere Zivilisationen geben, weil unser Universum nahezu unendlich groß ist. Und an so unendlich großem Universum können wir eigentlich unmöglich alleine sein. Wenn man allerdings die Frage stellt, wie viele Zivilisationen gibt es in unserer Milchstraße, also in dem Teil, der uns im Prinzip überhaupt zugänglich ist, da ist schon bereits die Wahrscheinlichkeit, dass es da in der näheren Umgebung etwas gibt, praktisch schon null. Also im Prinzip ist es sehr unwahrscheinlich, dass Außerirdische uns besuchen. Und übrigens, man kann zeigen, selbst wenn ich zum nächsten Stern fliegen würde, das ist Alpha Centauri, braucht ich mit sehr gutem Fluggerät. Also das Beste, was man sich vorstellen kann, einige tausend Jahre. Und wissen Sie, einige tausend Jahre, selbst für Außerirdische, ist eine lange Zeit. Das macht man nicht mal so als Wochenendtrip. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass da Aliens uns besuchen. Und wenn sie kommen würden, und das habe ich auch in meinen Büchern gesagt, wenn sie kommen würden, dann könnte es nur einen Grund geben, nämlich die Heimat aufzugeben und über Tausende von Jahren zu uns zu fliegen, da kann es nur einen Grund geben, nämlich die suchen einen neuen Planeten. Und diese Situation möchte ich überhaupt nicht. Aber Professor Walter, jetzt sagen Sie, bei allem, was wir über Fluggeräte wissen, wie man sie bauen kann, vielleicht wissen wir einfach nicht genug. Und auch unsere Fantasie und all unser Wissen reicht nicht aus für das, was eine ganz weit weg entfernte Zivilisation in der Lage ist zu bauen. Ja, das ist ein oft vorgebrachtes Argument, ist allerdings nicht ganz zutreffend. Es gibt Gesetze in der Physik, in denen wir wissen, dass sie grundsätzlich gelten. Also nehmen wir mal eins, man kann nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Wir wissen, dass das aus logischen Gründen nicht anders sein kann. Das heißt, selbst in ferner Zukunft, wie auch immer, wird keiner schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen können. Und allein das zwingt außerirdisch dazu, über tausende von Jahren unterwegs zu sein, weil selbst Licht nicht schneller fliegen kann. Und das ist ein sehr starkes Argument dafür, dass das eigentlich kaum Aliens sein können. Und schauen Sie sich doch mal die Filme an. Ich meine, das ist doch immer verschwommen. Es ist immer irgendwie nachts, immer verschwommen. Man kann nie genau was sehen. In diesem Fall ein Infrarotfilm. Und das ist ja eigentlich auch wieder das Faszinierende daran. Nur weil man das nicht genau sehen kann, kann man darüber spekulieren. Wenn man es ganz genau sehen würde, dann wäre es die Fliege auf dem Objektiv. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen und zu den Außerirdischen kommen. Es gibt ja auch die Vermutung, dass es möglicherweise Aktionen von Russen oder auch Chinesen sind, die da vielleicht irgendein neues Überschallflugzeug getestet haben. Ja, also das möchte ich nicht ausschließen, dass da Drohnen, das ist ja ganz modern, und tatsächlich sind schon oft Drohnen verwechselt worden mit Aliens oder UFOs. Sowas mag man nicht ausschließen. Aber wenn ich mir jetzt diese Bilder anschaue, dann ist das ja so, dass mittendrin oder mitten auf dem Bild etwas stationär bleibt. Und das kann eine Kamera nicht. Die würde immer ein bisschen wackeln. Und damit würde auch der schwarze Fleck so ein ganz klein wenig wackeln. Tut es aber nicht. Und das ist für mich der Hinweis, dass das, was man da sieht, dieser schwarze Fleck mit dem Objektiv, also mit der Kamera selber was zu tun hat. Sonst würde es eben ganz leicht hin und her wackeln. Aber ja, im Prinzip kann man nicht ausschließen, dass es irgendwelche Drohnen oder irgendwelche UFOs, irgendwelche Überschallgeräte von den Chinesen sind. Aber um ähnlich zu sein, dann müsste man das viel klarer sehen können, als was wir hier sehen. Da haben wir doch wieder was gelernt. Das glauben wir Ihnen mit. Herr Professor Ulrich Walter, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. War mir eine Freude. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einem Abschlusstraining Düsseldorf verlassen, ist jetzt auf dem Weg ins Teamquartier im bayerischen Herzogenaurach. Und in einer Woche steht das erste EM-Spiel an. In der Münchner Allianz Arena treffen Jogis Jungs auf Frankreich. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start hoffen. Mit 7 zu 1 fegte die deutsche Elf Lettland vom Platz. Und wenn wir uns dieses Spiel nochmal genauer anschauen, mit Dirk Schommerz aus Herzogenaurach zugeschaltet. In welchen Mannschaftsteilen hast du denn schon erste echte Verbesserungen erkennen können? Im Großen und Ganzen kann man sagen, die gesamte Mannschaft hat eigentlich gestern schon wesentlich besser gespielt als noch im ersten Test gegen die Dänen. Die Abstimmung gerade auch im Offensivbereich war sehr, sehr gut. Kai Havertz hat da sehr gut reingepasst anstelle von Sané. Der hat zwar die zweite Halbzeit dann die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, Leroy Sané. Aber das war doch schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zu Kai Havertz. Also ich gehe mal fest davon aus, dass der Bundestrainer also mit Kai Havertz, mit dem FC Chelsea-Spieler, mit dem Champions-League-Sieger in der Startformation dann auch planen wird. Auch die Variante mit Kimmich auf der rechten Seite, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also alles in allem hat die Mannschaft einen guten, einen soliden Eindruck gemacht. Natürlich nur gegen Lettland und nicht gegen Frankreich. Also die Franzosen sind eine ganz andere Hausnummer, gar keine Frage. Aber das sah doch schon wesentlich flüssiger aus, wesentlich schlüssiger, auch spielerisch. Insofern ein sehr, sehr guter Test. Und der Bundestrainer wird zufrieden sein zumindest. Aber er hat ja auch schon wieder den einen oder anderen Punkt angemerkt. Beispielsweise was Intensität angeht, die war ihm in der zweiten Halbzeit da nicht hoch genug. Und daran wird man, denke ich, auch in den letzten Tagen hier dann in Herzogenaurach nochmal eifrig arbeiten. Dirk, wir haben ja schon einiges an Turnieren gemeinsam begleitet. Und eigentlich gab es vor jedem Turnier, ich müsste mich jetzt sehr irren, aber eigentlich vor jedem Turnier immer irgendein Knie, was Probleme machte, ein Knöchel, der Probleme machte. Sind alle gesund? Es sind alle gesund. Es gibt keine Körperteile, die in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, langfristig geschädigt sind. Das ist die eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist natürlich, es gibt auch keinen Corona-Fall. Wenn wir mal auf die Spanier gucken, die haben ja momentan immense Probleme, weil deren Kapitän mit Busquets Corona infiziert ist. Die Mannschaft ist jetzt nur noch im Einzeltraining, also das sind schon immense Probleme. Und deswegen, vielleicht gucken wir uns mal hier nochmal die Örtlichkeiten so ein bisschen an, denn ich stehe hier vor dem Tor zum Homeground. Vielleicht wisst ihr das ja auch, das ist diese ganz spezielle Mannschaftsquartiere, das man hier auf dem Adidas-Compound in Herzogenaurach aufgestellt hat, komplett abgeschirmt. Das ist also nicht nur dieses riesige Tor, was wir hier sehen, sondern ein Areal von 70 Hektar rundherum mit Zäunen umstellt. Die Mannschaft wird hier also komplett in einer Blase sein. Und das hoffentlich hilft dann natürlich auch, um hier gar keinen Corona-Fall in die Mannschaft reinzutragen. Hier kann man trainieren, ein eigener Fußballplatz ist hier extra zum Training. Man kann hier aber auch Tennis spielen, Beachvolleyball. Also alle Möglichkeiten sind hier da für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Wir hoffen ja, dass es möglichst lange geht. Und möglicherweise, so hat es ja Thomas Müller gesagt, bis Mitte Juli. Dirk, also können Sie sich hinterher, wenn es zu früh schief gehen sollte, nicht darauf hinausreden, das Vorbereitungsquartier war jetzt aber nicht so doll. Danke. Bis zum 11. Juli sollten Sie schon noch auf dem Platz stehen, meine ich. Ah, ich dachte so nicht. Ja, du, als ich das letzte Mal was dazu gesagt habe, sind Sie in der Vorrunde rausgeflogen. Okay, dann sag nix. Sag nix. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Die Kunden der Deutschen Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Klaus Weselsky wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks allerdings genau stattfinden sollen und welche Bereiche dann bestreikt werden, das ist noch nicht bekannt. Wir fragen mal ein bisschen genauer nach, und zwar bei Michael Wünweber, der ist uns vom Berliner Hauptbahnhof zugeschaltet. Michael, wir brauchen noch ein bisschen vielleicht mehr Hintergründe. Wo hakt es im Moment in den Verhandlungen? Wer will was und wer will was nicht geben? Na ja, vor allen Dingen hakt es auch beim Geld. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft ja 4,8 Prozent gefordert. Man ist da runtergegangen von der Forderung auf 3,2 Prozent. Aber die Deutsche Bahn hat mit dem Konkurrenzunternehmen der GDL, also der Eisenbahner Gewerkschaft, einen Tarifabschluss ja schon unter Dach und Fach gebracht. Das sind 1,5 Prozent mehr Lohn ab dem ersten Jahr 2022. Und daran möchte man sich bei der Deutschen Bahn orientieren. Mit dem Hinweis auch, dass man ja in diesem Corona-Jahr enorme Verluste gemacht hat. 10,5 Milliarden heißt es jetzt neu aus der Bahnzentrale wären die Verluste. Also da ist das Geld natürlich knapp und man möchte sich an dem Tarifabschluss orientieren, der auch für die Flughäfen gilt. Und da ist man mit deutlich weniger Geld dann zufrieden. Also einer Branche, die ebenfalls Corona gebeutelt ist und versucht da auf jeden Fall also diese Forderungen der GDL zu drücken. Jetzt fliegen die Vorwürfe hin und her. Wer schuld ist eigentlich an dem Desaster, also an dem Scheitern der Gespräche? Und da schiebt man sich gegenseitig die Verantwortung im Moment zu. Die Situation also verfahren. Und die Bahnkunden sagen was? Hat man schon faule Eier geworfen und Tomaten? Was hast du beobachtet? Nein, also keine faulen Eier, keine Tomaten. Das ist ja auch noch ganz frisch. Und die meisten Kunden wissen ja auch noch nicht so wirklich richtig, worüber sie sich dann am Ende aufregen müssen. Sind sie selbst denn dann betroffen? Der GDL-Chef sagt ja klar, dass er sich da noch nicht in die Karten schauen lässt. Weder zu den Ausmaßen noch wo dann gestreikt wird. Es gibt lediglich eine vage Hoffnung sozusagen, dass man dann doch den Kunden vorab informiert, dass man sagt, okay, morgen früh um sechs da fahren keine Züge. Also dass es nicht zu der Situation kommen soll, dass die Kunden, die Passagiere hier auf den Gleisen rumstehen und nicht wissen, wie sie von A nach B kommen sollen. Michael, danke schön. Die Ständige Impfkommission wird laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung keine generelle Empfehlung für das Impfen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren aussprechen. Immer wieder hatte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens zuletzt betont, dass die Datenlage nicht ausreichend sei. Die offizielle Entscheidung wird am Donnerstag verkündet. Grundsätzlich ist eine Impfung aber auch ohne generelle Empfehlung möglich. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist in der EU ab zwölf Jahren zugelassen. Ordnen wir das Ganze noch ein bisschen ein. Stefan Wittmann steht vor dem Robert-Koch-Institut in Berlin. Stefan, heißt das jetzt, dass Kinder und Jugendliche am Ende dann doch nicht geimpft werden können? Zumindest vorerst? Nee, da hat sich die STIKO eine Ausweichmöglichkeit gelassen. Sie haben ja quasi nur gesagt, für allgemeine 12- bis 17-Jährige können sie keine Empfehlung aussprechen. Es gibt allerdings zwei Unterkategorien, wo dann doch die Empfehlung erteilt wurde. Und zwar zum einen bei Kindern mit Vorerkrankungen. Da geht es um Adipositas, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Lungenerkrankungen zum Beispiel. Oder dann um Kinder, die viel Kontakt zu Erwachsenen haben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen haben lassen können. Da geht es beispielsweise um Krebspatienten, die eben darauf achten müssen, dass das Immunsystem durch die Impfreaktion nicht überfordert wird. Auch da die Impfung also empfohlen. Letztlich liegt die Entscheidungshoheit dann, ob Empfehlung durch die ständige Impfkommission oder nicht, aber bei den Eltern. Was passiert dadurch mit der eigentlich erwünschten Herdenimmunität? Die rückt zumindest so ein bisschen weiter weg. Vor allem, wenn wir dann den Fokus auf Schulen richten. Da ist es eine relativ einfache Rechnung, mehr Schüler zugegen als Lehrer, die ja dann doppelt geimpft sind. Die meisten bei den Schülern ist es dann eben so, dass das wahrscheinlich nicht erreicht wird. Und trotzdem sagt die STIKO, darauf kann man sich nicht beziehen, weil man eben nicht den Fremdnutzen sehen muss. Also für die Gesellschaft, wo es schön wäre, wenn möglichst viele Menschen geimpft werden, sondern man muss den Eigennutzen der Kinder in den Vordergrund stellen. Und da ist es dann am Ende eine einfache Risikonutzenabwägung. Haben die Kinder ein höheres Risiko, einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf zu erleiden? Nach allem, was wir wissen, ist das Risiko da nicht hoch. Und dann gegenübergestellt dem, wie hoch ist das Risiko, dass sie möglicherweise Impfreaktionen bekommen, die problematisch sind. Und da hat sich die STIKO jetzt erst mal dafür ausgesprochen, dass sie dann eben sagen, diesen Nutzen muss man sehr genau abwägen. Und deswegen können sie nicht für alle in der Altersgruppe 12 bis 17 die Impfempfehlung aussprechen. Stefan, danke schön. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist unterdessen weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte seit gestern 1204 positive Testergebnisse. Das sind 581 weniger als vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf knapp unter 23 gesunken. Außerdem verzeichnete das RKI 140 weitere Todesfälle. Knapp 55 Millionen Impfdosen, und das ist die gute Nachricht, sind mittlerweile bundesweit verabreicht worden. Unser Kollege Paul Sonntag, der hat sich das Ganze noch mal genauer angeschaut, wie es mit den Inzidenzen in Deutschland momentan aussieht. Wir müssen heute auf vor allem die Landkreise schauen, weil das eine bahnbrechende Nachricht eigentlich ist. Vor allem zwei Landkreise, die tun sich da ganz besonders auf. Wenn wir da mal genauer hinschauen, zwei Landkreise haben nämlich inzwischen die Inzidenz von Null erreicht. Das bedeutet keinen Corona-Fall in den letzten sieben Tagen. Trotzdem gibt es natürlich auch noch andere Landkreise, deswegen haben wir die mal mit reingenommen. Also die, die am besten dastehen und die, die es noch etwas schwerer haben. Wir sehen eben in Friesland, und da haben wir oft drüber gesprochen, dort ist es natürlich auch dadurch bedingt, dass die Bevölkerungsdichte eben nicht so hoch ist, dass man immer relativ überschaubare Zahlen hatte. Dort hat man es jetzt eben geschafft, genauso auch in Goslar. Trotzdem gibt es eben beispielsweise noch zwei Brücken oder eben Kronach. Da ist man unter der 100 zwar, aber noch nicht ganz da, wo man am Ende hin möchte. Insgesamt die Lage, sehen wir hier an der Seite, ist trotzdem deutlich verbessert. Alle Landkreise sind inzwischen unter der 100. Fast alle, muss man sagen. 393 von insgesamt 412 sind unter der 50 und sogar 70 unter der 10. Das bedeutet, man hat da wirklich die Hoffnung, dass sich dieser Effekt so etwas verstetigt. Wir schauen trotzdem mal auf einen zweiten Indikator noch, der auch immer wieder bei politischen Entscheidungen eine große Rolle spielt. Gerade auch auf lokaler Ebene wird da immer wieder genau hingeschaut. Und das sind die belegten Intensivbetten. Wir haben viel darüber berichtet, dass es immer wieder Warnungen gab. Wir sehen auch hier einen sehr, sehr stetigen Abfall, der immer weiter nach unten geht und sehen, dass wir dabei ungefähr 1.800 nur noch sind aktuell. Das war zu Hochzeiten mehr als doppelt so viel. Auch da jetzt natürlich die Hoffnung, dass das weitergeht. Das ist ja immer ein etwas nachlaufender Indikator. Und wir am Ende vielleicht möglicherweise wieder hier dort landen, wo wir eben letzten Sommer waren. Und, und das ist das Entscheidende, auch nicht mehr in eine mögliche vierte Welle kommen. Und da liegt die Hoffnung vor allem eben auf den Impfungen. Da müssen wir auch noch mal genauer drauf schauen. Wie ist denn der Stand aktuell in ganz Deutschland? Das ist dann immer aufgeteilt nach Bundesländern, weil ja eben die Bundesländer auch unterschiedlich entscheiden. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum gibt es hier überhaupt Unterschiede bei den Erstimpfungen? Warum sind manche schneller, manche langsamer? Dazu kommen wir gleich. 700.000 ist das Mittel, was in Deutschland im Moment am Tag ungefähr geschafft wird. Acht Geimpfte rein theoretisch pro Sekunde wären das. Und fast die Hälfte, 46 Prozent, haben schon eine erste Impfung bekommen. Jetzt zu den Unterschieden. Warum gibt es eben doch da Schwankungen von 10 Prozent zwischen Bundesland und Bundesland? Das liegt nicht immer an ineffizientem Impfen beispielsweise oder an zu wenig Impfstoff, weil der wird ja auch sehr anteilig aufgeteilt. Nein, das liegt vor allem daran, dass manche Bundesländer eben doch den Fokus eher auf die Zweitimpfungen legen, nicht so viel eben für die Erstimpfungen dann rausgeben. Und da sehen wir am Beispiel Sachsen hier bei den Erstimpfungen relativ weit hinten, aber eben, und das ist das Entscheidende, bei den Zweitimpfungen mit vorne dabei. Ganz entscheidend, das nur als ein Beispiel. Also da sieht man eben, dass unterschiedliche Politik in den einzelnen Ländern dann auch eben ganz unterschiedlich umgesetzt wird. Der serbische Ex-General Mladic ist wegen des Völkermords und Kriegsverbrechen auch in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der heute 79-Jährige hatte versucht, das 2017 gegen ihn ergangene Urteil in einem Berufungsverfahren aufheben zu lassen und einen Freispruch zu erzielen. Er wird nun den Rest seines Lebens in Haft verbringen. Mladic ist laut dem Urteil unter anderem für die Ermordung von mehr als 8000 Muslimen in Srebrenica und die dreijährige blutige Belagerung Sarajevos verantwortlich. Frankreichs Präsident Macron ist bei einer Südfrankreich-Reise von einem Mann geohrfeigt worden. Auf Handy-Videos ist zu sehen, wie Macron nach dem Besuch einer Kochschule auf Schaulustige zugeht und ein Gespräch beginnen will. In diesem Moment schlägt der Angreifer zu. Die Polizei hat zwei Menschen festgenommen. Knapp ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist Macron seit einigen Tagen auf Tour de France. Bei der Rundreise will der 43-Jährige seine Chancen für eine Wiederwahl ausloten. Apropos Wahlen. Sie haben zwar noch nicht am Zaun des Kanzleramtes gerüttelt, doch genau da wollen die Grünen am liebsten rein. Inzwischen wachsen allerdings die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September auch wirklich klappen kann. Die 40-Jährige hat gerade nicht wirklich einen Lauf. Wie sich jetzt herausstellt, hat sie ihren Lebenslauf bereits vor vielen Jahren geändert. Außerdem Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat. Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Und auch, welche Strategie Baerbocks Wahlkampfteam da wohl verfolgen wird, ist fraglich. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität. Und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kippen kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Wenn geballtes Kriminalistisches Können sich zusammentut, dann sind solche Ermittlungserfolge möglich mit einer selbstentwickelten Messenger-App. Nämlich ist dem FBI in Zusammenarbeit mit australischen Ermittlern und Europol ein Schlag gegen die internationale Kriminalität gesündigt. Während Kriminelle diese App als sicher einstuften, hörten die Behörden mit und schlugen dann gestern zu. Weltweit wurden Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht. Nadine Mierdorfer, die eins leiten. Über Monate hatten Ermittler ihre Chats mitgelesen. Jetzt wurden sie festgesetzt. Nicht nur ein paar Kriminelle, sondern weltweit mehr als 800 mutmaßliche Verbrecher. Es geht um Mordaufträge, Korruption, Geldwäsche, Waffen und tonnenweise Drogen. Die Operation Trojanischer Schild erfolgte unter Leitung des FBI. Weltweit koordiniert und erfolgreich. Das FBI spricht sogar von nahezu atemberaubenden Ergebnissen. Wir haben spezielle verschlüsselte Geräte benutzt, die es ermöglicht haben, die Kommunikation der verdächtigen Personen zu überwachen. Wir konnten Fotos sehen von hunderten Tonnen von Kokain, die in Obstkisten versteckt waren. Mehr als 100 Mordkomplotte konnten verhindert werden. Mehr als sechs Tonnen Kokain und zahlreiche weitere Drogen konnten sichergestellt werden. 184 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen wurden beschlagnahmt. Insgesamt waren 16 Länder an der internationalen Operation beteiligt, darunter auch Deutschland. Hier in Essen stellen Ermittler eine Mega-Plantage mit weit über 1000 Cannabis-Pflanzen sicher. Den Verdächtigen kamen die Ermittler durch die Auswertung verschlüsselter Krypto-Chats auf die Spur. Dafür schleusten Undercover-Beamte speziell präparierte Telefone in mehr als 300 Banden ein. Das FBI hatte über Monate Zugriff auf mehr als 12.000 Geräte. Keiner kann sich sicher sein und auch wenn er verschlüsselt kommuniziert, wir werden alles daran setzen, auch diese Täter aus der Anonymität herauszuholen. Und es ist ein Schlag, denn das, was wir sichergestellt haben, das ist erheblich. Verdacht der Geldwäsche auch in Leverkusen. Dort durchsuchten Beamte das Grundstück eines Clanschefs. Mehrere Familienmitglieder wurden festgenommen. Dieses Jahr über 100 Milliarden Euro und in den kommenden Jahren, da wird sukzessive noch mehr. Die Rede ist von den jährlichen Steuerzuschüssen in die Rentenkasse, weil die Einzahlungen die laufenden Ausgaben einfach nicht mehr decken. Die Lösung dafür will eine Expertengruppe im Wirtschaftsministerium gefunden haben. Die Koppelung der erwarteten Lebenszeit an die Arbeitszeit heißt faktisch länger arbeiten und zwar bis 68. Sie betrifft es vor allem. Jüngere Arbeitnehmer sollen länger arbeiten, damit das Rentensystem nicht kollabiert. Betroffen wären alle, die 47 oder jünger sind. Der Vorschlag, die Arbeitszeit an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, kommt vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministers. Das ist doch völlig selbstverständlich. Wenn wir immer länger und länger und länger leben, dann wird man auch ein wenig länger arbeiten müssen. Die Berater warnen vor einer Kostenexplosion bei der Rentenkasse, wenn die geburtenstarken Babyboomer ab 2025 in den Ruhestand wechseln. Im Durchschnitt erleben Männer dann noch 18 Rentenjahre, Frauen 21. Weil die Lebenserwartung zunimmt, steigt auch das Renteneintrittsalter. Aktuell liegt es bei 65,7 Jahren, 2029 bei 67. Die Experten fordern nun die Steigerung auf 68 ab 2042. Es macht mir irgendwie ein bisschen Angst, weil ich es ungerecht finde. Die Leute werden älter und in dem Zusammenhang, wenn man dann ein bisschen länger arbeitet, das finde ich schon voll okay. Ich würde gerne früher in Rente gehen. Manchen geht es ja einfach auch nicht mehr gut mit 60 und die sind nicht mehr fit. Über 400.000 Menschen beantragen jährlich Frührente und müssen dafür erhebliche Abschläge hinnehmen. Auch deshalb lienen Gewerkschaften und Linke den aktuellen Vorschlag empört ab. Der SPD-Arbeitsminister verspricht, wenn es nur genügend Jobs gibt, sei die Rente mit 68 vermeidbar. Wenn es uns gelingt, das Beschäftigungspotenzial im erwerbsfähigen Alter möglichst voll auszuschöpfen, dann werden wir keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters brauchen. Ob das klappt, ist offen. Deshalb könnten unsere Büros der Zukunft möglicherweise so aussehen. Hitze und Trockenheit als Folge des Klimawandels. In einigen Regionen Deutschlands wird das Wasser jetzt schon zeitweise knapp, warnt die Bundesumweltministerin. Ja, ganz genau. Svenja Schulze, die will auch was dagegen tun. Nämlich mit einem nationalen Wasserstrategietag will sie das Thema jetzt angehen und da richtig viel Geld reinpumpen. Isabel Finzel hat die Einzelheiten. Duschen, Wäsche waschen, Geschirr spülen. Was für uns zu jeder Zeit selbstverständlich ist, könnte in einigen Jahren zum Problem werden. Der Klimawandel lässt Wasser knapp werden, auch in einigen Regionen bei uns. Die Umweltministerin will gegen Steuern eine Milliarde Euro investieren und wertvolles Wasser klüger nutzen. In der Industrie, Landwirtschaft und im Haushalt. Es gibt Regionen, wo einfach zu viel Wasser gleichzeitig entnommen wird. Wenn man am frühen Morgen oder abends den Garten sprengt, ist es nicht so ein Problem wie mitten am Tag, wo sehr viele dann das Wasser abfordern. Deshalb könnte zum Beispiel Wasser frühmorgens oder spätabends günstiger werden, tagsüber dafür teurer. Das meiste Wasser verbrauchen aber Industrie und Landwirtschaft nicht die Haushalte. Unser privater Verbrauch pro Kopf ist sogar leicht zurückgegangen. 129 Liter Wasser täglich verbrauchte jeder Deutsche im vergangenen Jahr. 1990 waren es noch 147 Liter. Am meisten fließt beim Baden oder Duschen, gefolgt von der Klospülung und der Waschmaschine. Sollte Wasser in einer Region knapp werden, könnte auch eine Priorisierung kommen. Trinkwasser geht dann vor Poolbefüllen und Rasensprengen. Nach unserer Auffassung muss die öffentliche Trinkwasserversorgung absoluten Vorrang haben, bevor wir dazu übergehen, andere Bereiche mit Trinkwasser zu versorgen, wenn es zu Knappheitsindikationen kommen sollte. Doch nicht nur Dürre und Trockenheit sind ein Problem. Auch die zunehmende Belastung von Grundwasser, Seen und Flüssen mit Nitrat sorgt dafür, dass unser sauberes Trinkwasser knapper wird. Und möglicherweise das fehlende Trinkwasser war auch in China ein großes Problem. Für eine Elefantenherde, die sich auf die lange Reise begeben hat, vielleicht auch das fehlende Nahrungsangebot. Jedenfalls sorgt diese Gruppe in China für großes Aufsehen. Die Tiere haben diese Woche eine Metropole erreicht und der Schaden geht bereits in die Millionen. Eine Mauer aus Lastwagen soll nun Häuser und Menschen vor den Elefanten schützen. Andreas Büttner berichtet. Achtung, die Elefanten sind da. Alarmbereitschaft in der chinesischen Millionenmetropole Kunming. Eine Herde von 15 asiatischen Elefanten hat die Stadtgrenze erreicht und ist hungrig. Und dabei bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Die Tiere waren aus einem Wildpark ausgebrochen und kommen nun nicht mehr zurück. Zuerst planten die Elefanten den Fluss zu überqueren, um in ihren früheren Lebensraum zurückzukehren. Doch es ist für sie zu schwierig, da das Wasser zugenommen hat. Nun arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um die Elefanten kontinuierlich zu überwachen und die umliegenden Dörfer frühzeitig zu warnen. Die in der Wildnis lebenden Elefanten haben bereits am 16. April ihre Heimat verlassen und sind seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von so dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Doch die Herde hat bereits jetzt einen Schaden von mehr als einer Million Euro angerichtet und 56 Hektar Land zerstört. In Kunming versuchen sie jetzt mit Drohnen und einem Konvoi aus Lastwagen die Tiere von den Menschen fernzuhalten. In der Tat erforschen wir seit 1990 einige Methoden, um den konfliktischen Menschen und Elefanten zu entschärfen. Aber für Elefanten ist es sehr schwierig, das zu tun. Sie haben ihr eigenes Denken und sind sehr schlau. So können viele unserer Maßnahmen vorübergehend nützlich sein, aber mit der Zeit nutzlos werden. Ursprünglich gehörten der Herde zu Beginn der Reise 16 Tiere an, doch zwei Elefanten kehrten um und während der Wanderung wurde nun ein Junges geboren. Vielleicht macht das Spielen und Ausruhen mit dem Kleinen die Herde ja jetzt ein wenig milder. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einem Abschlusstraining Düsseldorf verlassen und ist im Teamquartier im bayerischen Herzogenaurach. In einer Woche steht dann das erste EM-Spiel an. In der Münchner Allianz Arena treffen Jogis Jungs auf Frankreich. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start ins Turnier hoffen. Mit 7 zu 1 fegten die Deutschen Lettland vom Platz. Aber irgendwas sagt mir, Dirk Schommers, oh mein Gott, für euch regnet es. Oh, das tut mir leid. Gut, irgendwas sagt mir, dass das mit Frankreich nicht so funktionieren wird. Ja, so leicht wie gegen die Letten wird das mit Sicherheit am nächsten Dienstag nicht so zu sich gehen. 7 zu 1 im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich wäre natürlich ein absolutes Wunschergebnis des Bundestrainers. Aber ich glaube, es wird deutlich schwieriger. Aber das, was die Mannschaft ja gezeigt hat gestern Abend, das lässt zumindest hoffen, dass man vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen könnte. So, wenn man denn die nächsten Tage hier in Herzogenaurach dann auch noch fleißig nutzt und vielleicht noch an den einen oder anderen Schwächen im deutschen Spiel dann auch arbeitet. Der Bundesgerinner hat ja gesagt, so das, was ihm nicht gefallen hat, neben all den positiven Erkenntnissen aus der Partie gestern Abend, war zum Beispiel die Intensität in der zweiten Halbzeit. Vielleicht auch die eine oder andere Personalie, was Abstimmung antritt. Wir haben ja dann in der zweiten Halbzeit beispielsweise auch einen wie Roy Sané gesehen. Da hat Kai Havertz in der ersten Halbzeit auch einen wesentlich besseren Eindruck gemacht. Also es gibt durchaus noch das ein oder andere Stellschräubchen, woran der Bundestrainer drehen kann. Und das wird er dann hier in Herzogenaurach in den nächsten Tagen dann bis kommenden Dienstag auch tun wollen. Wie ist eigentlich mittlerweile die Stimmung im Team? Da sind ja nun auch diejenigen zurückgekommen, die von Jogi Lohf wieder geholt wurden. Erst mal aussortiert nach 2018. Jetzt sind sie wieder mit dabei. Wie kommt man zurecht? Ja, man kommt sehr, sehr gut zurecht. Wir haben auch mal die Nationalspiele gefragt, wie ihr Eindruck ist im Vergleich zur WM 2018. Da haben wir ja auch von außen betrachtet immer gesagt, die Stimmung ist gut. Es hieß auch aus dem Team immer, die Stimmung ist klasse. Damals, also vor drei Jahren, ist es ja inzwischen schon wieder her. Und auch diesmal haben wir sie danach gefragt. Und sie meinen, es wäre tatsächlich jetzt anders. Die Mischung würde besser passen zwischen Jung und Alt. Und alle hätten eben ein Feuer in sich, ein gutes Turnier zu spielen. Und das war wohl so vor der WM nicht. Stimmung ist aber, muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, ist das eine. Und dann Leistung auf dem Platz etwas vollkommen anderes. Also die Mannschaft mag zwar ganz gut miteinander klarkommen, aber es kommt ja darauf an, wie sie dann eben klarkommen in den drei Gruppenspielen gegen erst mal Frankreich, dann Portugal und dann am Ende Ungarn. Dirk, Dankeschön. Echtes Fritz-Walter-Wetter haben wir da gesehen. Wenn es so weitergeht, dann wird das was. Das haben sie nicht verdient. Das haben sie nicht verdient. Aber sie haben es trotzdem nicht verdient. Wir sind gleich wieder für sie da. Und weiter geht es mit den Nachrichten bei Welt. Wir beide sagen recht herzlich Hallo. Die Grünen, die rütteln zwar nicht am Zaun des Bundeskanzleramtes, aber sie wollen da rein. Das haben sie klar gemacht. Doch inzwischen wachsen die Zweifel, ob das mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September wirklich klappen kann. Denn die 40-Jährige hat momentan, sagen wir mal, keinen wirklich guten Lauf. Da sind die Ungereimtheiten im Lebenslauf, Parteigelder, die sie nicht richtig deklariert hat oder auch die Unkenntnis über den Urheber der sozialen Marktwirtschaft. Ja, auch die Debatte um eine künftige Benzinpreiserhöhung kommt bei ländlichen Wählern und beim Pendlern nicht gut an. Eine Steilvorlage für die politische Konkurrenz. Peter Hantjes. So richtig rund läuft es gerade nicht für Annalena Baerbock. Erst der Streit wegen Benzinpreiserhöhungen und verschwiegenen Bonuszahlungen. Und dann lag auch noch das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt deutlich unter den Erwartungen. Es ist ganz klar, dass jetzt der Alltag einsetzt. Es ist nicht dasselbe, wenn man Everybody's Darling ist und dann kommt die politische Realität und man wird richtig unter die Lupe genommen, wie es Frau Baerbock nun gerade passiert. Ich glaube, die letzten ein, zwei Wochen waren nicht ganz so glücklich. Mal gucken, ob man das noch kippen kann. Zudem tauchten im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin immer neue Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfragen dazu reagierte der Grünen-Chef aber nur schmaleppig. Ja, wie ich schon sagte, ich denke, dass die Präzisierung und Anpassung jetzt erfolgt sind und damit dann auch alles gesagt ist. Als Kanzlerkandidatin bekommt Baerbock ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Unstimmigkeiten fallen da auf. Mehrmals mussten die Grünen in ihrem offiziellen Lebenslauf nachbessern. Als Tätigkeitsort hatte sie etwa zwischen 2005 und 2008 Brüssel angegeben. Dort soll sie in dieser Zeit Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter gewesen sein. Der Eintrag Brüssel wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war offenbar nicht ganz richtig, denn sie habe erst in Deutschland, dann in Brüssel gearbeitet. Zuvor hatten die Grünen schon Angaben zu ihren Mitgliedschaften und zu ihrem Studium präzisiert. Diese Unstimmigkeiten könnten nun am Image der Kanzlerkandidatin nagen. Kunden der Deutsche Bahn müssen sich in der Sommerreisezeit auf Streiks einstellen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer. GDL-Chef Klaus Weselski wirft dem Unternehmen vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Laut Deutscher Bahn habe sich die Gewerkschaft geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Wann die Streiks stattfinden sollen und welche Bereiche genau bestreikt werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Da fragen wir gleich mal nach. Zugeschaltet ist jetzt aus Frankfurter Main Klaus Weselski, der Vorsitzende der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer. Herr Weselski, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, ich grüße Sie auch. Wann und in welchem Umfang genau wird denn jetzt gestreikt? Wollen Sie uns da schon was sagen? Nun, Sie wissen, dass wir die Entscheidung über die bevorstehenden Arbeitskämpfe dann etwas kurzfristiger fällen und auch rechtzeitig den Kunden, den Reisenden bekannt geben. Wir haben in der gestrigen Verhandlung nicht nur kein Angebot bekommen, sondern mussten sogar feststellen, dass das Unternehmen und hier ganz konkret Personalvorstand Seiler sogar noch die Medienvertreter und die Öffentlichkeit anlügt. Sie haben kein Angebot gemacht. Sie haben immer noch in 2021 0, während der öffentliche Dienst im April bereits 1,4 Prozent gezahlt bekommen hat und schon im Dezember voriges Jahr eine Corona-Prämie bekam, nächstes Jahr 1,8 Prozent bekommen soll. All das hat die Bahn nicht angeboten, sondern auf eine Laufzeit von 40 Monaten verwiesen, wie angeblich einen Tarifvertrag für die Flughäfen beinhaltet. Das ist für uns nicht vorstellbar. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben Wertschätzung verdient. Sie haben Anerkennung verdient. Das ganze Jahr Corona-Krise sind Sie in den Eisenbahnen, in den Zügen, nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei den Wettbewerbsunternehmen unterwegs gewesen. Und interessanterweise hat keiner der Wettbewerber bisher eine Forderung oft gemacht, dass wir den Gürtel enger zu schnallen haben. Im Gegenteil. Sie haben die Wertschätzung gegenüber Ihren Lokführern und Zugbegleiter, nur das Unternehmen Deutsche Bahn AG, das sich selbst als Missmanagement in eine Schuldenfalle manövriert hat. Das verlangt von den Arbeitnehmern, die im direkten Bereich tätig sind, hier sogenannte Solidarbeiträge. Das hat mit Solidarität nichts zu tun. Die Fronten scheinen da also wirklich verhärtet zu sein. Die ganz normalen Bürger, die Menschen kommen jetzt ja gerade aus der Corona-Krise raus, sehnen sich also nach neuer oder nach alter Freiheit. Was sagen Sie denn jetzt zu diesem Vorwurf, gerade jetzt vor den Sommerferien, da sei das der komplett falsche Zeitpunkt für einen Streik? Wissen Sie, die Vorwürfe, die dieses Management erhebt, dass ein Konzern in 30 Milliarden Schulden wiedergebracht hat, nachdem wir 1994 privatisiert, komplett entschuldet waren. Dieses Management ist sich für nichts zu schade. Das jammert hier durch die Kante. Die Kunden sind in Sorge. Das Management selbst hat den Tarifkonflikt herbeigeführt. Und ich kann Ihnen ehrlich und offen sagen, wir wollen keinen Arbeitskampf. Jeder weiß in diesem Land, dass Lokomotivführer, Zugbegleiter ordentlich Arbeitskampf machen können. Sie treiben uns in einen Arbeitskampf, weil sie nicht in den Verwaltungsetagen rationalisieren und abbauen wollen, weil sie nicht ihre ausländischen Aktivitäten einstellen wollen, sondern weiter weltweit expandieren und der deutsche Steuerzahler soll es ausgleichen. Und die Menschen im direkten Bereich, die seit Jahren zu wenig Arbeitsplätze haben, die sollen am Ende des Tages hier auf Lohnverzicht eine Minusrunde in 2021 und 2022 fahren. Sie sagen, es war Missmanagement. Die Bahn selbst sagt, sie hat durch Corona Milliarden Verluste gemacht. Jetzt hat man sich aber mit der Konkurrenzgewerkschaft da geeinigt auf eine Tariferhöhung um 1,5 Prozent zusätzlich. Was verlangen Sie denn konkret? Sie wissen, dass wir am 24. Mai unser Forderungspaket noch mal reduziert haben. Wir haben die Forderung zurückgenommen. Wir haben jetzt die 3,2 Prozent des öffentlichen Dienstes verlangt, die 1.300 Euro Corona-Prämie, sondern 600 Euro, so wie sie im öffentlichen Dienst gezahlt worden sind. Und wir verlangen die Fortsetzung der Betriebsrente. Niemand hat nur ansatzweise im öffentlichen Dienst die Versorgung für Bund und Länder gekündigt oder infrage gestellt. Dieses Management tut das einfach, nimmt Eisenbahnern eine Kleinstrente von ungefähr 150 Euro pro Monat schlicht und ergreifend weg, weil sie von der anderen Gewerkschaft eine Zustimmung bekommen haben, dieses zu tun. Mit uns gibt es das nicht. Und an der Stelle offen und ehrlich, dass wir Arbeitskampf können, weiß jeder. Die Frage, ob wir einen Arbeitskampf ziehen müssen, entscheidet unter anderem auch der Eigentümer mit. Denn der hat Personalkosteneinsparungen verlangt. Der hat nicht so einen, nennen wir es mal, bescheidenen Tarifabschluss verlangt, wie ihn die EVG abgeschlossen hat. Der hat Personalkosteneinsparungen und Sachkosteneinsparungen verlangt in Höhe von 2 Milliarden. Und die kann man auch auf anderen Wegen erreichen, zum Beispiel durch Verzicht auf Boni in den Führungsetagen, der ja teilweise bereits erfolgt ist und der eine erhebliche Einsparungssumme gebracht hat. Wenn diese Führungskräfte komplett auf Boni verzichten würden, wäre am Ende des Tages ungefähr 1,5 Milliarden Einsparungssumme allein über vier Jahre über dieses Element vorhanden. Das zeigt die Dimension auf, mit der unsere Verwaltung arbeitet und sich die Taschen füllt. Und das müssen wir unseren Lokführern und Zugbegleitern und auch den anderen Eisenbahnern so nicht beibringen. Wir lehnen das ab. Was sagen Sie aber doch zu dem Vorwurf, das Ganze sei unsolidarisch, denn Sie könnten Ihre Forderungen ja auch im Herbst erheben. Wissen Sie, das Management wollte schon im April den Konflikt herbeigeführt haben. Wir haben dafür Sorge getragen, dass es eine Zeit lang über Verhandlungen überhaupt einen Fortschritt gegeben hat. Aber wir erleben in der vierten Verhandlungsrunde das Management uns gegenüber sitzen, ganz konkret Herrn Seiler, der darum fabuliert von irgendwelchen Solidarbeiträgen. Solidarität, meine Damen und Herren, ist ein wichtiges Gut. Wir werden die erzeugen in unserer Mitgliedschaft. Wir sehen keine Solidarbeiträge der direkten Mitarbeiter im Eisenbahnbereich, hier im System in Deutschland, gegenüber Führungskräften und im Management, das im Ausland Steuergelder verzockt. Diese Solidarität kann man zwar einfordern vom Management unter der Überschrift, wir wollen so weitermachen wie bisher, aber sie bekommen sie nicht. Sie bekommen keine Solidarität von den Eisenbahnern, um so weiterzumachen, wie sie das bisher gemacht haben. Schlechtes Eisenbahnsystem in Deutschland, Infrastruktur heruntergewirtschaftet, unpünktliche Züge und das alles auf dem Rücken derjenigen, die den Zugbetrieb hier das ganze Jahr am Leben erhalten haben. Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage. Können Sie den Reisenden in den Sommerferien wenigstens ein bisschen Hoffnung machen, dass es nicht ganz so dramatisch wird? Da geht die Botschaft zurück an die Deutsche Bahn AG. Wir machen den Reisenden Hoffnung, dass hier Vernunft einkehrt, dass das Management auch vom Eigentümer in die Schranken verwiesen wird mit der klaren Botschaft. Ihr habt hier nicht das Recht, Steuermilliarden, die von den Steuerzahlern dieses Landes gezahlt werden, zu verzocken. Wir hatten bereits 14, 15 eine große Tarifauseinandersetzung. Im Nachhinein haben wir sie erfolgreich bestanden. Das Management hat offensichtlich kein kollektives Gedächtnis. Jeder neue Manager tanzt an und übt aufs Neue. Und jetzt probiert Herr Seiler, der von der Telekom kommt, eine neue Tarifauseinandersetzung mit der GDL. Wir stellen mal die Frage, muss das eigentlich sein? Aus unserer Sicht ist ein bescheidener Tarifabschluss durchaus möglich. Und am Ende des Tages muss ein Arbeitskampf nie sein, denn alle wissen, dass es geht. Und wenn wir streiken, wissen auch alle, dass das Eisenbahnsystem zum Erliegen kommt. Sagt Klaus Weselsky, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitteschön. Kann sein, muss aber nicht. Oder auch in anderen Worten, vielleicht ja, vielleicht nein. Offiziell wird der UFO-Bericht der US-Regierung in zweieinhalb Wochen veröffentlicht. Teile davon sind aber schon bekannt geworden. Und die haben es in sich Beweise für Außerirdische. Die gibt es nicht. Ausgeschlossen werden kann es aber auch nicht. Aus den USA. Unser Reporter Steffen Schwarzkopf. Diese Aufnahmen bereiten den US-Militär seit Jahren Kopfzerbrechen. Unidentifizierte fliegende Objekte. Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ruftiert, ruft der Air Force-Pilot. Erst im letzten Jahr veröffentlichte das Pentagon bis dahin geheim gehaltene Aufnahmen. 120 solcher Sichtungen durch das Militär gab es seit 2001. Und die, die es live erlebt haben, bleiben bis heute dabei. Das war außerirdisch. Wir waren zu viert in der Luft und haben das Ding fünf Minuten lang beobachtet, erzählt der Ex-Pilot Dave Fravor. 2014 war er mit seiner F-18 westlich von Kalifornien unterwegs, als er das sah. Ich bin drauf zu und es stieg immer höher. Als es direkt vor mir war, verschwand es schlagartig. Waren es also UFOs? Der US-Bericht schließt das nicht aus, hält es aber auch für möglich, dass China oder Russland dahinter stecken, die seit Jahren an Überschalltechnologie arbeiten. Doch könnten solche Flieger auch Hakenschlagen die Richtung ändern? Zweifel bleiben. Die Sicherheit unseres Luftraums, unseres Personals sind für den Präsidenten extrem wichtig und das gilt für identifizierte und unidentifizierte Objekte. Zwei Drittel aller Amerikaner sind übrigens überzeugt, es gibt Leben auf anderen Planeten. Und 45 Prozent sind der Meinung, es gibt UFOs. Und sie haben uns auch schon besucht. Aber geblieben sind sie offenbar nicht. Wer weiß, was die gedacht haben, als sie hier angekommen sind. Sprechen wir darüber. Aus München zugeschaltet. Der ehemalige Astronaut Professor Ulrich Walter, wir grüßen Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie aus München. Herr Professor Walter, wo stehen Sie, wenn es um diese UFO-Sichtungen geht? Glauben Sie, dass das wirklich von woanders her gekommen ist, was auch immer es ist? Zunächst handelt es sich nur um unbekannte Flugobjekte. Und das Wort sagt es. Es ist unklar, was es ist. Sehr wichtig. Wir interpretieren es oft als Aliens. Das ist eine Interpretation. Aber wir wissen nicht, was es ist. Also wenn ich mir diese Filme, die wir gerade gesehen haben, so anschauen, dann habe ich das Gefühl, da ist so eine Fliege vorne auf dem Objektiv. Die krabbelt da so ein bisschen rum. Und tatsächlich muss man ja wissen, das haben die ja nicht mit eigenen Augen gesehen, sondern mit einer Infrarot-Kamera. Hier sehen Sie es nochmal. Also und diese Kamera, Sie sehen, das schwarze Ding scheint sich so ein bisschen zu drehen. Also für mich scheint es nichts zu sein, was da draußen ist, sondern irgendwie etwas, was irgendwie im System, also auf der Kamera vielleicht selber ist. Insofern ist das für mich kein Alien, sondern wirklich etwas Unbekanntes. Vielleicht sogar, wie gesagt, einfach nur ein Fliegenschiss oder so. Aber interessant ist ja auch, dass es mehrere Leute unabhängig voneinander behauptet haben. Ist es denn überhaupt möglich, realistisch, dass es Außerirdische überhaupt da draußen gibt? Sie sind ja schon im Weltraum gewesen. Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe sogar ganze Bücher darüber geschrieben. Ja, es ist möglich. Tatsächlich, also ich bin davon überzeugt, dort draußen gibt es andere Zivilisationen. Allein logische Überlegungen machen klar, da muss es andere Zivilisationen geben, weil unser Universum nahezu unendlich groß ist. Und an so unendlich großem Universum können wir eigentlich unmöglich alleine sein. Wenn man allerdings die Frage stellt, wie viele Zivilisationen gibt es in unserer Milchstraße, also in dem Teil, der uns im Prinzip überhaupt zugänglich ist, da ist schon bereits die Wahrscheinlichkeit, dass es da in der näheren Umgebung etwas gibt, praktisch schon null. Also im Prinzip ist es sehr unwahrscheinlich, dass Außerirdische uns besuchen. Und übrigens, man kann zeigen, selbst wenn ich zum nächsten Stern fliegen würde, das ist Alpha Centauri, braucht ich mit sehr gutem Fluggerät. Also das Beste, was man sich vorstellen kann, einige tausend Jahre. Und wissen Sie, einige tausend Jahre, selbst für Außerirdische, ist eine lange Zeit. Das macht man nicht mal so als Wochenendtrip. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass da Aliens uns besuchen. Und wenn sie kommen würden, und das habe ich auch in meinen Büchern gesagt, wenn sie kommen würden, dann könnte es nur einen Grund geben, nämlich die Heimat aufzugeben und über Tausende von Jahren zu uns zu fliegen, da kann es nur einen Grund geben, nämlich die suchen einen neuen Planeten. Und diese Situation möchte ich überhaupt nicht. Aber Professor Walter, jetzt sagen Sie, bei allem, was wir über Fluggeräte wissen, wie man sie bauen kann, vielleicht wissen wir einfach nicht genug. Und auch unsere Fantasie und all unser Wissen reicht nicht aus für das, was eine ganz weit weg entfernte Zivilisation in der Lage ist zu bauen. Ja, das ist ein oft vorgebrachtes Argument, ist allerdings nicht ganz zutreffend. Es gibt Gesetze in der Physik, in denen wir wissen, dass sie grundsätzlich gelten. Also nehmen wir mal eins, man kann nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Wir wissen, dass das aus logischen Gründen nicht anders sein kann. Das heißt, selbst in ferner Zukunft, wie auch immer, wird keiner schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen können. Und allein das zwingt außerirdisch dazu, über tausende von Jahren unterwegs zu sein, weil selbst Licht nicht schneller fliegen kann. Und das ist ein sehr starkes Argument dafür, dass das eigentlich kaum Aliens sein können. Und schauen Sie sich doch mal die Filme an. Ich meine, das ist doch immer verschwommen. Es ist immer irgendwie nachts, immer verschwommen. Man kann nie genau was sehen. In diesem Fall ein Infrarotfilm. Und das ist ja eigentlich auch wieder das Faszinierende daran. Nur weil man das nicht genau sehen kann, kann man darüber spekulieren. Wenn man es ganz genau sehen würde, dann wäre es die Fliege auf dem Objektiv. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen und zu den Außerirdischen kommen. Es gibt ja auch die Vermutung, dass es möglicherweise Aktionen von Russen oder auch Chinesen sind, die da vielleicht irgendein neues Überschallflugzeug getestet haben. Ja, also das möchte ich nicht ausschließen, dass da Drohnen, das ist ja ganz modern, und tatsächlich sind schon oft Drohnen verwechselt worden mit Aliens oder UFOs. Sowas mag man nicht ausschließen. Aber wenn ich mir jetzt diese Bilder anschaue, dann ist das ja so, dass mittendrin oder mitten auf dem Bild etwas stationär bleibt. Und das kann eine Kamera nicht. Die würde immer ein bisschen wackeln. Und damit würde auch der schwarze Fleck so ein ganz klein wenig wackeln. Tut es aber nicht. Und das ist für mich der Hinweis, dass das, was man da sieht, dieser schwarze Fleck mit dem Objektiv, also mit der Kamera selber was zu tun hat. Sonst würde es eben ganz leicht hin und her wackeln. Aber ja, im Prinzip kann man nicht ausschließen, dass es irgendwelche Drohnen oder irgendwelche, nicht UFOs, halt irgendwelche Überschallgeräte von den Chinesen sind. Aber um ähnlich zu sein, dann müsste man das viel klarer sehen können, als was wir hier sehen. Da haben wir doch wieder was gelernt. Das glauben wir Ihnen mit. Herr Professor Ulrich Walter, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. War mir eine Freude. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einem Abschlusstraining Düsseldorf verlassen, ist jetzt auf dem Weg ins Teamquartier im bayerischen Herzogenaurach. Und in einer Woche steht das erste EM-Spiel an. In der Münchner Allianz Arena treffen Jogis Jungs auf Frankreich. Die Generalprobe gestern, die lässt auf einen guten Start hoffen. Mit 7 zu 1 fegte die deutsche Elf Lettland vom Platz. Und wenn wir uns dieses Spiel nochmal genauer anschauen, mit Dirk Schommerz aus Herzogenaurach zugeschaltet. In welchen Mannschaftsteilen hast du denn schon erste echte Verbesserungen erkennen können? Im Großen und Ganzen kann man sagen, die gesamte Mannschaft hat eigentlich gestern schon wesentlich besser gespielt als noch im ersten Test gegen die Dänen. Die Abstimmung gerade auch im Offensivbereich war sehr, sehr gut. Kai Havertz hat da sehr gut reingepasst anstelle von Sané. Der hat zwar die zweite Halbzeit dann die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, Leroy Sané. Aber das war doch schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zu Kai Havertz. Also ich gehe mal fest davon aus, dass der Bundestrainer also mit Kai Havertz, mit dem FC Chelsea-Spieler, mit dem Champions-League-Sieger in der Startformation dann auch planen wird. Auch die Variante mit Kimmich auf der rechten Seite, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also alles in allem hat die Mannschaft einen guten, einen soliden Eindruck gemacht. Natürlich nur gegen Lettland und nicht gegen Frankreich. Also die Franzosen sind eine ganz andere Hausnummer, gar keine Frage. Aber das sah doch schon wesentlich flüssiger aus, wesentlich schlüssiger, auch spielerisch. Insofern ein sehr, sehr guter Test. Und der Bundestrainer wird zufrieden sein zumindest. Aber er hat ja auch schon wieder den einen oder anderen Punkt angemerkt. Beispielsweise was Intensität angeht, die war ihm in der zweiten Halbzeit da nicht hoch genug. Und daran wird man, denke ich, auch in den letzten Tagen hier dann in Herzogenaurach nochmal eifrig arbeiten. Dirk, wir haben ja schon einiges an Turnieren gemeinsam begleitet. Und eigentlich gab es vor jedem Turnier, ich müsste mich jetzt sehr irren, aber eigentlich vor jedem Turnier immer irgendein Knie, was Probleme machte, ein Knöchel, der Probleme machte. Sind alle gesund? Sind alle? Vielen Dank.